... der millionenschweren Positionen mit dem Namen Diverses und Sonstige. Nur um ein Beispiel zu nennen, bei der MA48 gibt es Entgelte für sonstige Leistungen. Im Jahr 2014 sagt der Abschluss 19 Millionen Euro ausgegeben, der Vorenschlag 2016 sagt 34 Millionen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe mir sagen lassen und auch viel darüber gelesen und gehört, dass Intransparenz hier nichts Neues sei. Die Geschäftsgruppe stehe für größtmögliche Intransparenz, für Vereine und GmbHs, die Millionenbeträge der Stadt fließen, komplizierte Firmengeflechte, die keinerlei Klarheit zulassen, Vergabe an Tochterfirmen, die nichts offenlegen müssen. Da gibt es unzählige Beispiele. Auf der anderen Seite, habe ich auch gehört, stehe die Geschäftsgruppe für horrende Ausgaben für das eigene Image, für ganzseitige Inserate-Kampagnen. Zum Beispiel haben wir erfahren im Wahlkampf auf ganzseitigen Inseraten, wie viele Misskübel es in Wien gibt. Vom Tierquartier möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Auch das Nutzen von festen Magistratsabteilungen, um Wahlwerbung zu betreiben und das eigene Innere zu pflegen. Ich war letzte Woche ja das erste Mal im Umweltausschuss. Und dort wurden uns vorwiegend Subventionsverträge vorgelegt für größere kleine Projekte. Und ich fand die Projekte in den meisten Fällen inhaltlich gut, durchaus unterstützenswert, hauptsächlich im Bereich der Umweltbildung. Es ist für mich aber keineswegs nachvollziehbar, wie dieses Geld verwendet wird. Es gibt teils keine detaillierte Beschreibung und vor allem keine Angabe zu den Entwicklungszielen. Auch keine Informationen, wie viel vielleicht im vorigen Jahr ausbezahlt wurde, ob dieser Betrag sowieso jährlich ausbezahlt wird und so weiter. Ich muss ein bisschen auch den Herrn Vorsitzenden, den Kollegen Valentin hervorheben, der sich sehr bemüht, mich hier aufzuklären in dieser Sache. Wir haben uns auch schon zweimal getroffen. Vielen Dank dafür. Ich lasse mich gern positiv überraschen, dass es hier in Zukunft auch mehr Transparenz gibt, sodass ich auch meine Arbeit im Umweltausschuss in der Sache gut erledigen kann. Ich weiß schon, Sie brauchen meine Stimme im Ausschuss nicht. Das ist mir klar. Aber versetzen Sie sich in meine Lage als neue Abgeordnete. Ich stelle mir so eine Zusammenarbeit mit Fraktionen hierweg eben nicht vor und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nicht vor. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir hier zu mehr Transparenz kommen. Ein entsprechender Antrag zu einer Förderdatenbank wurde von meiner Kollegin Frau Meindl-Reisinger gestern auch schon eingebracht. Ich komme jetzt zu den Wiener Linien zu sprechen. Es gibt auf der einen Seite das Bekenntnis der Stadt zu einem Ausbau der U-Bahn. Ich habe es gestern angesprochen. Ich finde das weniger sinnvoll. Wir haben eine innerstädtische U-Bahn ohne Wirkung für das Gesamtverkehrssystem. Aber wenn man sich die direkten Zuschüsse der Gemeinde Wien ansieht, dann widerspricht das diesem Bekenntnis diametral. Die Zuschüsse der Gemeinde Wien, das ist die Entwicklung der letzten Jahre. Da habe ich jetzt nur so eine Kurve. Ich hoffe, Sie sehen das. Man sieht einfach, das war einmal da oben und ist jetzt dabei quasi null. Im Voranschlag 2012 wurden noch 91 Millionen Euro budgetiert. Ausbezahlt wurden 48 Millionen Euro. 2013 wurden 35 Millionen Euro budgetiert. Ausbezahlt wurden 15. 2014 wurden 33 Millionen Euro budgetiert. Ausbezahlt 1,27 Millionen Euro. 2016 haben wir im Voranschlag drinnen 42 Millionen Euro. Ich frage mich, wie viel hier heuer ausbezahlt wird. Das heißt, wer kommt in Wahrheit für den U-Bahn-Ausbau in dieser Stadt auf? Wir wissen, es gibt die 50-Prozent-Vereinbarung mit dem Bund. Ich habe Ihnen hier auch ein Pafer mitgebracht, wie das ausschaut. Sie sehen hier in blau immer konstant den 50-Prozent-Anteil des Bundes. In grün die U-Bahn-Steuer. Der Anteil wird immer mehr. Man hat ja 2012 die U-Bahn-Steuer erhöht von 72 Cent auf 2 Euro. Und hier ist der Anteil der Gemeinde Wien. Macht in Summe nur noch 1 Prozent aus. Und das frage ich mich schon, wenn die Gemeinde hier nur noch 1 Prozent dazu zahlt, ob wir uns den U-Bahn-Ausbau in der Form leisten können. Denn wer zahlt die U-Bahn jetzt? Das sind hauptsächlich die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in ganz Österreich. Und auf der anderen Seite zu einem sehr großen Anteil die Unternehmer und Unternehmerinnen Wiens. Sie wissen ja, dass wir die U-Bahn-Steuer per se nicht sehr begrüßen. Weil es ein weiterer Brügel auf dem Weg für Unternehmer und Unternehmerinnen ist. Man sollte aber diese Zweckbindung rein auf den U-Bahn-Ausbau sich vielleicht überlegen. Und sich überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, hier in den Umweltverbund zu gehen. Es zeigt sich auch, dass die Wiener Linien eine betriebswirtschaftlich recht erstaunliche Entität sind. Normalerweise, wenn ich ein Produkt habe, habe ich bei erhöhter Nachfrage ja eine schnellere Rentabilität der Investitionen. Bei den Wiener Linien ist das anders. Je mehr Auslastung ich habe, desto mehr Zuschüsse brauchen wir vom Gemeindebudget. 2004 bis 2014 stiegen die Fahrgastzahlen jetzt auf über 900 Millionen. Natürlich auch wegen dem günstigeren Ticket. Aber die Betriebskostenzuschüsse stiegen ebenso von 370 auf 531 Millionen Euro. Und wir sind mittlerweile bei einer Kostendeckung von nur mehr 59 Prozent. Ich glaube, besonders bei dieser Haushaltslage ist hier ein effizienter Mitteleinsatz sehr gefragt. Und man muss in die Diskussion gehen, sehr offen und mit allen Fraktionen, ob sich die Stadt den weiteren U-Bahn-Ausbau überhaupt noch leisten kann. Ich komme jetzt noch kurz zum Wien-Kanal, der auch in dieser Gesetzesgruppe behandelt wird. Hier haben wir einen massiven Anstieg der Schulden. Von 2014 hatten wir 70 Millionen Euro. 2015 sind es 140 Millionen Euro. Das ist für mich aufgrund der Unterlagen, die ich habe, keineswegs nachvollziehbar. Hier gibt es keinerlei Transparenz. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 156 Millionen Euro. Da weiß ich, dass es das Betriebsentgelt drinnen, die abgeführte Gebrauchsabgabe, Verwaltungskosten, Instandwirkungskosten. Aber es fehlt genauso eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten. Mit den Gebühren für Müllentsorgung, Kanal- und Wasserversorgung erwirtschaftet die Stadt Wien in den vergangenen Jahren ja teils massive Überschüsse. Von 2002 bis 2013 wurde da eine Gesamtsumme von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und welche Kriterien der Preisgestaltung hier zugrunde liegen, wird von der Stadt Wien aber leider nicht öffentlich gemacht. Der Rechnungshof kommt auf jeden Fall zu dem Ergebnis, dass diese Überschüsse direkt ins Budget umgeleitet werden und dass die Höhe der Gebühren rein nach budgetären Erfordernissen ermittelt wird. Dabei sind vor allem einkommensschwächere Haushalte von den hohen Gebühren sehr betroffen. Während die Lohnsteuern und auch die Sozialversicherungsbeiträge mit sinkenden Einkommen sinken, stellen die Gebühren für Wasser, Abwasser, Müllentsorgung aber Fixposten dar. Es gibt hier keinerlei Transparenz. Und ich bestelle daher folgenden Beschlussantrag. Der Wiener Gemeinderat fordert die Stadtregierung und insbesondere die zuständigen Stadtwätinnen für Umwelt und Wiener Stadtwerke sowie für Finanzen, Wirtschaftspolitik und Internationales dazu auf, den Rechnungsabschlüssen künftig einen Gebühren- und Leistungsbericht vorzulegen. Der Gebühren- und Leistungsbericht soll die Grundlagen der Preisgestaltung aller städtischen Gebühren und Leistungen darlegen und somit einen Beitrag für mehr Transparenz leisten. In formeller Hinsicht verlange ich Sie sofort die Abstimmung. Dankeschön. Danke. So, die Frau Kollegin hat neun Minuten Redezeit gebraucht. Umher ist die Restredezeit der Neos 14 Minuten. Als nächster Redner zu Wort gemeldet hat sich die Frau Gemeinderätin Dr. Kugler. Selbstgewählte Redezeit sind 15 Minuten. Bitte sehr. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Stadträtin. Guten Morgen, werte Kolleginnen und Kollegen. Umwelt, ein spannendes Thema, jetzt wo der Klimagipfel ins Finale geht. Ich möchte aber vorher zu unserer Zusammenarbeit noch ein Wort verlieren. Was ich in meinen ersten Tagen in diesem Haus gelernt habe, ist, dass die Koalition alles ganz großartig findet, dass die Opposition alles ganz schrecklich findet, dass die Koalition der Opposition erklärt, warum sie keine Ahnung hat und dass die Opposition dann niedergestimmt wird. Wissen Sie, ich bin Mutter von vier kleinen Kindern. Ich bin gewöhnt, dass man mir nicht zuhört. Aber ich habe gelernt, dass ich effizient arbeiten muss. Und darum, werte Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, werden Sie von mir kein Schlechtreden hören. Das bringt nichts. Stattdessen werde ich versuchen, konstruktive Vorschläge, Ideen und gangbare Richtungen aufzuzeigen. Und ich glaube, dass es für die Koalition auch etwas ist, wofür man dankbar sein sollte, wenn jemand auf Missstände aufmerksam macht, gute Ideen einbringt. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung der demokratischen Zusammenarbeit. Die Mehrheiten sind knapp. Ich glaube, eine große Opposition hat sich umso mehr das Zuhören verdient. Zum Thema Umweltschutz. Ich möchte drei Grundgedanken einbringen. Und zwar das Thema Umweltaussenpolitik, eine ökologische Grundhaltung und die Frage Mobilität und Umweltschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zerstörung der Umwelt macht nicht an Stadt- oder Landesgrenzen Halt. Verseuchtes Wasser, verschmutzte Luft oder gar Radioaktivität lässt sich nicht aufhalten durch ein Ortsschild mit der Aufschrift Wien. Wenn Wien erfolgreich sein will, dann muss sie Umwelthauptstadt und Umweltbotschafterin werden. Umweltzerstörung ist ein globales Problem. Unsere Antwort darauf darf nicht auf Wien beschränkt bleiben. Im Regierungsübereinkommen heißt es, Wien muss global denken und lokal handeln. Ja, aber ich möchte einen Schritt weiter gehen. Wien muss auch global handeln. Denn die schwersten Auswirkungen der Umweltverletzungen tragen immer die Ärmsten. Das sind die armen Fischer, die, wenn der Fischbestand ausgeschöpft ist, sich nicht anders orientieren können. Das sind die armen Leute, die, wenn das Wasser verschmutzt ist, sich nicht das abgefüllte Wasser kaufen können in den armen Ländern dieser Welt. Der Anstieg des Meeresspiegels geht zulasten derer, die nicht andere Immobilien irgendwo haben. Ökologie ist also eine Frage der Gerechtigkeit und schlussendlich deswegen auch eine soziale Frage. Wenn Wien also im Umweltschutz erfolgreich sein will, dann muss Wien Umwelthauptstadt und Umweltbotschafter für die ganze Welt werden. Wir stellen daher den Antrag an die zuständige Stadträtin, dass sie in ihrem Ressort Konzepte ausarbeitet für eine bessere Koordinierung und Ausweitung der überregionalen Aktivitäten des Umweltschutzes der Stadt Wien und eine aktive Umweltaußenpolitik der Stadt Wien betreibt. Mein zweiter Punkt. Umweltprobleme haben immer ethische Wurzeln. Lösungen liegen deshalb nicht nur in der Technik. Das wäre reine Symptombekämpfung. Lösungen liegen immer auch in einer Verhaltensänderung. Eine Verhaltensänderung vom Übermaß zur Bescheidenheit, von der Habgier zur Freigeblichkeit und von der Verschwendung zum Teilen. Das ist ein Zitat von einem orthodoxen Patriarchen auf einer Umweltkonferenz in Kalifornien. Wer nun keine Verhaltensänderung anstrebt, der betreibt eigentlich eine oberflächliche Ökologie, die letztlich die Verantwortungslosigkeit unterstützt. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich kenne eine junge Umweltschützerin, die durchaus dem grünen Lager zuzuordnen ist, die gesagt hat, sie möchte auf einer Bio-Farm helfen in Spanien und die für 14 Tage dorthin geflogen ist. Apropos CO2-Footprint. Veränderung beginnt aber immer bei uns selbst. Das wissen wir aus allen Lebensbereichen. Bescheidenheit. Ich glaube, dass die Inserate, die Werbung, die Plakate der Stadt Wien kein Zeichen von Bescheidenheit sind. Ich glaube auch, dass es kein Zeichen von Bescheidenheit ist, die dem Umweltschutz vorausgeht, wenn in einem Wiener Park Nebeldüsen eingebaut werden, um die Füße der Besucher zu kühlen im Sommer. Ich glaube auch, dass es kein Zeichen von Bescheidenheit ist oder im Neunten. Ich zeige es Ihnen dann. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eigenartig oder nur eine Gewissensberuhigung, wenn man den Flughafen in Wien anpreist als ökologische und nachhaltige Drehscheibe des Transportwesens. Das beruhigt nur das Gewissen, hat keinen Effekt auf den CO2-Footprint. In einer smarten City muss nicht jede PR-Broschüre der Stadt zigfach in Hochglanz aufgelegt werden. Wer soll das alles lesen? Und wenn ich versuche, vom Eingang des Rathauses in meinen Club zu kommen, komme ich vor lauter Broschüren fast nicht durch. Wir stellen deshalb heute den Antrag, dass die Druckwerke der Stadt Wien auf die Hälfte reduziert werden. Jede Abteilung, jedes Projekt soll sich die Frage stellen, was ist heutzutage wirklich notwendig? Noch ein Gedanke zum Thema Mobilität. Am besten wäre die Umwelt geschützt, wenn es keine Menschen gäbe. Das ist aber kein sinnvoller Weg. Wir suchen also hier eine Brücke zwischen Umweltschutz und Mobilität zu gehen, die die Mobilität nicht einschränkt. Denn die Mobilität ist ein Grundbaustein der menschlichen Selbstverwirklichung. Wir bekennen uns daher deshalb auch aus Umweltschutzgründen zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Das bedeutet für uns die Verlängerung der U-Bahnen, die Kosten sind zu klären, liebe Kollegen von den NEOS, und ein modernes Busterminal. Wir werden diese Anträge einbringen. Und ich glaube, dass das Regierungsübereinkommen diesen Punkt nicht ausreichend aufgreift. Da steht nämlich, der umweltfreundliche Verkehr, insbesondere der öffentliche Verkehr, wird weiter forciert. Okay. Aber, und dann geht es weiter, von signifikanter Bedeutung wird in Zukunft der Radverkehr sein und die Attraktivierung des Fußgängerverkehrs. Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich in Moskau gemacht habe. Da bin ich nämlich in einer U-Bahn gesessen. Und Sie können sich vorstellen, die U-Bahn-Linien in Moskau, die sind noch um einiges länger, als die bei uns. Und plötzlich bleibt die U-Bahn stehen. Und alle steigen aus. Und ich frage eine Aufseherin, klein, stämmig, uniform, Sie können sich das vorstellen, was ist da los? Und sie sagt nur ein Wort. Sie sagt PESHKOM, zu Fuß. Und dann bin ich eine Stunde lang zu Fuß gegangen und habe versucht, meinen Weg durch Moskau zu finden. PESHKOM, ist das die Antwort der Regierung auf unsere Forderung, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, vielleicht auch noch attraktiv auf grün bemalten Gehsteigen? Ich hoffe nicht. Ein letzter Gedanke. Ich möchte noch auf einen Aspekt der Ökologie hinweisen. Der Mensch ist nämlich auch Teil der Umwelt. Und wir haben gelernt, dass der Umweltschutz nur dann gelingt, wenn die in Pflanzen und Tieren und in der Natur liegenden Gesetzmäßigkeiten respektiert werden. Ökologie berücksichtigt die biologischen Gesetzmäßigkeiten. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es auch Gesetzmäßigkeiten gibt, die für den Menschen gelten. Und ich glaube, dass einige Projekte der Stadtregierung diese nicht berücksichtigen und deshalb diese für den Menschen auch unökologisch sind. Aber dazu werden wir uns in den nächsten Jahren noch ausführlich unterhalten. Ich schließe, als Bürgerin und Mutter kann ich einem Budget nicht zustimmen, das meine Enkelkinder bezahlen müssen. Unsere Fraktion wird das Budget ablehnen, weil es more of the same ist, weil es nur Symptome bekämpft und keine echte Veränderung bringt und weil es die Chancen und Notwendigkeiten europäischer und globaler Umweltpolitik nicht ausreichend aufgreift. Danke, Frau Kollegin hat zehn Minuten Redezeit gebraucht. Da ist die Restredezeit der ÖVP-Fraktion noch 15 Minuten. Als nächster Redner zum Wortgeber ist der Gemeinderat Mag. Marisch. Selbstgewählte Redezeit sind 15 Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt echt ein bisschen überrascht. Ich war übrigens immer der Meinung, der Mensch ist Teil der Schöpfung, hat das Kassen aus diesem Lager immer. Aber es heißt jetzt, der Umwelt ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also gehen wir es da rein nach an, kurz bevor ich mich da dem Thema länger widme. Bei vielen Dingen, das die Frau Emmerling gesagt hat, kann ich ihr schon zustimmen, aber dass nur die Unternehmer, die U-Bahn zahlen, das sehe ich nicht so. Sondern das ist eigentlich schon so, dass überall auf der Welt und auch und zwar in Zürich, das Sie sehr schätzen und ich auch sehr schätze, da ist es schon so, dass die Zürcher uns gesagt haben, dass sowohl bei der Schnellbahn, da muss ja der Kanton und die Stadt bezahlen, als auch bei den Verkehrsmitteln der Stadt zumindest nur mit 50 Prozent zugeschossen werden, damit das überhaupt leistbar bleibt. Das ist in Wien durchaus der Fall. Wir haben ja die 365 Euro und herausgekommen ist, und das wissen Sie ja, ein starker Zuwachs im öffentlichen Verkehr. Und es ist schon wichtig, dass öffentliche Verkehrsmittel leistbar bleiben. Wenn das nicht ist, dann weiß man, dass viele Leute einfach das nicht einfach benutzen können und dann eben einfach weniger mobil sind. Und vor allem die sozial schwächeren Schichten. Das war mir das eine. Das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, ist natürlich die Geschichte mit dem U-Bahnbau. Wir hatten das in der letzten Legislaturperiode ganz, ganz oft diskutiert und sind, glaube ich, zu einem sinnvollen Kompromiss gekommen. Die U2, so wie sie sich darstellt, und die U5, haben wir gestern auch schon gesagt, ist, wenn sie so bleibt vom alten AKH bis nach Marzeinsdorf, dann wird das sicher zu wenig sein. Sinn macht es nur, wenn es nach Favoriten in den bewohnerstarken Bezirken geht und auf die andere Seite zumindest nach Älterenplatz oder vielleicht auch weiter hinauf. Aber nur dort macht es Sinn. In diesem kurzen Torso sicher viel zu wenig. Das ist aber das eine. Das Zweite ist, dann möchte ich noch auf die Frau Kollegin Kugler eingehen. Also, ich muss echt sagen, ich habe mich wirklich dann nicht mehr ausgekendet. Bin ich jetzt in einer Bibelstunde oder wo, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, Sie kommen damit zu eigenartigem Beispiel. Sie kennen da eine grün angehauchte Umweltaktivistin, die fährt nach Spanien, oder die fliegt nach Spanien mit dem Flugzeug, um dort 14 Tage auf einer Farm zu arbeiten. Ich meine, die Alternativen sind ganz einfach. Und es gibt keine direkten Verkehrsmittel mehr, und zwar öffentliche Verkehrsmittel. Es ist keine Züge, ich muss mehrfach umsteigen, dauert ganz lange. Sie könnte auch mit dem Auto fahren. Das ist das, was Sie wahrscheinlich gemacht hätten. Sie hätte auch zu Fuß gehen können, hat er mit dem Fahrrad zu sagen. Da wissen Sie, da wissen Sie, du hast die GF Böhler. Ja, das geht auch, ja. Aber da braucht es 14 Tage hin. Dann kann es gleich wieder zurückfahren. Und hat genau wahrscheinlich Arme die Tierschnallen umdreht und Danke immer für die Chance gesagt. Das ist wahrscheinlich für die Hilfe zu wenig. Also, das ist wirklich völlig absurd. Und die zweite Geschichte, die Sie uns bieten, Sie gehen in Moskau und dann sagt der Moskowiterin, die wahrscheinlich nicht die ÖFBÖ kennt, aber sagt zum Beispiel, gehen Sie zu Fuß, weil das vielleicht nicht anders geht. Ich habe aber gehört, dass in Moskau der Autoverkehr dermaßen pumpt, dass es zeitweise keine Gästeiger mehr gibt. War nicht dort in Moskau, kann ich es nicht beurteilen. Also eine Geschichte, andere Geschichte, viele Geschichten. Aber die schönste Geschichte, die Sie geboten haben, war im Eisergrund. Also jetzt war ich lang der grünen Chef im Eisergrund und der Kollege Lindenmeier ist wichtig und tüchtig im Eisergrund. Wir haben kurz überlegt, wo kann der Park sein? Wo kann der Park sein, wo Sie mir quasi wie in der Kirche die Füße waschen? Und zwar in der Karwoche. Nein, wir wussten es nicht. Keine Ahnung. Irgendwo werden die Füße besprüht. Keine Ahnung. Warum auch immer. Ja, ich weiß nicht. Maul und Klauen solche, das war früher, da hat man die Füße auch abgespritzt. Das war es richtig. Das gibt es aber nicht mehr. Maul und Klauen solche ist meines Wissens in Österreich ausgeruhtet. Also noch einmal, im Eisergrund gibt es unseres Wissens vielleicht einen Privatpark. Es gibt mehrere Privatparks im Eisergrund. Unter anderem war das Priesterseminar. Das könnten Sie vielleicht gemeint haben. Ich weiß es nicht. Oder die amerikanische Botschaft. Keine Ahnung, ob die Ängste haben bei den Beinen. Das kann schon sein. Also noch einmal. Und dann dienen Sie uns die Uralt-Forderung der ÖVP an Verlängerungen der U-Bahn in die Bampa im weitesten Sinne. Irgendwo hin. Also noch einmal. In einen U-Bahn-Zug passen ungefähr 890 Menschen. 890. Vielleicht sind es 8.000. Also allein nach Kloster Neuburg. Die Menschen, die jeden Tag von Kloster Neuburg mit ihren Autos hineinfahren nach Wien oder zum Teil auch mit der Schnellbahn. Es sind ungefähr 40 zu 60 ist es. Das sind ungefähr 1.200 Leute. Oder vielleicht sind es auch 2.000 Leute. Das heißt, wir haben eineinhalb Züge U-Bahn und was machen wir dann? Dann transportieren wir den ganzen Tag Luft. Das ist... Bei der ÖBP wollen Sie die Bimperlbahn erholen. Bei der ÖBP die Bimperlbahn? Bei jeder Nebenbahn gibt es das die... Ehrlich? Wo denn? In Niedösterreich? Jede Bimperlbahn? Also jetzt möchte ich Ihnen kurz einmal sagen. Da geht es nicht um jede Bimperlbahn, sondern es gibt es parallel zur S40, die nach Kloster Neuburg fährt, mit der Sie wahrscheinlich oft schon gefahren sind. Da gibt es eben die S40 und daneben würde es dann die U-Bahn geben. Das gleiche hätten wir im Westen. Aarhof hinaus, da gibt es ja massenhaft Menschen, die dort wohnen. Wirklich wahr. Da gibt es... Da fährt man einkaufen zum Beispiel zum Ikea. Da fahre ich sicher mit der U-Bahn. Da stelle ich mein Billiregal hinein. Dann haut mir aber der Schaffner aus oder er fährt nicht weg. Das ist einfach ein Unfug, noch einmal. Dort gibt es in Wirklichkeit ausreichend ÖV und zwar die Schnellbahn. Und im Koalitionsübereinkommen, wenn Sie es gelesen haben, wollen wir die Schnellbahn. Verbessern, die S80 soll bis nach Burgersdorf ausgeweitet werden. Das heißt, die kann dann vom niederösterreichischen Raasdorf im Osten bis nach Burgersdorf im Westen fahren. Herr Kollege, Sie haben ja gesagt, Sie haben das gelesen. Das heißt, hätten Sie müssen sehen. So, und noch einmal, wir wollen den Takt bei der Schnellbahn auf 15 Minuten ausweiten. Aber Ihr, Herr Kollege, und zwar, na eigentlich ist er ja Landesrat in Niederösterreich und Sie sind jetzt Klubobmann, aber der Herr Kollege hat ja einen neuen, anderen Vorschlag gehabt. Der hat ja gemeint, Niederösterreich hat keinen wirklich langen Bahntunnel, weil der eine am Seemring, der wird irgendwie nichts scheinbar, ist ja wieder abgesagt worden. Aber also wollen Sie einen Bahntunnel unter Wien durchbauen. Das ist jetzt aber kein Witz. 1. April ist auch noch nicht, sondern Sie wollten eintauchen bei der Spitellau und herauskommen unter der Stadt, unter dem Stephansplatz, also die Stationen sind gut gewesen. Die Stationen waren Stephansplatz, Herrengasse bezeichneterweise und dann Hauptbahnhof. Vielleicht noch Wien-Mitte, geht sich vielleicht noch aus. Also noch einmal, da unten durch wollten Sie doch glatt um fast 2 Milliarden einen Tunnel bauen. Also so quasi, was die Tiroler kennen und die Kärntner und die Steirer, das braucht der Herr Wilfing auf jeden Fall. Also, da unten durch einen Schnellbahndunnel mit einem Takt, so wie auf der Schnellbahn auf der S40 von einer halben Stunde. Na wunderbar. Was glauben Sie, was da los ist am Stephansplatz, wenn alle halben Stunden ein Schwung für Niederösterreicher hereinbricht über die Station? Also, schwierig, hätte ich gesagt. Also noch einmal, wir sind der Meinung, die Schnellbahnen gehören massiv verbessert, richtig, aber keine Tunnels unter Wien. Das ist das Erste, das steht auch im Koalitionsübereinkommen. Und das Zweite ist das, um Gottes Willen, keine U-Bahnen nach Vasiwo hin. Gerasdorf hat damit die FPÖ verlangt. Das sind auch wahnsinnig viele. Da gibt es, da fühlen wir nicht einmal einen U-Bahn-Zug damit. Also, geht sich, glaube ich, nicht aus. Nach Siemering ist auch eine alte Geschichte, aber da gibt es einen Beschluss im Gemeinderat, einstimmig hier und am Landtag in Niederösterreich. Wir wollen die Straßenbahn bis nach Schwächert führen. Das ist daran gescheitert, dass die Stadt Schwächert das nicht übernehmen kann, alleine. Und die Niederösterreichische Landesregelung hat gesagt, wir haben zwar jetzt einen Beschluss, aber an den holen wir uns nicht. Also wird es nicht gebaut. Da geht es nur um drei Stationen und der Anasitzker oder der Seixer, je nachdem, fährt bis Schwächert. So, soviel zu diesen Dingen. Interessant war nur eine Sache. Es freut sich auf jeden Fall der Busterminal, den Busterminal in Wien, und zwar einen Fernbusterminal, den wird es geben. Da haben wir schon alle möglichen Untersuchungen an Orten durchgeführt. In dieser Legislaturperiode wird eröffnet werden. So schaut es zumindest im Koalitionsübereinkommen aus. So, und dann möchte ich noch kurz sagen, die Geschichte mit den Broschüren. Also was mir die ÖVP alles zugeschickt hat, während dem Wahlkampf hat mehrere Missgibbeln geschickt. Echt wahr. Also unglaublich. Jetzt im 17. Bezirk, der Herr Altpapier, entschuldige, Altpapier, genau. Ich trage es auch immer brav hinunter in das Altpapier. Also manche waren auch in seiner Plastikhülle. Auf das bin ich überhaupt immer riesig froh, weil da muss man das Plastik herunterreißen und dann extra entsorgen. Wahnsinn. Also noch einmal. Also bevor man da, also Niederösterreich ist unübertroffen. Und wie oft ich Sie auf diesen Fotos gesehen habe, Kollege, ich meine, ich kenne jetzt jede Ihrer Augenbrauen. Echt wahr, Herr Kollege. Noch einmal. Also, wirklich, ich kenne mich da echt gut aus. Also so allein, Juratska aus allen Facetten. Jünger, älter, mit oder ohne, Aufbesserung, sag ich einmal. Alles, alles gesehen. So, und da würde, und dann stellt man sich da aus, dann regt sich die Broschüren auf. Das kann man schon machen. Kann man schon machen. Ist schon in Ordnung. So, also, handeln wir die Geschichte ab. Der Mensch, was habe ich gelernt? Mensch ist der in der Schöpfung, nicht so viele Broschüren, Fußdämmen, da brauchen wir auch. Wunderbar und die unsagbare Verlängerung der U-Bahn nach Auhof. Und bitte zu Fuß gehen nach Vazivo in Spanien. So, aber jetzt ernsthaft. Uns war wichtig bei diesem Koalitionsübereinkommen, nicht nur jetzt, weil jetzt die Klimakonferenz in Paris ist, unter sehr schlimmen Vorzeichen mit internationalem Terrorismus und dergleichen Dinge mehr. Aber es ist uns darum gegangen, nicht nur sozusagen den Klimaschutz voranzutreiben, sondern vor allem Klimaanpassungsmaßnahmen in der Stadt zu setzen. Das heißt, Klimaanpassungen, was braucht es da? Es braucht erstens einmal eine feine und scheite Untersuchung, die gemeinsam mit der BOKU gemacht wurde. Die ist ja schon fast fertig, glaube ich, oder schon fertig, aber wird noch veröffentlicht. Und zwar, da geht es um die Urban Heat Islands. Um das noch einmal zu klären, es ist so in den Städten, es ist oft 5, 6, 7 Grad heißer als draußen, vor allem wenn man so Hitzesommer hat, wie zum Teil heuer, in diesem Jahr oder schon vor ein paar Jahren auch. Dann wird es schon schwierig für ältere Leute, weil die sterben dann quasi. In Frankreich gab es einmal eine Untersuchung beim letzten heißen Sommer. Da sind allein an diesen Hitzetagen insgesamt 35.000 alte Menschen gestorben. Das geht so nicht. Das heißt, wir müssen da schon einiges tun. Und da hat sich die Stadt ein paar Dinge vorgenommen. Und zwar die Grünraumversorgung für alle Wiener und vor allem das Schließen des Grüngürtels. Das heißt, der Norbert Schädwald, der Golfberg, der Rendezvousberg, Giesernberg-Vorland, Lobau-Vorland. Das sind Dinge, die wir angehen und zum Teil ja schon begonnen haben. Das war ganz wichtig. Das Nächste ist, es wird auf jeden Fall eine Verbesserung geben bei der Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Hofbegrünung. Da wollen wir mehr Geld in die Hand nehmen, es einfacher machen für viele, viele Leute, das auch zu tun. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und da haben wir uns auch einiges vorgenommen, in den Straßen einmal zu untersuchen, wo überhaupt Alleebäume möglich sind. Und das heißt, beim Straßenumbau, das ist zwar schon auch ein bisschen Verkehr, aber vor allem da einfach zu schauen, wo überhaupt Baumpflanzungen in Straßen möglich sind, ohne den Luftdurchzug zu behindern. Weil es ist zwar fein, wenn es da Bäume gibt, aber wenn in Wirklichkeit die heiße Luft dann dahinter steht, dann geht das nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Prüfung des Glyphosats, den Einsatz auf Landesebene. Das ist eine wichtige geschichte Glyphosatnorme. Das ist ein, wenn man so will, wie Allzweckdünger, Dünger ist gut, ein Allzweckpestizid. Das, wenn man so will, im Einsatz, also sagen wir mal so, es heißt Unkraut-X im Geschäft. Das heißt, wenn ich das streue, dann ist alles X. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es auch verdächtig, auf Krebsgefahren. Wir haben das in Wien verwendet, dass die Stadt nicht mehr, und zwar schon einige Zeit, aber die lieben Bundesgärten verwenden das in allen diesen schönen Gärten der Stadt. Das ist also einiges zu tun, und da wollen wir, und da haben wir die Möglichkeiten, auf Landesebene mit der Hilfe eines eigenen Pestizidsgesetzes das zu tun. Und der zweite Aspekt in diesem Fall ist der Binnenschutz. Da hatten wir ja schon die Themen. Die Neonicotinoide sind ja zwar nicht verboten, sondern es ist nur aufgeschoben worden. Es gibt sicherlich in allen, es würde nicht die Reifeisen unbedingt beschuldigen, aber es gibt ganz viele, ich sage jetzt einmal, Käufer von diesen Neonicotinoiden, die zu Hause noch jede Menge haben und das noch ausstreuen. Aber da geht es darum, dass man den Binnenschutz in Wien massiv vorantreibt. Dann geht es darum auch weiter, dass 30 neue Gemeinschaftsgärten. Gemeinschaftsgärten sind ein Trend, der kommt aus dem angesetzlichen Raum, ist in Wirklichkeit eine Anknüpfung an diese alten, wenn man so will, Grabeladen, Schrebergärten und dergleichen Dinge mehr, waren damals zur Selbstversorgung. Gibt es einen Interessantfunk, ich habe jetzt seit einem Jahr benutze ich einen Schrebergarten an Schafberg bei einem Freund mit und habe dort mein Gemüse angebaut und dann kommt jemand bei mir vorbei und sagt, glauben Sie, dass er direkt kommt? Dann sage ich, nein, ich weiß nicht, warum soll er direkt kommen? Also da glaube ich, da geht es nicht darum, dass man in Wirklichkeit jetzt Vorsorge trifft für die schlechten Zeiten, sondern ich sage es Ihnen, die eigenen Erdäpfel schmecken einfach sensationell gut. Erstens einmal, zweitens einmal ist es eine sinnvolle Gestaltung und drittens einmal muss ich nicht mit dem Auto oder mit dem Öffi oder sonst wo hinfahren, sondern am Schafberg mit dem Rad hinauf, was anstrengend genug ist. So, also, noch einmal zurück, da wollen wir 30 neue Gemeinschaftsgärten in den nächsten 5 Jahren. Da haben wir schon sehr, sehr viele in Wien und das soll ausgebaut werden und das Know-how, das da aus der Stadt kommt, ist ein ganz, ganz wichtiges und last but not least möchten wir uns darum kümmern, dass die Biolandwirtschaft verbessert wird und, und, und 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 als allerletztes wollen wir uns stark machen für ein bundesweites Plastiksackerlverbot. Also viel zu tun in der nächsten Zeit und vielen Dank und der ÖVP viel Nachdenken zu ihren netten Forderungen. Dankeschön. So, Kollege Marisch hat genau 15 Minuten gesprochen, daher ist die Restredezeit der Grünen-Fraktion noch 10 Minuten. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat-Ingenieur Kugendwicher. Selbstgewählte Redezeit sind 9 Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadtwettin, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Rüdiger Marisch, ich habe jetzt versucht herauszufinden, was du in den letzten Jahren so umweltpolitisch geleistet hast. Das ist leider Gottes nicht viel gekommene Ankündigungspolitik für die nächsten Jahre. Und weiterhin haben wir erfahren dürfen, dass du eine gewisse Niederösterreicher-Phobie hast, wo du dir fürchtest, dass alle halbe Stunde irgendwelche Niederösterreicher am Stephansplatz aussteigen. Ich mache dir keine Sorgen, sie sind kulturnahe. Es wird kein Problem geben, wenn wir Niederösterreicher in Wien haben und wir freuen uns auch, wenn wir Leute aus Niederösterreich haben, die in Wien Wirtschaft leisten. Du brauchst dich doch nicht fürchten, lieber Rüdiger Marisch. Ihr lobt ja immer eure Integrationspolitik, das wird möglich sein, in Niederösterreich, in Wien zu integrieren. Nein, ich will diese Debatte nutzen, dafür auch den Mitarbeitern, nein, mir auch dann 40 zu danken, der Mitarbeiter des ganzen Ressorts, des Ressorts Simmers, da sind ja jetzt mehrere geworden. Und ihnen dafür zu danken, weil es ja nicht einfach ist, in diesem hoch ideologisierten Ressort zu arbeiten. Weil es nicht einfach ist, in diesem Ressort zu arbeiten, wo von oben herab Politik gelebt wird. Wo sogar die Frau Staudträtin und ihre Genossen aus Angst vor Machtverlust mit persönlichen Ängsten der Mitarbeitern spielen. Wo sie sich hinstellen und sagen, liebe Mitarbeiter, wenn ihr im Herbst nicht der SPÖ pälzt, dann werdet ihr im Herbst später keinen Job mehr haben. Jobgarantie SPÖ aus einem persönlichen Grund, um Machterhalt zu betreiben. Sie spielen mit Ängsten, Existenzängsten von Mitarbeitern und das ist verwerflich, das muss man Ihnen sagen. Und Sie werfen es aber immer den anderen vor. Aber was wünschen sich die Wiener und die Wienerinnen, dass von einem Umweltresort, dass die Lebenssituation verbessert wird. Dass so wie die Frau Stadträtin Brauner es sagt, hin und wieder aus der Krise hinaus investiert wird. Aber wohin investieren Sie? Sie investieren in den Sack von roten Vereinen hinein. Und das ist kein PC, das wir leben wollen. Aber schauen wir uns an, wie das ist. Woher nehmen Sie das Geld? In einer Stadt, wo Sie verantwortlich sind dafür, dass 400.000 Menschen an der Arbeitsgrenze leben müssen. In einer Stadt der sozialen Kälte, wo Sie sich nicht gescheut haben, den Bürgern ersatzlos den Heizkostenzuschuss zu streifen. Oder der Klubobmann Oxenitsch in seiner Funktion als Stadtrat sich auch nicht gescheut hat, in einer Währinger Schule mit behinderten Kindern, denen den Bus für Ausflugsfahrten zu streichen. Er hat sich dort hingestellt und gesagt, das ist Aufgabe der Eltern. 110.000 Euro haben Sie gestrichen und dieses Geld in irgendwelche anderen roten Vereine investiert. Verwerflich ist das, Herr Stadtrat Oxenitsch oder Herr ehemaliger Stadtrat. Wahrscheinlich sind Sie auch deswegen nicht mehr Stadtrat, weil das den Genossen wahrscheinlich auch unangenehm aufgestoßen ist. Aber woher lukrieren Sie diese Gelder? Sie belasten die Bürger. Sie haben den Gaspreis um 16 Prozent erhöht, den Wasserpreis um 39 Prozent, Erhöhung der Müllgebühren um 10 Prozent, Erhöhung der Hundeabgabe um 65 Prozent. Sie belänen sich schamlos am Geld der Bürger und werfen es auf der anderen Seite hinaus. Es wurde heute schon angesprochen, Werbekampagnen. Und ein deutlicher Beweis für die Sinnlosigkeit Ihrer Kampagnen ist zum Beispiel die Kampagne zur Mülltrennung. Kein Bundesland in Österreich hat so viel Geld investiert in Mülltrennungskampagnen wie Sie. Und wenn man sich den Monitor anschaut, sehen Sie bei der Mülltrennungsrate Schlusslicht in Österreich. Frau Stadträtin, diese Kampagne hat nichts anderes produziert als Müll, der am Ende des Tages nicht getrennt wurde. Aber in einem anderen Bereich, Frau Stadträtin, sind Sie im Spitzenfeld. Im Spitzenfeld sind Sie im Bereich der Intransparenz und der Verschleierung bei der Vergabe von öffentlichen Mitteln. Und das ist nicht etwas, was ich sage, ich habe es Ihnen schon öfter erzählt. Es gibt ja objektive Stellen, wo sie bewertet wurden. Und es gibt ja, vielleicht weiß es noch nicht jeder, die Frau Stadträtin hat ja heuer im Sommer einen Preis bekommen. Die Frau Stadträtin wurde heuer ausgezeichnet mit dem Preis, mit dem Intransparenzpreis Mauer des Schweigens. Hier wurde das Büro Siemer, ich zitiere, das Büro Siemer von einer Jury, die sich aus Journalisten und Bürgerrechtler zusammensetzt, mit dem Negativpreis Mauer des Schweigens ausgezeichnet. Für die nachhaltige Weigerung von Auskunftserteilungen zu einem von der Stadt über eine Tochterfirma betriebenen Tierheim. Und wir können, um jetzt auch da den Rahmen zu schließen, wir können hier schon einiges sprechen über die Finanzierung und Intransparenz bei diesen Tierheimen. Wir haben eine Ausschussreise gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wie man vernünftig den Tierschutz in Wien leben kann. Und wir waren grundsätzlich auch dafür am Anfang, dass wir gesagt haben, ja, es ist notwendig, wir brauchen ein zweites Tierschutzhaus und haben damit gerechnet, dass Sie eine gewisse Gemeinsamkeit finden. Eine Gemeinsamkeit mit dem Wiener Tierschutzverein, der seit Jahren gute Arbeit auf dem Bereich leistet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie eine Struktur aufbauen, so das Simaton-System nenne ich es einmal, ganz salopp, wo Sie in einem Atemzug den Wiener Tierschutzverein aushungern und das Wiener Tierquartier subventionieren lassen, fördern lassen, eine Zusammenarbeit mit der Wiener Tierschutzstiftung machen, wo zufällig Ihre Mitarbeiterin, Baukowicz, auch im Vorstand sitzt. Das Tierquartier ist ja eigentlich kein eigener Rechtskörper, sondern da steht ja dahinter gut vor Wiener, wo der Chef da einmal auch das jetzt tun, Bokoristis. Deswegen könnte es sein, der bessere Name wäre ja nicht gut vor Wiener, sondern gut vor Sima, dieser Organisation, die als Trägerorganisation hinter dem Tierquartier steht. Und wenn man sich überlegt, wie hier gearbeitet wird, nämlich erstens auch mit öffentlichen Geldern, weil wir haben ja zum Beispiel einen 48er-Tandler, wo der Abteilungsleiter Ton, neuer Tierschutzstadtrat vielleicht in Zukunft irgendwann einmal, entscheidet, wie die öffentlichen Gelder eingesetzt werden. Nicht die Stadtwettin, sondern der Chef da immer auch das jetzt kommt. Ich glaube, die Erlöse des 48er-Tandlers gehen zu 100 Prozent ans Tierquartier. Das heißt, Chef da immer 48 gibt, Prokurist, Thron, bei der Gut vor Wiener das Geld, was er dort selber erlöst hat. Ist eigentlich eine sehr unangenehme Konstellation. Die Frau Baukowicz sitzt dann in der Tierschutzstiftung, im Vorstand und auch im Aufsichtsrat der Gut vor Wiener, die im Büro der Stadträtin Sima sitzt. Ganz interessant. Wenn man sich dann auch noch die Unregelmäßigkeiten anschaut, und das ist nicht mein Zitat, sondern das ist ein Zitat des Stadt Wien, die hier im Rahmen der Finanzierung dieses Tierquartiers zustande gekommen sind, wie zum Beispiel, man hört, dass die Tierschutzstiftung mit einem Spendegüter-Siegel geworden hat, das am Ende des Tages doch keines war. Da gibt es das Schreiben des Finanzministeriums, dass dieses Spendegüter-Siegel nicht rechtsgültig zustande gekommen ist. Das heißt, das bedeutet, dass Organisationen, die dorthin spenden, auch keine Spendenbegünstigungen bekommen. Mit anderen Worten, nicht auf der Liste des Finanzministeriums aufstehen. Man hört auch das falsche, oder man liest zum Beispiel in den Medien, falsche Versprechungen in der Werbung sind irreführend. Und das Bundesgesetz regelt das mit unlauterem Wettbewerb, wenn auf der einen Seite mit einem Spendegüter-Siegel geworden wird, auf der anderen Seite der Wiener Tierschutzverein ausgehungert wird und von 750.000 Euro Unterstützung her hinunterfinanziert wird auf 100.000 Unterstützung. Und warum erwähne ich das? Weil, lustigerweise, die Stadt sich distanziert. Man liest in der Zeitung, die Stadt Wien distanziert sich von unlauteren Praktiken ihres Kooperationspartners. Mit dem Kooperationspartner ist die Tierschutzstiftung gemeint. Das heißt, das Büro Simmer, die Mitarbeiterin von Büro Simmer, distanziert sich von dem Verein, wo sie selber im Vorstand sitzt. Das ist ganz eine eigene Interpretation. Und Frau Stott, wir können einiges fragen Sie hier schon. Was ist eine unlautere Praktik? Ich weiß nichts Konkretes über unlautere Praktiken. Haben Sie eine Anzeige gemacht? Weil es geht ja immerhin um Spendenwörder. Wenn es unlautere Praktiken gibt, wer in der Stadt Wien kann diese unlauteren Praktiken bestätigen? Und wie können wir am Ende des Tages mehr Licht in dieses Dunkel bringen? Aber das ist nicht das Simmatonsystem, das wir dort erleben müssen. Wir haben ja noch ein zweites System, zum Beispiel der Copacagrana, wo wir 2,5 Millionen Euro investiert haben. Ein nicht rückzahlbares Darlehen in eine Firma, die am Ende des Tages, wo man wieder drauf gekommen ist, in dem man Rahmen verdoppelt für 20 Jahre. Eh klar. Und wer sitzt in dieser Firma als Prokurist drinnen? Der Büroleiter von der Simmer-Schmalzer. Das heißt, wir bekommen ein nicht rückzahlbares Darlehen. Am Ende des Tages hören wir, dass es mit der Baugenehmigungen gibt. Und in zwei Jahren, dass vielleicht ganz anders ausschauen wird wie jetzt. Ich habe die Unterlagen angefordert, habe sie aber leider nicht bekommen. Deswegen konnten wir diesem Geschäftsstück auch nicht zustimmen. Aber die Transparenzgeschichte wurde heute schon öfter erwähnt. Kurz zum Thema Marisch noch ganz kurz. Wenn wir ja über Versprechen im Wahlkampf heute schon gesprochen haben, darf ich Ihnen Rüdiger Marisch zitieren. Er hat bei der Ziesel-Wanderung ein Zitat von sich gegeben, wo er gesagt hat, bei den nächsten Koalitionsverhandlungen, so die SPÖ, mit uns wieder koalieren möchte. Im Jahr 2015 werden wir diese Geschichte so erledigen, dass hier nie wieder gebaut wird, sondern ein Naturdenkmal kommt. Das ist und muss unser Ziel sein. Lieber Herr Rüdiger Marisch, offensichtlich ist die rot-grüne Koalition nicht zustande gekommen oder bis dem Liegen umgefallen. So kann man die Umweltpolitik der Grünen der letzten fünf Jahre bewerten. Alles nur reine Versprechungen und eigentlich ein peinlicher Auftritt von dir, den du heute abgeliefert hast, eigentlich schämen es wird für eine Partei, die sich Umweltpartei nennt. Abschließend darf ich noch, um nicht meinen Kollegen zu viel Zeit wegzunehmen, ein paar Anträge einbringen. Der erste Antrag wurde von uns schon lange gebracht. Der Wiener Gemeinderat beachtet mit Sorge die Pläne der Europäischen Kommission über Trinkwasserversorgung in Europa für den Wettbewerb mit Privaten zu öffnen. Die sichere Bereitstellung von sauberen Bezahlband Trinkwasser hat eine herausragende Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit. Der Wiener Gemeinderat fordert daher die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene intensiv gegen die Liberalisierung und Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung einzusetzen. Die Wassergrundversorgung Österreichs derart verfassungsrechtlich zu regeln, dass kein Ausverkauf an Privatunternehmen möglich ist. Da wir ja wissen, dass da die SPÖ schon ein Teil des Wiener Wassers privatisiert und verkauft hat mit der Seißensteinquelle, glauben wir, es ist notwendig, hier heute noch einmal diesen Antrag einzubringen. Und ich bitte um Ihre Zustimmung. Auch schon kurz angesprochen, der Schlussantrag der zuständigen Stadtgräte in der Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke wird aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass die EMA 48 weiter im Magistrat der Stadt Wien verbleibt und nicht von den Wiener Stadtwerken einverleibt wird. Da wir auch hören, dass die SPÖ Wien hier einen weiteren Privatisierungsschub vorhat und das aus dem Interpellationsrecht des Gemeinderats, den man auch tatsächlich nehmen will, sagen wir, es ist wichtig, dass es öffentliche Aufgaben gibt. Und wir werden der Privatisiererpartei SPÖ hier nicht zustimmen und bitten hier um Ihre Zustimmung. Und noch ein letzter Beschlussantrag. Hier geht es um die Abschaffung des Wiener Waller Rosierungsgesetzes. Wir wissen auch, das wurde mit roter Mehrheit beschlossen. Sie greifen den Bürgern jährlich in die Taschen, verwendet dieses Geld für nicht nachvollzählbare Zwecke, sogar der Rechnung so verzorgt, dass ihre Gebühren illegale Steuern sind, dass sie keine Transparenz geben. Hier stelle ich somit auch den Antrag. Der Wiener Gemeinderat spricht sich ausdrücklich für die Abschaffung des Wiener Waller Rosierungsgesetzes aus, damit es den Roten nicht mehr möglich ist in Zukunft, bei 400.000 Menschen in Wien, die ormordsgefährdet sind, in die Taschen zu greifen. Ich bitte auf Ihren Wittgenstunden. Liebe Frau Stadträtin, dass Sie sich heuer im Vermauch noch ausgezeichnet haben in politischer Aktivität, gemeinsam mit dem Leiter der IMA 48, den Herrn Thorn, wo Sie sich ausgezeichnet haben in einem Pfeifkonzert in Ottakfing, darf ich Ihnen hier als kleines Geschenk für Weihnachten mitbringen. Eine blaue Pfeife hat sie für Wien. Frau Stadträtin, ich sage Ihnen ehrlich, es ist unwürdig, es ist unwürdig, wenn Sie als Stadträtin mit, es ist unwürdig, wenn Sie als Stadträtin hier mit dem Abteilungsleiter der IMA 48 hingehen, einer, der ein öffentliches Amt begleitet, Sie ein öffentliches Amt begleitet, hingehen und Wahlkampfveranstaltungen von anderen Parteien stören. Sie sind Ihres Amtes nicht würdig und ich bitte um Ihren Rücksicht. So, Kollege Guggenbücher hat 14 Minuten gesprochen. Das heißt, die Restredezeit der freiheitlichen Fraktion beträgt 24 Minuten. Als Nächster zum Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Wallendee. Die selbstgewählte Redezeit sind 15 Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, bevor ich auf die Wortmeldungen eingehe, die vor mir waren, möchte ich an sich mit einer Positionierung beginnen. Es gibt ein Zitat mit Copyright Uli Simer, dass das Umweltressort das Ressort der Lebensqualität wäre. Ich möchte es ergänzen, dass jetzt nicht nur das Lebensqualitätsressort, sondern auch noch das Infrastrukturressort der Nachhaltigkeit, ich glaube, dass diese beiden Teile gut zusammenpassen, dass gezeigt ist, dass das Ressort und die Mitarbeiterinnen des Ressorts in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet haben und somit signalisiert haben, dass genug Kompetenz und genug Freiraum noch da ist für neue Herausforderungen. Ich möchte deshalb einmal gratulieren zu der Arbeit, die geleistet worden ist und Dankeschön sagen. Und da auch die Ressortstaaträtin, weil ich weiß, ihre Teamworkerin nicht auslassen bei dem Lob und bei dem Dank und gleichzeitig viel Glück und Glück aufwünschen für die Herausforderungen, die jetzt an den Bordern stehen. Die sind nicht ohne. Das ist eine große Arbeit, die Lebensqualität bei einer stark wachsenden Stadt zu halten und ich bin mir sicher, dass diese Aufgabe gut gelöst werden wird. Ich möchte dem Stadträten auch gratulieren, sie hat heute wieder 10 Guggenpichler bekommen. Guggenpichler ist die Einheit bei mir, wenn sich ihr Realität mit Wutbürgertum paart und das in einer Zeiteinheit von 15 Minuten. Normalerweise kriegt man 10 ist Maximum, heute hat er es geschafft. 10 Guggenpichler hat die Frau Stadträtin bekommen, wobei das meiste bei der Geschichte nicht nachvollziehbar ist. Aber gute Comedies, meine Damen und Herren, haben es an sich, dass man irgendwann eintaucht. Da ist man mal drin, dann ist man in dieser Welt gefangen und diese Welt schaut ja relativ einfach raus. Das ist Wutbürgertum, ich sagte es bereits. Da nimmt man ein bisschen Unseriösität her. Also gleich mit Menschen, die nicht im öffentlichen Leben stehen. Und ich sage Ihnen, nach meinem Dafürhalten sind auch der Einungsleiter, nicht im öffentlichen Leben, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen des Magistrats. Und ich finde es wirklich schändlich, ich sage das wirklich, ich finde es schändlich, wenn man hier in der Öffentlichkeit Menschen herauszieht, die sich nicht wehren können. Und ich sage Ihnen noch einmal, ich sage Ihnen noch einmal, das tut man einfach nicht. Die Politiker, die kannst herwatschen, wenn es du willst, die sind auch dafür da. Ich meine, ich sehe es zwar nicht so ganz jeden Tag, aber wir stehen für die Arbeit in der Öffentlichkeit. Aber Abteilungsleiterinnen, Beamtinnen, Beamte, Mitarbeiter und des Magistrats, die zerrt man nicht in die Öffentlichkeit. Das hat ein seriöser Politiker nicht Not. Wirklich nicht. Und dann, ich meine, ich mache, ja, es sagt ja jeder seine Meinung da. Herr Breckert, jeder sagt seine Meinung. Ich bin nur mit meinen Worten bewaffnet, ich hoffe, wir alle hier. Aber, das heißt, ja, ich will auch den Urkundgebungen nicht beraten. Aber ich weiß nicht, ob es gescheit ist, gerade jede Bereiche aus dem Ressort, wo die Leute am nachhaltigsten zufrieden sind. Also beispielsweise bei der Gruppe Kerkraner, also selbst kritische Journalisten haben nicht geschrieben, dass dieser Typ, der dort gewerkt hat, bleiben hätte sollen. Ja, alle haben gesagt, endlich hat die Frau Stadträtin gewonnen, endlich hat sie sich durchsetzen können. Die Gerichte waren eh so langsam. Also das ist so ein Thema, wo man denkt, das ist nicht mehrheitsfähig. Also ich glaube, die Leute freuen sich eher, dass sie ihren Freiraum dort haben, dass sie jetzt die Gruppe Kerkraner genießen können, dass es nicht so ausschaut wie ein Ratzenstadel. Ich denke mir, ich denke mir, ja, man kann jedes Thema nehmen. Nur ob das das G'scheiteste ist, weiß ich nicht. Und erzähl bitte einmal denen, die im Umland, nächstes Thema, von Wien wohnen, die ihren Müll in die Sackern rausstören, Niederösterreich, bis die Firma, die sauber im Namen trägt, kommt, wenn die dann schon riechen, was sie die letzten drei Wochen gekocht haben im Hochsommer, weil halt einfach um wesentlich teures Geld die Abholung des Restmülls nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Und gleichzeitig der Wiener, der gut servisiert wird, der vom Geruch seiner Abfälle nix riecht, weil das in einem Kolonial-Kübel ist, meistens in einem Raum sogar noch geschortet wird, bis die 48er kommt. Und er sich nie beschweren muss und weniger zahlt als der Bürger in Niederösterreich. Ich denke mal, ich habe keine Beschwerden von Wienerinnen und Wienern, die sagen, dass ihre Müllabfälle nicht funktioniert. Offensichtlich ist das ein gutes Zeichen. Wenn du meinst, das sei so gut woanders, dann zählt das in Niederösterreich. In Niederösterreich hat die bringen ihren Müll nach Wien im Sommer, weil es ihnen dann vom Haus zu sehr stinkt. Meine Damen und Herren, ich möchte mich nicht allzu lange mit dem Kollegen Kugelbücher aufhalten und zu den Kolleginnen kommen, die davor gesprochen haben. Kollegin Emmerling, ich heiße Ihnen Dank für das Lob. Ich habe nur gehört, das hat mir der Kollege Oxonitsch, der in Pädagogik bewandert, hat dies einmal erzählt, Pädagogik ist keine Einbahnstraße. Das heißt, der Lernerfolg zwischen Schüler und Lehrer, ohne dass ich Schulmeister nicht wirken werde, ist meistens ein gemeinsames Produkt. Vielleicht können wir auf mehr Erfolgsquote in Zukunft kommen, gemeinsam, weil es fällt ja auch auf den Lehrer zurück, wenn der Schüler sagt, der hat nichts verstanden. Also ich werde mir Mühe geben in Zukunft und möchte gleich jetzt anfangen. Es dürfte offensichtlich ein Unterschied in der Beurteilung sein, und der dürfte grundsätzlicher sein, was Serviceleistungen der Stadt sollen. Während Sie ein betriebswirtschaftliches Konzept verfolgen, Sie sagen, Widerlinien, das ist ein Betrieb, ein Betrieb muss einen Gewinn machen, und das ist es, ist in der Daseinsvorsorge das ein bisschen mehr. Und deshalb sagen wir, die Widerlinien sind ein Lenkungsinstrument. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Widerlinien gebracht haben, weil ohne den Widerlinien und dem Angebot mit 365 Euro Jahresnetzkarte, mit dem dichten Netz, mit der Tatsache, dass die Nacht in Ihnen gibt und alles, und teilweise sind es heute in der Nacht, in manchen rufen heute weniger Leute drin, und trotzdem fährt es, halten wir es, dass wir 39% mit Öffis transportieren, 7% mit dem Fahrrad und 26% auch der 20% BKW und Motorrad. Das heißt, wir haben in Wien, und das ist hervorragend, den besten Modelsplit in der Europäischen Union. Und das erreichen wir deshalb, weil das einfach so dicht ist, und weil die Widerlinien den Auftrag haben, nicht marktwirtschaftlich alleine, nicht betriebswirtschaftlich alleine, sondern nachhaltig zu arbeiten. Und das ist halt einer der Unterschiede. Und wenn Sie schon sagen, und dafür bin ich wieder dankbar, weil Sie indirekt ein Kompliment der Widerlinien gemacht haben, wenn Sie sagen, das funktioniert zwischen Niederösterreich und Wien nicht so, dann sage ich ja, das funktioniert nicht so, weil die Niederösterreicher ihr Transportsystem nicht nachhaltig sehen, weil sie zu wenig Geld eingeben. Das heißt nicht Auftrag an den Widerlinien, das Geld rauszuschmeißen, sondern sehr effizient zu verwenden, aber als Lenkungsinstrument. Weil die 365 Euro bewegen wirklich viele, bei den Linien einzusteigen. Und das ist ein Beispiel, wo ich sage, das unterscheidet uns, aber vielleicht kommen wir da noch in den Zeiten zu sagen. Gebühren, Kosten, Umland. Während Sie gesagt haben, wir sollen überall, nein, während die ÖVP gesagt haben, wir sollen überall die U-Bahn hinführen, auch dort, wo es wenig Sinn und gar keinen Sinn macht, haben Sie wiederum gesagt, wir sollen dort auch mit der U-Bahn fahren, was, was, was nicht betriebswirtschaftlich. Gut. Was ist schon bei der ÖVP gesagt? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Ich will mir Mühe geben. Ich will mir Mühe geben. Und weil ich im Dank des Vertrauens auch der Frau Brauner im Vor, im Aufsichtsrat sitzen darf und auch teilweise Verhandlungen geführt habe, genauso wie das Ressort der Frau Basillak und der Herr Ausschussvorsitzende dort mit dem Niederösterreich genügend Kontakt hat, da gibt es immer, in der ersten Phase der Kontaktnahme funktioniert das alles hervorragend, weil, da kann man sagen, wir wollen überall den öffentlichen Verkehr haben und wenn es dann kommt, wie ist die Finanzierung und was täten die Gemeinden und was täte dann der niederösterreichische Gesetzgeber, die Verwaltung dazugeben, dann wird das immer grenzwertiger, zu null tendierend, also mathematisch. Und das bedeutet halt, ja, Sie wollen nichts zollen. Und wenn man nichts zollen will, dann kann man auch keine... Also, Sie können sich nicht erwarten, dass die Wien-Politik mit den Steuerzahlen der Wiener in Niederösterreich die Verkehrsinfrastruktur hat. Das geht nicht, aber das werden Sie sicherlich verstehen. Ich habe noch zwei Minuten. Bei zwei Minuten möchte ich nur für die tatsächliche Berichtigung, wenn der Kollege Warnstrand draußen war, noch reservieren, weil ich bin überzeugt, da kommt was, ne? Und ich möchte meiner Kollegin nicht die Redezeit wegnehmen. Weltmut, Metropole, Wien und Lebensqualität. Ich denke mir einfach, die Herausforderung, jedes Jahr kommt Grenz dazu an Bewohnern, 25.000, trotzdem jeder zweite Quadratmeter grün, trotzdem ein Nationalpark in den eigenen Landesgrenzen, trotz einer Biosphärenpark in den eigenen Landesgrenzen, trotzdem eine sehr große Landwirtschaft, trotzdem einen hohen Anteil an Selbstversorgung, das soll uns jemand nachmachen. Das ist nachhaltige Politik, meine Damen und Herren. Das ist eine gescheite Politik für Wien. Und deshalb, das wollen auch die Menschen. Jetzt weiß ich, dass viele böse sein werden vom Marktamt, über die Lebensprüfung, über den Bürgerdiensten, viele andere mehr, die ich nicht erwähnen konnte. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Frau Stadträtin jetzt so viel Verantwortung tragen kann, dass man nicht in 15 Minuten durchkommt, alle Abteilungen zu nennen. Sie alle leisten hervorragende Arbeit. Dafür möchte ich mich bedanken. Und dies das Angebot zu machen, vielleicht schaffen wir es einmal bei einer Debatte, die Budgetrechnungsabschluss waren immer, dass wir ein bisschen auf die Ziele dorthin zu diskutieren kommen, wo sie die Wienerinnen und Wiener sehen und wo sie ihre Stadt lieben und schätzen. Dankeschön. So, zwölf Minuten hat der Kollege Wallentier gesprochen. Das heißt, die Restwerte seit der SPÖ-Fraktion beträgt noch 28 Minuten. Nächster Redner zur Wortgemeldung ist der Herr Gemeinderat. Achso, entschuldigen Sie. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich mitteilen, es gibt noch eine Meldung zu einer tatsächlichen Berichtigung. Herr Gemeinderat Juratschka, bitteschön, drei Minuten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staudträtin, ich mache es ganz kurz. Ich darf nur den Kollegen Marisch seine Ausführungen tatsächlich berichtigen. Der, replizierend auf unser neues Mitglied im Umweltausschuss, die Kollegin Kugler, einmal Spott und Häme ausgebreitet hat, als die Kollegin Frau Dr. Kugler davon sprach, dass es in der Tat Wiener Parks gibt, wo es Sprenkelanlagen und Nebeldüsen gibt zur Abkühlung der Beine. Nein, ich werde mir erlauben, Ihnen, Frau Stadträtin, auch Sie haben ja unglaublich geschaut, exakt vorzulesen, was im Übrigen in einer Broschüre, Hochglanzbroschüre der Stadt Wien, zu diesem Thema kommuniziert wird. Wasserspiele und Nebeldüsen garantieren Abkühlung. Für Abkühlung sorgen Düsen an der Unterseite der Beete, deren feiner Sprühnebel die Besucherinnen erfrischt. So viel dazu. Ich denke, danke Frau Dr. Kugler, Sie haben natürlich recht. Und Herr Kollege Marisch, vielleicht einmal recherchieren, vielleicht einmal nachdenken. Es zeigt sich mir nur unter, dass selbst Sie nicht allwissend sind. Vielen herzlichen Dank. Zu einer weiteren tatsächlichen Berichtigung hat sich der Herr Gemeinderat Mag. Marisch gemeldet. Zwei Minuten. So, jetzt muss man natürlich sagen, also zunächst einmal eine tatsächliche Feststellung. Ich bin nicht allwissend, stimmt, aber wir sind der Kollege und ich, wir sind zu zweit. Er täte auch nicht. Ich habe nämlich den Herrn, wie man so will, den Herrn der Parks befragt, wer denn im neunten Bezirk oder wo das im neunten Bezirk wäre. Wir haben dann lange, lange nachgedacht, wo das sein kann. Ja, das wird stimmen und diese Erfrischung der gleichen. Aber manchmal ist es so, dass beim Rasensprengen, dass einfach sozusagen die Düsen quasi aus dem Ruder laufen und dann etwas vielleicht die Beine benetzt haben. Und weil dann die benetzten Beine schon vielleicht eine Erfrischung gewesen sein könnten, könnte es so angenommen gewesen sein, dass es... Nur mal, es ist ein Zufall, falls im neunten Bezirk eine dieser Düsen, die ihre Wertenbeine benetzt haben. Das stelle ich hiermit fest. So. Ich glaube, dann können wir weitergehen zur Tagesordnung. Bitte tatsächliche Berichtigungen so zu bringen, dass auch tatsächlich etwas berichtigt wird. Zum Wort gemeldet ist nunmehr der Herr Gemeinderatsdiplomischen Herr Dr. Gara. Selbstgewählte Redezeit sind 10 Minuten. Restredezeit der Fraktion insgesamt 14 Minuten. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Nach den Sprinkleranlagen kommen wir zurück zum Thema Mobilität. Und vielleicht eine kleine Korrektur zum Herrn Valentin. Nein, nein, wir sind überhaupt nicht gegen die U-Bahn. Ganz im Gegenteil, die U-Bahn ist hervorragend. Das Thema ist hier allerdings nicht, welches Verkehrsmittel. Das Thema ist, was ist die beste Mobilität für alle. Und das ist unter wirtschaftlichen Aspekten, unter ökologischen Aspekten und unter sozialen Aspekten zur Berücksichtigung. Und ich denke, nicht immer wird hier die U-Bahn das beste Verkehrsmittel sein. Und daher hat meine Kollegin Gemeinderätin Emmerling hier darauf verwiesen, dass man schon sehr genau darauf schauen muss, wann das tatsächlich auch Sinn macht. Ein zweiter Punkt, Herr Valentin, ich habe gehört oder ich habe jetzt gelernt, der große Unterschied ist, dass diese Betriebe nicht betriebswirtschaftlich wirtschaften müssen. Dass das nicht so wichtig ist. Oder es nicht nur darum geht. Dann stelle ich Ihnen aber eine Frage. Und zwar dann stelle ich Ihnen die Frage bei den Bürgersolarkraftwerken. Warum ist es dann so, dass die Renditen bei der Wien Energie einfach relativ hoch sind für die Bürgersolarkraftwerke? Der interne Zinssatz, während die Renditen für die Bürgerinnen nicht so hoch sind. Und auch aufgrund, und das stimmt auch, des Zinsumfeldes im kommenden Jahr sinken werden. Das heißt, es ist ja nicht ganz so, und das macht auch Sinn, dass Betriebe es ja wohl auch betriebswirtschaftlich wirtschaften müssen. Also ich möchte es, man kann diese Dinge einfach nicht sagen, das eine ist nicht so wichtig und bei dem ist es so wichtig. Also das würde ich hier schon differenzieren, weil das ist ein wichtiges Thema, vor allem wenn wir über das Budget diskutieren. Ich habe gehört und ich finde es auch durchaus gut, dass, nein, ich möchte noch replizieren zur ÖVP, zum Thema Umweltschutz und Bildung. Ich finde das sehr wichtig, auch Ihren Beitrag, Frau Dr. Kogler. Für mich ist nur das, am Beispiel Umwelt manifestiert sich das Bildungsthema. Denn ich halte das schon für sehr wichtig, dass auch hier das Thema der Eigenverantwortung nicht unwesentlich ist. Und eigentlich sollte das auch ein Prinzip der ÖVP sein. Und die Eigenverantwortung basiert immer auf zwei Grundprinzipien zwischen Freiheit und klaren Spielregeln. Und ich glaube, beides ist in diesem Zusammenhang wichtig. Und man kann nicht nur darüber reden, dass wir sozusagen die Leute zum Umweltschutz zwingen müssen. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche, ich bin lang genug in diesem Thema, seit über 20 Jahren und verfolge das seit langer Zeit. Und ich merke dort, wo Spaß, Freude, Freiraum vorhanden ist, ist dort letztendlich auch das Verstehen und Erkennen von Umweltschutz besonders stark ausgeprägt. Ist nicht unbedingt der Widerspruch, aber ich möchte es gerne ergänzt wissen. Und dann komme ich noch einmal zur ÖVP. Und zwar, also ich finde es ja wirklich sehr positiv, dass das Umweltschutzsystem jetzt hier so klar skizziert wird. Eins finde ich allerdings spannend, auf Bundesebene, auf Bundesebene fehlen mir aber ein paar Dinge. Auf Bundesebene fehlt mir eine österreichische Energiestrategie. Auf Bundesebene haben wir ein Energieeffizienzgesetz mit Zustimmung der Grünen, muss man sagen, beschlossen, dass ein Bürokratiemonster ist und eigentlich nur für Verwaltungsritter geeignet ist. Eine echte Katastrophe im System verstehe ich nicht ganz. Also da würde ich mir von der ÖVP auch durchaus ein bisschen etwas anderes erwarten. Soweit zudem. Und dann bin ich auch noch erstaunt über eines. Und zwar, ich habe hier zwei Anträge von Ihnen, aber auch von der FPÖ zum Thema Heizkostenzuschuss. Und vor allem der Heizkostenzuschuss als Geldleistung. Also das verstehe ich überhaupt nicht. In Wirklichkeit geht es ja primär darum, die Energieeffizienz in den Vordergrund zu stellen. Und die Leute nicht davon abhängig zu machen, von Zuschüssen. Ja, das kann es ja nicht sein. Das heißt, das steht schon im Vordergrund. Zuerst die Energieeffizienz und ich halte insofern vom Heizkostenzuschuss als Einzelmaßnahme. Das sind nämlich diese typischen Einzelmaßnahmen. Und das wundert mich auch insofern, dass Sie ja auch von Sparen sprechen. Und dann gibt es wieder zehn Zuschüsse. Also das passt für mich nicht zusammen. Aber ich komme jetzt zum eigentlichen Ressort. Das habe ich gehört vom Herrn Valentin. Finde ich auch gut. Das Infrastruktur-Ressort der Nachhaltigkeit. Klingt gut. Ist eine schöne Vertrackung. Ich habe es hier in diesem Hause schon letztes Mal erwähnt, gestern. Das Problem ist nur, dass Kompetenz wir wahr. Das löst sich nämlich nicht durch die Vertrackung des Infrastruktur-Ressorts als Nachhaltigkeit, als Daseinsvorsorge. Das klingt gut. Das ist gut. Aber bevor wir das diskutieren, müssen wir auch schauen, wie wir diese Kompetenzen entsprechend gut, transparent und sinnvoll regeln. Und ich zitiere aus dem Regierungsprogramm zur Erhaltung wirtschaftlich vitaler Stadtwerke im Eigentum der Stadt für die Energieversorgung in Wien. Die Stadtwerke sind ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor für Wien. Daher ist bei sämtlichen Entscheidungen auf die regionale Wertschöpfung Rücksicht zu nehmen. Ich halte auch Stadtwerke für einen sinnvollen Betrieb. Absolut. Und unterstütze das auch entsprechend. Aber ich halte es hier auch für sehr wichtig, dass man schon auch immer wieder auf die Zahlen schaut und dass man schon auch darauf schaut, ob man eben Strukturen nicht so verändern könnte, dass sie effizienter funktionieren. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und das möchte ich Ihnen sozusagen auch als Auftrag entsprechend mitgeben. Denn dem Geschäftsbericht der Stadtwerke 2014 ist zu unternehmen, dass das Geschäftsjahr auch vom milden Witterungsverlauf und vom anhaltend schwierigen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa geprägt hat. Gut, diesen milden Witterungsverlauf haben wir auch heuer. Wie ich jetzt dann auch erläutert habe, die Truppentage nehmen zu. Das heißt, diese Rahmenbedingungen, ganz ehrlich, werden sich nicht wahnsinnig ändern. Das heißt, diese Herausforderungen werden in dieser Summe gleich bleiben. Und das Grundproblem ist hier, und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wir haben auf der einen Seite eine extrem starke Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das wissen Sie aus Ländern, die nicht unbedingt stabil sind. Das wissen Sie auch. Auf der anderen Seite verfügt Wien natürlich schon über ein sehr energieeffizientes Energiesystem, gespeist mit den Großkraftwerten und hocheffizienter Kraft-Wärme-Koppelung. Aber, unterschreiben Sie weiter in Ihrem Regierungsprogramm, die Abhängigkeit der Fernwärme von gasbasierten KWK-Anlagen ist durch Ausbau von erneuerbaren Energie- und Abwärme zu reduzieren. Das heißt ganz klar, Fernwärmeausbau wird es kaum mehr geben, kann es auch nicht mehr geben, geht sich ökonomisch nicht aus. Damit fällt auch, und das ist das Problem, Ihre gesamte Klimaschutzstrategie zusammen. Denn die basiert im Wesentlichen auf dem Ausbau von Fernwärme, in Klip 2 etc. Das heißt, das passt nicht mehr zusammen. Deswegen habe ich auch gestern gesagt, wir müssen uns hier grundlegend auch über diese strategischen Ausrichtungen überlegen, wie das funktionieren soll. Weil bisher hat es funktioniert, aber nur aus einem einzigen Grund. Weil natürlich die Fernwärme in Wien mit CO2 quasi mit Null gerechnet wird. Was nicht korrekt ist. Auch international nicht korrekt ist. Und das ist das Problem. Das heißt, hier sehen Sie, dass diese Dinge plötzlich in Schwanken geraten und in dieser Form auch nicht mehr zusammenpassen. Und es deswegen sehr, sehr wichtig ist, darüber nachzudenken, wie letztendlich diese sehr wichtigen Unternehmungen für die Stadt neu ausgerichtet werden. Und das halte ich schon für sehr wichtig. Das heißt, hier muss man sehr wohl auch einen betriebswirtschaftlichen Fokus darauf legen, um sich auch entsprechend für die Zukunft zu orientieren. Denn wenn Sie den Geschäftsberichten der Wien Energie folgen, dann sehen Sie ganz deutlich, dass die in den letzten Jahren sehr deutlich in die Verlustzone geraten ist. Das hat mehrere Gründe, auch mit Pensionsabschreibungen. Das weiß ich schon. Aber neuähnliche Verluste im letzten Jahr konnten de facto nur noch durch Aufwertungen entsprechend ausgeglichen werden. Ich sehe das allerdings mit dem bestehenden Geschäftsmodell in Zukunft, dass das so weitergeht. Und leider Gottes, und das muss ich schon sagen, vielfach wurden Anläufe zur Restrukturierung dieses Unternehmens unternommen, aber politisch abgedreht. Das heißt, Sie übernehmen nicht die politische Verantwortung für einige dieser Unternehmen der Stadt. Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Das wurde abgedreht. Und ich habe es gestern erwähnt, wir erleben ja eine Zeit, Epoche dramatischer Umbrüche für sehr viele Sektoren. Nehmen wir nur den Bankensektor her. Nehmen wir den Energiesektor her. Nehmen wir den Mobilitätssektor her. Und umso dringlicher ist es, und das ist in Ihrem neuen Verantwortungsbereich, sehr geehrte Frau Stadträtin, umso dringlicher ist es, dass es klare strategische Zukunftsentscheidungen der Unternehmen für diese Stadt gibt. Das bedeutet, dass Unternehmen und Unternehmensstrategien, stadteigenen Unternehmen letztendlich auch neu zu bündeln sind und die Kompetenzen besser aufzuteilen sind. Im Moment haben wir ein bisschen ein Wirrwarr, Wiener Staatswerke, Wien Holding etc. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial, das zukunftsorientiert auch entsprechend auszurichten. Und letztendlich auch die Potenziale in Ihrem Aufgabenbereich, Wasser ab Wasser, entsprechend zu bündeln. Warum? Denn wenn immer Infrastruktur ausgebaut wird, macht es natürlich Sinn, über eine gemeinsame Planung auch entsprechende Kosteneffizienzpotenziale zu lukrieren. Und nicht einmal auf, einmal zu, einmal auf, einmal zu. Passiert nicht immer, dass, ja, nur nicht überall, also nur nicht überall. Also ich kenne einige Beispiele, wo es noch nicht so ganz so gut funktioniert. Ich will das nicht pauschal über alles entsprechend urteilen. Und der wesentliche Punkt für mich ist, und darüber muss man sich in den nächsten fünf Jahren Gedanken machen, sonst gehen wichtige Unternehmen der Stadt den Dach runter. Und das will ich nicht. Und das heißt, wie orientieren wir, wie richten wir eine Wienenergie langfristig als Dienstleistungsenergieunternehmen, als sogenannte ESCO aus. Denn sonst wird es schwierig werden. Weil viele andere Energieunternehmen in Europa haben größte Probleme. Und sonst müssen wir die Frage stellen, wie können wir langfristig diese Verluste abdecken. Und das macht keinen Sinn, wenn wir rechtzeitig darauf schauen, wie wir diese Unternehmen neu ausrichten und auch entsprechend strukturieren. Und natürlich auch anderen, auch kleineren Unternehmen in den entsprechenden Stadterweiterungsgebieten und Grätzeln die Möglichkeit geben, dort dezentral auch Energieerzeugungsanlagen. Oder erzeugen kann man Energie nicht, wie Sie wissen, sondern nur umwandeln. Dass auch die die Möglichkeit haben, in diesem Modell dabei zu sein. Und dass das Bürgersolarkraft auch tatsächlich ein Bürgersolarkraft wird und nicht nur davon abhängig ist, ob letztendlich, und das war ein wichtiger Punkt in der Anfangsphase, gar keine Frage, aber in Wirklichkeit ist das ja kein Crowdfunding-Modell. In Wirklichkeit steht hier ein großes Unternehmen, das quasi das Risiko trägt dahinter. Dadurch funktioniert das. Und viele andere kleine Unternehmen, die das auch gerne machen würden, die können das nicht. Also insofern muss man auch darüber nachdenken, ob man hier nicht andere Finanzierungsinstrumente, beispielsweise eine Solaranlage, begeben könnte, wo auch andere Unternehmen die Möglichkeit haben, in diesem Markt entsprechend mit zu partizipieren. Ich hoffe im Sinne der Stadt und der Bürgerinnen, dass sich die Stadtwerke diesen Herausforderungen stellen. Ich weiß es, dass es sehr, sehr viele engagierte Unternehmen in diesen Betrieben gibt. Das ist eine sehr wichtige Basis für Wien. Aber es ist eine politische Verantwortung, hier ganz klar darauf zu schauen, dass diese Unternehmen zukunftsfähig ausgerichtet werden. Und das liegt in Ihrem Verantwortungsressort, sehr geehrte Frau Stadträtin. Dankeschön. So, Kollege Dr. Karr hat 13 Minuten gesprochen. Das heißt, allfällige Restredezeit am Nios wäre noch eine Minute. Als nächster Redner zu Wort gekommen ist die Frau Diplom-Ingenieur Ollischer. Selbstgewählte Redezeit sind 10 Minuten, Restredezeit der Fraktion insgesamt 15 Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren. Umwelt und Nachhaltigkeit sind meiner Ansicht nach ganz klar Querschnittsmaterie. Kann natürlich insofern ein Risiko sein, dass Umweltthemen dann oft nur halbherzig behandelt werden. Man verlässt sich schon, dass das vielleicht jemand anderer macht. Aber unserer Ansicht nach ist das auch eine sehr große Chance, da man in vielen Bereichen Schritte setzen kann, um die Umweltpolitik aktiv mitzugestalten. Aber nicht nur das ist eine Chance, sondern auch jetzt die neue Zuständigkeitsverteilung des Ressorts lässt mich auch erhoffen, dass das ein Startschuss einer neuen umfassenderen Umweltpolitik in Wien ist. Eines ist gewiss, die Querschnittsmaterie, die ich gerade erwähnt habe, muss natürlich überall vorkommen und darf nicht nur ein kleiner Fokus sein und muss natürlich auch ganz klar über das Umweltresort hinausgehen. Nur dann können wir die Lebensqualität in der Stadt erhalten und natürlich kann sie auch nur dann verbessert werden. Was das Budget betrifft, gibt es hier kaum Veränderungen. Die Budgetzahlen schreiten eigentlich ungefähr so fort wie bisher und scheint so, als wären sie mit der bisherigen Umweltpolitik zufrieden. Gerade hier hätte ich mir etwas mehr Neues, gerade wenn Zuständigkeiten neu verteilt werden und neu geordnet werden, bis etwas Neues und Kreativeres erhofft. Natürlich gab es sicherlich gute Punkte, die bisher umgesetzt wurden und es gibt auch im Programm durchaus Punkte zu finden, die sehr unterstützenswert sind. Beispielsweise auch was die Vorhaben der Grünräume betrifft. Es ist nur als erster Schritt zu sehen und ich hoffe, dass hier noch weitere Schritte kommen werden und mehr Ideen. Sonst helfen wir natürlich auch gerne mit unseren Ideen aus. Ich kann Ihnen versprechen, wir haben da einiges im Repertoire. Gerade was das Thema Grünraumsicherung betrifft, sollte man hier das Repertoire, das erwähnte, auch erweitern. Nicht nur Parks, nicht nur Bäume. Wir stehen leider vor der Herausforderung, dass Wien in vielen Teilen dicht bebaut ist, zubetoniert ist. Und die herkömmliche Gestaltung, wie wir es vielleicht gewohnt waren, irgendwo einen Baum hinzusetzen, ist natürlich oft nicht mehr möglich. Und die Kreativität, die ich angesprochen habe, ist hier durchaus gefordert. Fassadenbegrünung, vertikale Anbauflächen, gerade auch vielleicht im landwirtschaftlichen Bereich und Biotopvernetzung durch unterschiedliche Maßnahmen. Also wie gesagt, freue ich mich hier über Ihre Kreativität. Und bei der Gestaltung, gerade was Parks und so weiter betrifft, möchte ich appellieren, auch auf heimische Arten zu setzen, die Artenvielfalt auch dadurch zu sichern. Wien muss weiterhin ein grünes Netz werden, muss hier den bisherigen Bestand auch weiter ausbauen, gerade im dicht bebauten Gebiet. Und Grünraumsicherung muss natürlich auch bei neuen Projekten, gerade was die Flächenwidmung betrifft und so, hier wehrleistet werden. Aber natürlich nicht nur neue Gebiete schaffen, sondern bestehende natürlich auch, so gut es geht, erhalten. Sogar im Stadtentwicklungsplan steht niedergeschrieben, Tabu für Schutzgebiete. Nur meiner Ansicht nach gilt das vielleicht nur für Ausgewählte oder Beliebige. Beim Landschaftsschutzgebiet Hörndlwald zeigt hier die rot-grüne Regierung leider ein ganz anderes Gesicht. Die angesprochenen bestehenden Gebiete sind Heimat vieler Lebewesen, vieler heimischen Pflanzenarten, haben natürlich ganz klare ökologische Bedeutung und tragen natürlich auch dazu bei, dass die Biotopvernetzung gewährleistet wird. Und die sollten wir natürlich weiterhin anstreben. Nur so können sich natürlich auch Tiere und Insekten weiter bewegen. Wichtigkeit der grünen Räume, glaube ich, ist unbestritten, ist allen bekannt. Sie bieten ja nicht nur Erholungsraum für uns Wienerinnen und Wiener oder eben auch die für die Tiere und Insekten. Es ist natürlich auch eine Verbesserung des Stadtklimas, zu der die Grünräume beitragen und die Luft dadurch reinigen und dadurch auch die CO2-Senkung weiter angestrebt werden kann. Konkrete Maßnahmen würde ich mir hier natürlich auch noch vermehrt wünschen. Wie schon angesprochen, Umweltpolitik ist ein Stückchen Lebensqualität. Grünräume versorgen die Bevölkerung mit Erholung und Energie. Und Märkte, wie sie auch jetzt mit einem gewissen Schwerpunkt im Regierungsprogramm versehen sind, versorgen uns mit Lebensmitteln. Die Nachfrage an heimischen und biologischen Lebensmitteln nimmt zu und ist sehr groß. Und ich freue mich, wenn auch im Regierungsprogramm auf diese Nachfrage reagiert wird und auch teilweise Punkte dazu zu finden sind. Sanierung der bestehenden Märkte sind auf jeden Fall sehr wichtig. Auch neue Flächen können hier neues Potenzial bieten und zur Versorgung zu flächendeckenden der Bevölkerung beitragen. Als kleinen Ideenanstoß sicher auch bestehende Gebiete, die vielleicht unattraktiv wirken, hier in die Planung mit einzubeziehen. Bestehende Brücken, Bögen. Als Attraktivierung hat man schon gesehen, auch bei der Gürzeltrasse, dass hier viele Möglichkeiten bestehen, um das Gebiet zu attraktivieren und die Leute anzuziehen. Aber neben Märkten, die einzelne Lebensmittel anbieten, müssen auch kreative, neue Konzepte zugelassen werden, die derzeit von der Stadtregierung leider eher behindert werden als gefördert werden. Und ansprechen möchte ich hier konkret die Streetfood-Szene. Nur eine Szene als Beispiel, die derzeit mit vielen bürokratischen Auflagen der Stadt Wien zu kämpfen hat. Es gibt hier viele Vorgaben, viele Gesetze, die hier deutlich überholt sind. Und ich würde mir wünschen, eine Evaluierung der derzeitigen Lage, die schon längst überfällig ist. Aber nicht nur die Versorgung durch Einkauf, sondern auch mehr Modelle, selber Lebensmittel zu ziehen. Kollege Marisch hat es schon angesprochen, Freiheit zur eigenen Versorgung. Ich glaube, hier konkrete Konzepte, die auch ganz Wien betreffen, zu verfolgen, ist ganz besonders wichtig, dass hier auch Urban Gardening Flächen in einer koordinierten Gestaltung stattfinden. Weil wir wollen ja natürlich auch nicht nur dem Kollegen Marisch die Möglichkeit bitten, sich selbst zu versorgen, sondern natürlich einer breiten Bevölkerung diese Möglichkeit geben, damit auch andere Menschen in die Nuss eigengezogener Lebensmittel kommen. Gute Versorgung trägt zur Stadt der kürzesten Wege bei. Und Verkehr spielt da natürlich auch ganz klar eine große Rolle. Vorneweg natürlich die Wiener Linien mit dem öffentlichen Netz, die jetzt neu in den Ressort-Zuständigkeitsbereich gekommen sind. Schade natürlich auf der einen Seite, dass der Verkehr auch so zerstückelt ist, der ja auch eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Umwelt und das Klima hat. Es ist sicher ein Spagat zwischen den unterschiedlichen Kompetenzbereichen, der hier zu meistern gilt, gerade wenn eben diese Materien auseinandergerissen sind, die so eng zusammenspielen. Aber ich erwarte mir hier eine Ökologisierung des Verkehrs, eine gemeinsame Spur zu verfolgen. Leider hat in der Vergangenheit das ein bisschen eine andere Sprache gesprochen, wenn ich höre, dass es eine Umstellung von Gas auf Diesel in der letzten Periode gegeben hat, was mir ein bisschen Kopfschiffen bereitet hat. Aber ich bin jetzt guter Hoffnung, dass durch die Zuständigkeit des Umweltresorts dieses Hoppela wieder in Zukunft im Sinne der Umwelt ausgebessert wird. Ich glaube, es besteht Einigkeit, wenn wir sagen, dass die Öffentlichkeit so attraktiv gestaltet werden müssen, dass die Bevölkerung lieber mit den Öffis fährt, besonders auch aus Sicht des Klimaschutzes. Das bedeutet natürlich die Vernetzung der Bezirke auch untereinander. Und meiner Ansicht nach ist es hier besonders wichtig, bestehende Routen zu hinterfragen und eine Überarbeitung vielleicht zu erwägen, eine Neuführung auch unter den Bezirken. Ich habe in meiner Ansatzrede auch bereits davon gesprochen, ein klassisches Beispiel, Neustift am Walde Richtung Bötzinsdorf geht eigentlich gar nichts, außer eben der Fußgänger. Und da natürlich nur Sportliche. Das heißt nichts für Familien, nichts für Ältere, nichts für jene, die Großeinkäufe zu bewältigen haben, außer vielleicht der Kollege Marisch, der so sportlich den Schafberg auch schon bewältigt. In dem Sinne wünsche ich mir, dass die neuen Kompetenzen im Bereich Verkehr für die Umwelt so eingesetzt werden, dass wirklich was weitergeht und nicht wieder Zuständigkeiten hin und her verschoben werden. Konkret ist, ist aus dem derzeitigen Budget für uns noch nicht herauszulesen. Daher können wir unsere Zustimmung leider nicht geben. Danke sehr. Die Kollegin hat zwei Minuten Redezeit verwendet, das heißt Restredezeit, allfällige der SAP sind noch fünf Minuten. Nächster Redner zu Wort gemeint ist der Kollege Dr. Bransch. Selbstgewählte Redezeit sind neun Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und vor den Bildschirmen, einleitend eine Information an die Zuhörer im Internet. Zum Sehen gibt es für sie nur ein Standbild. Sie können deshalb kein bewegtes Bild aus dem Gemeinderatssitzungssaal sehen, weil SPÖ und Grüne alle bisherigen Anträge der Freiheitlichen auf Übertragung der Sitzungen im Fernsehen abgelehnt haben. Und Sie können deshalb keine Aufzeichnung des Livestreams zu einem Ihnen angenehmen Zeitpunkt ansehen, weil die entsprechenden Anträge der Freiheitlichen wieder von SPÖ und Grünen abgelehnt wurden. So viel zu Transparenz und rot-grüner Bürgerangst. Wir haben gestern wieder entsprechende Anträge eingebracht. Die Abstimmung über diese Anträge werden wir heute am späten Nachmittag erleben. Und wir werden sehen, wie die Neuauflage der rot-grünen Verliererkoalition mit Transparenz und freiheitlicher Bürgeroffenheit umgehen wird. Wir Freiheitliche werden Ihnen jedenfalls die Aufzeichnung des Livestreams auf unserer Homepage www.fboe-wien.at anbieten. Und laden Sie ein, zu jeder Ihnen genehmen Zeit die Aufzeichnung dieser Budgetsitzung anzusehen. Weil es beim Budget vieles zum Schämen gibt und weil trotzdem oder gerade deshalb nichts versteckt bleiben soll. Apropos Verstecken. In der gestrigen Debatte wurde bereits das System Häupl aufgezeigt. Das System lautet Flucht aus dem Budget. So ist mehr als die Hälfte der Gebarung der Stadt Wien ausgelagert und dem Gemeinderat entzogen. Entzogen in ein Netzwerk von Unternehmungen, Stiftungen, Fonds, Vereinen und Kapitalgesellschaften. Und zu diesen Kapitalgesellschaften, die Bürgermeister Häupl zur Vorbereitung der Privatisierungen zwecks Geldbeschaffung implementiert hat, zählt auch die Wiener Stadtwerke Holding AG mit ihren unzähligen Tochter- und Enkelgesellschaften im In- und Ausland. Warum erzähle ich Ihnen das, wenn wir von der Geschäftsgruppe Umwelt sprechen? Das ist eine Skurrilität der Koalitionsverhandlungen der beiden Wahlverlierer. Die Wiener Stadtwerke wurden überraschend zur Geschäftsgruppe Umwelt gegeben. Vielleicht deshalb, weil ein Symbol der Intransparenz in Form eines Konzernmoloches gut in einen Ausschuss passt, wo Transparenz ein Fremdwort ist. In einen Ausschuss, wo die Mitglieder nicht einmal Einsicht in die Unterlagen für jene Geschäftsstücke bekommen, über die sie entscheiden sollen. Aber zum Thema Vorenschlag 2016. Was finden wir über die Planungen der Wiener Stadtwerke Holding AG für 2016? Das ist kurz und einfach gar nicht. Ausgegliederte Kapitalgesellschaft eben. Also ein Blick in die letzte verfügbare Unterlage dieser Gesellschaft in den Geschäftsbericht 2014. Und angesichts der Kürze der Zeit lediglich ein kleiner entlaufender Hinweis. Unter dem Kapitel Kennzahlen schauen wir auf den Personalstand. Und wir finden beim Personalstand, dass die Zahl der Lehrlinge im Jahr 2014 um 3,2 Prozent zurückgegangen ist. Zurückgegangen, meine Damen und Herren. So schaut die Lehrlingsgarantie der SPÖ aus, wo sie selbst das Sagen hat. Wir Freiheitliche versprechen jedenfalls den jungen Menschen und ihren Eltern. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir versprechen euch Daten statt Tannen und Täuschen. Aber ich sage Ihnen auch ein Beispiel für eine vorsichtig ausgedrückt rechtliche Auffälligkeit im roten Netzwerk. Ich zitiere aus dem kürzlich erschienenen Buch Das gebogene Recht von Gerlinde Rabig und Friedrich Lind mit dem Untertitel Lüge, Verduschung und Rechtsbruch der Stadt Wien. In dem Kapitel die Geblergasse, die Causa-Geblergasse, wie die Stadt zu eigenen Vorteilausschreibungen umgeht, ist zu lesen, dass es nicht nur um die vorsätzliche Umgehung von Ausschreibungsrecht geht, sondern um Tatbestände, die im Bereich der Bilanzmanipulation liegen. Ich zitiere aus dem Buch, die Stadt Wien hat vor einigen Jahren ein Sonderprogramm zur Förderung von Wohnsammelgaragen beschlossen und veröffentlicht. Es ist praktisch geschenktes Geld. Im Förderprogramm heißt es wörtlich, die Projekte werden im Rahmen von öffentlichen Interessentensuchen an den jeweiligen Bestbieter vergeben. Das bedeutet also, dass das Projekt im Amtsblatt öffentlich ausgeschrieben werden muss. Die städtische Parkmanagement GmbH, also eine hundertprozentige Tochter der Wiener Stadtwerke Holding AG, wollte dieses Projekt im Eigentum errichten, das Projekt Geblergasse, und sich nicht an einem lästigen öffentlichen Bieterverfahren, sich einem solchen Verfahren stellen. Was tat die städtische Parkmanagement GmbH? Sie gründete eine Projektgesellschaft, bei der sie zwar selbst Gesellschafter war, aber die private Investorengruppe als Treuhänder im Firmenbuch der Gesellschaft auftreten ließ. Damit hat sie geglaubt, dass sie sich das öffentliche Bieterverfahren erspart. Und jetzt sage ich Treuhänder, Treuhänder, das ist bereits jenseits jedes Transparenzgebotes, aber das ist mehr, das ist Täuschung und ich weiß nicht, ob es auch Betrug ist, wenn sich die Stadt Wien, wenn sich ihre Kapitalgesellschaften privater Treuhänder bedienen. Wie wir wissen, ist das Projekt in der Folge nicht zustande gekommen aufgrund erfolgreicher Bürgerproteste und damit war das Darlehen für die gesamten Vorkosten in Höhe von ungefähr 400.000 Euro zu diesem Zeitpunkt verloren. Das hätte bedeutet, und ich zitiere wieder, dass diese Gesellschaft das bis dorthin aktivierte Bauvorhaben abwerten hätte müssen, womit die Gesellschaft überschuldet gewesen wäre. In weiterer Folge hätte der Darlehensgeber, also die Wiener Stadtwerke Holding AG, ihre Darlehensforderung abwerten müssen. Sie hätte aus diesem Geschäftsfall einen Verlust in besagter Höhe, also ungefähr die 400.000, verbuchen müssen. Das wollte die 100%-Tochter der Stadtwerke Holding und der Stadt Wien verhindern und hat die Treuhänder und den Geschäftsführer dieser Gesellschaft, die sich weigerten, das zu unterschreiben, weil es Bilanzmanipulation wäre, mittels Weisung gezwungen, die Abwertung nicht vorzunehmen, was diese aus treuhandvertraglichen Gründen tun mussten. Meine Damen und Herren, ich überlasse es Ihnen, ob das ein normales Geschäft ist. Ich überlasse es Ihnen, ob das ein roter Skandal ist. Wir Freiheitliche fordern schonungslose Aufklärung und Konsequenzen für die Verantwortlichen. Und wir Freiheitliche versprechen den Wienerinnen und Wienern, dass wir die Netzwerke in den ausgegliederten Bereichen zerschlagen und Transparenz schaffen werden. Und abschließend noch ein Wort zu den Grünen, passend zu den Wiener Stadtwerken. Wo ist das Versprechen aus dem Wahlkampf 2010, das Versprechen einer Jahresnetzkarte um 100 Euro, wenn die Grünen in die Regierung kommen, wieder nur einer der vielen Wortbrüche der Grünen. Und bei Wortbruch fällt mir ein, da fällt mir die Frau Vizepürgermeister Vasilakou ein. Frau Vizepürgermeister, halten Sie Ihr Wort, treten Sie zurück. So, Kollege Wandsch hat 9 Minuten, 8 Minuten 30 gebraucht für seine Redezeit. Restredezeit 15 Minuten unter Biedlwass, also 15 Minuten 30, 15 Minuten für die Freiheitliche Fraktion. Bevor wir zum nächsten Redner kommen, hat sich Gemeinderat Valentin seiner tatsächlichen Berichtigung gemeldet. Zwei Minuten, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin. Unter dem Titel Intransparenz im Gemeinderatsausschuss Umwelt und Wiener Stadtwerke hat der Herr Dr. Wandsch jetzt aus einem mir nicht bekannten Werk zitiert, hat daraus abgeleitet, im Zusammenhang mit dem Gemeinderatsausschuss Umwelt und Wiener Stadtwerke mit Begrifflichkeiten, die im Strafrecht verankert sind, um sich geworfen. Ich stelle dazu richtig, zum einen, keines der Geschäftsstücke oder keines der unternehmerischen Tätigkeiten, die offensichtlich im hohen Maße auch in der Fiktion, sprich nie realisiert worden sind, waren Gegenstand einer Debatte im Ausschuss. Ergo dessen ist es völlig richtig, dass ein Zusammenhang mit dem Ausschuss nicht herstellbar ist. Ich würde, ohne dem Präsidium nahelegen zu wollen, zu überprüfen, dass in der Rede des Herrn Dr. Wandsch strafrechtlich relevante Anschuldigungen betroffen worden sind und überlasse es dem Präsidium, wie das Präsidium damit umgehen möchte. Nachhaltig noch einmal festgehalten, es gibt keine Intransparenz im Ausschuss Umwelt und Wiener Stadtwerke und die Unterlagen, die rechtens vorliegen müssen, sind bei all den Ausschussversitzungen immer vorgelegen. Das zur tatsächlichen Berichtigung. Herr Kollege, ich habe das nicht so vernommen. Ich nehme das aber zur Kenntnis, dass hier offensichtlich Sie das so gehört haben. Wir werden uns das ausheben lassen und kontrollieren, ob es hier einen Handlungsbedarf gibt. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Gemeinderat Mag. Taucher. 15 Minuten Redezeit stelle ich Ihnen ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Eingangs möchte ich auf ein paar Vorredner von uns eingehen. Als erstes eigentlich auf den Herrn Kollegen Guggenbichler. Ich weiß nicht, was Ihre Rede mit Umweltpolitik in der Stadt Wien zu tun hat. Ich habe keinen einzigen inhaltlichen Beitrag gehört. Ich habe sozusagen einen Redebeitrag wahrgenommen von Ihnen, der sozusagen eine selbst inszenierte Pseudo-Untersuchungsausschuss-Anschuldigungs-Kabarett-Rede war. Ich weiß nicht, was mir damit schwer zu replizieren drauf, sozusagen auf kabarettistische Einlagen. Also sozusagen am Wiener Wasser kann es nicht gelegen sein, weil das ist vorzüglich. Aber woran auch immer. Damit möchte ich auch den Herrn Dr. Gara kurz replizieren. Sie haben über das Energieeffizienzgesetz gesprochen, das wirklich eine hochkomplexe Materie ist in der Umsetzung. Da haben Sie durchaus recht. Ich glaube, da muss einiges noch eingeübt werden, dass wirklich diese Energieeinsparungen richtig bewertet werden können. Und sozusagen, um dann auch gehandelt werden zu können zwischen den Stadtwerken, gibt es komplizierte Formeln. Ob das jetzt ein Monster ist oder nicht, es ist eben schwierig, sozusagen die Energieeffizienzmaßnahmen zu bewerten. Wenn ja jemand zu Ihnen kommt in den Haushalt und sozusagen eine halbe Stunde berät, wie bewerte ich das? Wie viele Kilowattstunden hat man da eingespart dann sozusagen in der Hochrechnung? Und wie viel CO2 kann dadurch gespart werden? Und wie nachhaltig ist das sozusagen, vielleicht haben Sie es vergessen nächstes Jahr schon, was in der Beratung zugeführt wurde. Sozusagen, also da gibt es ja eine recht komplexe Formel. Man wird sehen, ob diese Umsetzungsrichtlinie und mit dieser Formel, ob das funktionieren kann, wo ich Ihnen recht gebe. Es ist kompliziert. Ich habe mich in den letzten Wochen damit beschäftigt. Die Frau Diplom-Ingenieurin Olischer finde ich ein hervorragender, positiver Input zur Wiener Umweltpolitik, auch zur Nachhaltigkeitspolitik, weil sie wirklich inhaltlich auch eingegangen ist auf die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt. Für mich ist eine nachhaltige Entwicklung sozusagen das Überthema und die Umwelt ein Teil davon, deswegen auch, weil die Umwelt sozusagen systemisch für mich an erster Stelle stehen muss. Weil das ist eigentlich die Basis, wo Leben stattfinden kann in einer Umwelt, wo sich Gesellschaft bilden kann, also das Soziale, die zweite Dimension erst überhaupt entstehen kann. Und aus dieser Gesellschaft heraus erst überhaupt Wirtschaft entstehen kann. Wir tun ja in unserer Gesellschaft oft so, als ob wir in der Politik so einen Ausgleich zwischen Wirtschaft, Sozialem und Umwelt finden müssen. Das sieht man ja auch im Energieeffizienzgesetz angelegt und in anderen Gesetzen. Aber eigentlich muss man sagen, und die Stadt Wien ist hier auch sehr deutlich in ihren Papieren, ist die Basis all dessen eine gesunde Umwelt, mit der wir auch schonend umgehen. Und dann erst kann Gesellschaft, Soziales, Kultur und in Folge Wirtschaft entstehen. Also, ich bin wirklich glücklich heute reden zu dürfen zu diesen Themen hier, weil für mich das eine der wichtigsten politischen Nebensächlichkeiten ist. Das ist zynisch oder ironisch gemeint, weil aus meiner Erfahrung in der Politik merke ich, dass die Emotionen immer sehr hoch gehen, wenn es geht um Autoverkehr, PS, wie schnell fährt man, wo fährt man, wo darf man nicht fahren, wo darf man parken, Parkgaragen und so. Da sind alle ganz hoch konzentriert, wenn es um die Umwelt, also um unsere Lebensgrundlagen geht. Das ist so auch ein Thema für ein paar Sonderlinge sozusagen, die sich darum damit beschäftigen, dass wir gesundes Wasser haben, dass wir vielleicht unsere Kinder noch Grünräume haben, wo sie spielen können. Dass wir einen Boden haben, der CO2 speichert und auch als Nahrungsmittelbasis zur Verfügung steht. All das wird manchmal belächelt. Für mich ist es das wichtigste Thema. Und die Stadt Wien geht hier sozusagen im Ansatz der nachhaltigen Entwicklung ja nach dem Brundtland-Bericht vor. Also Brundtland hat er einmal formuliert zur nachhaltigen Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, wo wir heute, die heutige Generation, darauf achtet, dass unsere Folgegenerationen, also die Kinder und Kindeskinder, ebenso Chancen auf Selbstverwirklichung und auf ein selbstverwirklichtes Leben haben. Also ein generationenübergreifender Ansatz. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, der wichtig ist in der Wiener Umweltpolitik oder überhaupt in der Politik zur Daseinsvorsorge in dieser Stadt. Dass wir nicht nur Politik machen für heute und morgen, sondern auch für übermorgen für unsere Kinder und Kindeskinder als eine enkelgerechte und enkeltaugliche Stadt entwickeln. Hier denken wir generationenübergreifend, planen generationenübergreifend und handeln auch so. Das ist auch wichtig, weil nur Politik zu simulieren ist ein bisschen zu wenig, wenn man nur davon redet und irgendwelche Visionen oder Monsterbilder zeichnet, sondern man muss es auch dann planen und dann auch umsetzen und handeln. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann man beginnen eigentlich schon bei der Wasserversorgung der Stadt Wien, weil das ist eines der Paradebeispiele für ein generationenübergreifendes Denken, Planen und Handeln. Wir erleben heute noch immer von dieser hervorragenden Wasserqualität, aber wir reden ja heute auch vom Budget. Und die Wiener Wasserwerke planen etwas Wunderbares, was, glaube ich, viele Menschen überhaupt nicht so mitbekommen in der Stadt. Wir haben ja Trinkwasserleitungskraftwerke sozusagen. Also wir bauen auch Turbinen ein in die Rohre, wo das Wasser durchfließt und durch den Durchfluss werden Generatoren betrieben. Und wir können Strom erzeugen, was eine wunderbare Idee ist, weil das Wasser wird dadurch nicht schlechter. Wir haben eine hervorragende Gütequalität und man kann gleichzeitig nachhaltige Energie erzeugen, eine erneuerbare Energie durch den Durchfluss. Und hier wird ein neues Durchflusskraftwerk geplant und gebaut für Wien. Also eine sehr, sehr tolle, zukunftsweisende Maßnahme. Danke sehr, danke sehr. Weiters. Das freut mich nicht. Das ist motivierend natürlich. Weiters. Generationengerechte Planung. In aller Munde der Wiener Waldnord-Oster-Rüdiger hat es schon angesprochen. Gestern ist es schon von der Frau Vizebürgermeisterin angesprochen worden. Das ist natürlich ein Projekt, das wir nicht voriges Jahr beschlossen haben und heuer ist umgesetzt. Also das wird einen Zeitrahmen von bis zum Jahre 2060, 2065 haben. Also meine Kinder und vielleicht meine Enkelkinder werden dort schon spielen können auch. Und das ist natürlich ein zeitüberdauernder Schutz von Grünraum im Nordosten Wiens, um auch natürlich die Grünverbindungen von bis am Berg rüber bis in die Lobau, also in den Nationalpark Donau an, zu schließen. Jetzt wissen wir natürlich, dass dort auch Landwirtschaft betrieben wird. Und wenn wir vom Wiener Wald, der Nordost- oder Norbert-Schedwald sprechen, dann stellen sich die Leute immer den Wiener Wald auf der anderen Seite der Stadt vor, mit vielen Buchenfeldern und so. Das ist natürlich nicht so. Bei uns ist in der Donaustadt eine Aulandschaft. Dieser Wiener Wald wird anders ausschauen. Aber wie wird er ausschauen? Er wird ausschauen mit Windschutzgürteln, mit Urban Gardening Bereichen, wo steht da ein Zugang kriegen, weder zum Boden, zur Natur. Er wird geschützte Zonen beinhalten, wo Tiere auch Rückzugsmöglichkeit haben und Pflanzen sich entwickeln können, wie am Bahnhof Breitenlee, wo die Sparzenzunge hervorragend gedeiht. Eine Gräserart übrigens, die man kaum noch wo findet. Also kein Vogel, nein, ein kleiner Biologieunterricht. Und auch die Schnirkelschnecke. Gleichzeitig, also das sind 1.006 Hektar, gleichzeitig wird im Lobau-Vorland, Neu-Lobau, ein Gebiet geschützt, wo wir schon vor Jahren begonnen haben, mit einem EU-Projekt, dort im Bereich Esslinger-Furt umzugestalten, Wegesysteme zu machen, die ja wirklich von den Leuten gut genutzt werden, als Laufstrecken, als Nordic-Walking-Strecken, Hundezone, Spielplatz. Und das soll ausgeweitet werden über 240 Hektar, auch mit Freizeitangebot. Auch Grünraum ist eine Form der Daseinsvorsorge, wo Menschen sich im städtischen Bereich erholen können und Freizeit genießen können. Selbstverständlich, ich habe es kurz angesprochen, wird da natürlich das Projekt Biosphärenparker Wienerwald weitergeführt. Hier gibt es ja unterschiedliche Zugänge und Projekte, dass man versucht auch mit Öko-Kauf und Öko-Businessplan die Betriebe, die in Wienerwald, im Biosphärenparker wirtschaften, damit man die unterstützt, dass sie ökologisch wirtschaften, dass sie ökologisch einkaufen, dass sie sozusagen im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihre Produkte aus der Nähe haben, saisonale Produkte verwenden und vielleicht auch, wenn es geht, fair gehandelte Produkte verwenden. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, auch das hat Gemeinderat Marisch kurz angesprochen, diese Urban Heat Islands. Ich glaube, das ist ein Thema, das in der Stadt jetzt immer mehr im Kommen ist, dieses Aufhitzen, diese extremen Hitzeinseln im Bereich der Stadt, dass halt wenig Grünraum gibt. Wir haben Bezirke im innerstädtischen Bereich, die 0,9 Hektar Grünraum haben. Jetzt im Vergleich nur dazu, wenn wir davon reden, dass wir am Stadtrand 1.300 Hektar schützen oder ein neues Landschaftsschutzgesetz machen, wo wir Grünraum schützen. Also im innerstädtischen Bereich wird das sehr, sehr wichtig werden und nicht nur wegen dem Artenschutz oder weil wir sozusagen Mauersegler, Nistplätze anbringen können an Fassaden, nicht nur, weil wir auch Bienen ansiedeln können in der Stadt. Es ist auch wichtig sozusagen für die Menschen, weil durch die extreme Hitze, vor allem Menschen, die krank sind, älter sind, bedroht sind von Kreislaufschwankungen und gesundheitlich nicht fit sind, bringt sozusagen die hohe Hitze und das nicht abkühlen können in der Stadt auch viele Todesdelle. In New York zum Beispiel, ja, schaut, die lachen da. In Amerika zum Beispiel gibt es in den Pensionistenclubs schon sozusagen klimatisierte Clubs, dass die Leute sich einmal am Tag ein bisschen abkühlen können. Eben genau deswegen, weil die Städte so überhitzt sind. Wien hat hier eine Urban Heat Island Strategie und wird die die nächsten Jahre auch konsequent weiter verfolgen und umsetzen. Das ist einerseits mit Baumpflanzungsmaßnahmen, Vertikalbegrünungen, Dachbegrünungen, Regenwassermanagement in der Stadt. Ein ganz tolles Projekt wird jetzt ab der Süßenbrunner Straße auch gebaut. Auch hier wird mir immer wieder belächelt, weil das ist ja so ein unwichtiges Nebenthema. Die Umweltpolitik hat ein Regenwassermanagement. Wir haben einen Park gestaltet vor zwei Jahren mit Regenwassermanagement. Wir haben die Fachdienststellen auch gelacht und haben gesagt, was will der Taucher, da will der Sika-Wulde haben mitten im Park. Da fällt dann gleich wieder eine. Also das wird noch nicht verstanden, aber ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir sozusagen einerseits Regenwasser filtern und dem Grundwasser ordentlich zuführen und nicht den Kanal hinausschwemmen und andererseits auch als eine Maßnahme im Bereich Urban Heat Island Strategie. Was mir persönlich besonders ein Anliegen ist und auch verstärkt in der öffentlichen Wahrnehmung auftritt, ist der ethische Umgang mit Lebensmitteln. Ein ganz wesentlicher Bereich. Wir wissen ja seit Jahren, und es wird immer so plakativ berichtet, dass Wien täglich so viel Brot wegschmeißt wie Graz zum Essen braucht. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für Mengen sind. Und daher sind viele kleine Projekte in der Stadt auch, wie sagt man, neudeutsch, aufgebobt, also aufgekommen, wie Foodsharing-Gruppen, wie Foodsaver. Oder sozusagen wir haben Projekte, wo gemeinsam gegatelt wird, Lebensmittelweitergabe, Kooperationen und Netzwerke entstehen, so wie Putz und Stinkel oder ich habe zu viel, ich teile gerne. Also da gibt es einige tolle Ansätze. Es gibt Ansätze, wo der Biologieunterricht am Acker stattfindet, die Akademie, auch auf einer Fläche des Forstdarms, ein ganz tolles Projekt, wo Kinder wieder in Richtung Nahrungsmittel und Boden geführt werden. Also ein hervorragendes Projekt. Diese Dinge sollen auch, jetzt wird es unruhig, wenn es ums Essen geht, hat sie Hunger. Also da werden ganz tolle Projekte umgesetzt im Bereich der Lebensmittelabfallvermeidung, auch in Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsgruppen, mit den Jugendzentren, die ja auch einen Award gewonnen haben, weil sie mit Sparketten und mit anderen Zusammenarbeiten Lebensmittel holen, die verkochen. Wir haben Kretzelkühlschränke eingerichtet, wo sich die Leute Nahrungsmittel nehmen können. Also eine hervorragende Initiative. Als letztes möchte ich nicht, aber nicht, weil es geringschätzig ist, als letztes möchte ich nicht vergessen, auf die Tierschutzombudsstelle einzugehen. Eine ganz wichtige Einrichtung der Stadt Wien, wo es auch sozusagen um den Tierschutz, um die Tierrechte geht, aber die sich auch sehr stark damit beschäftigen, mit dem ethischen Umgang mit Lebensmitteln, wie viele Tiere müssen geschlachtet werden, wie soll geschlachtet werden, wie kann sozusagen da auch moralisch ordentlich in einer Gesellschaft mit Tieren umgegangen werden, die sehr, sehr viel Fleisch isst und damit auch einer der Klimakiller oder zum Klimakiller beiträgt. Ich sehe es, dass es aus ist. Deswegen möchte ich jetzt auch abschließen, weil meine Redezeit um ist. Also, mein Satz, es hat heute schon wer angesprochen, wir sollen nicht nur global denken, wir sollen auch global handeln. Ich sage, wir denken global, also in großen Zusammenhängen. Wir planen auch in großen Zusammenhängen und wir handeln lokal gemeinsam mit den Wienerinnen und im Einklang mit unserer Natur. Und das ist unsere Umweltpolitik für die nächsten Jahre. Danke sehr. So, Kollege Magister Taucher hat 16 Minuten gesprochen, das ist die Restredezeit der SPÖ-Fraktion beträgt dann noch 12 Minuten. Als nächster Redner zu Wort gemeldet hat sich Gemeinderat Stumpf. Die selbstgewählte Redezeit sind 9 Minuten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Vizeprägermeister, sehr geehrte Frau Stadträtin Siemer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte in meiner ersten Rede hier vor dem Wiener Gemeinderat über drei Punkte sprechen, drei Punkte, die mir persönlich sehr wichtig sind. Erstens über die Arbeitsmethode im Ausschuss für Umwelt und Wiener Stadtwerke, die ich jetzt vor kurzem kennenlernen durfte. Zweitens über Tierschutzprojekte in Wien. Und drittens über die gelebte Finanzpolitik im Bereich des Umweltschutzes von Frau Stadträt Siemer. Vorletzte Woche durfte ich zum ersten Mal im Ausschuss für Umwelt und Wiener Stadtwerke teilnehmen. Es war interessant und als Jungabgeordneter freut man sich natürlich ganz besonders, wenn man sich detailliert auseinandersetzen kann mit den Tagesordnungspunkten, mit den Subventionierungsansuchen und natürlich auch mit den Themenschwerpunkten, die dort vorgebracht werden. Und dann im Ausschuss sitze ich dort und große Überraschung, Verwunderung meinerseits. Ja, wie erwartet, Subventionierungsansuchen, die gab es, die gab es zu Genüge. Detailinformationen dazu, Fehlanzeige, meine Damen und Herren, wesentliche Unterlagen zu Projekten, die von den Vereinen als Subventionsansuchen an das Ressort Siemer eingereicht wurden, sind den Ausschussmitgliedern in der Beschlussentfassung vorenthalten worden. Vielleicht kann der Herr Ausschussvorsitzende Valentin mir erklären, als Jungabgeordneter, vielleicht auch uns allen Oppositionsabgeordneten, wie man als kritischer Abgeordneter Entscheidungen treffen kann, welche Subventionierungen sinnvoll sind, wenn der Zweck der Subventionierung im Wesentlichen unerwähnt bleiben. Aber keine Sorge, diese Frage interessiert naturgemäß nicht nur uns, sondern auch so manch kritische Tageszeitungen. So wurde dieses Thema zum Beispiel in einem Interview mit Herrn Kollegen Valentin in der Neuen Zürcher Zeitung online erschienen am 6. November 2015 veröffentlicht. Und in diesem steht, ich darf zitieren, Erich Valentin kann die Debatte um Akteneinsicht nicht mehr hören. Wir kommen gleich die Tränen an. Der Rote Gemeinderat versucht gar nicht erst, seinen Unmut zu verbergen. Er sagt wörtlich, lassen Sie uns doch lieber über Politik reden, als über Fraktionskinderreihen, sagt er mit einem gequälten Lächeln. Ungefähr das gleiche Lächeln wie jetzt. Fraktionskinderreihen, Herr Gemeinderat? Also zu sagen, die Umsetzung von mehr Transparenz, so wie es im rot-grünen Regierungsübereinkommen als Ziel festgesetzt worden ist, bezeichnen Sie also als Fraktionskinderreihen. Na herzlichen Glückwunsch, Herr Gemeinderat, Sie nehmen ja scheinbar nicht einmal mehr Ihr eigenes Regierungsübereinkommen ernst. Oder vielleicht kennen Sie es auch nicht, deshalb erlaube ich mir aus Ihrem eigenen rot-grünen Regierungsübereinkommen zu zitieren, Seite 136, da steht wörtlich, Transparenz, eine unabhängige Kontrolle und starke Oppositionsrechte gewährleisten die zukunftsorientierte Handhabung einer modernen Fehlerkultur. Gleichzeitig wird damit das Vertrauen in die Demokratie gestärkt. Na, das haben Sie geschafft. Oder auf Seite 10. Auf Seite 10 des Regierungsübereinkommens. Rot-Grün in Wien weiß, dass Offenheit und Transparenz bessere Entscheidungen ermöglichen. Eine demokratische Stadt ist transparent. Eine gute Verwaltung stellt Informationen zur Verfügung. Wien hat hier eine Rolle als Vorreiterin und möchte diese aufbauen. Wunderbar. Oder auf Seite 40 des Übereinkommens. Die Wiener Stadtregierung bekennt sich nachdrücklich zu den Grundsätzen der Transparenz, der Berechenbarkeit, der Nachhaltigkeit und der Verbindlichkeit. Wo ist denn die angekündigte Transparenz in Ihrem Ausschuss? Diese vermisse ich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber die Zeitung schreibt weiter. Ein Vergleich zeigt, weil Sie sagen ja immer, wir sagen die Unwahrheit. Die Zeitung schreibt, ein Vergleich zeigt, die Opposition hat Recht. Ein Tierschutzverein beantragte mehrfach Fördermittel bei der Stadt Wien. 2011 wurde dem Gemeinderatsausschuss zur Abstimmung sämtliche Unterlagen mitgeliefert. Das heißt, eine Kopie des Originalschreibens mit Unterschrift des Oppmanns, eine Projektbeschreibung, ein Vereinsregisterauszug, die Finanzgebahrung für das Jahr sowie die Vereinsstatuten. Vier Jahre später wurde der neue Antrag von der MA 22 auf zwei Seiten eingedampft. Zwei Seiten. Und so geschah es auch mit anderen Anträgen. Sei es für Subventionen, Vergaben oder Sachkredite. Wie kann so etwas passieren, frage ich mich. Sie, Herr Gemeinderat Valentin, holen sich einfach vom weisungsgebundenen Beamten ein Gutachten ein, welches ihr vorgehend formell rechtfertigt. Das finde ich großartig. Und so agieren Sie eigentlich ganz nach dem Motto, regiert es sich mit Transparenz zu schwer, zaubert Erich Valentin ein Gutachten her. Anders kann ich mir das nicht erklären. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können sich sicher sein und auf das können Sie sich garantiert verlassen, dass wir Freiheitliche auch weiterhin für gelebte Transparenz eintreten werden. Nicht nur am Papier, so wie es Rot-Grün tut. Nun komme ich zum Thema Tierschutz. Die Winterzeit ist eingebrochen. Viele wildlebende Tiere in Wien suchen eine Überwinterungsmöglichkeit. Im Speziellen sind es auch die Igelpopulationen in Wien, die ein ideales Winterquartier suchen. Sehr geeignete Winterquartiere, wie wir alle wahrscheinlich wissen, sind laub und reisig, die auch im Sinne der Stadt Wien liegen, gelassen werden sollten. Und aus gewöhnlich gut informierten Kreisen, also von Naturliebhabern, von Tierliebhabern, haben wir Informationen erhalten, dass in der Asperner Seestadt ein Schutzgebiet für Hamster errichtet wurde. Dort zu Beginn der Herbstzeit die Fläche auch gemäht wurde, wie es gehört. Und es wurde darauf geachtet, dass das Mähgut in großen Haufen liegen bleibt, eben weil dieses Gut als ideales Winterquartier für Igel gelten. Und nun wurden diese Laub- und Reisighaufen vor wenigen Wochen abtransportiert, mitsamt den darin schlafenden Igeln. Jetzt stellt sich mir, ja, da bricht einem das Herz und ich frage mich, wie lässt sich das eigentlich mit dem offiziellen Igel-Schutzprojekt der Wiener Umweltschutzabteilung MA22, der Stadtgärten MA42 und Wiener Wohnen vereinbaren. Erklären Sie mir das. Zumal es dazu noch von der Stadt Wien ein entsprechendes Igel-Monitoring gibt, in dem auch die Seestadt Aspern aufscheint. Und eine entsprechende Anfrage, das verspreche ich Ihnen, das wird erfolgen, nächste Woche an Stadtrat Sima. Und wir hoffen ausnahmsweise auf ehrliche und ausführliche Beantwortung. Ja, und das ist der Igelschutz. Der Igelschutz ist ein Thema, das viele tierliebende Menschen in Wien interessiert. Interessiert es Sie auch, Frau Stadtrat Sima? Und warum frage ich so direkt? Ich frage, weil sehr viele ehrenamtliche Wienerinnen und Wiener den aktiven Tierschutz leben. So auch ein Herr Christoph Kees, Initiator eines Vorzeigeprojekts für Igelschutz in Wien. Und das Projekt, das seit 2014 läuft, beinhaltet, dass Laubhaufen in Donaustädter Grünanlagen liegen gelassen werden. In der Donaustadt funktioniert es. Und das wollte Herr Kees auf die gesamte Stadt ausweiten. Natürlich war das Medieninteresse groß. Und Herr Kees stellt in einem Zeitungsinterview fest, doch seitens der Umweltstatträtin Ulli Sima gab es bislang keine Reaktion. So der Kurier vom 05.10.2015. Weiters berichtet Herr Kees in dem Gespräch. Ich habe seit Mai insgesamt achtmal versucht, einen Termin bei Frau Sima zu bekommen, um ihr das Projekt kurz zu erklären. Leider wurde ich immer abgewiesen, so Kees. Und weiter. Ich werde dieses Projekt jetzt ohne Umwege mit der zuständigen MA42 besprechen. Warum sind Menschenpolitik verdrossen? Denken Sie mal darüber nach. Wie bereits von mir erwähnt wurde, wird Laub in der Herbstzeit von der MA42 zusammen gerechnet und abtransportiert. Gleichzeitig nimmt die in Wien ansässige Igelpopulation vorwiegend wegen fehlender Überwinterungsmöglichkeiten, eben solche Laubhaufen ab. Meine Damen und Herren, was liegt näher als anzuregen, dass in wenig geschütztere Stellen bis spätfrühling diese Haufen liegen zu lassen? Kosten? Null. Aufwand? Null. Deshalb stelle ich den Antrag der FPÖ-Gemeinderäte Stumpf, Guggen-Wichler, Nepp, Hofbauer-Bansch, Matthias Eck-Armhof, betreffend einer wienweiten Umsetzung von Überwinterungsmöglichkeiten für Igelpopulationen, eingebracht in der Spezialdebatte Umwelt und Wiener Stadtwerke zum Budgetvoranschlag 2016 am 11.12.2015. Der Wieler Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass nach Vorbild des Donaustädter Erfolgsprojektes in Bezug auf Schutz der Igelpopulation flächendeckend in ganz Wien, an geeigneten Stellenlaub und Reisighaufen bis spätfrühling liegen gelassen werden. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung verlangt. Vielleicht erweicht es Ihr Herz, Frau Stadtratzimmer, wenn ich Ihnen als Zeichen des aktiven Igel-Schutzes dieses Geschenk überreiche, in der Hoffnung, dass mein Vorschlag, unser Vorschlag, unser Antrag über parteiideologische Grenzen hinweg Zustimmung findet. Zum Abschluss möchte ich festhalten, dass ich der Meinung bin, dass Frau Vizebürgermeister Vasilako Wort halten sollte und zurücktreten sollte. Die Redezeit sind zehn Minuten gewesen. Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Matthias Eck. Ich erteile es ihr. Die fraktionelle Restredezeit sind fünf Minuten. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde auch mit diesen wenigen Minuten auskommen, denn wir werden uns ja noch sehr oft im Rahmen der unterschiedlichen Geschäftsstücke in diesem Ausschuss unterhalten. Ich freue mich sehr, dass wir, und das sage ich jetzt bezüglich meines Vorredners, aber auch bezugnehmend auf alle anderen vielen jungen Abgeordneten in diesem Haus, es wird ja so oft in dieser Debatte von der Zukunft gesprochen, dass man in die Zukunft schauen soll, es wird so oft die Politikverdrossenheit erwähnt, nichtsdestotrotz ist es erfreulich, vor allem für uns Ältere, denke ich, und da spreche ich Ihnen allen aus der Seele, dass wir so viel engagierte, junge Abgeordnete hierherinnen im Wiener Gemeinderat haben, und denen wünsche ich allen viel Glück für ihre Tätigkeit hier für unsere Stadt. Ich werde mir jetzt einen Punkt herausgreifen, es wurde vom Kollegen Marisch angesprochen und infolge jetzt auch von Mag. Taucher, die Hitzeinseln in Wien vermittels Begrünung zu reduzieren. Ja, das ist eine gute Idee, das ist richtig und wichtig, dass wir nicht nur den Grünraum im Stadtraum, am Stadtrand haben und weiterentwickeln, sondern natürlich auch den innerstädtischen Grünraum fördern. Aber, und jetzt komme ich dazu, da müssen wir ein bisschen etwas lernen, oder da muss die Stadt etwas lernen. Denn wenn ich mir vielfach das Straßenbegleitgrün in Wien anschaue, dann bietet es einen traurigen Anblick. Und das ist nicht nur dem Klimawandel geschuldet, sondern das ist einer mangelnden Pflege des Straßenbegleitgrüns, der Bäume und des Bodens geschuldet. Wir haben eine Bodenverdichtung, weil die Böden überhaupt nicht gelockert und gepflegt werden. Und weil wir beim Budget sind, hier geht es um Geld, hier geht es um Steuergeld und da gibt es auch eine Sorgfaltspflicht. Es kann nicht sein, Baum kaputt, raus, zack, neuer Baum hinein, ohne Pflegemaßnahmen für den Boden und gleichzeitig mangelnde Bewässerung der Bäume. Sie sind ausgetrocknet, einerseits durch den Hitzestress, andererseits natürlich durch die Feuchtsalzaufbringung. Es gibt kaum irgendwelche Schutzmaßnahmen gegen die Eintragung des Feuchtsalzes, der Sohlelösung, die natürlich für die Bäume wesentlich gefährlicher ist oder wesentlich unangenehmer wirkt, weil sie tief in den Boden hineindringt, zusätzlich zu allen anderen Stressfaktoren. Kaum ein Baumschnitt, wenig Baumschnitt. Man sieht an der Rinde, dass die Bäume ausgetrocknet sind, viel zu wenig Bewässerung, viel zu wenig Bewässerung in der Wachstumsphase und das wird in weiten Bereichen von Wien beobachtet. So wie in der Gesundheit Vorbeugen besser als heilen ist, gilt das auch für unsere Pflanzen. Jeder Gärtner tut das. Triebe wegschneiden, Kronenschnitt. Und wenn wir die Bäume und andere Pflanzen, Klettergewächse und so weiter zum Hitzeschutz einsetzen wollen, dann müssen wir auch die Pflanzen und das Grün in Wien schützen, nämlich durch sorgfältige Auswahl und durch sorgfältige Pflege. Und dieser Auftrag gilt auf jeden Fall, wenn wir hier nicht eine Steuergeldverschleuderung betreiben wollen oder wenn die Stadt hier keine Steuergeldverschleuderung betreiben will, indem einfach jede kaputte Pflanze durch eine neue ersetzt wird, ohne die Rundumbeschaffenheit im Wesentlichen zu verbessern. Das ist eine Kritik, die ich nicht zum ersten Mal anbringe. Es hat sich aber bis jetzt in weiten Bereichen nichts gebessert und hier gilt es zu lernen. Kurz noch zum Umweltressort und seine Öffentlichkeitsarbeit. Hier wird ja sehr gerne, sehr viel und sehr großzügig investiert. Ich kann mich sehr gut der Forderung anschließen, hier vor allem die Druckwerke oder die Anzahl der Druckwerke massiv zu reduzieren. Das ist in der heutigen Zeit, wo sich jeder über das Internet informiert, nicht mehr notwendig. Das gilt aber nicht nur für das Umweltressort, denn wenn ich aus meiner Bürotür rausgehe und ich bin Tür an Tür mit der Frau Stadträtin Vasiljaku, da sehe ich wöchentlich neue Broschüren in Sonderformaten. Auch das ist nicht notwendig, dass ich zu jeder Brücke, die irgendwie renoviert wird, ein eigenes Druckwerk herausgebe. Auch hier gilt, es gibt ein Druckwerk der Stadt Wien, das an alle Haushalte geht. Hier kann ich diesen Inhalt unterbringen. Und wenn ich bei der Frau Stadträtin Vasiljaku bin, noch zum Schluss, bitte nehmen Sie sich selbst beim Wort und treten Sie zurück. Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Magistra Abrahamczyk. Selbstgewählte Redezeit sind fünf Minuten, fraktionelle Redezeit ist noch zwölf Minuten. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Stadträtin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Ressort, das wir hier jetzt besprechen, ist ein sehr spannendes. Und man könnte sagen, mit der neuen Zusammensetzung ist es ein Ressort, das sich mit der Daseinsvorherseuge beschäftigt. Deswegen möchte ich auch gleich einen Beschlussantrag einbringen als erstes. Wir haben schon viel dazu gehört. Eingebracht von den Abgeordneten der SPÖ und der Grünen, die Mitgliedern im Umweltausschuss sind. Der Wiener Gemeinderat beschließt, dass die kommunalen Betriebe und Unternehmungen der Stadt Wien, wie zum Beispiel Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung, Energieversorgung und öffentlicher Verkehr, auch weiterhin zum Wohl aller Wiener und Wienerinnen in kommunaler Hand bleibt. Der Wiener Gemeinderat spricht sich auch weiterhin gegen eine Privatisierung dieser wichtigen Säulen der Daseinsvorsorge aus. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung verlangt. Daseinsvorsorge ist ein wichtiges Thema, vor allem auch deshalb, weil, wir haben es schon öfter gehört, im Rahmen der Budgetdebatte, Wien wächst. Das ist gut, es bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich. Wien wächst deshalb, weil Menschen unsere Stadt so attraktiv finden, weil sie hier leben wollen, wegen der hohen Lebensqualität. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Lebensqualität in Wien und warum es so attraktiv ist als Stadt, sind die vielen grünen Flächen. Darunter fallen Parkanlagen, Wälder, Wiesen und auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Wir als Wienerinnen und Wiener profitieren davon in vielfacher Hinsicht. Wien bietet viele Naherholungsgebiete und da liegt die Betonung ganz bewusst auf Naher. Ob es jetzt der Prater ist, die Donauinsel, der Leinzeit-Hiergarten, der Koberinsel oder der Wiener Stadtpark. Es ist immer in der Nähe Grünraum zu finden, wo Menschen sich erholen können. Wir haben mit der Landwirtschaft ein umfangreiches Angebot an Lebensmitteln, die wir direkt in Wien auch herstellen können und von denen wir ebenfalls profitieren. Wir haben Wälder, in denen wir unterwegs sein können, die wir genießen können und wo wir auch entspannen können. Das alles ist etwas, was Wien einzigartig macht im Vergleich zu anderen Großstädten, weil wenige andere Städte haben ähnlich viel Grünraum wie wir noch dazu. Grünraum, der als öffentlich bezeichnet werden kann und damit allen Menschen offen steht. Die Herausforderung für eine wachsende Stadt liegt auch darin, diesen Grünraum zu erhalten. Wir wollen ihn weiter auszubauen und bei der Gestaltung darauf zu achten, dass er für alle Menschen nutzbar ist. Es wäre beispielsweise leicht zu sagen, wir brauchen den Platz jetzt für Wohnraum, wir ignorieren das, wir holzen den Wald nieder. Aber, ja, wir brauchen Raum für Wohnungen, aber sicher nicht auf Kosten des Rühnenkons und aus seiner Qualität. Ganz im Gegenteil, wir achten gerade bei neuen Projekten darauf, dass der Grünraum erhalten bleibt. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir gerade bei der Entwicklung neuer Stadtteile, und wir haben es auch bei der Seestadt Aspern gesehen, gleichzeitig großzügige Grünräume schaffen und bestehende bewahren oder im Idealfall auch noch verbessern. Wien wächst, Wiens Fläche aber nicht. Während überall in Wien Grünraum vorhanden ist, nicht nur am Stadtrand, so muss man doch sagen, dass der Grünanteil zwischen den Bezirken sehr unterschiedlich verteilt ist. Das können wir jetzt nicht so einfach ändern, aber wir müssen darauf achten, wie der Grünraum gestaltet wird. Und damit es allen Menschen immer möglich ist, Grün zu erreichen, in Gehweite. Und das genauso in einem innerstädtischen Bezirk. Ich komme aus dem Neubau, wir sind ein kleiner Bezirk, wir sind ein Bezirk mit wenig Grünräumen, aber wir haben neun Parks. Deswegen möchte ich jetzt auch näher noch auf die Gestaltung der Parks eingehen, weil während wir die Flächen nicht beliebig hin und her verschieben können, können wir doch in allen 23 Wiener Bezirken Parkanlagen gestalten und den Menschen zur Verfügung stellen. Parks sind öffentliche Räume. Öffentlicher Raum hat gerade in der Stadt ganz wesentliche Funktionen. Als Orte, die allen offen stehen sollen. Gerade im Park, wo Menschen sich entspannen möchten, andere aktiv sein und sportlich betätigen möchten, andere in der Treffung zum Austausch nutzen, kommt es zu vielen verschiedenen Nutzungsansprüchen. Gerade deswegen kommt hier der Planung und Gestaltung eine ganz wesentliche Rolle zu. Denn wenn wir im Vorfeld schon verschiedene Bedürfnisse berücksichtigen, können wir mögliche Konflikte bereits im Vorfeld verhindern, bevor sie entstehen. Und wir können dadurch sicherstellen, dass der öffentliche Raum als Raum, der für alle da sein soll, auch wirklich für alle nutzbar und erlebbar ist. Wie lässt sich das machen? Indem wir uns ganz gut anschauen, was vorhanden ist, was gebraucht wird und wie eine bestmögliche Nutzung gewährleistet ist. Wir sehen das in ganz vielen Bezirken, in Kinder- und Jugendparlamenten, in anderen Beteiligungsprojekten, dass gerade junge Menschen ganz genau wissen, was sie brauchen und was sie wollen. Und man muss sie nur fragen. Sie haben ganz viele Ideen und genau das muss man einfach auch berücksichtigen, wenn man Parks gestaltet und sich überlegt, wie wir es möglichst breit zur Verfügung stellen können. Ich kann auch weiterreden, weil die Fraktion noch Redezeit hat. Damit die Parks von vielen Wienerinnen und Wienern genutzt werden, muss auf viele Faktoren geachtet werden, sei es jetzt die Gestaltung von Parkbänken, von Parkmöbeln, das Vorhandensein von Trinkbrunnen, öffentlichen Toiletten, spannende Angebote für Alt und Jung, aber beispielsweise auch die Vermeidung von Stufen, damit der Zugang gewährleistet ist. Genauso wie eine gute Beleuchtung, damit ein subjektives Sicherheitsgefühl garantiert ist. Und damit auch junge Mädchen und Frauen sich hier sicher fühlen und diese Räume nutzen und sie sich aneignen können. Denn öffentlicher Raum ist für alle da. Der Wiener Grünraum bietet den Wienerinnen und Wienern vielfältige Möglichkeiten zur Erholung, zum sozialen Austausch. Es gibt in Aktivparks die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung. Es gibt Naturlehrpfade, wo junge Menschen Begeisterung entwickeln können für die Natur und diese besser kennenlernen und erleben können. Und ganz viele weitere Angebote. Damit diese erhalten bleiben, ausgebaut werden und bei der Gestaltung alle Gruppen beachtet werden, dazu tragen wir vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Magistratsabteilungen bei, bei denen ich mich heute ganz herzlich für ihre Arbeit, ihre Expertise und ihr Engagement bedanken möchte. Auch im Jahr 2016 werden wir in Wien weiterhin gut darauf achten, dass es Grün und damit Freiräume gibt, die wesentlich zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt beitragen. Danke. Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin Mag. Simmer. Ich erteile ihr das Wort und weise sie darauf hin, dass ihre Redezeit 15 Minuten beträgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich bei allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten mit Ausnahmen jenen der Freiheitlichen Partei für die konstruktiven Redebeiträge bedanken, weil das zeigt, dass man zwar inhaltlich nicht einer Meinung sein muss, aber sich doch auf einem gewissen Niveau mit dem Thema auseinandersetzen kann und Meinungsverschiedenheiten auch auf eine niveauvolle Art und Weise hier abwickeln kann. Und das freut mich, denn ich glaube, dass das nach außen hin jetzt auch nicht unbedingt ein gutes Bild auf dieses Gremium wirft, wie hier argumentiert wird. Aber auf das gehe ich dann gleich noch ein. Zu Frau Kollegin Emmerling möchte ich sagen, das, was Sie zu den Wiener Linien gesagt haben, das muss man schon wirklich bis zum Ende dann auch tatsächlich durchdenken. Natürlich könnten wir auch die Tickets bei den Wiener Linien und die Jahreskarte kostendeckend machen. Keine Frage. Dann kostet es halt auch bis 900 Euro. Das ist sicher zwar eine wirtschaftliche Maßnahme, aber eine Maßnahme, die wir politisch ganz bewusst nicht zugesetzt haben. Wir haben bewusst gesagt, 365 Euro für die Jahreskarte, damit viele Leute die öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen, sie aber auch viele leisten können. Das war eine bewusste politische Entscheidung, die wir da getroffen haben. Die Kollegin Kugler hat über die Wichtigkeit des europäischen Umweltschutzes geredet. Das sehe ich natürlich auch so, wenngleich wir als Stadt weniger Möglichkeiten haben, uns auf einer europäischen Ebene einzubringen. Wir haben aber vor zwei oder drei Jahren die Cities for a Nuclear for Europe, also CNFE, gegründet. Wir haben mittlerweile 27 Partnerstädte, die da mittun. Und das ist ein Bündnis, das sich sehr, sehr bewährt hat. Gerade sind wir dabei, gegen das Atomkraftwerk in England, das Hinkley Point, das jetzt gebaut werden soll, gemeinsam mit diesen Städten, wo übrigens auch sehr viele große englische Städte dabei sind, vorzugehen. Und wir haben gemerkt, dass es auf europäischer Ebene wesentlich zielführender und wesentlich sinnvoller ist, sich gemeinsam vernetzt mit anderen Städten dort einzubringen, weil das Wien oder das Österreich gegen Atomkraft ist. Das ist dort jetzt kein großer Neuigkeitswert und wird auch jetzt nicht sonderlich bewertet, leider. Aber wenn man sozusagen ein Netzwerk hat mit Städten aus vielen europäischen Ländern, in den letzten Monaten sind sehr viele griechische Städte zum Beispiel dazu gekommen, dann hat das Ganze ein anderes Gewicht. Und wir können da auch Studien austauschen, übersetzen. Also ich finde, das ist eine sehr produktive Sache und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass wir das so gut in die Gänge gebracht haben. Und wir alle wissen, wie viele Netzwerke es auch gibt und viele Städte, die dann sozusagen die Aufforderung kriegen, wieder im Netzwerk beizutreten, sagen, na ja, bitte. Aber das hat sich bewährt, einfach weil es lebt und weil es wirklich konstruktiv auch Politik weiterbringt und Anti-Atom vielen Städten auch ein Anliegen ist. Ja, ich möchte noch kurz auf den Kollegen Guggenbichler eingehen. Sie haben die MA48 erwähnt und haben heute so ein bisschen Krokodilstränen vergossen über die angebliche Ausgliederung, die da ansteht. Ich möchte Sie noch erinnern, bei der letzten Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes, wo es wirklich um etwas Entscheidendes gegangen ist hier in Wien. Da haben Sie dagegen gestimmt, nämlich, und das war eigentlich ein Lackmus-Dev für mich, für die FPÖ und ihre Einstellung zu MA48 und den kommunalen Dienstleistungen. Dann hätten wir das gemacht, was Sie wollen, dann hätte es bedeutet, dass künftig die Privaten den öffentlichen Müll entsorgen. Sie wollen eine Privatisierung der Müllabfuhr. Sie stehen dafür. Wir stehen dafür, dass kommunale Dienstleistungen in der Hand der Kommune bleiben. Und da werden Sie Ihre komischen Anträge, die Sie da einbringen, nicht ändern. Und Herr Kollege Bugenbücher, ich verstehe ja, dass es Sie schmerzt, wenn wir politisch erfolgreich sind. Wir haben viele große Projekte, viele große Projekte haben wir über die Bühne gebracht. Das Tierquartier, hier ein Tierschutzhaus zu bauen, wo es in Europa faktisch keine wirklich guten Erfahrungen gibt, außer in England. Und wir haben das wirklich fehlerfrei über die Bühne gebracht. Oder wie bei der Copacagrana. Ich weiß, Sie waren sicher sehr traurig, wie wir jetzt den letzten Prozess gegen den Herrn Weber gewonnen haben. Oder unser Dandler-Supermarkt, wo wir eben Waren, die wir über die Missplätze bekommen, dann wieder verkaufen, zu günstigen Preisen, damit unglaublich viel zur Abfallvermeidung darstellt. Ich verstehe ja, dass Sie das schmerzen. Und ich bin ja Polemik und persönliche Untergriffe von Ihnen und Ihrer Fraktion seit vielen Jahren gewöhnt. Aber das, was Sie heute gemacht haben, das hat schon eine neue Grenze überschritten. dass Sie mir hier strafrechtlich relevante Tatbestände vorwerfen. Oh ja, das haben Sie gesagt. Unlautere Praktiken, gut für Sie mal unterstellen, dass Sie mich da irgendwie persönlich bereichern. Das finde ich, das ist wirklich Letztklassik von Ihnen. Und ich weise es nicht auf das Schärfste zurück. Ich weise es nicht auf das Schärfste zurück. Ich werde mir auf das Wortprotokoll schauen, besorgen und das auch wirklich rechtlich untersuchen lassen, weil ich habe das wirklich nicht notwendig, mich hier von Ihnen unter dem Deckmantel der parlamentarischen Immunität strafrechtlich relevanter Tatbescheide bezichtigen zu lassen. Wie kumme ich überhaupt dazu? Das ist ja völlig absurd. Und wirklich, ich weise das hier auf das Allerschärfste zurück. Weil kommen wir mal zu den Fakten in diesen ganzen Bereichen. Was ist passiert beim Tierquartier? Und Sie kennen die Fakten genauso gut wie ich, auch wenn Sie hier immer versuchen, das zu verdrehen. Es gibt eine private Stiftung, die will sich an einem öffentlichen Projekt beteiligen und hat uns Spenden in Millionenhöhe gegeben. Wo ist das Problem? Ich habe kein Problem. Das sporten uns nämlich Kosten und ich finde, das ist eine hervorragende Vorgängsweise. Und wir wünschen, es wird mehr so Stiftungen geben, die sich an öffentlichen Projekten beteiligen. Und ich war sehr froh, diese Partner gewonnen zu haben. Dann der Vertrag mit dem Tierquartier, wo Sie gesagt haben, ist alles so intransparent. Bitte, das war im Ausschuss. Das haben wir im Ausschuss besprochen und ist im Ausschuss genehmigt worden. Oder das Faktum, dass alles, was über den Tandlermarkt verkauft wird, diese Erlöse ans Tierquartier gehen. Auch das war im Ausschuss. Auch da, eine auf vier Seiten. Entschuldigen Sie, mehr gibt es dazu nicht zum Sagen. Alles, was man an Einnahmen hereinkommen, geht dem Tierquartier zugute. Mir ist wirklich nicht klar, mir ist wirklich nicht klar, welche Informationen Sie noch benötigen. Entschuldigen Sie, es sind doch lauter vorgeschobene Argumente. Ich verstehe, dass Sie das schmerzt, ich verstehe wirklich, dass Sie das schmerzt, dass wir hier politisch erfolgreich viele Dinge umgesetzt haben. Aber diese Polemik, diese Untergriffe, die strafrechtlich relevanten Tatbescheide, die Sie hier vorbilden, das ist wirklich Netzklassik. Sie haben ja schon im Ausschuss Farbe bekannt und heute wieder einmal. Ich finde das ja wirklich interessant. Erstens einmal darf ich Sie darüber aufklären, dass der Ottergringer-Kirte keine Wahlveranstaltung der FPÖ ist und alle Freiwilligen vom Ottergringer Kulturverein, die dort Tag und Nacht geschuftet haben, für nichts, die verwehren sich gegen eine solche Vereinnahmung durch ihre Partei und den Herrn Strache. Das ist ja wirklich ein Scherz. Sie stellen sich dahin und sagen, das war eine FPÖ, war keine Veranstaltung. Freie Meinungsäußerung, Herr Kollege, freie Meinungsäußerung ist eine der Grundfesten unserer Demokratie. Dass Sie mir diese freie Meinungsäußerung aberkennen wollen als Politikerin, das fasst Sie überhaupt nicht. Aber Sie haben ja schon im Ausschuss gesagt, Sie wollen die Wiener Kinderfreunde nicht fördern, weil die haben sich kritisch gegen die FPÖ geäußert im Wahlkampf. War ja auch wirklich eine sehr entlarvende Wortmeldung und heute wollen Sie den Beamten der Stadt Wien offensichtlich auch das Recht der freie Meinungsäußerung aberkennen. Das weise ich zurück, aber es wirft ein ganz klares Licht darauf, was die Menschen erwartet, wenn Sie hier an die Macht kommen. Und der Gemeinderat Ungarn war ja so freundlich am Otterkringer-Kirrtag, dass er auch einem Beamten der Stadt Wien zuzurufen. Und was hat er gesagt? WhatsApp am 12. Oktober, da werdet ihr euch anschauen. Das hat er gesagt. Damit ist die Arbeitsplatzgarantie von HC Strache für die Wiener Beamten ja wohl auch ein bisschen in Frage gestellt worden. Kann ich dazu nur anmerken. Aber wir alle wissen ja, das alles ist ja Ausdruck einer großen, großen Enttäuschung. Weil Sie haben sich ja schon gesehen, da heroben stehen, wo ich jetzt stehe, ja, als Umweltstaatrat und der Herr Strache als Bürgermeister. Sie waren ja von einer überheblichen Siegessicherheit in diesem Wahlkampf, ja, die ja nicht mehr zu überbieten war. Und umso mehr haben Sie, haben mich Ihre langen Gesichter am Wahlabend gefreut, wie ich alle gesehen habe, wie wir alle gestanden sind, da oben im Festsaal. Und die Kollegen von der FPÖ haben ganz traurig reingeschaut, ja. Und ja, ja. Sie haben Ihre Rechnung präsentiert bekommen für Ihre Überheblichkeit, die Sie im Wahlkampf an den Tag gelegt haben. Ja, Herr Kollege, ich weiß, die Wahrheit schmerzt und das mit dem Bürgermeister für Ihren HC Strache ist sich halt leider doch nicht ausgegangen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche jetzt zum sachlichen Teil dieser Debatte zurückzukehren. Ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ressorts sehr herzlich zu bedanken für die tägliche Arbeit, die Sie da draußen für die Infrastruktur und für die Lebensqualität, für den Umweltschutz in dieser Stadt leisten. Allen voran natürlich auch meinen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern der mittlerweile ganz schön angewachsenen Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke. Herzlichen Dank für euer Engagement. Und natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Büros, die wirklich täglich ganz tolle Arbeit leisten. Ich freue mich sehr auf die Umsetzung vieler zukunftsweisender Projekte. Die wachsende Stadt ist natürlich für das Ressort Umwelt- und Wiener Stadtwerke, für das Infrastruktur-Ressort, das Daseinsvorsorge-Ressort eine große Herausforderung. Das Thema Grünraum ist heute schon erwähnt worden. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es verankert haben im Stadtentwicklungsplan, dass in der wachsenden Stadt auch der Grünraum mitwachsen wird. 50 Prozent Grünraum sind sichergestellt. Das ist natürlich auch stadtintern eine sehr, sehr harte Debatte gewesen, weil es ganz viele unterschiedliche Interessen in diesem Bereich gibt. Aber ich glaube, dass Naherholungsgebiet und Grünraum sehr, sehr wichtig ist, auch in einer wachsenden Stadt. Und da werden wir sehr intensiv darauf schauen. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, das Infrastrukturnetz weiter auszubauen und voranzutreiben. Das ganze Kanalbereich, Wasserversorgung, Strom, Gas, den ganzen Grünraumbereich, aber natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Weil das untrennbar mit einer wachsenden Stadt verbunden ist, auch die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen, weil auch gerade die Klimaschutzkonferenz in Paris sagt, das ist natürlich ein Schwerpunkt der Stadt. Wir haben das zweite Klimaschutzprogramm 2010 auf den Weg geschickt und sind in der Umsetzung mit jährlichen Überprüfungen und Monitorings da auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Parallel dazu versuchen wir natürlich auf den Klimawandel zu reagieren. Einer der Hauptpunkte ist das Regenwassermanagement, wo Windkanal ein sehr, sehr wichtiger Teil, eine sehr wichtige Rolle zukommt. Wir haben gerade in Simmering, dem topografisch tiefsten Punkt der Stadt, ein großes Speicherbecken errichtet, machen eines auch im zehnten Bezirk. Das sind einfach wichtige Maßnahmen, um jetzt schon dafür vorzusorgen, weil wir einfach merken, wir merken den Klimawandel und vor allem in den Städten manifestiert er sich durch ganz massive Regenwasserereignisse. Was früher ein hundertjähriges Regenwasserereignis war, haben wir mittlerweile dreimal im Jahr. Das ist eine Geschichte, die sich in allen Städten abspielt. Das ist auch natürlich ein großer Arbeitsschwerpunkt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, soweit zur Geschäftsgruppe Umwelt und ich darf noch viel Vergnügen am heutigen Tag wünschen. Zur Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke und zum Wirtschaftsplan der Unternehmung Wien Kanal liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wir kommen nur zur Beratung der Geschäftsgruppe Kultur, Wissenschaft und Sport. Zu Wort gemeldet ist Frau Gemeinderätin Mag. Meinl-Reisinger. Ich erteile das Wort und die selbstgewählte Redezeit sind zehn Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Stadtrat, werte Kolleginnen und Kollegen, der Igel hat jetzt hier einen Winterschlafplatz gefunden. Ich begrüße auch den Herrn Bunzel auf der Besuchergalerie. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. In Zeiten knapper Budgets, das wissen wir, wird ja sehr oft, sehr schnell dann im Kunst- und Kulturbereich eingespart. Es freut mich einerseits sehr, dass das hier irgendwie nicht der Fall ist. Insgesamt habe ich gestern schon meine Kritik zum Ausdruck gebracht, dass nicht insgesamt gespart wird. Aber es geht nur um die Relation darin, dass nämlich gerade der Kunst- und Kulturbereich den Stellenwert haben soll in einer Stadt, in einem Land und damit natürlich auch in der Politik und in einem Bücher, der ihm zukommt. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Wien nun meine Aufgaben als Kultursprecherin, die ich nationaler davon konnte, mitnehmen darf. Ich freue mich wirklich sehr auf die Arbeit, denn zweifelsohne ist Wien eine Kulturhauptstadt, eine der Kulturhauptstädte Europas, wenn nicht der Welt, mit einem großen, sehr großen kulturellen Erbe und einem hohen Grad an Exzellenz in vielfältigen Bereichen. Dadurch ist Wien natürlich ein Magnet geradezu für Produzenten, für Reproduzenten, für Rezipienten im Kunst- und Kulturbereich und das ist auch ein wesentlicher Faktor und ich möchte nicht auf das reduzieren, weil das wäre wirklich zu kurz gegriffen, aber natürlich auch für den Tourismus. Aber dieses kulturelle Erbe zu erhalten, ist uns NEOS auch ein großes Anliegen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass allein in der Erhaltung des kulturellen Erbes es nicht getan sein kann, denn wir müssen uns natürlich heute die Frage stellen, worin soll denn einmal die Kunst- und Kulturhauptstadt Wien das kulturelle Erbe in 100 Jahren aussehen und da ist natürlich Innovation und permanente Selbstinterfragen unbedingt notwendig. Das ist jetzt keine Generalkritik an der Wiener Kulturpolitik. Nein, ich sehe sehr wohl, dass hier sehr viel Innovation auch stattfindet. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass es natürlich wichtig ist, auch einen klaren Fokus in der Kulturpolitik zu legen. Es gibt verschiedenste Formen der kulturellen Aushandlungsprozesse und sehr vieles passiert heutzutage außerhalb der historisch gewachsenen Institutionen oder der historisch gewachsenen Strukturen. Auch hier ist es keine Generalkritik an der Wiener Kulturpolitik. Ich sehe sehr wohl, dass auch in einzelnen Bereichen das erkannt wird. Aber natürlich ist der institutionelle Rahmen, die Historie und damit auch die Seniorität traditionelle, wie soll man sagen, Kernsäule der Förderungspolitik. Innovation muss in diesen Institutionen stattfinden, aber sie findet sehr oft auch in anderen Formen statt. Und die Frage der Schwerpunktsetzung scheint mir eine sehr wichtige in diesem Zusammenhang. Denn eines ist auch klar, in diesem Spannungsbogen, und ich möchte nicht überstrapazieren zwischen, da auf der einen Seite große Institutionen, die natürlich sehr viel Geld brauchen, auf der anderen Seite eine sehr vielfältige, freie, kleinere Szene, wo bedauerlicherweise der Satz gilt, oder in sehr vielen Bereichen bedauerlicherweise der Satz gilt, zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Ich möchte diesen Spagat jetzt überstrapazieren, weil ich nichts davon halte, das gegeneinander auszuspielen. Aber was ich schon glaube, ist, dass Wien sehr stark darauf fokussiert, ein breites Angebot zu fördern, alles ein bisschen zu fördern, aber keine echten Schwerpunkte zu setzen, zumindest sehe ich sie nicht. Und ich kann sie auch aus diesem jetzt vorliegenden Voranschlag nicht herauslesen. Im Zusammenhang mit den großen Kulturdankern, und ich weiß, das ist keine neue Diskussion bei Ihnen hier im Haus, muss man natürlich auf die Vereinigten Bühnen Wien zu sprechen kommen, die mir ganz persönlich und uns als NEOS ein Anliegen sind, nicht nur, weil sie eine dermaßen hohe Ausmaß an Subventionen erhalten, sondern weil auch da und dort immer wieder auch andere kritische Stimmen, etwa zur Vergabepraxis oder sonst von Werkstätten, also in Werkstätten zu lesen ist, darüber zu lesen ist, sondern auch, weil es nach wie vor eigentlich kein richtiges Zukunftskonzept zu diesen Vereinigten Bühnen gibt. Und das werden wir auch in der Zukunft, und tun wir auch schon in der Gegenwart und haben es auch in der Vergangenheit getan, einmahnen. Wir NEOS schlagen ja schon länger vor, dass man abseits der Teilung der Kulturförderung nach gewissen Sparten auch hier andere Wege beschreitet und definiert, was eigentlich dem Erhalt und der Fortführung des kulturellen Erbesdienstes, was eigentlich im engeren Sinne Kunstförderung ist, was in etwa Laienkulturförderung und was Soziokulturförderung ist. Also, dass man hier verschiedene Säulen der Kulturförderung in die Kulturpolitik bringt, somit auch eine stärkere Transparenz und aber auch natürlich eine Verlässlichkeit für gewisse Institutionen. Also, das ist ein Vorschlag, den wir schon mehrfach auf Bundesebene eingebracht haben und das möchte ich auch hier im Zuge meiner Arbeit tun, dass ich glaube, dass es sehr klug wäre, diese Bereiche zu definieren und klar und transparent zu machen, wo welcher Bereich gefördert wird und somit auch wieder, und da komme ich jetzt zurück, Schwerpunkte zu setzen. Klar ist, was uns ein Anliegen ist, dass es im Bereich der Kultur und vor allem der gelebten Förderpraxis ein klares Bekenntnis und ein viel deutlicheres Bekenntnis zur Transparenz geben muss und es muss ein, und auch das ist nicht neu hier, das weiß ich in der Diskussion, ein Bekenntnis geben zu einem klaren Ziel und Leistungsvereinbarung. Das ist immer Vereinbarungen, das ist immer eine recht heikle Diskussion. Ich höre dann wieder die Rufe, die sagen, Politik darf sich in den Bereich der künstlerischen Produktion oder Reproduktion nicht einmischen, das sehe ich genauso. Freiheit der Kunst ist etwas Notwendiges, aber da, wo Fördermittel verwendet werden, eingesetzt werden, halte ich es nur für legitim, dass man auch klare Zielvereinbarungen trifft. Etwa, um auch etwas zu erreichen, was ich als Ziel herauslese im rot-grünen Regierungsprogramm, nämlich eine Öffnung von Institutionen, von größeren Institutionen, gerade für die freie Szene und da bessere Kooperationen in Schwung zu bringen. Wir bekennen uns zu einer öffentlichen Kulturförderung. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass natürlich die Förderung des privaten Engagements nicht nur, aber gerade auch in Zeiten knapper Kultur, Kunst- und Kulturbudgets etwas ganz essentielles ist. Ich freue mich aus diesem Grund sehr, das kürzlich auf Bundesebene mit dem Gemeinnützigkeitspaket, der auch der Weg freigemacht worden ist für gemeinnützige Stiftungen. Und ich möchte das hier nur deshalb betonen, weil ich denke, dass auch nach Abwanderung etwa beispielsweise der Generali oder der drohenden Abwanderung, die immer wieder im Raum steht, der Thüssen-Sammlung, natürlich die Frage des Dialogs mit privaten Stiftungen und Sammlungen meiner Meinung nach sehr intensiv geführt werden soll, weil sie eine Bereicherung darstellen, auch im Kunst- und Kulturbereich. Was die Förderpraxis angeht, sind unsere Schwerpunkte ganz klar. Ich habe das schon gesagt, dass wir Ziel- und Leistungsvereinbarungen wollen, dass wir klare Kriterien haben wollen für die Vergabe von Förderungen. Es gibt kein Kunst- und Kulturförderungsgesetz in Wien. Das ist anders in anderen Bundesländern. Das vermisse ich. Ich vermisse auch eine Rechenschaftspflicht von Förderungsempfängern. Das ist im Kulturbereich, muss das so gemacht werden, dass mit einem gewissen Augenmaß gemacht wird. Das soll nicht ein Ausmaß einnehmen, dass gerade kleine Kulturinitiativen aus der Dokumentation und Rechenschaftspflicht nicht mehr rauskommen. Warum es ist mir aber wichtig und ich habe auch gestern darauf hingewiesen, wenn man etwa in die dezentrale Kulturförderung hineinschaut, sieht man sehr, sehr viele Parteivereine und ich bezeichne das so als Parteivereine, die meiner Meinung nach keinen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Wien leisten, sondern eher einen wesentlichen Beitrag zur Parteiwerbung in dieser Stadt und hier fordere ich ganz massiv eine klare Rechenschaftspflicht. Der letzte Punkt, der ganz wesentlich ist, ist Transparenz. Ich habe mir auch die Kunst- und Kulturberichte angeschaut. Natürlich wird dort aufgelistet und da bin ich, finde ich, auch sehr umfassend, an welche Institutionen, welche Vereine, an welche Einrichtungen, welche Höhe an Förderungen gegangen ist. Aber was ich vermisse, ist beispielsweise wirkliche Angaben über Auszüge aus Geschäftsberichten oder was ich gar nicht gefunden habe, sind Besucherzahlen. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem etwa, was auf Bundesebene im Kunst- und Kulturbericht gegeben wird und ich war eine große Kritikerin immer auch einer intransparenten Kulturpolitik auf Bundesebene. Ich habe einmal, glaube ich, den Minister Ostermann sogar auch vorgeschlagen zu dieser Mauer des Schweigens, zu diesem Preis. Aber das ist wirklich meilenweit von dem entfernt, was eigentlich an Transparenz in diesem Kunst- und Kulturbericht in Wien vorzufinden ist. Mich interessieren die Besucherzahlen. Mich interessieren auch die Geschäftszahlen dieser, der geförderten Kultureinrichtungen und das mahle ich ein. Was ich auch vermisst habe jetzt im Vorschlag, vielleicht können Sie hier Aufklärung schaffen, ist gerade die, das Budget, das notwendig sein wird für den Umbau des Wien-Museums. Ich sehe es hier nicht drin. Es wird ja auch wahrscheinlich in der eigenen Errichtungsagentur darüber. Aber können Sie vielleicht eine Auskunft auch beüben, welche Mittel hier wo veranschlagt werden. Das würde mich sehr interessieren. Was mich auch interessiert, ich habe gehört, dass es Schwierigkeiten gibt mit dem Bundesdenkmalamt. Ich persönlich finde das einen sehr gelungenen Entwurf, der diesen Wettbewerb gewonnen hat. Aber meinen Informationen zufolge ist gerade ein Aufbau im Hinblick auf Denkmalschutz etwas sehr Schwieriges. Und was ich so gehört habe, gibt es da durchaus auch die Sichtweise im Bundesdenkmalamt, dass man jetzt einmal wartet, was eingereicht wird. Aber dass das nicht ohne weiteres so genehmigt werden kann. Aber vielleicht können Sie uns auch etwas dazu sagen. Oder ich werde es halt fragen vielleicht einmal. Ein abschließender Punkt noch, ein Schwerpunkt, den ich sehe auch für die Stadt. Wien als Kulturstadt ist eine Stadt der Institutionen, aber nicht unbedingt eine Stadt der Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Gründen. Wir haben hervorragende Universitäten, gerade auch im künstlerischen Bereich. Aber es gelingt uns nicht oder in einem meiner Meinung nach zu geringen Ausmaß, die Künstlerinnen und Künstler auch zu halten dann in Wien. Das hat verschiedene Gründe. Es ist natürlich hier ein sehr hoher internationaler Wettbewerb, keine Frage. Aber wenn man sich jetzt einen Bereich anschaut, den beispielsweise der bildenden Kunst, dann ist das auch eine Frage der verfügbaren Ateliers. Und hier würde ich mir wirklich und noch dezidierter als das im Regierungsprogramm steht, eine echte Atelier-Offensive vorstellen. Wobei ich glaube, dass es offene Räume sein müssen, die auch neue Dialogformen zulassen. Aber hier glaube ich, muss Wien mehr Anstrengungen unternehmen, um die in Wien hervorragend ausgebildeten Künstlerinnen und Künstler auch halten zu können. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass die Rot-Weiß-Rot-Card, kein Wien-Thema, Bundes-Thema, nicht gerade förderlich ist in diesem Zusammenhang. Wenn wir junge Menschen aus dem Ausland beispielsweise an unseren Musikuniversitäten ausbilden und dann nicht die Chance haben, sie in Wien zu halten, weil die Kriterien zu hoch sind, die in der Rot-Weiß-Rot-Card definiert sind, dann ist das meiner Meinung nach wirklich blödsinnig. Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue auf meine Arbeit in den nächsten Jahren in diesem Kulturbereich und auch auf einen intensiven Austausch zu diesem Thema. Danke. Dankeschön. Ihre Redezeit sind 13 Minuten gewesen. Das heißt, die fraktionelle Restredezeit sind zehn Minuten. Als nächster zum Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat, Diplomkaufmann Dr. Eichinger. Ich erteile es Ihnen. Seine gewählte Redezeit sind 15 Minuten. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Stadtrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch für mich diesmal ein neues Metier, wenn ich so sagen darf, zum ersten Mal in der Kultur, wobei man überhaupt in dieser Legislaturperiode sagen muss, es gibt jetzt einiges Neues, weil eben diese Geschäftsgruppen wesentlich verändert worden sind. Wenn ich so sagen darf, zur Gruppe Meilert-Pokorne gehörte jetzt nicht nur zur Kultur, wie es bis jetzt war, und Wissenschaft, also Stadtarchiv und Bibliothek, sondern auch viele andere Bereiche, wie vor allem den Sport, der Presseinformationsdienst, dann den Datenschutz hat er bekommen dazu und Rechtsangelegenheiten, Wahlrecht. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Ressort geworden, über das wir in Zukunft hier diskutieren und reden werden. Ich bin froh, sagsgleichhoff und ehrlich, dass der Dr. Ulm auch bei uns in diesem Ausschuss dabei ist, der dann die Wahl- und Rechtsangelegenheit in dem Sinn auch hier besprechen wird, meine Damen und Herren. Es ist auch inserweit eine Ressort geworden, wo sich das Budget mehr als verdoppelt hat, im Großen und Ganzen. Es war ein Budget von ungefähr 246 Millionen bis jetzt, das Kulturbudget, und jetzt kommt noch einmal ca. 270 Millionen dazu von den anderen Bereichen, also auch da eine größere Ausweitung. Ich darf daher zuerst ein bisschen zur Kultur kommen, meine Damen und Herren. Das Kulturbudget, wie gesagt, ist seit einigen Jahren relativ konstant mit ca. 246 Millionen. Dieses Budget von der Höhe her ist, glaube ich, in Ordnung. Wir fordern auch nicht mehr Budget, aber wir sind bei der einen oder anderen Sache uns nicht einig darüber, wie dieses Budget natürlich verteilt worden. Immer wieder wird davon gesprochen, und das ist dann ganz einfach so, dass es hier eine Zweiteilung, wenn ich so sagen darf, gibt, nämlich die großen Bereiche, die großen Danker, wie das Wort auch schon gefallen ist, die bekommen relativ viel Subventionen, auch konstant viel Subventionen. An erster Stelle natürlich die Vereinigten Bürger, meine Damen und Herren, mit über 40 Millionen. Wenn man sich an die letzte Legislaturperiode erinnert, war es eben so, dass sich vor allem die Grünen das haben wollten, dass es bei den Vereinigten Bühnen etwas weitergeht und weniger Subventionen bekommen, ist nicht gelungen. Auch da haben die Grünen, wenn ich so sagen darf, versagt. Man muss sich schon überlegen, ob in Zukunft dieses Konzept so weitergefahren werden kann, dass wir in diesem Bereich so viel hineinstecken und damit anderen Gruppen, kleineren Gruppen, ganz einfach das Budget, wenn ich es sagen darf, wegnehmen. Es ist nämlich so, dass sicherlich gerade vor allem im Musikbereich es, glaube ich, so ist, dass sehr, sehr viele Taunthemen bei diesem Spielplan ins Ausland gehen. Und es ist nicht sinnvoll, wenn wir, glaube ich, hier unsere Subventionen ins Ausland schicken, sondern überlegen und ein Konzept einführen können, wie könnten wir Eigenproduktionen, wie könnten wir Dinge machen, wo das Geld ganz einfach im Inland bleiben sollte. Wenn man sich hier ein bisschen anschaut, auch die Regierungserklärung ist sehr, sehr viel, sage ich einmal, Leitlinien drinnen, es sind sehr, sehr viele allgemeine Plätze drinnen geschrieben, die man als Großteil sagen kann, na selbstverständlich ist das, dass also eine starke öffentliche Kulturförderung sein soll, die Freiheit der Kunst sein soll oder Kulturpolitik der Gerechtigkeit. Das heißt, hier ist ganz einfach vieles gesagt worden, was nicht ganz natürlich ist. Was aber nicht drinnen steht, meine Damen und Herren, ist eigentlich ein konkretes, konkrete Projekte, was in Zukunft passieren soll, was ganz einfach hier wirklich angegangen wird. Auch aus dem heraus wahrscheinlich, dass man es vielleicht nicht umsetzen kann bei diesen Projekten oder überhaupt steht natürlich überhaupt gar nicht, nehmen wir an, wie sie zeitplanmäßig vonstatten gehen soll oder überhaupt finanziell. Ein Beispiel dafür haben wir ja, das wäre ja das Wien-Museum, auch das ist ja vorher angeschnitten worden. Hier haben wir jetzt einen Architekturwettbewerb gehabt. Ich glaube, es ist wirklich auch ein gelungener Wettbewerb. Ich hoffe auch, dass das in die Gänge kommt. Wie wir gehört haben, sollte 2017 damit begonnen werden. Aber auch nicht einmal bei diesem Projekt, sehr geehrter Stadtrat, ist es soweit gekommen, dass wir wissen, wann wird, nehmen wir an oder haben wir im Großen und Ganzen die finanziellen Mittel, wie wird vorgesorgt werden, dieses Projekt umzusetzen. Es ist nur uns mitgeteilt oder man hat nur erfahren, wenn ich es so sagen darf, dass es circa ein Projekt geht zwischen 70 und 100 Millionen. Als gelernter Wiener gleich mal eben bei der höheren Summe, wenn es aus sich ausgeht. Aber da gibt es auch noch keine einzige Idee, wie das sozusagen finanziert werden soll, meine Damen und Herren. Und dann ein Kapitel vielleicht noch bei der Kultur. Das ist der sogenannte Kulturförderungsbeitrag, meine Damen und Herren. Sie schreiben selbst in Ihrem Regierungsprogramm, dass die Kulturstadt von Welt an braucht eine zeitgemäßige und funktionierende Infrastruktur für Kultur. Wien verfügt über einen Reichtum an kultureller Infrastruktur mit vielen baulichen, architektonisch bedeutsamen Kulturhäusern. Die Herausforderung besteht darin, dieses und jetzt sage ich es einzigartige kulturelle Erbe zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und da muss man leider sagen, ist Folgendes, dass der Kulturförderungsbeitrag und der Altstaat- Erhaltungsbeträge total auserland gehen. Der Kulturförderungsbeitrag ist in den letzten Jahren, hat sich fast verdoppelt, nämlich von 2004 zu 2016 von 19 auf 36 Millionen. Aber der Altstaat hat, was für die Altstaat-Erhaltung ausgegeben wird, im Gegenteil, das wird zum Beispiel im Jahre 2016 von 4,8 Millionen auf 3,4 Millionen reduziert. Hier geschieht sehr, sehr wenig, beziehungsweise wir hätten da natürlich viele, viele Projekte, die zum Sassenieren wären. Ich denke nur an die Sezession, an das WUG oder das Volkskundemuseum. Also es gibt einige Dinge, die hier anstehen würden. Ich glaube, da beim Altstaat-Erhaltungsfonds wäre Luft nach oben, meine Damen und Herren, dass wirklich einiges geschehen kann. Ich darf ganz kurz zum zweiten Bereich kommen. Der zweite Bereich, das sehr wesentlich ist, ist Wissenschaft und wir wissen, dass die Wissenschaft im Großen und Ganzen eine wichtige Geschichte ist für die Stadt. Das ist auch ein Aushängeschild. Keine Frage, wir sind die größte deutsche Universitätsstadt. Auch das ist, bitte, deutschsprachig, entschuldigen, ja, deutschsprachig, ja, Universitätsstadt in Wien muss man auch auf gewisse Dinge immer wieder einspielen. Keine Frage. Und es ist auch der eine Bereich, muss man sagen, wo das Budget etwas erhöht worden ist und es ja drinnen steht, dass jene Förderungsmittel, die über den WWTF kommen, dass die ganz einfach von der Stadt verdoppelt werden. Und wir haben derzeit einen Budgetansatz von über 10 Millionen drinnen. Das war noch vor zwei Jahren bei circa 7 Millionen. Also hier wird sich einiges bewegen. Der berühmte, und das darf ich auch sagen, Wissenschaftsbeauftragte, den wir in der letzten Periode gehabt haben, meine Damen und Herren, den gibt es ja nicht mehr. Der wird jetzt umgewandelt in den sogenannten Wissenschaftscluster. Dieser Cluster soll eine Ansprechstelle werden für alle und das, glaube ich, halte ich für eine gute Idee. Ich hoffe, dass der auch sehr, sehr gut funktioniert im Großen und Ganzen und dass wir da wirklich eine entscheidende Verbesserung noch bekommen werden. Ein neuer Bereich für diese Geschäftsgruppe, meine Damen und Herren, ist natürlich der Sport. Und auch hier muss man einige Dinge dazu sagen. Im Sport gibt es einige Versäumnisse der letzten Jahre und da müssen einige Dinge neu in die Wege geleitet werden. Das Budget an und für sich vom Sport bleibt im Großen und Ganzen gleich mit circa, sinkt sogar, entschuldigen, sinkt sogar um 2 Millionen von 46 auf 44 Millionen. Aber ich glaube, in die Infrastruktur wäre viel zu investieren. Aus zwei Gründen. Ich glaube, der Sport, meine Damen und Herren, besteht aus zwei wesentlichen Bereichen. Den breiten Sport, den wir natürlich fördern wollen, der natürlich auch die Basis für den Spitzenport ist und da muss vieles getan werden. Und hier weiß ich oder wissen wir sicher, dass nicht ausreichend Sportstätten momentan vorhanden sind. Beziehungsweise es kommt eine zweite Situation dazu, dass aufgrund, und das begrüßen wir schon, die Ganztagsschulen, dafür ist ja die ÖVP keine Frage, aber die Ganztagsschulen keine Tourenplätze mehr oder Tourensäle für die Vereine nachmittags zur Verfügung stellen können und die Vereine daher momentan Sportstätten ihnen fehlen. Es wäre daher notwendig, hier auch längerfristig zu überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um, wie kann ich wieder mit den Vereinen kooperieren, muss ich Kooperationsverträge machen, beziehungsweise wie kann ich jetzt im Breitensport hier genug Anlagen zur Verfügung stellen, um wirklich hier zu schauen, wie es Mitte weitergeht. Weil ich glaube, den Breitensport brauchen wir ganz, ganz dringend, weil nur aus dem Breitensport herauskommt natürlich ein Spitzensport. Und umgekehrt, meine Damen und Herren, ist es so, Spitzensport ist notwendig, weil nur, wenn es Spitzenport gibt, gibt es viele Ideole und die werden ganz einfach, der Breitensport nimmt zu. Ich bringe immer ein Beispiel, das ist zwar ein bisschen ein älteres Beispiel, aber Wien, Österreich und Wien besonders, war natürlich eine ganz große Tennisnation, die es an Thomas Muster gegeben hat. Das ist eine Wechselwirkung, die so ganz einfach ganz, ganz wesentlich ist. Und ich glaube, es sollte daher unbedingt ein sogenanntes Sportstättenentwicklungsprogramm aufgestellt werden, Konzept aufgestellt werden, damit man wirklich hier feststellen kann, wie geht es längerfristig weiter. Notwerte wäre natürlich auch, und auch das ist eine Frage, und hier sage ich bewusst, eine Sportstätte von internationalem Ruf, dass wir auch wieder internationale Wettbewerbe austragen können. Weil eine Weltstadt wie Wien, meine Damen und Herren, glaube ich, müsste sie jederzeit bereit sein, internationale Bewerbe, und ich rede auch klar, die es ist, von welcher Sportart hier auszutragen, weil das den Ruf von Wien natürlich weiterbringt. Ganz kurz noch eine Sache über den Presse- und Informationsdienst, meine Damen und Herren. Wir finden hier in den Ansatz natürlich eine Reduktion, die aber nur eine scheinbare Reduktion ist. Sie wissen, dass der Ansatz von 51 Millionen auf 37 Millionen hier reduziert wird. Scheinbar sage ich deswegen, weil hier ausgelagert worden ist, der Kompress-Verlag, und der Kompress-Verlag jetzt ganz aus einer anderen Geschäftsgruppe hier finanziert wird. Also die Einsparungen beim BID gibt es hier momentan nicht, beziehungsweise ist es ja angeblich so, dass der BID überhaupt, wenn ich sagen darf, reformiert werden soll, oder wie es hier weitergehen soll. Insgesamt, meine Damen und Herren, darf ich sagen, more of the same. Es läuft so weiter. Die Highlights fehlen keine konkreten Projekte und vor allem keine Projekte, die mit Zeit und mit finanziellen Mitteln dementsprechend ausgestattet sind. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Die Redezeit waren elf Minuten. Das heißt, die fraktionelle Restredezeit sind 14 Minuten. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderatdiplom-Ingenieur Magulis. Ich erteile sie in die gewählte Redezeit zehn Minuten. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Stadtrat, sehr geehrte Damen und Herren. Auch für mich ist es eine Premiere als Kultursprecher der Wiener Grünen. Es ist nicht die erste Wortmeldung im Bereich Kultur, die habe ich nachgesehen. Die war ich schon vor 15 Jahren einmal. Aber es ist eine neue Herausforderung, die ich auch als so eine begreife und annehme. Und wo ich mir erlauben möchte, vielleicht ganz kurz ein paar grundsätzliche Geschichten zum Bereich Kultur und zu meinem Zugang zu sagen. Weil was für mich sehr wichtig ist, ist, dass die Vielfalt des kulturellen Angebotes meines Erachtens in hohem Maße die demokratische Entwicklung einer Gesellschaft widerspiegelt. Und dass es Aufgabe der Kulturpolitik ist, diese Vielfalt zu erhalten. Und jetzt kann Kultur selbstverständlich auch einfach nur gefallen. Kultur kann in allen Bereichen von der darstellenden Kunst über die Literatur, Musik bis zu hin zu Museen einfach nur bedienen. Aber die zentrale Aufgabe der Kulturpolitik ist es, die Auseinandersetzung zu forcieren, die es in Frage stellen. Und sowohl die Rede von der Kollegin Meindler-Reisinger als auch die Rede vom Kollegen Eichinger im Sinne jetzt sozusagen einer gemeinsamen Kulturpolitik recht gut gefallen. Das Einzige, was ich nicht höre, ich sehe nicht die zentrale Aufgabe, jetzt schon zu überlegen, was bleibt in 100 Jahren. Ich sehe es eine der zentralen Aufgaben in der Kultur, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Mit den Problemen auseinanderzusetzen, weil ich tatsächlich glaube, dass Kulturpolitik die Gesellschaft widerspiegelt. Und gerade deshalb ist es wichtig, die Offenheit in der Kultur sicherzustellen, die Vielfalt in der Kultur sicherzustellen und auch aus diesem Grund, auch die vom Kollegen Eichinger schon angesprochene Herausforderungen anzunehmen, weil wir wissen alle, die finanziellen Mittel sind beschränkt. Und auch im Sinne Ihrer geplanten Schwerpunktsetzung uns gemeinsam zu überlegen, wohin geht es. Und da haben wir natürlich in Wien zum Teil die Auseinandersetzung vereinigte Bühnen. Auf der einen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, mit knapp 40 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite eine unglaublich vielfältige freie Theaterszene von kleinen und Mittelbühnen, die selbstverständlich im Sinne des eben Gesagten meines Erachtens auch weiterhin ganz massiv gefördert werden müssen. Und wo es zum Beispiel gerade jetzt sehr spannend ist zu sehen, wie sich genau die kleinen und Mittelbühnen vom Schauspielhaus über das Takt bis zum Werk X gerade jetzt der Politik annehmen. Wissen Sie, Kollege Jung, das war genau der Grund, wieso ich gesagt habe, die Vielfalt der Kultur spiegelt den demokratischen Reifegrad wider. Und ich glaube, dass Wien in den vielfältigsten Bereichen, in allen erwähnten kulturpolitischen Bereichen, viele Sachen bringt, die mir gefallen, die mir nicht gefallen, die sich in einer Art und Weise mit der Gegenwart und der Geschichte auseinandersetzen, die mir gefällt oder nicht gefällt. Aber es gibt sie. In autoritären Regimen gibt es das nicht. Also hüten wir uns davor, eine Kulturpolitik zu machen, wo gerade nur, weil Ihnen etwas nicht gefällt, nicht mehr gefördert wird. Hüten wir uns davor, weil das wäre tatsächlich eine demokratische Einschränkung. Und ich komme dazu, dass es selbstverständlich ist, diese Aufgabe anzunehmen. Und man darf ja auch, ich versuche es einmal aus einer anderen Warte, als Besucher oder Besucherin von Wien, die am kulturellen Angebot teilhaben wollen, oder als Wienerin und Wiener, ist es mir ja zunächst einmal vollkommen egal, ist es der Bund, der ein Theater, ein Konservatorium subventioniert, ist es die Stadt Wien, der ein Museum subventioniert unterstützt, vollkommen egal. Sondern ich erkenne Wien, und das wurde schon heute, glaube ich, zweimal gesagt, als kulturpolitische Weltstadt, im Zusammenspiel aller Institutionen. Das, was man sich eher fragen muss, und da komme ich dann sozusagen auch wieder zu Ihrer Frage dazu, um einen kleinen Bogen zum Sport zu spannen. Manchmal habe ich das Gefühl, was in Spanien Real Madrid für Madrid und der FC Barcelona für Barcelona darstellt, im Kulturbereich haben wir Real Madrid und Barcelona und Arsenal und Liverpool und Menzid und was auch immer. Und das ist sozusagen Wien. Und was wir uns wirklich in der Gesamtheit fragen müssen, ist, wie können wir uns das leisten, wie wollen wir uns das leisten, oder glauben wir, dass wir auch im Breitensport, das von Ihnen richtig gesagt wurde, auch in der Kultur, weiterhin sichergestellt werden muss, dass immer in den unterschiedlichsten Bereichen was nachkommt. Und eines teile ich ja nicht, gerade im Bereich Kunst- und Kulturkünstlerinnen, ich will sie gar nicht halten. So wie ich Kultur nicht verordnen kann, glaube ich, dass es toll ist, wann Künstlerinnen und Künstler von internationalem Ruf in Wien eine Zeit lang verbringen, eine Zeit lang gestalten und dann sozusagen auch das, was sie von Wien mitgenommen haben, woanders hin mittragen. Ich sehe nicht sozusagen die Verpflichtung, dass man überall und immer und gleichzeitig das Beste, der Beste, die Beste sein muss. Das sehe ich nicht. Genau in der Entwicklung von Kunst und Kultur, glaube ich, ist so viel Spielraum, dass man sich immer wieder weiterentwickeln kann und immer wieder etwas Neues, Herausforderndes suchen und annehmen kann. Ganz toll, ganz bewusst, weil das vorher schon angesprochen wurde, Mati Bunzel wurde auch begrüßt. Sie ist ja leider nicht wieder. Ich wollte ihm natürlich auch gratulieren. Ich wollte ihm gratulieren. Nämlich zur Auseinandersetzung oder zur Transformation des Wien-Museums in den vergangenen fünf Jahren, ganz bewusst in den vergangenen fünf Jahren mit einer unglaublich interessanten Ausstellungskultur, die jetzt gibt, auch in einem nicht nur von Seiten der Grünen, sondern ihr habt mitbekommen, allgemein ankannten Entwurf für das neue Wien-Museum, wo ich tatsächlich glaube, dass wir gemeinsam uns auf dem richtigen Weg befinden. Es wird unsere Aufgabe sein, neben sozusagen den großen Tankern selbstverständlich auch zu schauen im Bereich Literatur, im Bereich Musik, weiterhin die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen und weiterhin auch sicherzustellen, dass die Politik eben keinen Einfluss nimmt auf die kulturelle Gestaltung, sehr wohl Einfluss nimmt, dass sie immer wieder signalisiert, dass uns die Auseinandersetzung mit der Gegenwart und der Geschichte sehr wichtig ist. Es ist auch wichtig, es wurde unlängst auch angesprochen im Kulturausschuss anhand des Gloria-Theaters. Na selbstverständlich müssen wir, weil es in Floridsdorf außer dem Gloria-Theater de facto kaum Kulturbetriebe gibt. Und wir haben in Stadtentwicklungsbereichen selbstverständlich die Aufgabe, auch dafür Sorge zu tragen, dass hinkünftig auch in diesen Bereichen kulturelle Aktivitäten entfaltet werden können, kulturelle Aktivitäten unterstützt werden können, ebenso wie es eine zentrale Aufgabe und da hat es mich sehr gefreut, dass mein Vorgänger Klaus Werner Lob unglaublich viel in diese Richtung getan hat. Und ich denke, das gehört mit zu einer weltoffenen Stadt, dass, was ich auch im Regierungsprogramm wiederfinde, dieses Gender- und Migrant-Mainstreaming in Juris, in Kuratorien, in Findungskommissionen, das sollte etwas Selbstverständliches sein. Das klingt vielleicht etwas kompliziert für manche Menschen, aber es heißt nichts anderes, diese Kommissionen, diese Leitungsgremien, diese Juris sollen sich im Großen und Ganzen so zusammensetzen, wie die Wiener Gesellschaft zusammengesetzt, wie die Wiener Bevölkerung zusammengesetzt ist, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas Wichtiges ist im Bereich Kultur und dass wir das weiter forcieren müssen. Ein Punkt, der mir ganz wesentlich ist, möchte ich noch ansprechen, das ist der Bereich der Erinnerungskultur. Da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren und angesichts des für mich gestern wirklich erschütternden Huldigungs der Fronational, glaube ich, dass der Erinnerungskultur ein noch größerer Stellenwert eingeräumt werden muss als bisher. Wir haben alle miteinander, wenn man in Österreich über den Fronational spricht, fallen die Worte rechtsextrem, faschistisch und für jeden, der darüber nachdenkt, welche Politik der Fronational macht, ist es vollkommen klar, dass diese verwendeten Adjektive auch richtig sind. Und in der vergangenen Periode hat sich die FPÖ auch noch ein bisschen geniert, mit dem Fronational in einen Topf geworfen zu werden. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Entwicklung der FPÖ. Und es sollte unsere gemeinsame Aufgabe sein, dass ein Bild auf die FPÖ, dass die FPÖ sich jetzt in die Tradition des Fronationalstilts. Aber damit die Erinnerungskultur nicht nur das gestern aufarbeitet, sondern das heute und das morgen tatsächlich einer positiven Entwicklung zuführt, sollten wir alle darauf achten, dass in diesem Haus nicht das Gedankengut des Fronational verbreitet wird. Keine Faschisten sitzen, keine rechtsextremen sitzen. Das ist unsere zentrale Aufgabe, das ist zentrale Aufgabe der Erinnerungskultur. Ich danke sehr. Die Redezeit waren 10 Minuten, die fraktionelle Restredezeit für die Grünen sind 15 Minuten. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Gemeinderat Magister Ebinger. Ich erteile es ihm. Seine gewählte Redezeit sind 15 Minuten. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Stadträt, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, ich muss es noch kurz auf die Stadträtin Siemer replizieren, weil offensichtlich, es war ja immer so, dass die Kultur das Ideologieressort war. Das hat sich offenbar geändert, es ist die Umwelt das Ideologieressort, weil ich habe das noch selten gehört, dass jemand uns so wirklich, das auch selber glaubt, dass wir die Wahlen verloren haben und die SPÖ gewonnen hat. Und das kann man eigentlich nur als Realitätsverweigerung ansehen, aber bitte, nehme ich das zur Kenntnis. Ich habe jetzt zu deinen Reden, wir haben gewonnen, ja, also es dürfte echt ein existenzielles Problem für euch sein, ja, minus 5 Prozent nur, falls jemand vergessen hat, ja. Okay, na, wie auch immer, wie auch immer. Ja, offenbar habt ihr mit noch schlechteren Ergebnissen gerechnet. Na, wird schon werden, wird schon werden. Wie auch immer. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich repliziere jetzt auf meine Vorredner und ich kann das schon ganz kurz machen, auf die Kollegin Meindl-Reisinger, die hat sich gewünscht mehr Transparenz. Ja, das wünschen wir uns schon lange. Wenn ich denke an die Wien-Holding und die Vereinigten Bühnen, wenn man fragt, was der Intendant verdient, kriegt man zur Auskunft, das unterliegt dem Datenschutz. Die Steuerzahler zahlen, das unterliegt dem Datenschutz. Es ist, sagen wir mal freundlich formuliert, skurril, wenn man bedenkt, dass Wien Mitglied bei Transparency International ist und dass solche Dinge trotzdem noch alle hier so sind, wie sie sind. Und, dass es Parteivereine gibt, ja, man braucht sich eigentlich nur anschauen, wer alle im Personenkomitee von Michael Häupel gewesen ist, dann weiß man, wer hier immer. Und der Kollege, der Kollege, ich kann euch nicht sagen, es ist also wirklich eine Rundumrede gewesen für Kultur, Wissenschaft, Sport, Wahlrecht, IT. Also ein, ja, was mich sehr verwundert, aber der Kollege Magulis. Ich bin ja auch schon länger in diesem Hause. Aber eine derartige, bist doch den kleinen Zwischenruf, also eine derartig freundliche Rede, vielfalt kulturellen Angebotes, ja, ja. Oder kulturpolitische Weltstadt, natürlich, ja. Also ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Zur Erinnerungskultur komme ich ein bisschen später. Das habe ich nicht vergessen. Ich möchte aber, nachdem das eigentlich noch keiner so richtig gemacht hat, kurz auf das Wahlprogramm, auf das Regierungsübereinkommen eingehen, weil, ich weiß auch noch, warum niemand noch so außer dem Fritz da kurz drüber geredet hat, es ist dicker als das Letzte, wesentlich dicker, was nicht bedeutet, dass hier irgendwas wesentlich mehr drinnen steht. Die Frau Kollegin Meindl-Reising hat gesagt, sie wünscht sich, dass etwas noch expliziter gesagt wird. Ich kann beim besten Willen hier praktisch nichts Explizites finden in diesem Regierungsprogramm. Also, meines Erachtens ist es so wie eine Endentschließung bei einer Klimakonferenz, wo so allgemeine Plätze drinnen stehen, die eigentlich jeder unterschreiben kann, ohne dass irgendwas passiert. Nicht alles, nicht alles. Und auf das möchte ich schon noch eingehen. Punkt eins. Und das sage ich deswegen, weil bei den Cultural Guidelines ist der erste Punkt, der heißt für eine starke öffentliche Kulturfinanzierung. An Kunst und Kultur besteht öffentliches Interesse. Sie sind daher nicht dem Marktmechanismus, sondern Qualitätskriterien verpflichtet. Ich möchte dazu sagen, ja, wir müssen Subventionen geben. Es gibt auch viele Dinge, die ohne eine Subvention nicht leben können. Es ist auch sicher richtig, dass man Kreativität, junge Kreativität fördern muss. Aber wenn ich diesen Satz, der hier wie ein Postulat allen voran steht, sie sind daher nicht dem Marktmechanismus, sondern Qualitätskriterien verpflichtet. Und das heißt also, alles, was nicht gefördert ist, dem Markt verpflichtet und alles, was gefördert ist, der Qualität verpflichtet. Das bedeutet in weiterer Folge, dass ein Künstler, der erfolgreich ist, nicht qualitätsvoll sein kann. Das kann nur ein Unsinn sein. Ja, weil ehrlich gesagt, jeder Künstler macht seine Künstler, dass er ein Leben lang wie ein Beamter von einer Subvention bleibt, sondern dass er einen Erfolg hat. Das gibt ihm ja, das ist das Kreative. Oder glaubt ihr, dass irgendwelche Beamten, ich bin selber, eine Kreativität entwickeln, wenn sie eh fix ihre Subvention kriegen. Also das, das muss man schon hinterher ein bisschen differenzieren. Man sollte es nicht als ersten Punkt schreiben. Klar ist, dass man die Art, da klar ist, dass man Jungen die Möglichkeit geben muss, aber dieses Postulat, das ist ein bisschen, naja, für die Freiheit der Kunst steht drunter. No, 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 no. Also man könnte das ganze Programm, die tatsächere Kunst, die Kunst, ihre Freiheit, das sagt genauso viel, wie da jetzt drinnen steht. Aber dann steht ein Satz, Kulturpolitik distanziert sich von jeder ästhetischen oder inhaltlichen Normierung in der Kunst. Ich glaube, der Einzige, der das jemals in der letzten Legislaturperiode gemacht hat, indem er ein Konzert der Hinnischen aus ästhetischem untersagt hat, hat dieses Programm hier mitgestaltet. Also so viel dazu. Oder es gibt auch noch ein nettes Beispiel. Es gibt einen Künstler, der nennt sich unbekannter Künstler. Der hat zum Beispiel ein Ehrengrab für Bugs Bunny am Zentralfriedhof aufgestellt. Oder diesen Banski-Affen beim Hochstallbrunnen. Oder die Löwen beim Marc Anton vor der Sezession, die leider entfernt wurden. Das kommt jetzt ab. So schöne Löwenbabys. Dazwischengeklebt zwischen die alten, sodass nichts beschädigt wird. Als Zeichen dafür. Die alten Löwen. Das ist sozusagen eingespannt. Die können nicht mehr aus dem Kassett. Aber die Jungen, die sind frei und so weiter. Der musste entfernen. Aber selbst im siebten Bezirk am Augustinplatz oder in diesen zwei munzigen Grünflächen einmal drei Hasen auf einem Socken und einen Fuchs, was immer das jetzt bedeuten soll, das will ich jetzt nicht sagen, hingestellt, musste auch beim grünen Bezirksversteher wieder entfernt werden. Es kam dann zum, ich glaube, Naturhistorischen Museum ins Eck, wurde von der Burg Hauptmannschaft. Also Interventionen in den öffentlichen Raum, die nicht von oberer Hand genehmigt sind, sind offenbar auch nicht gewünscht. Also so viel zu Freiheit der Kunst. Dann gibt es ja wunderbare Sätze. Wie? Für eine zeitgenössische, lokale, moderne. Ja. Ja. Ja zur Internationalität. Nein zu globalisierter Monokultur. Ja. Stimmt Sie? Dann kommt der Satz, das Neue vor Ort wird gefördert. Na ja. Gut. Ja. Für eine Kultur der Partizipation. Alle Menschen können und sollen kulturellen Leben in Wien teilhaben. Ja. Wie wir sehen, nehmen wir nämlich unsere Abgeordneten an kulturellen Diskussionen teil, alle. Also das wird noch ein weiter Weg bis dorthin sein, wenn wir das umsetzen wollen. Dann kommt die erste große Schlagseile. Wien wächst, die Kultur wächst mit. Könnte man auch bejahen, nur leider das Budget für die Kultur wächst nicht mit. Das ist eigentlich in Wirklichkeit weniger geworden. Und wie das alles funktionieren soll, ist mir sowieso auch ein Rätsel. Weil natürlich muss man neuen, jungen, kreativen Möglichkeiten geben. Und muss ihnen auch Budgetmitteln geben. Aber diese Budgetmitteln in Zeiten, wo die ja leider nicht wachsen oder sogar weniger wachsen, gemessen am allgemeinen Wachstum des Budgets, muss man sie irgendwo hernehmen. Und da fällt es meines Erachtens massiv an kreativen Ideen der Umstrukturierung, wie man Geld von A nach B, wenn es nicht mehr gibt. Weil sonst ist es eine Erstarrung. Das, was ich schon öfter gesagt habe, das ist eigentlich keine neuen Ideen, eine Erstarrung, eine Anbetung der Asche. Mehr wird das nicht werden, weil ich brauche immer wieder, muss Geld freimachen, um immer wieder Neues zu ermöglichen. Klar, das kann nicht der Stillstand und wir können uns nicht auf unsere kulturelle Welt starten und imperiales Erbe und so. Das ist wichtig und alles. Aber wir müssen trotzdem erneuern. Und fürs Erneuern brauchen wir Geld. Und es ist halt leider so, in Wirklichkeit fressen die zitierten Danker immer mehr Geld weg. Und das bleibt für die anderen immer weniger über. Für die anderen, die es ja schon gibt, bleibt von Neuen wollen wir jetzt gar nicht reden. Ja, ich will jetzt nicht davon anfangen, dass hier mehrfaches Beispiel genannt wird, wenn überhaupt einmal ein Beispiel genannt wird im Kulturteil des Regierungsübereinkommens. Brunnenpassage oder dass man Marktstände, wie ich glaube der Herr Stand 10 am Viktor-Adler-Markt auch für kulturelle Zwecke nutzen kann. Ich nehme zu Erkenntnis, dass die Stadt Wien jetzt als Paradebeispiele oder Caritas hier hinein nimmt. Okay. Lustige Dinge gibt es natürlich auch. Wobei manche Dinge sind, ja, lustige Dinge, ich habe da jetzt was gehört, lustige Dinge. Straßenkunst fördern zur kulturellen Attraktivität Wiens tragen auch die Straßenkunst, Akrobatik und Klaunerie bei. Ja, wissen wir. Ja, das wissen wir. Was nicht so lustig ist, da steht was von Volkshochschulen, Büchereien, Bezirksmuseen, Häusern der Begegnung und darunter steht durch professionelle Begleitung und verstärkte Förderung. Bei professioneller Begleitung denke ich immer an irgendwelche ausgelagerten Apparatschicks. Und das ist mit der Freiheit der Kunst wird, das ist schon wieder schwieriger, das Ganze. Wiens Positionierung als Kulturstaat, nur als Beispiel dafür, was Sie da hineinschreiben, wie unverbindlich das alles ist. Um den internationalen Ruf Wiens als Weltkulturstaat auch für die Zukunft sicherzustellen und auszubauen, braucht es neben der Pflege hochqualifizierter bestehender Angebote die aktive Unterstützung neuer künstlerischer Ideen, Formate und Initiativen. Ich glaube, da gibt es niemand in diesem Saal, der diesen Satz nicht unterschreiben kann. Ich meine, das sind solche allgemeinen Plätze. Es ist, dann schreiben Sie bei der Bildenden Kunst hinein, die Agentur für Zwischennutzung vermittelt, günstig Räume. Die Agentur für Zwischennutzung haben wir schon das letzte Mal gehabt. Als Grotter waren ja noch Überschriften drinnen. Da wusste man noch, was auf einen zukommt oder was versucht wird, dass auf einen zukommt. Das Einzige, was man bis jetzt mit der Agentur der Zwischennutzung gemacht hat, wir haben sich, glaube ich, im Mai gegründet oder ein Budget gegeben, dass sie sich gegründet. Da weiß noch keiner, wer da drinnen sitzt, zumindestens vor der Wahl. Ich weiß es bis jetzt nicht. Dass die jetzt schon aktiv wird, wäre mir neu. Wird man ja sehen. Und jetzt zur Erinnerungskultur. Da ist ein Punkt drinnen, die Schadwin legt Wert auf eine bewusste, offene Auseinandersetzung, einen differenzierten Umgang mit der Vergangenheit, ihrer Vergangenheit. Sie bekennt sich klar zum Antifaschistenischen, niemals vergessen, in Erinnerung an die Opfer und Verfolgten als Mahnung und zur politischen Aufklärung unterstützt bzw. trägt sie Veranstaltungen zu wesentlichen historischen Daten, wie beispielsweise dem Fest der Freude am 8. Mai. Ja, also, wenn das nur eine Herzensangelegenheit wäre, dann wäre es ja okay. Aber wir wissen alle, das Fest der Freude gibt es ja da ein paar Jahre, weil dort der Wiener Kooperationsring eine Kranzsiegerlegung gemacht hat am 8. Mai und damit man das überdügt, hat man ein Fest der Freude gemacht. Genauso wie es den Ball der Wissenschaft hier gibt, weil wir so gescheite Leute haben, die da alle hereinkommen und unbedingt diesen Ball haben müssen, sondern damit man einen Gegenball zum Akademien. Also es ist immerhin eine Reaktion auf vielleicht uns näherstehende Leute, aber es ist nicht der innere Antrieb. Weil wenn wir an die Restitution denken und die viel zitierte blau-schwarze oder schwarz-blaue Koalition, dann war die es, die mit einer ernsthaften Restitution begonnen hat, jahrzehntelang vorher, dass das rote, aufgeklärte, liberale, Erinnerungskulturende, Kulturdenkende Wien nicht interessiert. Das muss man schon einmal wirklich sagen. Das Ganze endet dann so mit dem Potenzial der kulturellen Verdichtung. Man muss sich in der Kultur an diese Wörter ja gewöhnen. Ich kenne nur Menschen mit verdichteten Rechtsempfinden. Das sind Querulanten mit anderen Worten. Aber was man darunter versteht, weiß ich beim besten Willen nicht. Im letzten Programm, und das ist jetzt auch schon eine echte Kritik an dem, das heißt in diesem Regierungsübereinkommen steht eigentlich für mich nichts wirklich Verwerbbares drinnen. Das mag verschiedene Gründe haben. Entweder baut man vor, dass nicht dann heißt, man hat was nicht erreicht oder man hat überhaupt keine Ideen mehr oder ich weiß es ja nicht. Im letzten stand schon noch einiges drinnen. Die Agentur für Zwischennutzung habe ich genannt. Das Wien-Museum und Herr Direktor Wortsherz hier, weiß nicht, ob er hier ist. Das Wien-Museum ist so ein Beispiel. Da stand noch ein architektonisches Signal und eine ökologische Bauweise. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen Entwurf haben und das unserer Meinung nach ein guter Entwurf ist. Ich selbst, und das ist auch ein gutes Beispiel, wie man auch über die Fraktionen oder über Regierung und Opposition hinweg zusammenarbeiten kann, weil in diesem Fall, und ich stehe auch nicht anders zu sagen, sind wir klarerweise eingebunden worden, sind wir, nicht klarerweise, entschuldigung. Ernst, das war jetzt so. Sind wir eingebunden worden, zeitgerecht eingebunden worden, im Meinungsfindungsprozess eingebunden worden, wie es darum gegangen ist, um den Standort. Wir sind dann ausgestiegen aus dem Ganzen, wie die Errichtungsgesellschaft in die Wien-Holding gekommen ist. Gut, es gibt Gründe dafür, die mir der Herr Stadtrat erklärt hat. Es gibt auch Gründe, warum wir gegen Wien-Holding sahen. Wahrscheinlich ist beides irgendwo richtig. Jetzt haben wir den Architektur, den Siegerentwurf dieser Klagenfurter und Grazer Architekten gesehen und sind eigentlich, es gibt eigentlich da nichts zu kritisieren. Es ist ein schöner Entwurf. Ich war am Sonntag im Wien-Museum und habe mir die 274 Entwürfe angeschaut. Man wird ein bisschen Wucke im Kopf, wenn man dann so da durchgeht. Und viele würden solche Blöcke in die Mitte stellen, das hätte man nicht zahlen, auch von Sichtlinien her. Ja, es ist sicher eine massive Arbeit gewesen für die Jury, sich damit zu beschäftigen, weil das ist ja nicht, wir sehen ja immer nur den kleinen Entwurf, aber da ist ja ein Detailplan und so. Dahinter, es fällt einem schwer, zu sagen, ja, es gibt vielleicht zwei, drei Entwürfe, die ähnlich interessant sind. Wenn der Entwurf so kommt, wie er jetzt einmal gewonnen hat, dann ist es sicher ein guter Entwurf. Man muss allerdings das auch weiter beobachten und auch schauen, dass der ganze Platz hier mitgestaltet wird. Meines Erachtens braucht das Wien-Museum auch ein bisschen Luft um sich herum, damit dieser alleinstehende neue Bau dann auch zur Geltung kommt. Und der Chaosplatz, da gibt es ja andere Dinge an, aber die alten Gleise und so. Also die Gesamtgestaltung gehört hier mitbedacht, aber ich bin guter Dinge, dass das vorangeht und hoffe, dass wir das in dieser Legislaturperiode schaffen. Andere Dinge sind zum Beispiel, die im letzten Regierungsübereinkommen noch gestanden sind, gar nicht mehr mehr vorhanden, wie das Volkstheater oder jetzt zum Beispiel auch die Sezession. Im Smart City-Konzept der Stadt Wien, was übrigens im ganzen Regierungsübereinkommen auch nicht vorkommt, einmal steht das als Wort drinnen, aber nicht mehr sozusagen als wir sind smart und so, also da ist nicht mehr mehr so viel Rede davon. Im Smart City-Konzept der Stadt Wien stand da noch drinnen, dass alle die Kulturbauten energieeffizient auch sein müssen. Da kann man nur hoffen, dass bald das Volkstheater soweit renoviert ist und auch die Sezession, dass sie diese Kriterien erfüllen. Etwas, was leider überhaupt auch nicht mehr erwähnt ist. Im letzten Regierungsübereinkommen stand noch drinnen ein paar Absätze über die Vereinigten Bühnen. Der erste Satz, der Betrieb wird langfristig durch angemessene und ressortübergreifend zuordnbare Subventionen gesichert. Das ist einmal misslungen. Das kann man mal sagen, weil die Subventionen haben zugenommen, sind nicht weniger geworden. Wir sind jetzt über 40 Millionen und für mich ist noch kein Ende absehbar. Internationale Themen wird es nicht mehr so viel geben. Also seit ich in der Kultur tätig bin, spricht man von der fundamentalen Neuausrichtung der Vereinigten Bühnen. Und seit ich in der Kultur tätig bin, hat sie nicht stattgefunden. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Es hätte eigentlich schon eine neue Geschäftsführung ausgeschrieben werden, sondern eine verkleinerte, ist mir auch nicht bekannt. Also all diese Dinge sind offen, wie viele andere Sachen auch. Grundsätzlich kann ich nur betonen, dass wir bereit sind, wenn man darauf Wert legt, dass wir ernsthaft mitarbeiten. Wir sind ja nicht mehr das Ideologieressort, wie ich jetzt gerade gesehen habe an den anderen Rednern. Auf dieses Budget können wir natürlich nicht zustimmen. Und nachdem das ja üblich ist, vielleicht abschließend. Man sieht ja auch mit der Realitätsverweigerung, der falschen Wahrnehmung. Gestern hat der Kollege Barung geklappt, die Brünen haben 15 Prozent und die Diener nur ihr Klientel. Das hat wahrscheinlich die Frau Vizebürgermeisterin Vasilaku auch gedacht, wie sie sich gesagt hat. Und wenn wir verlieren, trete ich zurück. Nur die Realität hat gesagt, Sie haben verloren. Es ist leider nicht zurücktreten. Das könnte Sie aber noch nachholen. Danke. Die Redezeit waren 19 Minuten. Fraktionelle Restredezeit sind ebenfalls 19 Minuten. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Woller. Ich erteile es ihm. Seine gewählte Redezeit sind 20 Minuten. Sehr geehrte Damen und Herren, das Kulturressort ist durch die neue Geschäftseinteilung so richtig groß geworden. Wir sind jetzt statt drei Magistratsabteilungen, acht Magistratsabteilungen zu uns gehört zum Beispiel die ADV und das IKT, genauso wie der Presse- und Informationsdienst. Ich freue mich sehr über die Stadtmarketing GSMBH. Uns gehört dem Menschenrechtsstaat, genauso wie zum Beispiel die Wahlen und das Wahlrecht. Das Budget ist circa doppelt so hoch. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen ist mindestens fünfmal so hoch. Und viele, viele neue, große Aufgaben, große Herausforderungen, ich sage aber auch große Chancen kommen auf uns zu. Und unser großer Stadtrat wird das mit bekannt großer Übersicht, großem Können, großem Wissen, großer Gelassenheit und großen Fleiß großartig umsetzen. Und wir werden ihn dabei unterstützen. Und auch die Damen und Herren der Magistratsabteilungen, die kompetenten Mitarbeiterinnen unserer Abteilungen. Und ich darf nun zum Beginn zuerst einmal alle Damen und Herren Abteilungsleiterinnen unserer neuen, aber auch unserer alten Magistratsabteilungen sehr herzlich in der neuen Geschäftsgruppe für Kultur und Wissenschaft und Sport begrüßen. Nun, Sport ist jetzt Teil unserer Geschäftsgruppe und auch in unserem Namen. Das ist erfreulich, weil Sport sowie Kultur einer jener Faktoren ist, die die Wienerinnen und Wiener besonders schätzen an ihrer Stadt, weil Sport ebenso wie Kultur wesentlich zur hohen Lebensqualität unserer Stadt beiträgt. Wien ist eine bekannte, beliebte Kulturstadt, eine Stadt des Wissens. Die Kollegin Straubinger wird dazu ausführlich dann noch reden. Aber es ist ebenso eine Stadt des Sports und der Bewegung. Die, sage ich jetzt einmal, alten Mitglieder, oder nicht die alten Mitglieder, die Mitglieder der alten Geschäftsgruppe Kultur waren ja bisher immer schon sehr sportaffin. Also unser Stadtrat läuft. Der Thomas Reindl fährt auf hohem Niveau Rad. Der Beko Baxand ist der Präsident der großen Männer. Basketclub Vienna. Der halbe Kulturausschuss läuft regelmäßig. Ich auch, seit 30 Jahren. Ich habe ausgerechnet, es sind circa 40.000 Kilometer gewesen, die in den letzten 30 Jahren in Prater gelaufen sind. Das ist einmal circa rund um die Welt. Und ich möchte es noch immer gern. Vor wenigen Tagen habe ich meinen zehnten Marathon gelaufen, vom Marathon nach Athen. Also ich sage nur, der Sport ist im bisherigen Kulturausschuss sehr, sehr gut aufgehoben. Und wir freuen uns auf diese ganz neuen Aufgaben. Und wir werden das sicher auch sehr ernsthaft und gut umsetzen. Nun, seit der Sport bei uns ist ja auch schon vieles besser geworden. Es ist vieles wirklich auf gutem Weg. Die Wiener Austria als Herbstmeister. Tabellenführer. Rapid ist immerhin Gruppensiege in der Europa-League. Und was der Wert eines derartigen Gruppensieges ist, kann man ja herzlich gratulieren. An Rapid. Und das sage ich mit meiner violetten Brille. Man kann ja gratulieren, weil was so ein Europa-League-Gruppensieg-Werte sieht man, wenn man sich Angst hat, wer alle ausgeschieden ist. Nämlich beispielsweise Ajax Samstern und Chelsea Glasgow. Also nur, dass man sieht, dass das Sportrecht schon sehr wichtig ist. Nun, ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Sport ist ganz wichtig in dieser Stadt. Der Spitzensport genauso wie der Breitensport. Sport ist wichtig für das Wohlfühlen in dieser Stadt, für die Gesundheit, weil Bewegung schafft Gesundheit. Und das Ziel unserer Sportpolitik ist es, möglichst vielen Menschen für Sport und Bewegung zu begeistern. Ihnen die besten Möglichkeiten zur Ausübung von Sport und Bewegung zu geben. Da gibt es nun tatsächliche Booms. Ich sage jetzt nur, Laufen ist eine Massenbewegung in dieser Stadt. Also das kann man jeden Samstag, jeden Sonntag über sehen in dieser Stadt. Ich bin auch fast in allen Städten der Welt schon gelaufen, wo ich war. Es gibt keine bessere Laufstadt als Wien, sage ich einmal. Es gibt keinen besseren Ort, wo man laufen kann. Es gibt auch unheimlich viele Aktivitäten, hunderte Laufveranstaltungen. Und bei den drei großen Lauf-Events, muss man schon einmal deutlich sagen, Wien-Marathon, Frauenlauf und Business Run, über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also da kann man schon sagen, Laufen ist eine Massenbewegung und das ist gut so für unsere Stadt. Die Vielfalt der Sportstadt Wien zeigt sich auch in den über 70 anerkannten und geförderten Sportarten, die in 3.000 Vereinen betrieben werden und für die Wien die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Die Infrastruktur 9 Millionen Quadratmeter Sportflächen, 18 Sporthallen, 14 Jugendsportanlagen, 152 verpachtete Sportanlagen, vier Großsportanlagen der Stadt Wien und 530 städtische Turnsäle, wo überall Sport betrieben wird. Und durch den Beschluss des Gemeinderates, dass diese Sportanlagen zu einem deutlich unter dem Marktwert liegenden Pachtzins vermietet wird, lösen wir durch diese 40 Millionen Sportbudget eine indirekte Sportförderung von über 500 Millionen Euro aus. Wichtig ist uns die Niederschwelligkeit, beispielsweise in den Sport- und Pfannhallen, wo man Zugang zum Sport erhält ohne Vereinszugehörigkeit und wir haben derzeit drei, eine vierte ist im Planung und im Bau, nämlich am Eisring Süd. Ich komme damit auch zu den großen Zukunftsprojekten. Im Sportbereich der Eisring Süd ist auf Schiene, wie gesagt, mit einer neuen Sport- und Pfannhalle. Die Allianz Arena wird fertig im Juli kommenden Jahres eröffnet. Auch die Austria startet durch mit einem Neubau, mit einer Erweiterung der Generali Arena und beide Großklubs im Fußball werden dadurch ein Stadien haben, die absolut international für Wettbewerbsspiele tauglich sind. Sie werden aber auch beide berücksichtigen, die Trainingsmöglichkeiten und auch die Nachwuchsakademien, die ganz wichtig sind. Und man sieht ja, wie viele Absolventen dieser Nachwuchsakademien derzeit in der österreichischen Fußballnationalmannschaft und bei Spitzenklubs im Ausland spielen. Dass Wien auch immer ein Austragungsort für große internationale Wettkämpfe war, möchte ich auch dem Kollegen Fritz Eichlinger, den ich auch neu im Kulturausschuss begrüßen möchte und im Sportausschuss begrüßen möchte, sagen in den letzten drei Jahren, lieber Fritz, die Volleyball-Europameisterschaft, die Handball-Europameisterschaft, die Hallenhockey-Europameisterschaft, die Juda-Europameisterschaft, die Europameisterschaft im American Football, die Europameisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik, alles in den letzten drei Jahren in den großen Hallen der Sportstadt Wien. Und am Sonntagabend startet die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft mit dem Spiel Österreich gegen Lettland in der Albert-Schulz-Halle. Ich komme nun zum Thema Kultur. Das Kulturbudget ist 2016 genau auf gleich hohem Niveau wie schon in den vergangenen Jahren. Wien investiert mit seinen ca. 246 Millionen Euro Kulturbudget in seine absolute Stärke. Und man könnte jetzt sehr viel sagen. Ich möchte noch etwas sagen zu den Vorrednern auch noch. Zur Kollegin Meinl-Reisinger kann ich nur sagen, herzlich willkommen auch im Kulturausschuss. Wir werden uns jetzt dann einmal einen Termin ausmachen und dann werden wir durchsprechen. Die 400 ehrenamtlich geführten Kulturvereine und Basiskulturvereine. Und dann werden wir uns anschauen, wer da profitiert. Es profitiert ausschließlich die Kultur. Weil wenn man jetzt so ein bisschen abfällig sagt, da sind Politiker drinnen oder Politikerinnen. Da kann ich Ihnen nur anzeigen. Die arbeiten alle ehrenamtlich dort. Und die bringen so viel zusätzliches Geld ein, dass wir uns das gar nicht im Kulturbudget leisten könnten. Und daher sage ich, da profitiert ausschließlich die Kultur. Und da wird unheimlich viel positive ehrenamtliche Arbeit geleistet. Nun, auch zum Fritz Eichlinger. Das sagt sich immer so leicht, die Tanker kriegen so viel Geld. Nun, ja das stimmt. Die Vereinigten Bühnen in Wien kriegen viel Geld. 40 Millionen Euro. Möchten erwähnen, wir haben gerade einen Drei-Jahres-Vertrag beschlossen, der rückgängig ist in der Förderung. 42 Millionen, 41 Millionen, 40 Millionen. Was das heißt für ein Unternehmen mit 700 Beschäftigten, die alle nach einem Kollektivvertrag, der bekanntlich immer um circa 1,5 bis 2 Prozent steigt, heißt, dass die Vereinigten Bühnen in Wien jedes Jahr weniger Geld von uns kriegen. Und das ist nicht einfach. Und das war der Versuch von der rot-grünen Koalition schon in den letzten Jahren, zu sagen, bitte, Sparsamkeit muss überall gelten. Und das gilt dort auch. Hervorragendes Management und hervorragende künstlerische Erfolge und auch hervorragende finanzielle Einnahmen. Weil das ist ja leicht zu sagen, die kriegen viel Geld. Aber die haben auch viel Publikum. 500.000 Menschen schauen sich im Jahr Musical bei den Vereinigten Bühnen in Wien an. 1,2 Millionen schauen sich Musicalproduktionen aus der Stadt Wien im Ausland an. Das ist einer der wichtigsten Musikbotschafter der Stadt Wien. Und 100.000 sind zusätzlich noch im Opernhaus. Also da kann man nicht sagen, die kriegen viel Geld, die haben auch viel Erfolg. Und man kann nicht sagen, da geht das Geld ins Ausland, sondern da kommt mehr Geld zurück. Mit den Einnahmen, die wir aus den Eigenproduktionen der Vereinigten Bühnen in Wien bei 1,2 Millionen Besuchern und Besucherinnen in der ganzen Welt erhalten. Aus den vielen Erfolgsgeschichten der Wienkultur möchte ich heute nur zwei herausragende ansprechen. Das eine ist das Theater in der Wien, das andere ist das Wienmuseum. Das Theater in der Wien feiert im Jänner sein 10-Jahresjubiläum. Und vor zehn Jahren haben tatsächlich viele gefragt, wozu braucht Wien ein drittes Opernhaus. Ich habe damals schon gesagt, wir brauchen kein drittes Opernhaus, wir brauchen ein erstes Opernhaus. Nämlich ein Opernhaus, das mitspielt in der Europa- und in der Weltliga. Und das hat das Theater in der Wien in diesen zehn Jahren geschaffen. Es ist das erste Opernhaus in Wien. Es ist das innovativste Opernhaus unserer Stadt. Und der Roland Geyer und sein Team haben hier national wie international Standards gesetzt. Das Programm des Theaters in der Wien ist seit zehn Jahren hochbejubelt. Bei Publikum, bei Presse und bei der Fachwelt. Und seit vier Jahren bespielt das Theater in der Wien zusätzlich noch die Kammeroper. Sodass wir insgesamt in unserer Stadt vier Opernhäuser haben. Also ich sage jetzt, New York ist circa achtmal so groß. Die haben gerade das zweite Opernhaus zugesperrt. Die haben genau noch ein Opernhaus in New York. Wir haben vier Opernhäuser. Da sieht man den Stellenwert der Kultur und auch der Oper in unserer Stadt. Die Erfolge des Theaters in der Wien sind primär Erfolge der Künstlerinnen und Künstler und der Orchester, die dort sind. Da möchte ich erwähnen, dass dort drei Außerorchester wir haben, die nun tatsächlich in unserer Stadt ganz bedeutend sind. Die Wiener Symphoniker, das Radiosymphonieorchester und das Klangforum Wien. Insbesondere aber auch der Arnold-Schönberg-Kor, der seit zehn Jahren die große Stütze der Opernaufführungen im Theater in der Wien ist. Die Kammeroper, seit vier Jahren gibt es ein junges Ensemble. Ein junges Ensemble, das die Kammeroper wirklich wachgeküsst hat. Und das hat man gesehen in der letzten Produktion Antigone. Großartig. Übrigens noch vier Aufführungen bis Weihnachten. Kann man sich noch anschauen. Würde ich jedem empfehlen. Wenn wir dann vielleicht zukunftswidrig über Theater oder über Kultur reden, wäre das ganz günstig. Die Attraktivität dieses jungen Ensembles zeigt sich aus einer Tatsache. Da kommen 350 junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt nach Wien, um vorzusingen bei uns. Da werden dann sechs aufgenommen. Und sechs von diesen jungen Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt, das sind übrigens die Besten natürlich, kriegen dann einen Vertrag für zwei Jahre, singen dann zwei Jahre das Programm in der Kammeroper und auch kleinere Rollen schon im Haupthaus in Theatern der Wien. Und das ist eine ganz wichtige Talente-Schmiede. 43 Opernhäuser aus der ganzen Welt sind in der letzten Saison nach Wien gefahren, um sich diese sechs Sänger anzuschauen. Weil sie es einfach engagieren wollen und die kriegen alle ein Engagement. Ich sage jetzt zum Beispiel, der einzige Österreicher, der da ein bisschen dabei war, der Christoph Seidl, wird ab nächstem Jahr ein Gärtnerplatztheater in München ein Engagement haben, fix nämlich. Aber nicht nur die Sängerinnen und Sänger des jungen Ensembles machen in Wien Karrier, sondern auch das Team von Roland Geyer. Muss man einmal erwähnen. Die Nora Schmid war langjährige Dramaturgling im Theater in der Wien, die ist jetzt Intendantin der Grazer Oper. Der Christoph Bauch war langjähriger technischer Leiter im Theater in der Wien und ist jetzt technischer Direktor in Bayreuth. Und der Sebastian Schwarz, der künstlerische Betriebsdirektor des Theaters in der Wien und künstlerische Leiter des jungen Ensembles und der Kammeroper, wird ab Mai nächsten Jahres Generaldirektor in Gleinborn. Das ist so eines der bedeutendsten Opernfestivals weltweit. Es gibt nur vergleichbar mit Bayreuth und Salzburg. Das ist, um jetzt einen Vergleich aus dem Sport zu zielen. Da würden die Co-Trainer von Austria und Rapid plötzlich die Cheftrainer von Chelsea und Bayern München werden. So ähnlich ist dieser Aufstieg, den das künstlerische Personal unseres Theaters an der Wien in den letzten Jahren genommen hat. Auch hier lässt sich die Qualität der Kulturstadt Wien und des Theaters an der Wien ablesen. Und ich möchte insbesondere den Sebastian Schwarz mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge war zehn Jahre jetzt im Theater an der Wien danken und ihm für seine Arbeit als Generaldirektorin Gleinborn alles, alles Gute wünschen. Dasselbe gilt für den Christian Kircher. Der verlässt zwar nicht unsere Stadt, aber doch das Wien-Museum. Er war zehn Jahre Finanzchef des Wien-Museums. Er wird Chef der Bundestheaterholding. Er übernimmt eine der wichtigsten Positionen der österreichischen Kultur. Landschaft des Theaterwesens mit der Bundestheaterholding. Ich möchte auch dem Christian Kircher, der heute nichts da ist, aber uns vielleicht zuhört oder nachliest, danken und gratulieren zu dieser Bestellung. Ich möchte ihm vor allem danken, weil der Christian Kircher in diesen zehn Jahren als Finanzchef des Wien-Museums viel mehr gemacht hat, was man eigentlich von einem Finanzchef erwarten kann. Er war mitverantwortlich für den Neubau und die Übersiedlung des Depots. Er war mit federführend verantwortlich für das neue Römermuseum und für die Viergie-Kapelle, die wir gestern wiedereröffnet haben nach sieben Jahren behutsamer Revitalisierung, Restaurierung, Neugestaltung. Er war verantwortlich für das Riesenprojekt der Eingliederung der Stadtarchäologie in das Wien-Museum und nicht zuletzt für die Vorarbeiten für den Neubau des Wien-Museums am Karlsplatz und die Betreuung des internationalen Architektenwettbewerbs. Es wurde schon gesagt, 274 Einreichungen aus 26 Ländern für das Wien-Museum. Kann man sich jetzt noch anschauen, sollte man sich anschauen. Es ist sehr interessant, wie man eine relativ einfache Aufgabe, 274 Lösungen, findet. Wenn man es anschaut, ich finde das Siegerprojekt das Beste. Die Jury hat tatsächlich, glaube ich, hier eine total richtige Entscheidung getroffen. Der Entwurf für das neue Wien-Museum am Kunstplatz Karlsplatz ist eine großartige Lösung, die wirklich, und das ist nicht normal bei so einer Entscheidung, ungeteilte Zustimmung gefunden hat. Nicht nur hier im Haus, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Fachwelt. Ich kann nur sagen, großartiger Entwurf des Architekten-Teams Winkler-Ruck mit Kärntner-Kratzer, die eine großartige Lösung hier gefunden haben, die das Haus erweitert, erneuert, die einen ganz behutsamen Umgang mit dem Denkmal des Hertelbaus findet, die das Wien-Museum neu freistellt, abrückt vom Winterthurhaus, Winterthurhaus, dass die Sichtbarkeit erhöhen wird und dass neue Räume schaffen wird für die Dauerausstellung, neue Räume für Sonderausstellungen im schwebenden Aufbau am Wien-Museum und in der Fuge dazwischen einen Wiener Raum, der auch öffentlich nutzbar sein wird, wenn man nicht das Wien-Museum besucht. Das neue Wien-Museum ist jedenfalls für die Kulturpolitik und für den Karlsplatz das größte und wichtigste Projekt der Wien-Kultur bis zum Jahr 2020. Und es wurde heute schon gesagt, aber ich wiederhole es, es ist das Ergebnis vor allem eines sehr langen, eines sehr behutsamen, sehr intensiven Diskussionsprozesses, die wir geführt haben und es zeigt sich, dass es sich absolut lohnt, lange und genau zu überlegen und damit zum Besten und auch, und das ist ja wichtig, realisierbaren Ergebnis zu kommen. Nun, wenn man immer wieder auch die Kulturstadt Wien, was ja echt schwer ist, versucht schlecht zu reden, Opposition muss das schon machen, verstehe ich schon, da muss man doch manchmal auch einen Blick nach außen werfen, ein bisschen Zeit nehmen, sich für Auslandspresse. Und die Zeit hat vor wenigen Tagen in einer Wochenendmagazin sich Wien gewidmet, der Wien-Kultur. Und diese zehn Seiten kann man sagen, jeder soll es einmal lesen. Es ist eine wahre Hymne auf die Stadt Wien, eine wahre Hymne auf die Wien-Kultur und man kann nur sagen, die kriegen nicht, die werden nicht von uns zahlt, das ist nicht ein Inserat des Pressedienstes, sondern die haben das einfach geschrieben. Und ich kann da jetzt nur zitieren einen Satz. Und wenn die Berliner, Hamburger und Münchner, die nach Wien fahren, erzählen, dass Wien die einzige Stadt sei, in die sie ohne guten Grund ziehen würden, ohne neuen Job, ohne neue Liebe, einfach nur, weil es dort so schön ist. An dieser Erfolgsgeschichte werden wir weiterarbeiten. Die Redezeit waren 19 Minuten, fast punktgenau. Die fraktionelle Restredezeit sind 21 Minuten. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Wiederkehr. Fraktionelle Restzeit und selbstgewählte Zeit 10 Minuten. Sehr geehrte Damen und Herren, wer der Herr Woller, von sehr unterhaltsamer Rede und jetzt weiß ich auch, wie viel Sie laufen und welche Sportarten Ihre Kollegen auch ausüben, finde ich gut, dass die SPÖ-Fraktion so sportlich ist. Ich muss eingestehen, wir sind in den letzten Wochen eher nicht so sportlich, weil wir 16 Stunden am Tag damit beschäftigt sind, zu arbeiten und in dieses System, in dieser Stadt auch hineinzukommen. Aber sehr interessant, welche Sportarten Sie auch machen. Vielleicht eine Replik im Bereich Kultur. Sie loben ja vor allem auch die Musicals, dass so viele internationale Gäste auch zu uns kommen wegen den Musicals. Finde ich auch hervorragend. Ich möchte da nur anmerken, dass in sehr vielen anderen Städten Musicals große Gewinne abwerfen, durchaus privatwirtschaftlich organisiert sind und in Wien stark gefördert werden müssen. Das heißt, im Bereich Effizienz kann man im Kulturbereich natürlich schon hinterfragen und den auch genauer anschauen. Aber ich möchte in meiner Rede mich eher auf Wissenschaft konzentrieren, ein bisschen Sport und natürlich Pitt am Schluss noch mitnehmen. Im Bereich Wissenschaft steht etwas sehr Begrüßenswertes im Koalitionsübereinkommen und es ist, dass Wien der führende Wissenschaftsstandort Europas werden sollte. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich frage mich nur, wie möchte man dorthin kommen? Es sind sehr viele Maßnahmen gesetzt, aber um dorthin zu kommen, braucht man vor allem Budget. Und im Bereich der Förderung von Forschung und Wissenschaft ist das Budget leider eben leicht gesenkt worden, wie man aus dem Budget herauslesen kann, von 10,9 auf 10,8 Millionen Euro. Und das finde ich im Bereich Forschung und Wissenschaft katastrophal. Das ist ein Entwicklungsbereich der Zukunft, wo mehr Geld in die Hand genommen werden muss und nicht weniger, vor allem massiv mehr Geld. Weil auch genau dieses mehr Geld die Forderung war vom Universitätsbeauftragten von der Bellen. Er hat in den letzten Jahren vor allem darauf gepocht, dieses Budget auch aufzubauen. Und in dem Bereich unterschreibe ich, was er gesagt hat und da würde ich auch fordern, dass mehr Geld in die Hand genommen wird. Ansonsten sehe ich relativ wenig, was der Universitätsbeauftragte die letzten Jahre wirklich vorangebracht hat. Ich finde es deshalb auch gut, dass dieser Posten abgeschafft wird, dass hier auch das Erkenntnis gelangt ist, dass man nicht jeden Posten und jeden Beauftragten auch braucht, sondern, dass es viel wichtiger ist, die Agenden zu bündeln. Weil im Wissenschafts- und Forschungsbereich ist eigentlich das Hauptproblem, dass so viele Magistratstellen damit befasst sind und dass es keine klaren Ansprechpersonen gibt für den Bereich Wissenschaft und Forschung. Hier müsste es eine Bündelung geben der Kompetenzen und da bin ich gespannt, was in diesem Bereich auch gemacht wird, weil es wird ja auch umrissen im Koalitionspakt. Es ist wichtig, den Forschungs- und Entwicklungsbereich zu verbessern mit einer Gesamtstrategie. Was nicht reicht, ist, einen Ball zu organisieren und dann sich zu rühmen, dass durch den Ball auf einmal Wissenschaft und Forschung in Wien besser funktioniert. Oder, dass man Schautäfel aufstellt in den U-Bahnen, wo man Unis lobt und dann glaubt, dass man den Unistandort verbessert. Da braucht man auf jeden Fall mehr Strategien, vor allem für den Hochschulstandort Wien. Es ist, es ist, jeder zehnte Bewohner Wiens ist Student. Das finde ich großartig. Es ist eine Studierendenstadt, aber mir kommt es nicht so vor. Es wird auch stadtpolitisch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wo die Bedürfnisse von Studierenden sind und wie man die Hochschulstandorte entwickelt. Abseits von der katastrophalen Bundespolitik im Hochschulbereich könnte auch die Stadt Wien hier mehr machen und könnte sich auch einiges von anderen Ländern abschauen, wie zum Beispiel Australien, wo man die nicht genauer beschäftigt hat. Da ist auch zum Beispiel der Universitätsbeauftragte von der Bellen hat eben auch empfohlen, den Universitätsstandort klarer als Marke auch herauszuarbeiten. Dass man wirklich eine engerere Verknüpfung auch schafft der Hochschulstandorte und Wien da auch einheitlicher nach außen auftritt. Das ist einerseits wichtig, um die gemeinsame Marke zu stärken, um den Hochschulstandort international zu stärken, dass man wirklich bestausgebildete Studierende und Forscher auch anzieht. Weil hier gibt es keine klare Internationalisierungstrategie. Es kommen natürlich viele nach Wien, das ist klar, aber ohne Strategie. Und hier finde ich es die Stadt Wien schon gefordert, eine klare Internationalisierungstrategie auf den Tisch zu legen und vor allem hochqualifizierte Studierende und Forscher auch nach Wien zu bringen. Was ich gut finde, ist der Wille, eine Serviceplattform zu bieten, wienweit, für Studierende, die in Wien ankommen. Die ist jetzt dazu gedacht, damit sie sich zurechtfinden. Was ich schön fände, ist, wenn noch zusätzliche Kompetenzen in diese Service-Stelle kommen würden. Zum Beispiel Studierenden bei der Wohnsuche zu helfen. Was vor allem für Leute, die nur ein Semester zu uns kommen, relativ schwierig ist in einem angespannten Wohnmarkt. Hier könnte man das auf jeden Fall noch ausbauen. Was ich enorm wichtig finde, ist die bessere Zusammenarbeit der Hochschulstandorte untereinander. Es gibt ein sehr isoliertes Denken. Jede Uni, jeder Forschungsstandort nur für sich. Es ist im Bereich des Bio-Centers etwas gelungen, was ein Best-Practice-Modell werden sollte. Dass Hochschulstandorte zusammenarbeiten, gemeinsam mit der Stadt und gemeinsam mit Privaten. Und hier wünsche ich mir, dass das viel stärker forciert wird und in vielen mehr Bereichen noch eine Zusammenarbeit da stattfinden kann und auch privat an Bord geholt werden, um die Forschung in Wien zu fördern. Im Bereich Sport ist im Koalitionsübereinkommen eigentlich so gut wie gar nichts geregelt. Nicht einmal eine Seite, wo ausgeführt wird, was gemacht wird. Ich finde es gut, dass es eine fünfte Sporthandhalle geben wird, aber das wahre Problem wird damit nicht gelöst. Nämlich, es gibt zu wenige Sportmöglichkeiten für private Initiativen und für Vereine. Hier müsste man schauen, dass vor allem die städtischen Schulen ihre Turnseelen noch stärker öffnen für Vereine. Ich weiß, es gibt sie schon zum Teil aber noch zu wenig systematisch und auch teilweise willkürlich. Hier bräuchte man eine Plattform, wo sich jede private Initiative auch registrieren kann, um solche Sportseele zu bekommen. Aber stattdessen werden diese nur in einzelne Vereine gegeben, die das eigentlich als Erbpacht haben. Das heißt, hier bräuchte man eine Öffnung, um in den breiten Sport auch zu kommen, wäre das wichtig, eine Datenbank zu bekommen. Und die Förderung von Sportvereinen sollte objektiver vonstatten gehen. Hier gibt es eine starke Förderung von Spitzensport und eine breitere Förderung von Breitensport wäre meines Erachtens nach erstrebenswert, um da auch wirklich die Bevölkerung auch zum Meersport zu bewegen. Nachdem Öffentlichkeitsarbeit auch in dem Ressort mittlerweile ist, möchte ich diesen ganz stark kritisieren. Wir haben ja schon im Wahlkampf das PIT angegriffen. Es gab ja eigentlich den Willen, auch hier einzusparen von Seiten der Grünen. Aber ich frage mich, wenn kein einziger Satz zum PIT und zu den Einsparungen im Koalitionspakt steht, wie viel ist es dann wert? Wenn man es nicht einmal hineinschreibt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort zu einem Ergebnis kommt. Das heißt, da hätte ich... Hier müsste die Ausgaben, die eine Selbstbeweicherung sind und eine Inseratenverschleuderung ist, auf jeden Fall halbieren. Weil das Geld brauchen wir in vielen anderen Bereichen. Und wenn Sie sagen, es ist nicht festgeschrieben, aber wir werden es eh tun, werde ich genau drauf schauen, ob das wirklich vonstatten geht. Weil im jetzigen Budgetvoranschlag sehe ich keinerlei Einsparungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Die Senkungen, die es formal gibt, die scheinen alle an anderen Posten des Budgets wieder auf. Ob es zum Beispiel der Kompressverlage ist, der in die Wien holding fließt oder andere Kommunikationsmechanismen. Hier fühle ich mich als Oppositionsabgeordneter ein bisschen hinters Licht geführt, dass man vorgaukelt, einzusparen. Derweil ist das Geld alles nur verschoben. Das ist nicht Transparenz, die ich mir erwarte. Hier wünsche ich mir eine massive Einsparung, um das Geld für sinnvollere Sachen in die Hand zu nehmen. Und vor allem im Wissenschafts- und Forschungsbereich braucht es mehr Willen, um die Stadt wirklich zum Wissenschaftsstandort Nummer Eins in Europa zu bringen. Aber ich werde dafür kämpfen und werde mich für diese Sachen noch einsetzen. Dankeschön. Nur der Informationshalber, die Restredezeit wäre noch eine Minute, wenn sich jemand noch zu Wort melden möchte. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Dr. Ulm. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatsrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sich einiges wieder geändert in der neuen Legislaturperiode, neuer Vorsitzender, da sitzt oben, gratuliere, neuer Stadtrat, insofern, als seine Kompetenzen ja viel größer geworden sind als bisher und eine neue Kulturdebatte, die viel breiter geworden ist, was aber auch nicht überrascht, wenn man sich ansieht, dass die Geschäftsgruppe von bisher drei Magistratsabteilungen und fünf weitere Magistratsabteilungen auf nunmehr acht größer geworden ist ist und die Magistratsabteilung, mit der ich mich primär beschmäftigen möchte, wird hier diejenigen, die schon länger in dem Raum sind, auch wenig überraschen, das ist die Magistratsabteilung 62, Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten. der Erhalt dieser MA 62 ist auch der Grund dafür, warum ich auf einen Antrag der FPÖ hier im Kulturausschuss repliziere, das hat nämlich der Kollege Nepp in der Generaldebatte einen Antrag zur Bettelei eingebracht und dies interessanterweise jetzt im Kulturressort zu behandeln und zwar deshalb, weil das Landessicherheitsgesetz zu den verschiedenen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der MA 62 gehört. Die Idee der FPÖ ist es, gegen die Bettelei in Wien vorzugehen, indem man nun eine diesbezügliche ortspolizeiliche Verordnung erlässt und der Antrag enthält auch die Idee, dass man ein Platzkartensystem implementieren möchte. Ich sehe es so wie die FPÖ, dass wir ein Problem mit der Bettelei in Wien haben, dass man dagegen etwas unternehmen soll. Ich glaube aber auch, so wie in der Vergangenheit, dass man die Bettelei nicht institutionalisieren sollte mit einem Platzkartensystem, sondern, dass man das bestehende Landessicherheitsgesetz letztendlich konsequent vollziehen sollte. Es ist ja schon jetzt so, dass die gewerbsmäßige Bettelei verboten ist. Wir haben 99% aller Beteltatenstände in Wien sind gewerbsmäßig und deshalb wollen wir mit einem eigenen Antrag darauf hinweisen, dass dieses Landessicherheitsgesetz konsequent vollzogen werden möchte, wenn man auf die Art und Weise am besten der Bettelei in Wien Herr werden könnte. Es muss uns Gemeinderät ein eminentes Anliegen sein, dass die Verwaltung ausschließlich aufgrund der Gesetze erfolgt, dass wir allgemeine Vorschriften machen, dass wir die Kompetenz dazu haben, ist eine Selbstverständlichkeit, dass diese Vorschriften nicht immer vollzogen werden von der Verwaltung, vom Stadtsenat, von der Exekutive, von den Beamten, ist eine traurige Realität. Ich glaube, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen und wir dürfen es uns auch nicht gefallen lassen, wenn unser Fragerecht eminent beschritten wird, beschnitten wird durch die Ausgliederungen von Unternehmen. Und ich habe ja schon geradezu frohlockt, als ich erkannt habe, dass der Herr Stadtrat jetzt zuständig ist für die immer 62 für Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten, denn da habe ich mir gedacht, siehst du, der systemische Webfehler, den ja auch der Herr Bürgermeister erkannt hat und er auch der Meinung ist, dass man diesen systemischen Webfehler in der Stadtverfassung endlich auftröseln muss. Neuer Kompetenz, neuer Stadtrat, da wird es jetzt vielleicht die Möglichkeit geben, eine Initiative zu starten, um das Fragerecht der Gemeinderäte auch bei den ausgegliederten Unternehmungen sicherzustellen. Doch muss ich leider Gottes feststellen, es ist die Frau Personalstadträtin, die in dieser Frage zuständig ist, weil die Angelegenheit zur Magistratsdirektion ressortiert und alle rechtlichen Materien der Magistratsdirektion an sich zur Frau amtsführenden Stadträtin Frauenberger ressortieren. Nichtsdestoweniger das Problem, dass wir nicht ausreichend Transparenz in dieser Stadt haben und die Transparenz auch gar nicht nachfragen können, dass wir viele Informationen gar nicht bekommen, weil uns das Fragerecht nicht zugestanden wird, dieses Problem haben wir in allen Geschäftsgruppen, wobei ich durchaus dem Herrn Stadtrat konzertieren möchte, dass er da eine eher liberale Auslegung, dass er eher einer liberalen Auslegung folgt und immer wieder auch zu ausgegliederten Unternehmungen Antwort gibt. Nur, ich möchte als Gemeinderat nicht auf das Wohlwollen des Stadträtes angewiesen sein, sondern ich möchte natürlich einen Rechtsanspruch darauf haben und daher ist es notwendig, dass man diesen systemischen Willfehler endlich korrigiert. ganz frei von Schuld ist natürlich auch der Herr Stadtrott Meillard Bocconi nicht, denn in der letzten Periode gab es auch Fragen zur Kunsthaus Wien GmbH und bei der Kunsthaus Wien GmbH hat er uns natürlich nicht alle Fragen beantwortet mit dem Hinweis darauf, naja es handelt sich ja um eine GmbH und zu einer GmbH der Stadt Wien darf man nichts fragen. Der Kontrollamtsbericht hat uns gesagt, dass dieses Kunsthaus bereits im Jahr 2007 durch die Stadt Wien übernommen wurde und es bei dieser Übernahme falsche Annahmen gegeben hat und zwar falsche Annahmen hinsichtlich der Besucherzahl und auch hinsichtlich des Zustandes und des Mietgegenstandes und die ÖVP hat eine Anfrage gestellt mit insgesamt 17 Fragen es wurde beispielsweise gefragt naja die Geschäftsanteile die erworben wurden durch die Stadt welchen Wert hatten denn die wirklich und warum hat es eine Pensionszahlung durch die Stadt Wien gegeben in der Höhe von 400.000 Euro und wenn es erhebliche Bedenken gegeben hat gegen die Übernahme warum hat man dann übernommen gab es Wirtschaftlichkeitsberechnungen wie war das mit der falschen Besucherzahl hat es einen Schaden gegeben hat man versucht sich zu regressieren und wie hoch sind die Eigenkapital Zuschüsse seit der Übernahme 2007 also Dinge die und die sich ein Gemeinderat annehmen muss denn er ist ja der Gemeinderat an sich in seiner Gesamtheit ist ja das oberste Organ der Stadtverwaltung in der Stadtverfassung steht drinnen der Gemeinderat hat die Oberaufsicht über alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches die Privatwirtschaftsverwaltung gehört natürlich zum eigenen Wirkungsbereich oberste Aufsicht in allen finanziellen Angelegenheiten dann will man solche elementaren Dinge wissen will mehr Transparenz in dieser Stadt haben und bekommt keine Antworten der Herr Stadtrat hat gemeint in seiner Frage Beantwortung vom 29. März 2013 zu den Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 verweise ich auf die Beantwortung durch Frau anzfrührende Stadtwirtin Mag. Brauner und die Frau Mag. Brauner hat uns gesagt zu ihrer oben geahnten Anfrage teile ich Ihnen mit dass diese in diesen Bereichen unzulässig ist zumal die betreffenden Fragestellungen vom Interpellationsrecht der Gemeinderatsmitglieder ausgeschlossen sind. Ist ein bisschen kränkend, ist aber nicht nur kränkend, sondern ist eigentlich ein richtiger Skandal. Weil auf die Art und Weise kommen wir nicht zur Transparenz in dieser Stadt und da geht es ja auch ans Eingemachte. Da geht es ja ans das Selbstverständnis von uns Gemeinderäten und Landtagsabgeordneten. Für das kann man uns ja nicht fallen lassen. Auf der anderen Seite kann man uns nicht fallen lassen, dass Landesgesetze nicht vollzogen werden von der Verwaltung. Auf der anderen Seite können wir es uns nicht gefallen lassen, dass wir Fragen nicht stehen können und unserer Verantwortung aufgrund der Staatsverfassung und aufgrund des Wählerauftrages nicht nachkommen können. Mittlerweile sind die halben Angelegenheiten der Daseinsvorsorge in ausgegliederte Unternehmungen übertragen worden. Strom, Gas, Beförderung öffentlicher Verkehr, Soziales, Betreuung alter Menschen, Wirtschaftsförderung, Kultur. Ich bin kein langjähriger ausgewiesener Kultur-Sperte, aber ich würde sagen, es ist sowas wie Daseinsvorsorge im weiteren Bereich, jetzt einmal aus meiner Einschätzung. Und wir haben keinen Rechtsanspruch, Fragen zu stellen, zu diskutieren, geschweige in allen Angelegenheiten der Stadtwerke, Wien-Strom, Wien-Gas, Wiener Linien, Fonds Soziales, Wien-Pensionistenheime, Public-Private-Partnership-Modelle, aber auch im Kulturbereich, Vereinigte Bühnen Wien, Haus der Musik, Jüdisches Museum, Kunsthaus Wien, Mozarthaus, Stadthalle, vieles andere mehr. Erkannt ist es worden, dass es so nicht weitergehen kann, sogar der oberste Repräsentant der Exekutive, der Herr Bürgermeister sagt, ja, das ist wirklich komisch, die Gemeinderäte können immer weniger, geschweige denn, ich rede gar nicht um mitreden, sondern zumindest eine Frage stellen. Da liegt ein systemischer Webfeder in der Staatsverfassung, das müssen wir beheben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe eine neue Möglichkeit, diesen systemischen Webfeder zu beheben, mit diesem Beschluss- und Resolutionsantrag, und gehe eigentlich davon aus, dass vom Selbstverständnis aller Gemeinderäte hier in diesem Haus alle Fraktionen diesem nur auf Zuweisung gerichteten Antrag eigentlich zustimmen müssen. Ich würde nur feststellen, die Restredezeit der ÖVP wäre noch drei Minuten. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Frau Gemeinderäte Mag. Hohe-Hema. Selbstgewählte Redezeit zehn Minuten. Das liegt wahrscheinlich an der Geschäftsgruppe, dass es heute mit Premieren weitergeht. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Stadtrat, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde mich zum Thema Wissenschaft einige Minuten äußern und vielleicht auch ein bisschen Licht in die Sache bringen, weil ja Fragen aufgetaucht sind, was passiert wissenschaftspolitisch die nächsten fünf Jahre. Wien ist am Weg und das muss man jetzt mal so auch sagen, wenn wir das wollen, eine europäische Forschungs- und Innovationsmetropole zu werden. Also das ist aus heutiger Sicht, das gebe ich natürlich zu, noch eine Vision, aber diese Vision ist sehr berechtigt, weil wir hier in Wien sehr günstige Voraussetzungen haben. Es wurde ja schon erwähnt, einige Zahlen, die diese Voraussetzung nähern und zwar ist Wien eben die größte deutschsprachige Universitätsstadt. Wien hat neun Universitäten, sechs Fachhochschulen und fünf Privatuniversitäten. In Wien, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ist fast jeder zehnte Mensch ein Studierender, eine Studierende, also mit rund 200.000 Studierenden hat Wien bei Weitem mehr Studierende als beispielsweise Berlin. Auch beschäftigungsmäßig ist der Wissenschaftsstandort Wien mit 10.000 Beschäftigten im universitären Bereich beziehungsweise über 32.000 Beschäftigten im Hochschul- und Forschungs- und Entwicklungswesen ein bedeutender Faktor. Und ich möchte auch den Wirtschaftsfaktor erwähnen, den Studierende beziehungsweise der Unisektor generell in der Wertschöpfungskette bedeutet, 2 Milliarden, die Studierende umsetzen, 3 Milliarden insgesamt. Was auch noch sehr attraktiv macht, im Hinblick auf Wissenschaftsmetropole ist, dass sehr viele Forschungsstätten per U-Bahn erreichbar sind und somit ist es auch nicht bewunderlich, dass in internationalen Rankings gerade dieser Aspekt als ein sehr starkes Plus für Lebensqualität und ein Standortvorteil honoriert wird. Und last but not least noch ein Faktor, dass Wien, das muss man auch so sagen, das Forschungszentrum Österreichs ist. Das beinhaltet natürlich, dass es auch weiter Verschränkung und Vernetzung geben kann und im Europazentrum hier auch einiges vorangeht. Also dass Wien als Wissenschaft und Forschungsstadt als Universitätsstadt in den vergangenen Jahren sehr viel mehr an Aufmerksamkeit bekommen hat von der Politik, aber auch von der Öffentlichkeit und dieser Mann ist heute ja schon mehrmals angesprochen worden, hängt mit Alexander Van der Bellen zusammen, er war als Universitätsbeauftragter hier sehr massiv beteiligt, dass hier die Forschung, die Wissenschaft, die Universitäten ein bisschen aus diesem Wahrnehmungs- Dornröschenschlaf herausgerissen wurden und viel mehr nun in der Öffentlichkeit präsent sind und auch glaube ich in der Wissenschaftspolitik in der Stadt Wien. Er hat hier sehr engagiert Arbeit geleistet, sowohl innerhalb der Stadt als auch innerhalb des Magistrats, weil hier auch die Frage war, was bleibt von ihm und seiner Arbeit. Ich möchte ihm hier ganz herzlich danken für seine Arbeit, auch seinem Team und ich finde, er hat hier sehr erfolgreiche Arbeit des Vernetzens, des Wertschätzens und des Wahrnehmens geleistet. Also diese Voraussetzungen, die unter Rot-Grün 1 geschaffen wurden, die Wissenschaft, Forschung aus dem Wahrnehmungshof herauszuholen, ins helle Licht zu stellen, das möchte ich und das werden wir auch mit Rot-Grün 2 fortsetzen. Und natürlich brauchen wir hier dazu bessere Rahmenbedingungen, natürlich brauchen wir dazu auch Geld, um hier das geistige Kapital entsprechenderen Rahmenbedingungen geben zu können und wir brauchen eine effiziente Zusammenführung der Kompetenzen und um eine Innovationskultur auch innerhalb der Stadt, die wir uns ja auf die Fahnen heften möchten, weiter voranzutreiben. Was also muss getan werden? Wir übernehmen Verantwortung, wie Sie alle wissen, Universitätsförderung ist im Kompetenzbereich des Bundes, aber wir werden uns darauf nicht ausruhen oder auch zurücklehnen und auch nicht die chronische Unterfinanzierung der Universitäten einfach so hinnehmen. Nein, wir werden hier weitere Schritte setzen und als zweiten Schritt, es wurde auch schon angesprochen, diesen Punkt der Wissenschaft aus einer Hand forcieren. Es ist mir schon ganz klar, was wir hier vorhaben, das wird nicht so schnell von Starten gehen. Es stimmt, die Ressorts, die Kompetenzen, die Finanzierungen, die sind bislang sehr verteilt, auch ressortübergreifend verteilt. Das braucht seine Zeit, dafür gibt es auch einfach historisch gewachsene Gründe, aber wir werden daran arbeiten, dass diese Kompetenzen sich bündeln und das Ziel eines Wissenschaftsclusters, wie wir das nennen möchten, erreicht wird. Und wir sehen darin auch diese Notwendigkeit darin, weil Alexander Van der Bell und seine Arbeit genau gezeigt haben, dass eine Ansprechperson, ein Kompetenzzentrum, ein Ansprechzentrum extrem wichtig ist, um die Wissenschaft in dieser Stadt voranzubringen und wissenschaftliche Erkenntnis, mehr Erkenntnis zu ermöglichen. Die Kompetenzen dieses Zentrums wurden schon hier erwähnt, aus Zeitgründen spare ich sie jetzt aus. Ich denke, für uns ist es ein wichtiger Schritt, dass wir die ressortübergreifende Zusammenarbeit stärken und in einem nächsten Schritt dann auch schauen, inwiefern wir hier neue Bündelungen schaffen können. Ich habe schon angesprochen, Bund, Kompetenz hin oder her, Wien, wir werden hier auch zukünftig Geld in die Hand nehmen, wir werden mehr Geld in die Hand nehmen. 2014 wurde ja bereits schon ein Gemeinderatsbeschluss gefasst, der sich damit beschäftigt, sogenannte Matching Grants, Matching Sons zu ermöglichen. Mittlerweile gibt es auf der Bundesebene in Wälde dieses schon angesprochene neue Stiftungsbeteiligung, also die neue Gemeinnützigkeitsbeteiligungsmöglichkeit die private Sponsoren steuerlich begünstigt. Wir warten uns dafür, dass der WWTF in Zukunft private Sponsoren lukrieren können, kann und wir in Wien bis zu zwei Millionen Organisationen diese Wissenschaftsförderung ergänzen können. Wenn uns das gelingt, sehr geehrte Damen und Herren, dann haben wir in Wien hier eine wirklich innovative Arbeit für Österreich geleistet und ich darf noch einmal mehr darauf hinweisen, dass es auf Initiative von Alexander van der Bellen zurückgeht. Es wurde auch die Frage gestellt, naja, Forschungsgelder aufwenden, es fehlt die Strategie. Nein, es fehlt keine Strategie. Es gibt diesen Strategieplan Innovation Wien 2020, der hier klar einen Pfad vorgibt, der offen genug ist, einerseits aber auch klar eine Richtlinie vorgibt, wie wir das Geld ausgeben und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir hier eine Bündelung der finanziellen Mittel auch vornehmen. Selbst komme ich auch aus sozialen Geisteswissenschaften, darum ist es mir auch sehr wichtig, dass wir die nicht in der ganzen Technikförderung links liegen lassen, sondern auch hier die sozialen Geistes- und Kulturwissenschaften weiter fördern, weil ich glaube, ihr Beitrag für die Gesellschaft, für die gesellschaftlichen Herausforderungen ist extrem wichtig und notwendig. Ich möchte jetzt noch ein Projekt vorstellen, das auch im Regierungsübereinkommen erwähnt wird, das ICT-Center Vienna, das Center für Information, Kommunikation und Technologies. Das ist ein sehr wichtiges Projekt oder ein mir sehr wichtiges Projekt, das wir von der Stadt Wien wirklich unterstützen sollen und können. Es gibt, wie Sie wissen, es gibt ein Science-Cluster und andere Cluster bereits in Wien und der IT-Cluster, den wir um die TU Wien, das könnte ja so eine Art Gravitationscenter sein, unterstützen könnten, würde Wien wirklich zu einer IT-Metropole machen können. Was es dazu braucht, ist einfach unsere Unterstützung, wir brauchen hier auch entsprechende Raumangebote, denn die bereits vorhandenen Institute, Start-ups und Unternehmen rund um die TU im 4., 5., 6., 7. Bezirk, die wollen natürlich dort bleiben, weil es dort die kurzen Wege gibt, weil es darum geht, um gemeinsame Infrastruktur, weil es darum geht, auch Spin-offs zu nützen und weil es auch darum geht, in Zukunft hier einen großen Player an Land zu ziehen, der diese ganze Sache noch aufwertet. Also wieder einmal mehr, wo es nicht unbedingt sehr um Geld geht, sondern wo es darum geht, das vorhandene Potenzial, das es in Wien gibt, einfach zu nützen und wir werden diese Chance nicht unverstrichen lassen. Und einen letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, der auch kein Geld kostet, aber der für die Entwicklung einer Wissenschaftsmetropole extrem wichtig ist, das ist die sogenannte Weltoffenheit. Ökonomische, soziale und kulturelle Diversität, das ist etwas, was Top-Städte, Top-Metropolen heutzutage auszeichnet und wo wir in Wien, hier auch hier alle Parteien angesprochen, noch sehr, sehr, sehr viel tun können, wie eine Willkommenskultur hier entstehen kann, die das geistige Know-how hier anzieht und dass es Menschen ermöglicht, die hier in Wien ausgebildet werden, da Alexander Van der Bellen glaube ich hat das ja auch mehrmals erwähnt, aber dann wieder gehen müssen. Hier braucht es noch eine Änderung im Fremdenrecht, dass wirklich Forscherinnen und Forscher aus anderen Städten in Wien ihre Arbeit tun können und die Spitzenforschung hier auch vorantreiben können. Ich möchte dazu einladen, dass wir Diversität als kreatives Potenzial verstehen und dass wir Verschiedenartigkeit als Chancenbereicherung verstehen, denn Diversität macht Metropolen und Diversität macht Metropolen attraktiv. Wir können nicht zulassen, dass sogenannte Fremdenfeindlichkeit, dass die Angst vor Arbeitsplatzverlust oder Arbeitsplatz wegnehmen, hier eine geschlossene Gesellschaft proklamiert wird, die für Wissenschaft, für Forschung, für Erkenntnisgewinn sehr schädlich ist und in weiterer Folge auch für den Wirtschaftsstandort und so weiter. Ich möchte einladen, denn das ist etwas, was Wissenschaft sehr braucht, für eine Offenheit, für Neues, für externes Wissen und hier können auch weitere wissensintensive Dienstleistungen entstehen. Wir brauchen Brain Circulation, Internationalität und wir brauchen genau das, was heutzutage notwendig ist, die Verflechtungsbeziehungen zwischen verschiedenen Wissensproduzentinnen und Produzenten, zwischen den Institutionen, zwischen Städten und zwischen Staaten. Das alles, meine Damen und Herren, bringt qualifizierte Forscherinnen ins Land, bringt die Wissenschaft voran. Und in diesem Sinne möchte ich, dass wir Wien als Salad Bowl verstehen und uns an diesem Wiener Salat, an diesem gemischten bunten Salat in Zukunft auch sehr erfreuen können. Dankeschön. Die Restredezeit Ihrer Fraktion beträgt noch drei Minuten. Als Nächster zu Wort geben, jetzt hat sich die Gemeinderätin Schweiger-Steinzel. Selbstgewählte Redezeit zehn Minuten. Herr Vorsitzender, Herr Stadtrat, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie glauben es mir wahrscheinlich nicht, aber es ist so, ich bin vor dieser meiner Anpflegsrede an diesem Rostrum leicht nervös, weil erstens bin ich hier in einer neuen Funktion, als Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete eben auch und darauf freue ich mich sehr, zuständig für Kultur, Kulturpolitik in diesem wunderbaren Ausschuss und zweitens bin ich hier als Vertreterin einer neuen politischen Familie der Freiheitlichen Partei Österreichs, in der ich mich sehr wohl fühle. Um es hier gleich vorweg zu sagen, ich finde es schade, ich amtiere ja noch als Bezirksvorsteherin der inneren Stadt, nicht um Doppelbezüge zu kassieren, wie Sie vielleicht vermuten, zu Unrecht, sondern weil mein Amt eben erst am 22. Dezember aushört und ich es dann gerne auch an meinen hoffentlich erfolgreichen Nachfolger von der ÖVP übergeben werde, sondern weil es eben auch eine Zeit braucht, um Dinge abzuschließen und auch aus einer gewissen Nostalgie, auch ich wurde an einem 22. Dezember vor zehn Jahren angelobt als Bezirksvorsteherin der inneren Stadt. Ich finde es übrigens schade und dass Herr Bürgermeister Heupe und ich hätte mich sehr gefreut, wenn Herr Vizebürgermeister Johannes Gudenus bei meiner Verabschiedung diese vorgenommen hätte und auch die Angelobung der neuen Bezirksvorstehungen des Bezirksparlaments, denn immerhin er ist dank eines großartigen Wahlerfolges immerhin fünf Prozent mehr, zehnmal leider fünf Prozent weniger, die Grünen sind stagniert, auch ein bisschen weniger, hätte er absolut das Anrecht und wäre eine würdige Vertretung der Stadt Lüge, im ersten Bezirk die Angehörigen vorzunehmen. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, sehe darin aber einen gewissen politischen Winkel Bezug des Bürgermeisters nicht, der immer kleiner werdenden ÖVP, dass sie den nicht amtsführenden Stadtrat Blümel zu dieser formellen Aktion entsenden. Aber weshalb ich darauf überhaupt eingehe, es ist ein Zeichen der politischen Unkultur, dass man eine Partei, die mehr als 30 Prozent in Wien an Bürgerinnen und Bürgern hinter sich schauen konnte, ausgrenzt. Ich bin zu euch gegangen als unabhängige Kandidatin in die Freiheitliche Partei Österreichs, weil ich mit dieser Ausgrenzungspolitik aufhören möchte, weil ich als eine Symbolfigur, aber mit Inhalt für den Dialog gegen die Ausgrenzung dieser wichtigen Kraft in Österreich eintreten möchte. Es ist kein guter politischer Stil und es ist eine demokratiepolitische Dummheit, ein großes Wählerspektrum auszuglammern, auszugrenzen, das immerhin dazu geführt hat, dass es in diesem Gemeinderat und Landtag eine Fraktion der FPÖ von 34 Mandaten gibt, immerhin die zweitstärkste Fraktion im Landtag und im Gemeinderat von Wien und da gehört schon einiges dazu, so zu tun, als wären sie nicht da. Aber lassen Sie mich kurz zum eigentlichen Thema kommen, der Kulturpolitik. Die Kulturpolitik in Wien ist, gerade weil das eine solche Kulturmetropole ist, gewachsen aus der Geschichte mit einer großen Tradition, das Aushängeschild Wiens, nicht nur, weil deshalb Millionen Touristen kommen und ihr Geld dalassen, sondern vor allem deshalb, weil es zu unserer kulturellen, politischen, gesellschaftlichen Identität gehört. Und ich finde, gerade deshalb ist kulturpolitische Arbeit so wichtig, weil sie diese Identität stützt. Etwas, was wir in der heutigen Zeit unbedingt brauchen, weil wir Gefahr laufen und die verschiedenen Debattenbeiträge vor allem der Grünen haben mich in diesem Eindruck gestärkt, weil wir Gefahr laufen, dieses Bewusstsein für unsere Kultur zu verlieren. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und ich habe auch in diesem Konvolut des Regierungsübereinkommens Rot-Grün geblättert, studiert und gelesen und ich habe auch die kulturellen Guidelines inhaliert, die offenbar die Handschrift der Grünen tragen, wie zum Beispiel mutiges Stadtbild, da schrillen bei mir schon die Alarmglotten, wie Freiräume der Stadt für Straßenkunst, auch da schrillen Alarmglotten, denn Straßenkunst ist meistens in der inneren Stadt kaschierte Bettelei und führt dazu zu einer absoluten Verpraterisierung, Wurschtelprater, wo er hinkehrt, aber nicht in die innere Stadt. Und dann natürlich das berühmte Gender und Migrant Mainstreaming, also ich muss mich erst an diesen Sprech gewöhnen. Ich finde Sprech überhaupt falsch. Ich halte es lieber mit der Sprachkultur. Das ist wichtig. Wir sagen ja auch allen Migranten, Flüchtlingen, die zu uns kommen, sie müssen, um hineinzuwachsen, in unsere Gesellschaft die Sprache beherrschen. Bitte verschonen Sie alle diese Menschen, die jetzt hier sind, mit dieser ideologisch gefärbten Verbeihornung von Begriffen, die nur dazu führen. Gesellschaftsveränderung in ihrem Unsinn zu erzwingen, obwohl sie wählerpolitisch und in ihrer Kraft sehr schwach geworden sind. Und verehrter Herr Stadtrat Meilert-Pokorne, wir kennen uns seit zehn Jahren jetzt und haben manche Streuße ausgefochten, aber im Wesentlichen sehr gut und mit Verständnis kooperiert. Ich kann Ihnen, und Sie vertreten ja hier die Mehrheit in dieser ohnehin schwächeren Stadtregierung, ich kann Ihnen nur den Rat geben, der Hund soll mit dem Schwanz wackeln, aber nicht der Schwanz der Grünen mit dem Hund der SPD. Ich lasse einige Module aus, weil vieles hier schon gesagt wurde, vor allem die Doppelgleisigkeiten in den kulturellen Institutionen der Stadt Wien und das Verstecken vieler, vieler Millionen Gelder in der Wien Holding, die natürlich sehr in der Kulturpolitik der Stadt mitmischen muss und die sich eigentlich der Kontrolle durch die Abgeordneten des Gemeinderates und des Landtags entzieht. Das finde ich schade, das ist ein wesentlicher Kritikpunkt. Abgesehen davon, ein Beispiel nur, das Haus der Musik, Wien ist eine Musikstadt, das Haus der Musik, der Herberg, das Archiv der Wiener Philharmoniker, ist also eine wichtige Institution. Die bekommen, glaube ich, eine Million 35 Zuwendung an Euros, ich glaube, die Million ist weg, und zwar für die Miete, an wen? Für den Immobilienbesitzer, und wer ist der Immobilienbesitzer, dreimal dürfen Sie raten, die Wienholding. So bleibt dem Haus der Musik nur mehr übrig, mit 35.000 Euro das Auslangen zu finden, das geht natürlich nicht, deshalb müssen Sie Ihre kulturelle Aktivität auslagern, Sie tun das mit dem Casa de la Musica in Puebla in Mexiko, sehr erfolgreiches, schönes Projekt, aber dass man was auslagern muss, damit man in Wien überhaupt als Kulturinstitution überleben kann, ist irgendwie eine Fehlentwicklung. Hier sollte es anders gehen. Lassen Sie mich noch zum Abschluss zur kulturellen Identität kommen, und dazu, da bin ich fast am Thema vorbei, es ist nicht Ihre Zuständigkeit, Sondern die Zuständigkeit von der Stadträtin Vasilakow, gehört natürlich die bauliche Substanz, das kulturelle Erbe, das wir von dem imperialen Tradition der Habsburger über die bourgeoisie Architektur der Ringstraße bis hin zur moderne Los und so weiter, Otto Wagner übernommen haben. Ein Schatz, der uns einmalig macht in der Welt. Und ich stelle die Grächenfrage, wie halten Sie es mit dem UNESCO-Welterbe, dem kulturellen Welterbe für Wien. Und da kann ich nur sagen, Sie haben sich 180 Grad gewendet. Es gab eine Hochhausrichtlinie nach dem Erteilen des kulturellen Welterbestatus, wo absolut dieser rechtliche Titel im Managementplan der Stadt Wien integriert war. Es gab eine Hochhausrichtlinie, wo es Ausschlusszonen für Hochhäuser gab. Und auf einmal, wie durch Geisterhand 2014, ist dieser Begriff überhaupt verschwunden. Es gibt ihn nicht mehr. Man macht ein neues Hochhauskonzept, wo das nicht mehr vorkommt. Man macht ein Konzept Glacier, wo man quasi ermöglicht, durch sogenannte Reparaturzonen, was sind Reparaturzonen? Das sind wahrscheinlich, da möchte ich fragen, was das bedeutet. Ob das alles Stellplätze sind, künftige Positionierungen von Hochhäusern. Also, unmittelbar auf dem Glacier, wo viele Freiräume sind, wo ja auch das neue Künstlerhaus hinkommen soll. Und ich hoffe, es wird koordiniert mit dem Bundesdenkmalamt. Und es wird nicht wieder eine Sichtachse in Frage gestellt zur Karlskirche und so weiter. Deshalb, alles gut und schön, aber mit diesem kulturellen Erbe, dem historischen Weltkulturerbe, da dürften Sie es nicht so ernst meinen, Frau Maria Vasilaku, die auch geschrieben hat in einem Brief auf eine entsprechende Anfrage in der Bezirksvorstehung, der Stadtraum Glacier als Teil der Wiener Innenstadt ist als lebendiges Zentrum weiterzuentwickeln, hört, hört, und ist kein Museum. Okay, der Schutz des wertvollen kulturellen Erbes steht zwar an erster Stelle, aber ebenso wesentlich ist die Einbindung der historischen Bausubstanz in einen lebendigen Stadtorganismus. Das Stadtgefüge mit seinen Straßenplätzen und Grünräumen soll auf den Themen Kunst und Kultur und so weiter Raum schaffen. Also, es ist ein Widerspruch zu dem, was wir hier übernommen haben. Es ist ein Widerspruch zur Verpflichtung der Stadt Wien im Managementplan für neue Bauten und kulturelle Institutionen das Weltkulturerbe zu respektieren. Es ist ein Widerspruch gegen den völkerrechtlichen Vertrag zwischen der Republik Österreich und der UNESCO und daher stelle ich zum Schluss den Beschlussantrag mit den Forderungen für eine Neuausrichtung und Korrektur des Stadtentwicklungsplanes Step 2025 für ein neues Hochhauskonzept, das dem Weltkulturerbe zweifelsfrei gerecht wird und für die Berücksichtigung der Weltkulturerbe Gebiete, Schutz- und Pufferzonen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Und in diesem Zusammenhang mit voller Überzeugung fordere ich den Rücktritt der Stadträtin für Planung, Verkehr und so weiter, Frau Basilakow. Beifall CDU und BÜNDNIS 90 überzogen worden, daraus ergibt sich eine Restredezeit von sieben Minuten. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich die Frau Gemeinderätin Magister Straubinger. Selbst gemeldet die Redezeit 20 Minuten. Sehr geehrter Vorsitzender, Herr Stadtrat, meine Damen und Herren, jetzt muss ich kurz eingehen auf die Frau Gemeinderätin Stenzel, die gemeint hat und gesprochen hat von unserer Kultur und unserer Identität und ich glaube ganz ehrlich, also wir haben nicht die gleiche Kultur und wir haben auch wahrscheinlich nicht die gleiche Identität, weil wir einen ganz anderen Hintergrund haben beispielsweise und weil Main, zumindest Horizont, jetzt auch über den ersten Bezirk hinausreicht und vielleicht nur einfach auch zur Information als als Gemeinderätin sind Sie auch zuständig für 23 Bezirke und nicht nur für die innere Stadt. Wir haben vor allem auch als Stadt hier eine sehr vielfältige Kultur, weil diese Stadt auch vielfältig ist und die Menschen, die in ihr leben und zwar ganz unterschiedlich von Menschen, die aus den Bundesländern kommen, die aus dem Ausland kommen, von Menschen, die jung sind, die älter sind, die sich für Volksmusik interessieren, für Wiener Lied, für Theater oder für bildende und moderne Kunst und Kultur und so vielfältig wie diese Stadt ist und die Menschen, die in ihr sind, so vielfältig ist auch das Kulturangebot und so soll es auch sein. Vor allem aber leben wir in einer Stadt, die auch vor großen Herausforderungen steht und vor vielen Veränderungen auch steht. Das ist auch schon angekündigt bei der Budgetdebatte, also am Anfang sozusagen bei der Generaldebatte, dass wir in Wirklichkeit natürlich von einer Krise zur nächsten aufwandern seit dem Jahr 2008, von einer Finanz- und einer Wirtschaftskrise, zwischen da vergisst man schon die Euro-Krise, die es gab und jetzt auch die Herausforderungen mit der Flüchtlingskrise oder mit den Flüchtlingsbewegungen werden. Und das führt natürlich auch zu einer einfache Situation beim Budget. Das führt dazu, dass man in anderen Ressorts in der Stadt sozusagen die Auswirkungen spürt, mit geringeren Einnahmen, mit einer hohen Arbeitslosigkeit, mit Maßnahmen, die notwendig sind, bei Ausbildung oder auch im sozialen Bereich. Wien wächst zusätzlich noch, das heißt jedes Jahr 25.000 bis 30.000 Menschen mehr. Auch das sozusagen ist natürlich eine Herausforderung, die Infrastruktur bereitzustellen, von Schulen, Kindergärten angefangen, bis zur kulturellen Infrastruktur. Wir haben eine gute Ausgangsbasis in der Stadt, wir haben eine hohe Lebensqualität und die wollen wir auch behalten. Und bevor ich gerade kurz darauf eingehe, ein paar Anmerkungen zu Themen, die vorher gemacht worden sind, zum Thema Turnhallen, Wettelei und BIT von den Neos beziehungsweise von der ÖVP. Kurz zum Thema Bettelei, das ja im Landessicherheitsgesetz auch geregelt ist, das jetzt auch neu im Ressort von Stadtrat Maylard Bokorni ist, also die Thematik. Wir haben das mehrmals hier schon im Hohen Haus auch diskutiert. Wir haben es geregelt in dem Sinne, dass es ein Verbot der gewerbsmäßigen Bettelei gibt, es gibt ein Verbot der aggressiven Bettelei, es gibt ein Verbot des Bettens mit Kindern, es ist sehr umfassend das dahinter steht, ist das Problem der Armut. Und das sozusagen muss mal vorrangig gelöst werden. Und das Zweite, das dahinter steht, ist, dass es eine Frage der Vollziehung ist, und da gehe ich konform mit dem Herrn Gemeinderat Ulm, nämlich eine Aufgabe der Polizei, die auch dem Innenministerium untersteht, das muss man auch mal sagen, wo auch die Innenministerin gefordert ist, entsprechend Personal zur Verfügung zu stellen und wir zwar die Polizei bitten können als Stadt, aber hier keine Weisungen erteilen können. Ich sehe es auch beim Sport durchaus so, dass man dieses Angebot noch verbreitern muss, dass man Flächen sozusagen für breitere Teile der Bevölkerung auch bereichstellen muss, wie zum Beispiel auch die Turnhallen in den Schulen. Das ist allerdings etwas, was im Bereich und in der Geschäftsgruppe Bildung passiert und was auch schon im Regierungsprogramm verankert ist und auch die Stadträtin Frauenberger schon thematisiert hat, dass das geplant ist für die nächste Zeit, es auch Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen. Und was den BIT betrifft, auch hier ist es keine Reduktion nur um die Auslandsbüros, die gewandert sind jetzt in die Wienholding oder in die Wienholding wandern werden, wenn es beschlossen wird im Gemeinderat nächste Woche, sondern da ist zusätzlich sozusagen auch noch eine Kürzung erfolgt und der andere Teil ist auch in den Geschäftsgruppen selbst und nachdem wir ein Medientransparenzgesetz haben seit einigen Jahren ist das auch dort nachvollziehbar und nachlesbar. Wir haben also in den verschiedenen Ressorts schon diskutiert, was das bedeutet, ein enges Budget, ein Budget sozusagen, das von den Einnahmen her nicht so steigt, wie wir uns das wünschen würden, weil die Wirtschaft eben nicht floriert, weil es schwierige Zeiten sind und man sieht, wenn man andere Länder anschaut, weil das betrifft ja nicht nur Wien, das betrifft nicht nur Österreich, sondern das betrifft in Wirklichkeit mehr eigentlich auch als Europa sozusagen, eigentlich ist es ja ein weltweites Phänomen, aber wenn man sich andere europäische Städte auch anschaut, dann wird dort und werden dort oft Theater geschlossen, dann wird dort der Ruf nach mehr privat sozusagen laut, vor allem bei der Kultur wird gespart, weil es eben nicht als sozusagen überlebenswichtig gesehen wird, es wird eine Frage nach Auslastung und nach Notwendigkeit gestellt und all das passiert in Wien nicht. Da gibt es ein Bekenntnis und auch wenn das sozusagen manchmal belächelt wird, dass das im Regierungsprogramm steht, aber ich finde es wirklich auch wichtig, sinnvoll und notwendig, es gibt ein Bekenntnis zu einer öffentlichen Kulturförderung für alle, die in Wien hier leben, aber nicht nur, sondern wie es auch in anderen Bereichen der Fall ist, versorgt Wien mit Kultur auch eigentlich ganz Österreich, nicht nur sozusagen die Nachbarbundesländer, denn in die Musicals, in die Theater kommen, zu den Festwochen kommen aus allen Teilen Österreichs die Menschen zu den Christkindlmärkten oder auch zu den großen Sportveranstaltungen, nachdem das jetzt auch alles sozusagen unser Ressort ist. Es gibt ein Bekenntnis, ein ganz klares zur Teilhabe, nämlich für kostenlose, für kostengünstige Kulturangebote in der Stadt, und zwar in der ganzen Stadt und auch zur Vermittlung dieser Kulturangebote und es gibt ein klares Bekenntnis zur Nahversorgung und zur flächendeckenden sozusagen auch Kulturversorgung in den Stadterweiterungsgebieten und in den Außengezirken, ob das mit Kulturneubauten der Fall ist oder mit lokalen Initiativen und mehrfachen Nutzungen, die es gibt. Aber der Kollege Woller hat das schon intensiv ausgeführt, den Kulturbereich, aber wir haben ja in diesem Ressort auch den Wissenschaftsbereich und ich freue mich sehr, das ist ja auch immer ein durchaus positiv, wenn auch neue Gemeinderäte und Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinderatsausschuss kommen, weil es auch neue sozusagen Sichtweisen und Inputs auch gibt und diesmal auch der Wissenschaftsbereich durchaus ein bisschen intensiver beleuchtet worden ist, wie das in anderen Debatten oft der Fall war. Das heißt, neben dem Wissenschaftsresort und sozusagen diversen anderen Agenten möchte ich mich jetzt vor allem auf den Wissenschaftsbereich hier auch konzentrieren, weil es ein Bereich ist, der für die Stadt von ganz immenser Bedeutung ist, weil es einfach ein wirklich wesentlicher Zukunftsbereich ist, Wissenschaft, Forschung, Technologie, Innovation für diese Stadt. Denn wie die Arbeitsplätze geschaffen werden sind, ob das Arbeitsplätze sind, von denen die Menschen leben können, ob sozusagen neue Betriebe entstehen, ob neue Medikamente vielleicht entwickelt werden, ob diese gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, gelöst werden und gut sozusagen gehändelt werden können, auch in der Stadt. Das hängt ganz wesentlich von dem Erfolg ab, den wir in diesen Bereichen haben. Gerade in schwierigen Zeiten ist es aber auch notwendig, Veränderungen vorzunehmen. Es sind Ideen, es sind Kreativität auch gefragt und das zeigt sich im Regierungsprogramm und zwar in allen Ressorts, aber ganz besonders auch im Ressort Kultur, Wissenschaft und Sport. Da kann man sich dann überlegen, wie schaut der Weg aus, kürzt man Förderung und sagt man, man ist ja eigentlich nicht zuständig für Wissenschaft, weil es ist eine Bundesangelegenheit oder sozusagen sperrt man einfach auch Theater zu. Das tut man alles in Wien nicht, sondern wir setzen auf einen Weg, der vor allem auf einer stärkeren Vernetzung, einer stärkeren Kooperation und dadurch auch stärkere Synergieeffekte setzt. Und das gilt jetzt schon für die Kultur, das ist auch schon zum Teil erwähnt worden, ob das die Festwochen sind, die mit lokalen Initiativen kooperieren, ob das das Volkstheater in den Bezirken ist, ob das andere große Einrichtungen sind, die mit kleineren Einrichtungen kooperieren, ihnen auch Raum zur Verfügung stehen, das gibt es und das soll auch in Zukunft verstärkt werden. Das heißt, in die Bezirke gehen, mit den lokalen Initiativen vor Ort auch zu kooperieren, die Bezirksmuseen beispielsweise auch aufzumachen für lokale Vereine oder auch die Bildungsorte, die es sonst noch so gibt, von den Volkshochschulen über die Häuser der Begegnung auch für kulturelle Zwecke zu nutzen. Und das gilt ganz besonders auch für die Wissenschaft und für die Forschung. Wenn wir da erfolgreich sein wollen, wenn wir in Zeiten relativ knapper Budgets Schritte weitergehen wollen und auch in diesem Bereich etwas weiterentwickeln wollen, dann ist es notwendig, in diesem Bereich verstärkt auf Kooperation zu setzen. Es ist schon gesagt worden, dass wir von einer guten Ausgangsbasis ausgehen und das ist nicht etwas, was es erst seit gestern gibt und seit vorgestern gibt, sondern auch nicht seit Rot-Grün sozusagen, seit dem Rot-Grün 1, sondern man muss schon dazu sagen, das gibt es schon viel, viel länger, es gibt schon seit 20 Jahren, dass die Stadt eine sehr konsequente und stringente Wissenschafts- und Forschungspolitik verfolgt. Und die findet sich aktuell in mehreren Rahmen sozusagen Strategien oder in mehreren Dokumenten auch wieder, im Regierungsprogramm natürlich, aber auch in der Smart-City-Strategie und vor allem auch in der FTI-Strategie, in der neuen, die erst am Ende September beschlossen worden ist und wo innovatives Wien 2020 die nächsten vier Jahre sozusagen vorzeichnet, wo die Schwerpunkte auch liegen in der Stadt und natürlich auch, um den IKT-Bereich nicht zu vergessen, in der digitalen Agenda der Stadt, die auch erst vor kurzem beschlossen wurde. Da gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung und vielleicht können Sie sich, Herr Gemeinderat, wiederkehren, das auch anschauen, stellen, sozusagen, es ist auch zum Download zur Verfügung, die FTI-Strategie Innovatives Wien, also da gibt es schon ganz klare Schwerpunkte, auch weil das nicht, weil das sozusagen auch moniert worden ist, es gibt keine Schwerpunktsetzungen in der Politik der Stadt, Life Science, Mathematik, Physik, der IKT-Bereich, aber auch der GSK-Bereich sind ganz zentrale Stärkefelder und Schwerpunktsfelder in der Forschungspolitik der Stadt, der GSK-Bereich auch ganz besonders, weil er natürlich Antworten liefern kann für die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ob das Alterung der Gesellschaft ist, ob das Integration oder Bildungsfragen auch sind, aber auch Klimafragen beispielsweise, also dazu braucht man auch den GSK-Bereich. In Zukunft wollen wir diese auch verstärkt einladen, sich mit diesen großen Herausforderungen zu beschäftigen, zu beschäftigen, wir wollen auch thematische Schwerpunktsetzungen in der Stadt festlegen, um zum einen die Sichtbarkeit der Wissenschaft zu erhöhen und der Forschung in dieser Stadt, aber natürlich auch um diese thematische Auseinandersetzung Fragen zu verstärken, die uns für die Stadt sozusagen zentral und wichtig sind. Es gibt in der Stadt um ein weiteres Beispiel zu nennen für eine Veränderung und auch für eine Weiterentwicklung eine ganz große Palette eigentlich an Förderungen und Förderinstrumenten von der MA7 sozusagen angefangen bis zum WWTF und dazwischen quasi gibt es eine Reihe an Fonds und Stiftungen in der Stadt an kleineren und größeren von der Hochschuljubiläumstiftung bis zur medizinisch-wissenschaftlichen Forschung, die wichtige Projektunterstützungen für die Universitäten liefern. Für die Zukunft wird man sich da anschauen quasi, ob die auch die gewünschten Effekte erzielen, ob sie manche Instrumente noch effizienter eingesetzt werden können. Man wird sie evaluieren und man wird auch sehen quasi, ob man hier wenn nötig Veränderungen initiiert. Ein weiteres Beispiel für eine Weiterentwicklung und Veränderung ist auch, dass wir im Regierungsprogramm festgeschrieben haben, es muss auch mehr privates Geld in die Wissenschaft und in die Forschung. Grundlagenforschung finanziert sich immer noch in erster Linie durch den Staat und ganz viele bahnbrechende Forschungs-, sozusagen revolutionäre technologische Entwicklungen sind in Wirklichkeit mit öffentlichen Geldern entstanden und private Firmen sozusagen profitieren jetzt davon. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber es kann nicht sein, sozusagen, dass der Staat und auch die Stadt hier zuzahlt, ohne quasi dann auch private dazu animieren zu können oder auch ein bisschen vielleicht auch überreden zu können. Das ist das eine Gemeinnützigkeitsgesetz des Bundes, das jetzt verabschiedet worden ist, dass es möglich machen wird, quasi private Gelder auch verstärkt einzuwerben, weil sie dann steuerlich auch absetzbar sind, wo wir mit den Matching Grants beim WWTF dann hoffentlich sozusagen ein neues Instrument auch haben, das erfolgreich ist. Und es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, der vor allem auch für die unternehmensnahe Forschungsförderung relevant ist, nämlich sich auch anzuschauen, ob nicht auch Unternehmen die Förderungen bekommen, sozusagen, wenn sie kleine Startups sind und dann erfolgreich sind, einen Teil dieser Subventionen, wenn sie erfolgreich sind, auch wieder zurückzahlen an die Stadt, ob das rechtlich möglich ist, denn damit hat man natürlich auch mehr Geld zur Verfügung, das wieder in einen Kreislauf eingespeist werden kann und wo auch Neues dann wieder und verstärkt gefördert werden kann. Ein weiteres Beispiel, Kooperation für sozusagen eine verstärkte Entwicklung auch in diesem Bereich, Kooperation zum einen zwischen Unternehmen, Traditionsunternehmen und jungen Startups beispielsweise, zwischen großen und kleinen Unternehmen, zwischen außeruniversitärer Forschung und Universitärer Forschung, weil es zum einen natürlich Kosten spart, wenn zum Beispiel bei Forschungsinfrastrukturen, die teuer sind, wo die Stadt sehr oft auch unterstützt, wenn das von mehreren Einheiten genutzt wird, die Auslastung eine bessere ist, aber gleichzeitig natürlich auch, weil es ganz wesentlich ist, dass man interdisziplinär arbeitet, wenn man Anregungen bekommt, wenn man miteinander spricht, wenn man neue Ideen und neue Inputs auch außerhalb des eigenen sozusagen Blickfelds mitnehmen kann. Wir wollen aber nicht nur diese Vernetzung und Kooperation innerhalb der Forschungskommunities und zwischen den Unternehmen, sondern wir wollen sie auch quasi zwischen Wissenschaft und Politik oder zwischen Wissenschaft und den Bürgerinnen und da quasi ist schon sehr viel passiert an Austausch und an Vernetzung in den letzten Jahren. Die FTI-Strategie, also Innovatives Wien 2020 oder auch die digitale Agenda ist entstanden mit einer ganz starken Beteiligung auch der Bevölkerung und unter starker Einbindung auch der Bevölkerung. Aber auch da quasi wird man in Zukunft noch einen Schritt weiter gehen und das ist auch verankert im Regierungsprogramm, nämlich Open Innovation auch auszubauen, das heißt Bevölkerung reinzunehmen, diese 1,8 Millionen Köpfe, die wir haben quasi in Wien momentan, die auch sozusagen und deren Wissen auch zu nutzen für die Stadt. Und auch quasi neben Open Innovation auch diesen Bereich des Open Data und Open Government weiter fortzuführen in der digitalen Agenda sind die nächsten Schritte sehr klar auch aufgelistet. Es hat in den letzten fünf Jahren sehr viele Schritte gegeben, eine ganze Reihe an Datensätzen, die freigegeben wurden, die kostenlos zur Verfügung von der Stadt gestellt wurden und wo bisher schon viel entstanden ist, aber noch immer viel Potenzial drinnen ist. Das heißt, es braucht sozusagen auch noch eine Datenkultur, eine offene Datenkultur innerhalb des Magistrats und der Verwaltung. Da gibt es noch einiges an Bedarf im unmittelbaren Lebensumfeld betreffend oder auch politische Prozesse. Da gibt es natürlich auch das Thema der Datensicherheit, die da nie unter den Tisch fallen darf und das manchmal auch so schwierig macht. Und es gibt sozusagen auch Ausbau E-Government, das damit in Zusammenhang steht und den Breitband ausbauen. Das sind alles sozusagen Beispiele für Veränderungen, für mehr Kooperation, für Vernetzung auch innerhalb der Stadt, aber auch zwischen der Stadt und ihren Partnerinnen. Und diese Partnerinnen sind zum einen die Magistratsabteilungen sozusagen mit den Kulturschaffenden, das sind die Magistratsabteilungen aber auch und die Politik mit den Forschenden, mit den Unternehmen und mit der Bevölkerung. Und ich möchte mich an der Stelle auch wirklich sehr herzlich bedanken und bei allen Mitarbeiterinnen des Ressorts, die mittlerweile sehr großen Ressorts, die einfach auch zeigen, dass sie bereit sind, auch neue Wege zu gehen und Veränderungen quasi nicht nur zulassen, sondern auch aktiv mitgestalten für die Zukunft, für eine erfolgreiche Zukunft auch dieser Stadt. Und lassen Sie mich noch schließen mit einer Anmerkung zum Thema Menschenrechtsstadt Wien. Nachdem sozusagen jetzt dieses Thema ja auch von der Stadträtin Frauenberger zum Herrn Stadtratt Meilert Bokorni gewandert ist und wir da jetzt auch zuständig sind für das Thema Menschenrecht und gestern der Internationale Tag dafür auch war. Das ist natürlich eine Querschnittsmaterie und passt so gesehen sozusagen in jedes Ressort. Ich finde, es passt allerdings schon wirklich auch besonders gut ins Kulturressort, weil es natürlich eine Frage auch der Kultur ist und der Menschenrechte auch ist und in einem engen Zusammenhang steht, wie geht man miteinander um, wie respektiert man einander in aller Unterschiedlichkeit und quasi gibt es auch eine Kultur der Offenheit. Und da gibt es ein grundsätzliches Recht darauf, das ist sozusagen festgeschrieben und in der Theorie sozusagen vorhanden. Das ist natürlich in einer Stadt wie Wien oder in einem Staat wie Österreich in einem für höheren Ausmaß vorhanden wie in anderen Ländern. Aber wir wollen quasi, dass diese Rechte auch wirklich Realität sind und zwar auf einem sehr hohen Niveau und zwar für alle, egal wie alt sie sind, egal woher sie kommen, egal wie lange sie schon da sind, egal wen sie lieben und wie sie lieben und auch egal wer ihre Eltern sind und wo ihre Herkunft ist. Wir wollen ein Wien, quasi ein Wien, das ein Zuhause für alle ist und wir wollen ein Wien, das allen Menschen eine Zukunftsperspektive bietet. Und eine Stadt, zwei Millionen Chancen, das ist die Überschrift über dem Regierungsprogramm der neuen rot-grünen Regierung und ich glaube, das ist eine Überschrift, nämlich diese Chancen auch zu nutzen. Das ist etwas, wofür es sich lohnt zu arbeiten in allen Ressorts in der ganzen Stadt, aber ganz besonders auch im Kultur-, Wissenschaft- und Sportressort. Danke. Applaus Zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Kops. Seine selbstgewählte Redezeit ist fünf Minuten. Die Restredezeit der FDP wäre sieben Minuten. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Stadtrat, sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich ja heute auch eine Premiere, nicht meine erste Rede, aber es ist meine erste Rede im neu geschaffenen Ausschuss im Ressort Kultur, Wissenschaft und Sport. Der Grund ist ein ganz banal, aber auch erschreckender, finde ich. Die rot-grüne Verliererkoalition, ja, ja, ist erschreckend für mich, die rot-grüne Verliererkoalition hat das Bildungsressort zerschlagen und die einzelnen Bereiche aufgeteilt in andere Ressorts. Jetzt haben wir den Sport und den BIT, darüber werde ich mehrheitlich auch heute jetzt reden, das ist jetzt bei der Kultur angesiedelt. Hier sieht man den Stellenwert, wie wichtig eben der Sport bei der rot-grünen Verliererkoalition ist. Mein Kollege Ebinger hat gemeint, na ja, tut er nichts an, Kultur und Sport, die passen ja schon zusammen, nach dem Motto ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja, das kann schon sein, dem kann ich schon was abgewinnen, aber ich glaube kaum, dass die rot-grüne Verliererkoalition nach diesem Motto gehandelt hat. Wenn man sich nämlich die Todierung des Sportbudgets anschaut, dann wird einem schlecht. Seit Jahren ist das Sportbudget untertodiert. Ich habe mir jetzt ganz konkret den Voranschlag für Sportförderungen der MA51 angesehen und hier gibt es auch wieder eine Reduktion für das Jahr 2016. Meine Damen und Herren, der Voranschlag für 2016 sieht für Sportförderungen rund 13 Millionen Euro vor. Das ist gerade für die kleinen Vereine, die hier ehrenamtlich sehr wichtige Arbeit leisten, im Sportbereich sehr, sehr wenig im Vergleich dann zum Budget des BITs. Meine Damen und Herren, das ist eine Reduktion im Vergleich zu 2014 um 5 Millionen Euro und da sieht man den Stellenwert, den der Sport bei Rot und Grün hat. Auf der einen Seite streicht Rot und Grün wichtige Förderungen im Sportbereich und auf der anderen Seite, da bin ich jetzt beim BIT, wird zum Beispiel beim BIT, beim Presse- und Informationsdienst nichts eingespart, gibt es keine Einschränkungen, wird aus dem vollen geschöpft. Und gerade die Grünen, muss ich da an die Pflicht nehmen, gerade die Grünen sind in dem Bereich ja wieder umgefallen. Im Wahlkampf haben sie ja richtigerweise gesagt, das Budget, das Werbebudget der Stadt Wien sollte halbiert werden. Was haben wir nach der Wahl? Sie stimmen dem Werbebudget auch wieder zu und in der Hinsicht sind sie nicht mehr glaubwürdig, meine Damen und Herren von den Grünen. Der BIT, der Presse- und Informationsdienst der Gemeinde Wien eigentlich für mich, der SPÖ, Propagandadienst, kann seit Jahren aus dem Erfolgen schöpfen, nämlich aus dem Steuertopf schöpfen. Das Budget des BITs beträgt 2016 rund 38 Millionen Euro. Im Vergleich dazu, wie schon erwähnt, Sportförderungen nur 13 Millionen Euro. Hier sieht man den Wahlenstehenwert bei Rot und Grün, Propaganda ja, Sport nein. Für parteipolitische Werbung werden Unsummen ausgegeben, werden verschwendet und für wichtige, wirklich wichtige Maßnahmen im Sportbereich ist dann kein Geld da. Das gesamte Werbebudget, meine Damen und Herren, der Gemeinde Wien, beschränkt sich ja nicht nur auf diese 38 Millionen des BITs, da kommen ja noch einige Millionen dazu. Das Werbebudget der Stadt Wien ruht auf mehrere Säulen. Erstens eben offizielle Budget des BITs, 38 Millionen, dann zweitens die Projektmittel, die direkt in einzelnen Ressorts veranschlagt sind, dann haben wir drittens das aufgestockte, Budget der Wienholding. Die Wienholding bekommt jetzt zusätzlich 9,5 Millionen Euro, jetzt zwar ungeschichtet, aber es sind trotzdem 9,5 Millionen zusätzlich für die Auslandskommunikation der Stadt. Das hat früher der Kompressverlag gemacht und durchgeführt. Viertens haben wir das für 2015 ebenfalls aufgestockte Budget der Stadt Wien Marketing GmbH, dann fünftens die Werbebudgets der ausgelagerten Betriebe wie Wiener Stadtwerke, KV oder Wiener Wohnen. Das gesamte Inseratenbudget der Stadt Wien beträgt für 2016 sage und schreibe 90 Millionen Euro, meine Damen und Herren von Rot und Grün und das lehnen wir aufs Entschiedenste ab. Ich möchte aber jetzt, ich möchte aber jetzt, weil ich ja erstmalig auch zu Kunst und Kultur spreche, auch ein bisschen zu Kultur sprechen. Kollege Ebinger wird sich wundern, aber ich habe mir da ein kleines Kunst- und Kulturprojekt herausgesucht und mein Kollege aus dem dritten Bezirk, du wirst es ja auch kennen, eines dieser Kunst- und Kulturprojekte, die hier nach dem Gießkannenprinzip von Rot und Grün pausenlos gefördert werden. Das ist für mich ein Pseudokunst- und Kulturprojekt, das ist für mich ein Mahnmal der sozialistischen Steuerverschwendung. Ich rede von dieser unsäglichen Kunst- und Kulturinstallation Warten auf Vögel 3 von Josef Bernhard. Dieser Schmarrn verrottet seit Jahren Ecke Kuntmanngasse Erdbergstraße, Ernst, du wirst das erkennen und wissen, dort wurde glaube ich 2008 eine Grünfläche zubetoniert und wurden 100 Vogelhäuser dort hingesetzt, schön rot, in schöner roten sozialistischen Farbe angefabelt und wie gesagt, die verrotten dort seit einigen Jahren und stehen mittlerweile auch nicht mehr alle dort. Einige Vogelhäuser sind mittlerweile umgefallen, einige Vogelhäuser sind dort abgebrochen. Für mich ein Schandmal sozialistischer Verschwendungspolitik. Diese sogenannte Kunstinstallation hat zwar nur, sage ich einmal, nur 23.000 Euro gekostet, aber es ist ein typisches Beispiel sozialistischer Steuerverschwendung und hier sieht man die Planlosigkeit Rot-Grünen Stadtregierung und gerade aufgrund ihrer Plan- und Ziellosigkeit werden wir diesem Budget sicherlich nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Abschließend möchte ich noch zwei Beschlussanträge einbringen. Der erste betrifft eine Ausweitung des Angebotes von geförderten sportmedizinischen Kursen für Bedienstete in Pflegeberufen. Hier ersuche ich den Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und Sport erstens das Angebot von geförderten sportmedizinischen Kursen für Bedienstete in Pflegeberufen zu erweitern, zweitens regelmäßig die Bediensteten über diese Kurse zu informieren und drittens vielleicht besondere Anreise zu schaffen, damit diese Kurse von möglichst vielen Bediensteten besucht werden können. In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung beantragt. Der zweite Beschlussantrag bezieht sich auf getrennte Abstimmung einzelner Förderansuchen zu einzelnen Poststücken. Hier suche ich den Stadtrat ebenfalls eine getrennte Abstimmung mehrerer Förderansuchen innerhalb eines Poststückes zu ermöglichen. In Absprache mit dem Vorsitzenden des Ausschusses beantrage ich die Zuweisung zum Ausschuss. Dankeschön. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr Amtsführende Stadtrat Dr. Meilert Bokorni. Ja, danke sehr Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich auch von dieser Stelle herzlich all jene grüßen und begrüßen, die sich erstmals mit dieser Geschäftsgruppe beschäftigen, sei es in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Sport, Information, Rechtsangelegenheiten und mich auch bedanken, dass sie sich mehr oder weniger auch in die Materien eingearbeitet haben und biete Ihnen natürlich sehr gerne eine entsprechende Zusammenarbeit und Kooperation an, so sie gewünscht ist. Die vier Minuten stimmen? Stimmen nicht. Also ich darf ein bisschen länger reden. und freue mich natürlich auch immer über eine anregende Debatte, stehe dafür auch gerne zur Verfügung. Lassen Sie mich vielleicht zu versuchen, einen Bogen über das zu spannen, was wir hier uns auch mit dem Budget 2016 vorgenommen haben. Im Übrigen ein sehr ambitioniertes Budget, ein sehr viel natürlich umfangreicheres Budget, als ich es bisher zu verwalten hatte. Und ich möchte versuchen, das so zu umschreiben, dass ich sage, unsere Vorhaben laufen in die Richtung schwerpunktmäßig natürlich mehr Kultur zu den Menschen und in die Bezirke zu bringen. Das ist etwas, was wir uns in diesem Koalitionsabkommen sehr stark vorgenommen haben. Mehr Wissen auch in die Köpfe zu bringen. Damit meine ich natürlich die Kombination Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologien, aber natürlich auch mehr Bewegung durch und in die Körper zu bringen. Das ist ja letztendlich auch die Hauptaufgabe des Sportes, aber dann auch für den großen Rechtsbereich besser, besserer, klarerer und nachvollziehbarer Zugang zum Recht. Das sind, glaube ich, sehr ambitionierte Vorhaben in den einzelnen Bereichen. Was die Kultur anbelangt, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Stadt ist eine wachsende Stadt, es stellt uns alle vor sehr große Herausforderungen, vor zusätzliche Herausforderungen und ich meine, dass wir, die Frau Gemeinderätin Stenzl ist jetzt leider nicht da, aber, dass wir tatsächlich mehr als nur eine Kultur in dieser Stadt haben, dass wir tatsächlich mehr als nur eine Identität dieser Stadt haben, dass wir tatsächlich auch genau dieser Vielfalt es zu verdanken haben, dass Wien eine offene, eine weltweit anerkannte, eine weltoffene und eben eine diverse Stadt ist. Das, würde ich meinen, unterscheidet grundsätzlich wahrscheinlich diesen Teil des Gemeinderats von diesem Teil des Gemeinderats, der das eher, sagen wir mal, geschlossener sieht, der das eher einmal, sozusagen, sehr viel einheitlicher sieht und der, meine Vermutung, vor dieser Vielfalt, vor dieser Diversität, vor diesen unterschiedlichen Herkünften, aber auch den unterschiedlichen Talenten, die in dieser Stadt es ja gibt, vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Ja, wir wollen sehr viel stärker noch als bisher in die Stadtteile gehen, in die neuen Stadtentwicklungsgebiete, in die Bezirke, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wenn man Wissen, wenn man Kultur, wenn man das Wissen um neue Medien und neue Technologien teilt, mehrt man es. Wenn man teilt, mehrt man es. Und ich glaube, dass wir das für all diese Bereiche, sei das der Rechtsbereich, sei das der Kultur, bei der Wissenschaftsbereich, Informationen, muss das gelten. Halte das im Übrigen für eine sehr, sehr politische Aufgabe, diese Teilung und aus der Teilung auch eine Mehrung, eine Vermehrung zu bekommen. Dieses Hinausgehen oder diese vermehrte Hinwendung auch an an die Bezirke, dort, wo vielleicht noch nicht so sehr Kultur stattfindet, hat ja auch einen sehr banalen Hintergrund. Wenn man für öffentliche Kultur, Wissenschafts- und Sportförderung eintritt, was wir tun, dann sollen möglichst alle auch daran teilhaben können, weil aufgrund unseres Systems ja alle dafür auch zahlen. und das soll auch zurückgegeben werden, das soll zurückgegeben werden, um diese Teilhabe auch stärker noch zu ermöglichen. Wir wollen das erreichen über vermehrte Kulturpartnerschaften, die wir ja teilweise sehr erfolgreich begonnen haben. Wir wollen das erreichen über eine stärkere Vernetzung, wir wollen das erreichen über eine stärkere Partizipation und wir wollen insgesamt eine stärkere Teilhabe auch erreichen. Das heißt nicht, dass man deshalb den anderen Vorhaben in der Wiener Kulturpolitik, die ja von dieser Vielfalt auch gerade lebt, dass man die vernachlässigt. Wir haben nur, weil unser Koalitionsabkommen ja vermehrt angesprochen wurde und da freue mich, dass das so intensiv auch gelesen wird, wir haben darauf verzichtet, eine lückenlose Abhandlung jeder Einzelne unserer Vorhaben aufzuschreiben. Das ist auch bewusst ein anderes Herangehen an dieses Koalitionsabkommen gewesen. Wir haben wichtige Vorhaben beispielsweise nicht erwähnt, weil sie ohne dies in Umsetzung sind. Das schon genannte Wien-Museum. Und da möchte ich auch gerne darauf hinweisen, dass ich insbesondere von der ÖVP und von der FPÖ in der Vergangenheit immer mit großem Hohn und mit den Vorausvermutungen bedacht wurde, naja, das wird ja keine Ausschreibung, das wird eh alles ausgemacht, was das Wien-Museum anbelangt und das brauchen wir gar nicht darüber reden. Ich freue mich, wenn der Kollege Ebinger, wo ist er hinter mir, heute das so positiv sieht, aber der Generalverdacht, dass da irgendwas gemauschelt wird, stand einmal schon eine geraume Zeit im Raum. Wir haben, wir haben glaube ich gerade, was das Wien-Museum anbelangt, eine vorbildhafte Vorgangsweise gewählt, die auch international anerkannt war. Ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen und ist auch wiederum Ausdruck und Symbol einer anderen Grundphilosophie, die wir versuchen mit der Kulturpolitik jetzt auch zu erreichen, nämlich, und ich entschuldige mich gleich für das englische Wort, eine Philosophie des Urban Renewal. Also wir versuchen, die Stadterneuerung, wir versuchen, die vorhandenen Strukturen bestmöglich zu nützen, auszunützen und auch zu erweitern und auch bestmöglich für neue Aufgaben fit zu machen und da ist das Wien-Museum ein gutes Beispiel. Dass wir etwa einen anderen Bereich, der hier oft und oft für heftige Diskussionen gesorgt hat und sagt, da passiert nichts und die Stadt macht nichts. In aller Ruhe haben wir selbstverständlich auch gemeinsam mit dem Bund das Volkstheater so finanziert, dass wir es in die Lage versetzen können, dass dieses traditionsreiche und sehr wichtige und jetzt neu übernommen und gut geführte Haus auch erneuert wird und erwähne das alles nur beispielhaft, um zu zeigen, welche Bandbreite diese Wiener Kultur auch in Zukunft haben wird. Was noch die Wissenschaft anbelangt, die Wissenschaft wurde ja richtigerweise darauf hingewiesen, dass sich da in den letzten, in den vergangenen Jahrzehnten ungeheuer viel getan hat. Die Stadt ist zu einem wirklichen und auch international wahrgenommenen Forschungs- und Wissenschafts- Hotspot geworden. Hier finden ganz, ganz wichtige wissenschaftliche und forschungsmäßige Erneuerungen statt. Die Stadt hat zu den in ihr befindlichen Universitäten durch eine ganze Vielzahl von städtischen Maßnahmen einen neuen Zugang gefunden. Es gibt selbstverständlich die Kooperation der Stadt mit den Universitäten, auch was die Universitätsstandorte anbelangt. Und die Stadt hat auch wesentliche Erleichterungen geschaffen. Sie werden, glaube ich, in der gesamten Wissenschafts- Community niemanden finden, der nicht sagt, ja, da ist wahnsinnig viel geschehen und die Stadt ist ein ganz wichtiger Bündnispartner in dem sonst so schwierigen wissenschaftlichen Umfeld geworden. Und wir werden das selbstverständlich auch ausbauen. Mir persönlich ist es ein Anliegen, dass wir die guten Kontakte, die wir eigentlich der Gesamtheit der Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten haben, vielleicht noch ein wenig stärker mit den Kunstuniversitäten verstärken, die ja tatsächlich auch einen Weltruhm und Weltrang haben. Und da, glaube ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich habe die diesbezüglichen Kontakte auch bereits geknüpft. Dass wir versuchen werden, mit Initiativen wie einem Gästehaus für die hereinkommenden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch beispielsweise mit der Neufassung der Idee und des Brandings des Gesamtbereiches AKH, wo wir mit den Gesundheitsressorts selbstverständlich zusammenarbeiten werden, im Sinne eines Medical Heal, soll nur beispielsweise auch hier erwähnt werden. Besonders sinnvoll erscheinbar die Kombination zwischen Wissenschaft, Forschung und den Informations- und Kommunikationstechnologien. Hier ist die Stadt Wien als Magistrat einerseits Vorreiter in vielen Bereichen, was E-Government anbelangt, Open Data, Partizipation, die digitale Agenda, die bekommen wurde, über ein geistiges Crowdsourcing und hervorragende Vorschläge und Ideen gebracht hat. Da wird es sehr viel geben, was wir in den nächsten Monaten auch angehen werden und angehen wollen, aber immer auch unter der Einbeziehung natürlich der Bevölkerung, weil es ja keinen Sinn macht, solche neuen Entwicklungen zu machen, ohne hier auch die Rückkopplungen stattfinden zu haben. Dass die Information hier auch ein ganz wichtiger Bereich und auch ein ganz wichtiger Zukunftsbereich für die Stadt sein wird, sei auch erwähnt, weil jetzt abseits der durchaus vordergründigen Debatte, wie viel Geld die Stadt für die Information ausgibt, und all die Arbeit, die der BIT macht und gemacht hat, ist ja ein sehr, sehr viel weitergehendes Feld als lediglich die Annoncen oder die Anzeigen und Zeitungen. Gerade in der jüngeren Vergangenheit, gerade was die Informationspolitik und die Informationsarbeit im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise anbelangt, ist ungeheuer viel geschehen. Und zwar weltweit anerkannt, das, was der BIT hier an sehr rascher Information, an Informationstools zur Verfügung gestellt hat, an Informationsforen zur Verfügung gestellt hat, ist einzigartig und hat auch bewiesen, wie flexibel, aber auch wie notwendig so eine Informations- Serviceagentur ist und es wird sich in Zukunft noch erweitern und der Applaus gilt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wird sich noch in Zukunft noch einmal stärker erweitern um die ganzen digitalen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aufstellen. Und deshalb warne ich davor, ich weiß schon, von der Opposition holt man sich immer gerne Einzelbereiche, einmal die Vereinigten Bühnen, dann den BIT, immer wieder heraus, warne aber davor, ein so wichtiges Instrument, das tatsächlich für die Information einer wachsenden Metropole von grundlegender Beteiligung ist, schlecht zu reden. Was den Sport anbelangt, meine sehr geehrten Damen und Herren, beeile mich, weil ich nur mehr drei Minuten Zeit habe, was den Sport anbelangt, möchte ich doch sehr wohl sagen, diese Stadt verfügt über annähernd 10 Millionen Quadratmeter Sportflächen, diese Stadt unterstützt auf breitester Ebene sportliche Aktivitäten, ja auch über Sportvereine, das ist im Übrigen so wie alles andere, überall nachzulesen, digital nachzulesen, im Print nachzulesen, im Vorfeld nachzulesen, im Nachhinein nachzulesen, also warum man hier den Vorwurf der Intransparenz macht, weiß ich nicht und es ist auch nicht so, dass das Budget gekürzt wurde, sondern Sie alle wissen, es gibt dann auch immer wieder Großvorhaben oder Raten, wie beispielsweise Raten für Stadienbau, die dann auslaufen und daher natürlich auch eine Veränderung im Budget mit sich bringen. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Punkte, die gesagt wurden, nicht weiter Stellung nehmen. Aber eines, und die Frau Bezirksvorsteherin noch und Gemeinderätin Stenzel ist noch immer nicht da, aber ich hätte doch gerne auf Sie repliziert. Die Frau Gemeinderätin Stenzel sagt lesend das Koalitionsabkommen und bezugnehmend auf das furchtbare Wort Gender Mainstreaming, gerne können wir auch Geschlechtergerechtigkeit oder Ähnliches dazu sagen, sagt, ja, das ist das beste Beispiel dafür, dass hier der koalitionäre Hund, der Schwanz mit dem Hund wedeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jemand, der so sehr zwischen Parteien, jemand, der so sehr zwischen Ideologien, jemand, der so sehr zwischen Wertehaltungen und politischen Richtungen hin und her wedelt, wie die Frau Bezirksvorsteherin Stenzel, braucht den Vergleich mit dem Wedeln nicht in den Mund nehmen. Aber es haben ja einige von Ihnen Erfahrung damit. Wahrscheinlich hat der Sitznachbar, der Herr Gemeinderat Aigner, ihr da ein bisschen Ätzis geben können. Ich will insgesamt, meine Damen und Herren, sagen, dass dieses Vorhaben, auch das vorhandene und vorgelegte Budget für diesen großen Bereich, der aber einen inneren Zusammenhang hat und der absolut die wichtigen Zukunftsbereiche dieser Stadt umfasst, ein ambitioniertes ist und jedenfalls eines ist, dass all diese wichtigen Vorhaben, die öffentliche Finanzierung, auch die öffentliche Debatte darüber und die gemeinsame Entwicklung, die partizipative gemeinsame Entwicklung dieser Bereiche sicherstellt, dass das ein hervorragendes Budget ist. Ich bedanke mich bei all den mittlerweile auch vielen neuen, auch für mich neuen Gesichtern und Persönlichkeiten, die das vorbereitet haben, sehr, sehr herzlich. Ich freue mich ganz besonders auf die Zusammenarbeit. Es sind riesige Herausforderungen, die vor uns stehen, aber die wir im Sinne der Bevölkerung machen und die wir im Sinne einer Weiterentwicklung einer wachsenden Stadt und zwar einer vielfältig wachsenden Stadt, einer multiethnischen Stadt, einer Stadt, in der die Vielfalt ihren Platz hat, einer weltoffenen Stadt zu machen und in diesem Sinne bitte ich um die Zustimmung zu diesem Budget. Ich danke sehr. Applaus Zur Geschäftsgruppe Kulturwissenschaft und Sport liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wir kommen nun zu den Beratungen der Geschäftsgruppe Gesundheit, Soziales und Generationen. Ich schlage vor, die Debatte zu dieser Geschäftsgruppe mit Post Nummer 4, das ist der Wirtschaftsplan der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund für das Jahr 2016, die Mehrheitsplanung 2016 bis 2020 der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund, sowie die definierten strategischen Ziele des Wiener Gemeinderates für die Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund 2016 bis 2020 gemeinsam durchzuführen, die Abstimmung über den Vorenschlag der Bundeshauptstadt Wien und den Wirtschaftsplan Wiener Krankenanstalten Verbund jedoch getrennt vorzunehmen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Ich darf Damen und Herren des Gemeinderats ersuchen, so vorzugehen. Wir kommen nun zur Beratung der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit, Soziales und Generationen. Zu Wort gemeldet hat sich der Gemeinderat, Diplomentscheid, Dr. Gara. Selbstgewählte Redezeit, zehn Minuten. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Es ist auch meine erste Rede im Gesundheitsausschuss, aber nicht meine erste Rede hier im Gemeinderat. Ich möchte, weil gerade das Gesundheitsthema ist für mich ein so zentrales Thema, ein so zentrales Thema für diese Stadt, damit genau dieses Gesundheitssystem auch langfristig gesichert ist, möchte ich mich eigentlich zuerst bei jenen Menschen bedanken, die im Wiener Gesundheitssystem unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen arbeiten, die leisten hier Gewaltiges, trotz massiver Arbeitszeitverdichtung und letztendlich Verunsicherung. Auch in der Flüchtlingskrise haben sehr viele aus diesem Gesundheitswesen, sehr viele Ärztinnen in Eigeninitiative, in ihrer Freizeit nach Nachtdiensten, eine Notversorgung aufgebaut, bevor diese politisch vereinnahmt wurde. Und das möchte ich hier schon betonen, dass hier auf sehr, sehr vieler freiwilliger Basis sehr viel passiert ist. Auch dafür ein großes Dankeschön. Es gäbe hier so viele Themen anzusprechen, aber ich denke, ich habe fünf Jahre Zeit, mich im Detail zu äußern. Sehr positiv möchte ich vermerken, dass im neuen Wirtschaftsplan gut und richtig eine deutliche Bettenreduktion auch entsprechend dargestellt ist. Ich denke, das ist absolut der richtige Weg, denn wir alle wissen, dass es nur ein vernetztes Gesundheitssystem aus dem Spitalsbereich und dem ambulanten Bereich langfristig nachhaltig sein kann. Auch der Wirtschaftsplan des KV ist deutlich ausführlicher gestaltet, dass so manche andere Wirtschaftspläne, die ich auch gestern schon kurz diskutiert habe. Ich werde trotzdem noch darauf eingehen. Ich finde es auch sehr gut, Frau Stadträtin, dass der Fokus in Richtung Prävention mit dem Gesundheitskonzept 2025 absolut in die richtige Richtung geht. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Pfad. Houston, we have a problem. Das Wiener Gesundheitssystem, nicht nur das Wiener, muss man dazu sagen, erinnert mich trotzdem ein Stückweg an die Apollo 13 Mission. Gestartet mit großen Masterplänen als Trägerrakete musste die Landung aufgegeben werden. Ich hoffe nicht, dass diese Landung aufgegeben wird. Dafür ist es mir zu wichtig, denn nach der Explosion der Kostenversorgungsengpässe herrscht doch ein Stückweg Chaos und Verunsicherung in diesem System. Bei Apollo 13 ist das am Ende gerade noch gut ausgegangen. Und ich hoffe, dass das auch für das Wiener Gesundheitssystem gut ausgeht, denn der Schlüssel der Lösung liegt in der Anerkennung der Krise. Und wir dürfen Dinge nicht schönreden. Wesentlich für mich ist, dass letztendlich die Fakten auf den Tisch kommen, denn es herrscht hier enorme Verunsicherung. In den Medien werden sehr viele unterschiedliche Zahlen kommuniziert. Das hilft letztendlich niemand für ein nachhaltiges Gesundheitssystem. Und nur dann ist letztendlich auch diese Notoperation möglich. Und darauf fordere ich Sie auf, Frau Gesundheitsstadträtin, dass wir hier sozusagen auch in die Gänge kommen, dass all diese Zahlen, Daten und Fakten auch letztendlich auf den Tisch kommen. Denn wie bei Apollo 13, da war letztendlich Improvisation, Mut und Leadership gefragt. Um das Wiener Gesundheitssystem noch sicher zu landen, müssen einfach hier alle an einem Strang ziehen. Und selbstverständlich, möchte ich auch betonen, hat nicht unbedingt auch die Ärztekammer Wien dazu beigetragen, dass die Diskussionen hier leicht wurden. Das muss man auch betonen. Diese sichere Landung ist eben wichtig für die Patientinnen, für die Menschen, die in den Spitälern arbeiten und letztendlich für uns alle. Und daher ist es für mich ein ganz zentrales Thema, dass das Gesundheitssystem nicht auf einem Auge blind ist, sondern dass wir es gesamtheitlich betrachten. Und das bedeutet, solange die unterschiedlichen Bereiche der Gesundheitsversorgung nicht in ganzheitlichen Konzepten gemeinsam, ja komplementär betrachtet werden, gedacht werden, uns die Maßnahmen gesetzt werden, letztendlich auch dann in finanzieller Natur. Ich weiß schon, dass das letztendlich ein gordischer Knoten ist, vor dem wir hier stehen, wo es unterschiedliche Interessensgruppen gibt und die auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist ja nicht einfach. Aber wir haben eine Notsituation und da müssen einfach auch andere Lösungen her. Sonst bleiben eben, das habe ich letztens schon erwähnt, sehr viele der hübsch beschriebenen Masterpläne Makulatur. Wenn ich mir so in die Schlagzeilen der letzten Tage in den Medien betrachte, dann eins von der Presse vom 3.12. Wiener Spitäler, Kahlschlag bei den Ambulanzen. Das hat damit zu tun mit dem Spitalskonzept 2030, weil hier herrscht jetzt ein Stück weg die Verunsicherung. Sprechen wir hier jetzt von Vollspitälern oder Schwerpunktspitälern. In den Medien war es nicht klar herauszulesen, in welche Richtung wir uns hier orientieren. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, denn nehmen Sie an, ein Patient nach einem Unfall, der in ein Spital kommt, ein Chirurg, der versucht, diesen Patienten in der Notaufnahme eine Anamnese durchzuführen, zu behandeln, der braucht natürlich schon ein vielfältiges Set an Spezialisten. Das heißt, es ist sehr schwer denkbar, dass wir in dem einen Spital quasi Augen und Haut machen, in dem anderen Spital nur diese Versorgung. Das wird nicht funktionieren und es funktioniert in einem ganz wesentlichen Bereich nicht und der mir besonders wichtig ist. Wie soll das in der Kinderheilkunde funktionieren? Da ist es noch viel komplexer. Das heißt, darüber möchte ich eigentlich eine sehr genaue Auskunft haben. Was ist denn hier tatsächlich geplant? Und ich möchte, und ich bin hier natürlich noch sehr kurz in der Materie hier, aber ich lerne gerne dazu, deswegen möchte ich auch gerne wissen, was ist jetzt tatsächlich Fakt. Wesentlich und mit dem Arbeitszeitgesetz, wo Österreich insgesamt und wie Ihnen im Besonderen sehr, sehr lange gewartet hat, um das letztendlich auch umzusetzen, mit der Qualität der Patientenversorgung, der medizinisch-fachlichen Arbeit und letztendlich auch die Ausbildungsstandards, die unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sehr schwer zu erfüllen sind. Sehr viele der Jungärzte wandern eigentlich ab. Wir investieren sehr viel in die Ausbildung in Universitäten für Jungärzte, die dann letztendlich in österreichischen oder in Wiener Spitälern sagen, also hier sicher nicht. Da gehe ich lieber nach Deutschland, da gehe ich lieber in die Schweiz. Ein ganz großes langfristiges Zukunftsproblem für die Nachhaltigkeit unseres Gesundheitswesens. Und da hätte ich noch ein paar andere Fragen neben dem Spitalskonzept in Richtung Vollspitäler oder Schwerpunktsspitäler letztendlich auch genauere Informationen und die sind für mich nicht ersichtlich, auch aus den Plänen in Richtung, welche Abteilungen werden geschlossen, was wird zusammengelegt, welche Leistungen wurden in den letzten Jahren wie, von wie vielen Personen letztendlich erbrach, wie viele offene Stellen gibt es, wie viele Leute haben in den letzten Monaten den KfV verlassen, versetzt, pensioniert, nicht verlängert, wie sieht es mit den Fächern aus, wo es Personalmangel gibt, also eine Reihe von Fragen über die zentrale Notaufnahme etc., die letztendlich wichtig sind, die auch zu beantworten. Und ich möchte auch eins sagen, auch Ihr Regierungspartner, die Grünen, haben sich im Thema des Gesundheitsbereiches nicht unbedingt besonders hervorgetan. Da vermisse ich eigentlich grundlegende Auseinandersetzungen mit dem Thema, denn das Einzige, was man von den Grünen im Gesundheitsbereich letztendlich hört, ist die Kritik der Patientenanwälte im Pilz, zumeist an den Ärzten. Und diese Art des Bashings finde ich nicht unbedingt sehr förderlich, wenn es darum geht, dass alle an einem gemeinsamen Strang für ein nachhaltiges Gesundheitswesen entsprechend ziehen sollten. Eine weitere Frage, die ich habe. Ich habe gehört, es gab auch im Wiener Krankenhanschaltenverbund eine Mitarbeiterbefragung im Sommer dieses Jahres. Die Ergebnisse sind nicht so gut ausgefallen in der Befragung dieser Mitarbeiterin. Auch das würde mich interessieren. Wie sehen hier die Ergebnisse ganz konkret aus? Warum ist mir das so wichtig? Weil in Punkt 6 des Spitalskonzeptes 2030 das Thema der Mitarbeiterzufriedenheit, und das zieht sich ja durch sehr, sehr viele Programme, ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Und daher ist es für mich auch wichtig zu wissen, wie sieht denn die Situation aus? Und ich möchte noch auf einen Punkt kommen. Leider sind sehr wenige Kollegen der SPÖ hier anwesend, nämlich die Rolle der Gewerkschaften. Ich habe gestern gehört von der Frau Nowak, wir bräuten unsere Mitarbeiterinnen nicht aus. Also ganz ehrlich, bei sehr vielen Ärztinnen, im Spital, bei sehr vielen Pflegekräften. Und ich kenne sehr viele von den Menschen, die dort vor Ort arbeiten, habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist. Also hier muss man schon sagen, ist die rote Gewerkschaft auf einem Auge wirklich blind. Und auch hier würde ich mir eine entsprechende Ausgewogenheit der Betrachtung erwarten. Denn wenn immer es um Unternehmen geht und gewerkschaftliche Anliegen, da ist die Gewerkschaft mit beiden Augen sofort da. Also hier bitte auch ganz konkret bei den eigenen Menschen und bei den eigenen Leuten, die so wichtig sind im Gesundheitswesen darauf zu schauen, dass die Rahmenbedingungen auch entsprechend eingehalten werden. Auch das ist mir extrem wichtig. Noch ein Punkt, ich habe noch ein paar Punkte, ich werde das etwas überziehen. Und zwar, es gab eine sehr schöne Darstellung der Anpassung der Gehaltszahlungen für Ärzte. Und in sehr vielen Publikationen steht, letztendlich verdienen sie sehr viel mehr. Wenn man allerdings diese Rechnung sehr genau vornimmt, und das habe ich gemacht, dann muss man ehrlich sagen, wenn ich hier eine Oberärztin mit einer gewissen Stufe einschätze, netto bleibt eigentlich weniger über. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass natürlich auch die Ärztekammer, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, also ich habe mir das schon genau angeschaut, dass die Ärztekammer natürlich mit der Grundumlage hier einiges über den Wohlfahrtsfonds entsprechend einstreift. Also auch hier ist die Ärztekammer ganz klar in die Pflicht zu nehmen, das nicht zu tun und darauf zu achten. Und zweitens natürlich, dass der Finanzminister entsprechend mehr verdient. Aber unterm Strich, und das ist der wesentliche Punkt, und hier stimmt die Kommunikation nach außen nicht, verdient man nicht mehr, sondern weniger. Ein weiterer Punkt, weil auch die Überstunden, die hier diskutiert werden, hier werden ja ideal-gückische Szenarien skizziert, die aber so nicht stimmen, weil die Überstunden zu einem gewissen Tag ja gar nicht mehr existieren, weil sie nicht mehr ausbezahlt werden können. Auch das ist Fakt. Kurz noch zur Bewertung des Mehrjahresplans. Ich habe gesagt, die Reduktion der Betten halte ich für extrem sinnvoll. Auch Ausbau der Wochen- und Tageskliniken ist zu begrüßen. Im Bereich der Finanzierung, da muss man bei einigen Punkten schauen. Da wird auch von einigen Fremdfinanzierungen, alternativen Finanzierungen gesprochen. Da habe ich ein bisschen Angst. Geht es da in Richtung vielleicht Teilprivatisierung? Bin ich mir nicht so sicher. Im Investitionsplan sind einige Projekte genannt, die erst in Planung sind. Einige, die letztendlich auch schon gestoppt wurden. Masterplan-Psychiatrie wird nicht andiskutiert. Wenig wird auch zu den ausgeprägten Leistungsreduktionen diskutiert. Krankenhaus Nord gehe ich heute nicht im Detail ein, aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Zum Schluss, zusammenfassend, wie eingangs erwähnt, wir landen dieses Gesundheitssystem nur dann sicher, wenn wir tatsächlich jetzt endlich Transparenz, die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen, damit einfach diese Art von Diskussionen über die Medien etc. nicht zu einer Verunsicherung unserer Mitarbeiterin im Gesundheitswesen führt. Denn das finde ich beschämend. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, bin ich besorgt, dass natürlich auch teilweise ein radikaler Kahlschlag, von dem wir noch nicht wissen, wo er hinführt, vielleicht doch zu dem führt, was die SPÖ eigentlich nicht möchte, habe ich verstanden, nämlich Privatisierungen. Und insofern möchte ich hier auch einen Antrag überreichen. Und zwar uns ist als NEOS extrem wichtig, dass kommunale Dienstleistungen eben nicht privatisiert werden. Ich weiß, diese Art von Bashing ist immer ganz nett. Deswegen haben wir hier auch einen Antrag, in dem das festgehalten ist. Was uns allerdings sehr wohl wichtig ist, ist die Differenzierung, wo man sagt, na gut, es gibt sehr wohl auch Bereiche, wo ein Privater in Konzession etwas durchführt, was sie genauso machen im Sinne von Leistungsverträgen. Aber, und das ist uns genauso wichtig, ich möchte, dass dann dieser Privater, und da spreche ich jetzt auch noch als Beispiel Lago, unter denselben sozialen Rahmenbedingungen, wie jene Mitarbeiterinnen der Stadt auch arbeiten können, dass das sozial fair und gerecht ist. Und daher bringen wir auf diesen Antrag ein. Und ich ersuche in formeller Hinsicht die sofortige Abstimmung dieses Antreibens. Dankeschön. 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 Ich wollte informationshalber noch feststellen, dass die Restredezeit der NEOS noch acht Minuten beträgt. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete Korusek. Herr Vorsitzender, Frau Stadträtin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns wie ausgemacht, ich werde nämlich zum Krankenhaus Nord etwas heute sagen, Herr Kollege Dr. Gara. Aber grundsätzlich einmal zur Geschäftsgruppe, Gesundheit, Sozialismus und Generationen. Es ist mit Abstand die höchst dotierteste Gruppe mit 4,2 Milliarden. Das sind beinahe 32 Prozent des Gesamtbudgets. Warum ist das so? Weil dieses Ressort ein besonders wichtiges ist. Und zwar nicht nur, wenn des Budgetumfangs spielt das Ressort Gesundheit, Sozialismus und Generationen eine wesentliche und sehr spannende Rolle im Rahmen der Budgetdebatte. Wir debattieren ja heute eben über ganz existenzielle Entscheidungen für Menschen und über lebensnotwendige Bereiche für die Menschen in dieser Stadt. Und Sie wissen, Frau Stadträtin, das ist ja nicht das erste Mal, wir sagen das immer wieder, wir bekennen uns grundsätzlich zu diesem Ressortbudget. Und aber ich lege Wert auf das Wort grundsätzlich. Denn unser Bestreben gilt immer nach den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz und Transparenz. Und so wie der Kollege Dr. Gara das heute gesagt hat, also von der Wirtschaftlichkeit werden wir dann sprechen, von der Sparsamkeit auch. Aber die Transparenz ist etwas, was leicht möglich wäre, Frau Stadträtin. Und wo Sie viel zu wenig tun und wo natürlich, abgesehen jetzt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sie erwähnt haben, natürlich die Menschen in dieser Stadt darunter leiden. Weil sie verunsichert werden, weil natürlich dann in den Medien Meldungen kommen, die teilweise auch gar nicht stimmen. Aber für die Menschen, Gesundheit ist etwas ganz Wesentliches für die Menschen, selbstverständlich. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, das wissen wir. Also daher würde ich Sie wirklich bitten, hier eine andere Kultur einzuführen. Wir sind Opposition und natürlich ist jetzt unsere Aufgabe als Opposition, auf Fehler hinzuweisen, das ist klar. Aber Sie machen es uns sehr leicht. Hätten wir mehr Information, wäre mehr Transparenz da, dann könnte man sicher über vieles diskutieren und es intern ausdiskutieren und nicht über Medienstilen. Also ich würde Sie das sehr ersuchen, dem näher zu treten. Und daher, nachdem das nicht der Fall ist, werden wir auch diesmal wieder diesem Budget guten Gewissens eben nicht zustimmen können. Das ist leider seit vielen Jahren der Fall. Und ich möchte heute, weil natürlich auch eine gewisse Zeitnot da ist, auf ein Beispiel eingehen. Ein Beispiel, das aber natürlich für viele gelten kann. Es ist das Krankenhaus Nord. Und ich weiß nicht, Kollege Elbensohn, glaube ich, war das gestern, der gemeint hat, naja, schlagen Sie uns vor, die Opposition soll sagen, wo man tun, was weiß ich, Kosten des Kindergartens, wenn wir halt wieder einführen, muss man halt zahlen dafür. Oder die 360, 365 Ticket, Jahrestickets. Na ja, soll man das abschaffen? Nein, das soll man alles nicht abschaffen. Aber man soll sparen. Und ich werde Ihnen das am Krankenhaus Nord jetzt noch einmal sagen, und ich sage es deshalb so ausführlich, weil wir 34 neue Abgeordnete haben, die ja die Entwicklung, die bisher mit dem Krankenhaus Nord geschehen ist, nicht miterlebt haben. Und daher komme ich zu der Genesis. Begonnen hat dieses, wie sich heute herausstellt, Trauerspiel eines Wiener Stadtprojektes im Jahr 2005. Wir haben jetzt 2015. Im Jahr 2005 im burgenländischen Rust. Übrigens, damals durften auch die Sozialdemokraten noch von Rust sprechen. Also ich glaube, seit der letzten Landtagswahl im Burgenland, denke ich, ist der Name schon ein bisschen verbönt. Aber jedenfalls 2005 präsentierte die damalige Gesundheitserstatterin Renate Brauner in besagten Rust das Spitalskonzept Nord der Öffentlichkeit. Ihre Rede war von einem Spital mit 842 Betten. Und hören Sie gut zu. 450? Nein, 842. Und hören Sie gut zu. Die Kosten circa 300 Millionen Euro. Falsch. So berichteten dann die Medien. Einige Monate später plötzlich andere Zahlen. Die Kosten für das Krankenhaus Nord werden 450 Millionen getragen. Immerhin eine 50-prozentige Erhöhung. Im November 2007 dementierte Frau Stadträtin Brauner energisch in einer Anfrage der Antworten und meinte, nein, nicht 450 Millionen, weniger. Im Februar 2008, wieder in Rust, hieß es, der Standort Krankenhaus Nord ist gesichert. 850 Betten und Sie werden es nicht glauben. Inzwischen sind wir bei 600 Millionen. Das heißt, die Kosten haben sich inzwischen verdoppelt. Wiederum zwei Jahre später, da konnte man von 600 Millionen nur mehr träumen. Und meine Einsetzung damals war, na, wenn wir mit einer Milliarde auskommen, dann ist es gut. Sie, meine Damen und Herren von der Roten Fraktion, reagierten drauf mit großer Empörung. Um die Schilderung der abendseligen Projektgeschichte des Krankenhaus Nord zu kompletieren, muss man auch auf die unterschiedlichen Eröffnungstermine eingehen. 2005 wurde von der Eröffnungsterminplanung mit 2011 kommuniziert. 2010 sprach man dann von einer Teilinbetriebnahme 2014 und 2015. Im Oktober 2013 sagte Frau Stadträtin Wesseli, 2015 wird es zum technischen Probebetrieb kommen und zum Vollbetrieb 2016. Aber die Geschichte der nach oben korrigierten Zahlen in Bezug auf die Kosten und den Fertigstellungstermin sind noch nicht zu Ende. Kurz vor den Wahlen, am 30.06.2015, wurde dann der zuletzt beanschlagte Betrag von 954 Millionen, 944 Millionen, wir sind schon quasi bei der Milliarde, die ich ein paar Jahre vorher gesagt habe, eben auf eine, in etwa eine Milliarde erhöht. Die Fertigstellung wurde für Juni 2017 vorgesehen und natürlich mit der Behauptung, mehr Kosten sind auf keinen Fall zu rechnen. Also vor den Wahlen, Beschwichtigungen, Beschwichtigungen. Kaum war die Wahl vorbei, gibt die KfW-Führung der Öffentlichkeit bekannt, was sie natürlich längst wusste, aber vor den Wahlen verschwiegen wurde. Man geht von einer weiteren Kostenerhöhung aus. Die Kosten werden ungefähr um 14 Prozent höher sein, die Fertigstellung wird auf Dezember 2017 verschoben. Was noch immer nicht ganz klar ist, Krankenhaus Nord, wie ist es mit der Medizintechnik und wann ist die Inbetriebnahme oder ist nur eine Teilinbetriebnahme, auch das ist noch offen. Und dann komme ich noch zu vielleicht zu einigen Bereichen, also zu Schildbürgerstreichen, die damit verbunden sind. Es gibt 185 Besucherparkplätze. Für 785 Betten. Es gibt nur 900 Personalparkplätze für 2.500 Personenpersonal. Jetzt weiß man ja, dass sich das überlappt, weil der Mitarbeiter muss noch da sein und der Neue ist auch schon da. Also mit 900 Parkplätzen da auszukommen, dass es keinen U-Bahn-Anschluss gibt. Ich meine, darüber ist ja schon sehr oft gesprochen worden. Dann habe ich auch gelesen, dass eine Haltestelle in Planung ist. Da habe ich einmal von 1,7 Millionen gelesen. Jetzt lese ich von 22 Millionen. Ich nehme an, Frau Stadträtin, Sie werden das erklären. Aber das habe ich nur den Medien entnommen. Jetzt muss man auch wieder fragen, soll das ein Vollbetrieb werden oder nicht? Nach unseren Informationen gibt es weder eine Neurologie noch eine Kinderchirurgie, keine Dermatologie, Augenheilkunde fehlt, HNO, Urologie, Pallativmedizin. Also von einem Vollkrankenhaus kann man da absolut nicht sprechen. Aber vielleicht ist es bewusst so, weil wir lesen ja auch, dass sich diesbezüglich auch vom Plan sehr viel geändert hat. Aber auch da tappen wir im Dunkeln als Opposition, weil wir können nur das zumal zur Kenntnis nehmen, was wir in den Medien lesen. Und genau das, Frau Stadträtin, ist das, was Sie ändern sollten, und zwar im Interesse, vor allem im Interesse der Menschen, die in Wien leben. Und jetzt erlauben Sie mir, damit man das sich besser vorstellen kann, einige Vergleiche. Wenn das Krankenhaus Nord 1,1 Milliarden kostet, ich behaupte, es wird mehr kosten, also ich würde jede Wette abgeben, bis man fertig ist, und 785 Betten hat, dann kostet ein Bett 1.450.000 Euro. Das Landeskrankenhaus Jagenfurt, bitte ich gebe zu, das liegt ein paar Jahre zurück, es ist gebaut worden zwischen 2006 und 2010, mit 627 Betten. Ein Bett kostete 522.000 Euro. Und ein weiteres Beispiel, Deutschland, Baden-Württemberg, wurde ein Neubau zwischen 2009 und 2012, mit 750 Betten errichtet, ein Bett kostete 351.000 Euro. Jetzt muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bett im Krankenhaus Nord kostet nach derzeitigen Kostenberechnungen fast dreimal so viel. Dreimal so viel wie im Landeskrankenhaus Jagenfurt und viermal so viel wie in Baden-Württemberg. Meine Damen und Herren, so wird mit dem Geld der Wienerinnen und Wiener umgegangen. Das ist ein Skandal. Aber sie haben kein Geld für Heizkostenzuschuss. Jetzt muss ich, Herr Dr. Gara hat ja heute in einer Wortmeldung bei Umwelt gesagt, er lehnt den Heizkostenzuschuss ab. Grundsätzlich kann ich da durchaus mit Ihnen einverstanden, wenn alle Maßnahmen gesetzt werden, dass es eben keine Menschen gibt, die das brauchen. Derzeit ist es so, Ich finde, das, was im Vorjahr vorgeschlagen wurde, dass hier Veränderungen vorgenommen werden bei Geräten, dass es da Zuschüsse gibt, ist eine durchaus richtige und gute Maßnahme. Aber nicht allein das kann es sein, sondern auch das eine tun und das andere nicht lassen. Es gibt eben, wir wissen, wir haben in etwa 60.000 Menschen in Wien, die dringend in der Winterzeit einen Heizkostenzuschuss brauchen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie wissen ja, ich habe ja eine relativ große Organisation von älteren Menschen und da kommen natürlich gerade in der Winterzeit viele Anträge, wir haben da so einen Verein, Senioren helfen Senioren, wo Menschen kommen und sagen, bitte, ich kann, ich habe kein Geld zum Heizen, die das nachweisen können. Also es wird nicht bezahlt, weil jemand kommt und man sagt, naja, da hast du 200 Euro. Nein, die weisen ganz genau nach, warum sie es brauchen. Das ist notwendig. Und es ist mir unverständlich, immer unverständlich, so viel kostet das nicht, dass man das ersatzlos gestrichen hat und sich nach wie vor dagegen wehrt. Und Sie wissen, in ganz Österreich, in jedem Bundesland gibt es einen Heizkostenzuschuss, nur in Wien nicht. Und man könnte mit dem Geld, was hier, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles verurrasst wurde, aber auf alle Fälle nicht wirtschaftlich gemacht wurde, mit dem verbleibenden Geld, wenn man das umlegt und sagt, das Krankenhaus Nord hätten um 400.000 oder 500.000 Euro aufbauen können, wenn man den Vergleich nimmt mit den zwei anderen, da könnte man fast 50 Jahre an Heizkostenzuschuss und 250 Euro zahlen. Ich will nicht 50 Jahre an Heizkostenzuschuss zahlen, aber so viel Geld würde überbleiben. Das heißt, Frau Stadträtin, das ist schon eine Misswirtschaft. Und ich bringe trotzdem diesen Heizkostenzuschuss ein für 250 Euro. Vielleicht können Sie sich doch dazu entschließen, dass Sie jenen Menschen, die es brauchen, das sind ungefähr 60.000, dass diese einen Heizkostenzuschuss bekommen. Und wir weisen diesen Antrag zu, weil das ist durchaus im Ausschuss, kann man das in aller Ruhe ja noch besprechen. Mit einem Wort, die Wirtschaftlichkeit, die Spaßamkeit, die Effizienz und die Transparenz ist nicht da. Und Frau Stadträtin, das ist schon ignorant. Und das ist auch arrogant. dass man bei so einer Projektabwicklung vor allem in der Kommunikation auf das so wenig Wert legt und gerade die Opposition mehr oder weniger sagt, okay, die werden schwer fahren. Also ich würde Sie wirklich versuchen, hier Ihre Arbeitsweise zu verändern. Und wir haben in der letzten Sitzung, also bei der Angelobung, haben wir einen Beschluss- und Resolutionsantrag eingebracht, betreffend Stopp der Kostenexplosion beim Krankenhaus Nord. Also eigentlich, Sie haben ihn abgelehnt. An sich ist es mir nicht verständlich. Aber vielleicht haben Sie ihn abgelehnt, weil wir sofort eine Abstimmung verlangt haben. Wir bringen diesen Antrag noch einmal ein mit einer Zuweisung. Weil Zuweisung, da haben wir wirklich durchaus Zeit, dem Ausschuss, das in aller Ruhe zu besprechen. Sie müssten ja auch Interesse darauf haben, dass es da zu einem Stopp der Kostenexplosion kommt. Meine Damen und Herren der Regierungsfraktion, wir stehen auf der Seite der Wienerinnen und Wiener. Auf welcher Seite Sie von der Regierungsfraktion stehen, müssen Sie selbst entscheiden, dass wir diesem Budgetvoranschlag natürlich nicht zustimmen können. Das steht sich von selbst. Danke. Dankeschön. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die Restredezeit der ÖVP nur mehr acht Minuten beträgt. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich die Frau Gemeinderätin Meinhard Schiebel. Selbst gemeldet die Redezeit zehn Minuten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Stadträtin, ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass Polemik nicht mein Ding ist. Ich habe die Redebeiträge zum Rechnungsabschluss 2014 vom Juni 2015 zum Thema Gesundheit aufmerksam gelesen. Ich denke mir, in der Politik sollte man Gutes weiterführen und das, was zu verändern ist oder zu verbessern ist, gemeinsam angehen. Im rot-grünen Regierungsabkommen 2 sind nun die Leitlinien festgeschrieben, die die wichtigsten Parameter für Gesundheit, Pflege und Generationen beschreiben. Ich sehe unsere Aufgabe als politische Mandatarinnen und Mandatare darin, einerseits dafür zu sorgen, dass Gesundheitsförderung alles tut, um zu verhindern, dass Menschen krank werden. Wenn sie aber krank werden, sollen sie möglichst rasch wieder gesund werden. Und wer behindert wisst oder behindert wird, braucht mehr als eine Rollstuhlrampe. Ich muss Ihnen sicher hier nicht zu Hospitalsreformen, Landeszielsteuerung, und Gesundheit, Gesundheitsförderungsziele, Gesundheit, Pflege und Betreuung 2030 Details erzählen. Sie kennen sie und sie wissen, dass sie Geld kosten. Geld, das notwendig ist, um ein modernes, effizientes, dem Wachstum dieser Stadt angepasstes Gesundheits- und Pflegewesen zu garantieren. Es ist ambitioniert, strukturiert und zum Teil und auch im Detail natürlich auch immer wieder heftig umkämpft. Aber der Faktor Mensch, ob gesund oder krank, ob selbst betroffen oder Angehörige oder Zugehörige, verändert sich rascher, als wir alle denken. Wir stehen in einer Zeit des größten Umbruchs des Jahrhunderts und nicht nur des Jahrzehnts. Menschen haben eine Menge gelernt in der Zwischenzeit. Sie wissen mehr als zuvor, sie haben viele Informationen, ob richtig oder falsche, bleibt dahingestellt. Sie stehen unter ökonomischen Zwängen und müssen oder wollen sich nicht mehr mit den alten Systemen zufrieden geben. Komplexe Systeme haben jahrzehntelang ihren Zweck erfüllt, könnte man meinen. Neue Schwerpunkteinrichtungen, wie wir sie gerade machen, das sind Ressourcen, die gebündelt und effizient eingesetzt werden und das ist eine gewaltige Herausforderung für unser System. Wer heute vielleicht krank, alt oder pflegebedürftig wird, braucht nicht nur ein funktionierendes Krankenhaus. Dafür sorgt die Spitalsreform umsichtig und weitblickend. Ein immer größerer Teil, österreichweit sind es über 450.000 Menschen, werden daheim gepflegt und betreut. Wir haben im Regierungsabkommen Rot-Grün II auf diese Gruppe besonders geachtet. Damit sie unter der Belastung nicht zusammenbrechen, braucht es auch ein immer mehr ausgeweitetes Entlassungsmanagement. Eine Grätzlschwester, einen Grätzlbruder, die den privaten Pflegeprozess begleiten, Ansprechperson ist und bleibt. Sie schafft Sicherheit, ist Teil der Beziehungspflege und fördert die Effizienz. Wer gut betreut und gepflegt wird, kostet weniger. Das nur, um deutlich zu machen, dass Zufriedenheit aller am Prozess Beteiligten das Geld schon wert ist, dass wir in diesem Budget investieren und für das wir mit rot-grüner Handschrift stehen. Für mich bedeutet es, neben den ökonomischen Messgrößen braucht es ein professionelles Monitoring mit dem Schwerpunkt der Patienten und Patientinnen Zufriedenheit, ebenso wie mit dem Schwerpunkt der Zufriedenheit der Sorge- und Pflegeberufe. Nein, es geht nicht nur um Beschwerdeeinrichtungen, die reparieren sollen, was nicht gut gelaufen ist. Es geht um sorgfältige Wahrnehmung von Bedürfnissen, die unterschiedlich sind, wie Menschen es sind. Ich darf hier ganz kurz auf den Antrag der NEOS eingehen. Differenzierung ist das eine, Einschleustaktik ist etwas anderes. Wichtig ist und bleibt gerade im Bereich kommunaler, sozialer Dienstleistungen, dass die gut ausgebauten Dienstleistungen von Kommune und gemeinmützigen Vereinen nicht von gewinnorientierten Anbietern ausgehebelt werden. Wir sind gegen eine Zweiklassenmedizin und gegen eine Zweiklassensoziale Dienstleistung und ganz sicher gegen Konzerne, die sich dann vielleicht bereichern wollen. Das Monitoring, das wir uns wünschen, ist eine Chance, Innovation, Ökonomie, Ökologie und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheits- und Pflegewesen zu schaffen und den Output zu vergrößern, ohne soziale Ungerechtigkeit zu fördern. Noch ein Nachsatz, dass heute Menschen im Gesundheits- und Pflegesystem als sogenannte kritische Masse vor der Tür stehen, hat nichts mit der höheren Lebenserwartung zu tun. Sie hat damit zu tun, dass wir alle alles dafür getan haben, Menschen zu empowern, also zu ermächtigen, für sich und ihre Rechte und Bedürfnisse einzustehen. Also dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sie sie einfordern. Ich darf noch einen weiteren Punkt auf den Tisch legen. Nach Jahrzehnten der Angst vor Krebs haben wir jetzt die Angst vor Demenz. Geriatrie und Demenz sind für viele Menschen ein Schreckgespenst. Aber Kopf in den Sand stecken hilft hier gar nichts. Die Empfehlungen der Demenzstrategie des Bundesministeriums werden am 14. Dezember präsentiert und umfassen alle Lebensbereiche. Diese Demenzstrategie weit auszurollen, Bezirke einzubeziehen, Berufsgruppe, aber auch die breite Bevölkerung, das wird eine der dringenden Aufgaben der nächsten Jahre sein. Einen weiteren Punkt, wenn Sie den Begriff UN-Konvention zur Gleichstellung behinderter Menschen hören, werden viele von Ihnen wahrscheinlich zuerst an die baulichen Barrieren denken, an Gehsteigkanten, an Stufen etc. Aber Barrieren gibt es noch viele, viele mehr, als wir uns vorstellen können, solange wir nicht selbst davon behindert werden. Die Herausforderung heißt also, dass wir den nationalen Aktionsplan als ein wichtiges Instrument nützen und das nicht nur im Gesundheitsressort, sondern als Querschnittsmaterie über alle Ressorts und diesen Aktionsplan auch zur Chefsache machen. Generationenpolitik denkt daran, wie sich unterschiedliche Alterskohorten unterscheiden in ihren Bedürfnissen und Lebensbedingungen und was sie brauchen für ein gutes Leben. Dabei sind neue Wohnmodelle sozusagen der Renner, aber das ist mehr als ein Generationenhaus. Das sind Modelle, in denen Menschen eigenverantwortlich und Eigengestaltung haben können, um das Wohnmodell für sich zu schaffen, in dem sie auch gerne und zufrieden alt werden können. Es gibt kein Allheilrezept für das Älterwerden. Wir haben es noch nicht gedacht, weil wir Alter immer noch als eine Zeit des Defizits erleben und bis zu dem Moment, wo wir selbst älter werden. Dann plötzlich schaut die Welt ein bisschen anders aus. Genau diese Fragen, wie gehen wir damit um, älter zu werden in einer Megacity, wie schaffen wir treffsichere Generationenmodelle, die Leben, Wohnen, Arbeiten sicherstellen. Das ist eine Herausforderung der besonderen Art. Unser Ziel für die nächsten fünf Jahre ist es, Perspektiven zu entwickeln für das Älterwerden, so wie wir für die jungen Menschen Zukunft schaffen müssen. Und das alles kostet Geld. Das alles braucht Budget. Aber es sind Investitionen mit einem großen Mehrwert. Nein, es sind keine Unsummen, die uns an den Rand des Abgrunds führen. Es ist eine Investition in unsere eigene Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder. Sie werden uns danken, wenn wir Geld dazu verwenden, um Ihnen in den Situationen des Lebens Chancen zu bieten. Ich persönlich habe mir ein Ziel gesetzt, das ich als Grüne gemeinsam mit Ihnen erreichen will. Ich will, dass Menschen in Wien glücklich und gesund älter werden. Rot-Grün 2 schafft das. Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Stadtrat Lassar. Selbstgewählte Redezeit 15 Minuten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, meine Damen und Herren. Ich möchte heute vielleicht vorerst einmal anders beginnen, Frau Stadträtin, weil wir schon gesagt haben, ich sehe nur bei Ihnen das Negative. Ich sage es heute einmal umgekehrt, ich sehe auch etwas Positives. Sie werden sich sehr gut an das Geriatrie-Konzept erinnern. Wir haben seinerzeit hier nicht mitgestimmt, weil wir gesagt haben, da würde es nach unserer Ansicht einige Sachen noch zu verbessern sein. Sie haben es trotzdem geschafft. Ich sage, vielleicht, wenn wir etwas hier einbringen hätten können, wäre es vielleicht noch besser passiert. Aber ich gratuliere Ihnen, es ist an und für sich sehr gut gelaufen. Und da kann man eigentlich nur sagen, ja, es ist positiv, aber wie gesagt, wenn wir uns vielleicht etwas noch eingebracht hätten und Sie auch das beachtet hätten, wäre es vielleicht noch besser geworden. Aber gut, Frau Stadträtin, Regierungsübereinkommen. Ich habe das mir sehr genau durchgelesen. Seite 74. Ich werde es jetzt 74 und 76 kurz zusammenfassen, dass die Leute, Damen und Herren, hier im Saal sehen, warum es hier geht. Sie schreiben, Seite 74, solidarische Gesundheitsvorsorge. Im Zentrum steht der Anspruch für alle Menschen, unabhängig von Einkommen, Alter, Herkunft oder Geschlecht, die bestmögliche medizinische Versorgung und Betreuung sicherzustellen. Das AKH und weiteren Gemeindespitäler bilden die wesentlichen Eckpfeiler dafür. Seite 76. Die Zufriedenheit der Patienten verbessern. Jetzt, Frau Stadträtin, frage ich Sie, habe ich die erste Frage. Wie wollen Sie eigentlich die Verbesserung und die Zufriedenheit der Patienten sicherstellen, indem Sie zum Beispiel im KV 382 Ärzte abbauen, indem Abteilungen geschlossen werden und weitere Teile in Wien teilweise von einer Versorgung dann abgeschnitten sind, wie zum Beispiel der 21. und 22. Bezirk. Das heißt, im SMZO kommt die Augenabteilung komplett weg. Und da komme ich dann noch näher, auf diese Augenabteilung zu sprechen. Oder Gangbetten, Frau Stadträtin, wir haben Sie jeden Tag, Sie hören das nicht nur von uns, Sie hören das von Ihren eigenen Leuten im KV und von den Ärzten auch. Oder werden OPs verschoben werden, weil es eben Mangel an Ärzten und Anästhesisten gibt, Frau Stadträtin. Aber ich werde Ihnen ein eigenes Ihrer sogenannten, was Sie unter Verbesserungen verstehen, einmal kurz vorlesen. Ich habe das bekommen, das stammt nicht von mir, das sind von Ihren ganzen Ärzten ein Konvolut aus vielen Spitälern. Ich kann leider nicht alles vorlesen, weil das würde meine Redezeit, glaube ich, auf 30, 40 Minuten ausdehnen. Das habe ich leider nicht. Aber ich fange einmal mit einigen Auszügen an. Otto-Wagner-Spital zum Beispiel, was Sie dort unter Verbesserungen verstehen. Erste Psychiatrie, zwei Ärzte haben bereits das Haus verlassen, weil sie es dort nicht mehr aushalten. Abteilung 4, Psychiatrie, Tagesklinik, ist seit August 2015 geschlossen. Abteilung Orthopädie, OP-Kapazität wegen Anästhesistenmangel, um 50 Prozent reduziert. Abteilung Zweite Psychiatrie, ein Facharzt hat schon mit Oktober gekündigt, der hat gesagt, da geht nichts mehr. Abteilung Interne, drei Ärzte sind heuer gegangen. Abteilung Thoraxchirurgie, nur ein OP wird mehr bespielt. Das heißt, 50 Prozent der OP-Kapazitäten gibt es dort einfach nicht mehr. Das ist ein Spital. Ihr könnt jetzt das Abteilung 12 Schrägstrich 2 ab 1. 2. 2016 Schließung wegen Ärzte-Mangel, Frau Stadträtin. Könnte ich jetzt noch Otto-Wagner-Spital vorlesen? Wilhelm-Innen-Spital zum Beispiel. Alles, was ich sage, Wilhelm-Innen-Spital. Zweite Chirurgie, ein OP wird dort nicht mehr gespielt. Warum? Weil da zu viele Überstunden sind durch dieses neue Arbeitszeitgesetz. Abteilung Therma, Redaktion auf 12 Beten vor Stadträtin und Radiologie brauchen nicht sagen, MRT ist noch immer gesperrt, weiß nicht warum, jedenfalls geht auch nicht. Krankenhaus Hitzing, Neurologisches Zentrum Rosenhügel, Abteilung Anästhesie, ein Dienstrad gestrichen, ein Dienstrad Lückenhaft. Anästhesisten werden dann noch verborgt an das Otto-Wagner-Spital. Das sind Ihre Verbesserungen, die Sie hier in Ihr Konzept hineinschreiben. Oder Ruderstiftung, da geht es überhaupt zu. Abteilung Chirurgie, im Dezember sollen lange Tische gesperrt werden. Das heißt, wir werden nur mehr bis Mittag, 12 Uhr, eins operieren und dann ist Schluss. Abteilung medizinische Gefäßambulanz war diesen Sommer drei Monate gesperrt, Frau Stadträtin. Kein Personal, keine Leute. Neurochirurgie, Ambulanzbetrieb musste reduziert werden. Gynäkologische Abteilung im Dezember voraussichtlich Sperre von Spezialambulanzen sowie eines OP-Vormittags. Kaiser Franz-Josef-Spital, Abteilung HNO, Wochenstation nach Sommersperre nicht mehr eröffnet. Warum, brauche ich Ihnen nicht sagen. Kein Personal HNO, das jetzt zieht sich hier komplett durch, ich hätte noch ein paar Seiten. Oder Donausspital, auf das möchte ich schon noch eingehen. Abteilung Kinderchirurgie, da haben es 28 Dienstposten zugesagt. Frage, wie viele sind besetzt? Ich weiß, von derzeit 24 nur. Nuklearabteilung, Wartezeit auf Routineuntersuchung bei Schilddrüsen Diagnose geht bis zu einem Jahr. Nachtdienstreiter wurden gekürzt, gestrichen, zu wenig Personal, psychiatrische Abteilung, erste Station, zwei Monate gesperrt, Fachärztemangel aufgrund dessen. Frau Stadträtin, überall, wo man hinschaut, in ihren Spitälern, und das ist einmal alles ihr Einzelbereich, das ist der KV. Und sie wundern sich, wenn man es dann hier herausgeht und ihnen das vorhält, dann sind sie wieder einmal bei es, wenn man die Wahrheit sagt. Aber es ist Tatsache, es funktioniert bei ihnen seit Jahren nicht mehr. Ich will nicht sagen seit Jahren, aber zumindest hätten sie vordenken können, dass es eine Reduzierung geben wird der Arbeitszeit. Aber was haben sie gemacht? Gar nichts. Sie sind einfach dort gesessen, haben weiter weggeschaut und das ist ihr Problem. Und das hat sie jetzt nicht eingeholt, das hat sie jetzt überholt. dieses Problem. Donausspital, Frau Stadtbreitin, jetzt bauen Sie 21. 22. Bezirk, eines der größten, was haben Sie noch gesagt, erfolgreichsten, besten, modernsten Spitäler kommt dort hin, das Krankenhaus Nord. In Donausspital, das ist ein Schwerpunktspital, wo Sie alle Abteilungen haben. Was machen Sie jetzt, Frau Stadträte? Sie gehen einfach her und streichen dort die Augenabteilung. Das heißt, die kommt dort rigoros weg, das gibt es dort nicht mehr, kommt jetzt in die Ruderstiftung. Ich sage Ihnen nicht, dass es ein Fehler ist, dass man jetzt einen Schwerpunkt für eine Augenstation macht, wo man alles Mögliche machen kann, aber Sie können da nicht in ein Unfallkrankenhaus hergehen und die Augenabteilung sperren. Nicht nur, dass Sie dort eine Neonatologie haben und Sie wissen, Frau Stadträte, dass jedes frühgeborene Kind dringend eine Augenuntersuchung gebraucht, weil es gibt Infektionen oder es muss auch vielleicht gelasert werden. Wie wollen Sie das in Zukunft machen? Fahren Sie dann die Kinder mit Taxi ins AKH oder in irgendein Krankenhaus, wo es einen Augenarzt gibt oder kommt der dann in der Nacht? Ich weiß es nicht. Der kommt mit Taxi. Mit was soll er kommen? Mit der Rettung oder mit was soll er bitte kommen? Mit Vorraum vielleicht? Ja, möglich, aber der braucht ja Geräte auch dazu, die hat er nicht am Vorraum, die hat er nicht mit. Das ist ja alles sinnlos, was Sie machen. Ich will nicht sagen, dass Sie das sind. Das wäre jetzt, dass ich das so abtue. Aber schauen Sie einmal bitte in Ihr Management hinein, was da in den letzten Jahren passiert. Zeit, sage ich jetzt einmal, gut, Mahold war auch natürlich unter Kritik. Aber was jetzt passiert unter Anjansen und bei der Bitte, das kann man ja gar nicht da wieder ausdrücken. Ich will jetzt nicht an Herrn doch der Janssen muss gehen. Der kann sich ja an und für sich nicht verteidigen. Aber wenn ich jetzt sage, der Manager, dann weiß man, wer es ist, das ist einfach der Janssen. Hören Sie nicht dauernd auf ihn. Der hat keine Ahnung. Der hat nicht die geringste Ahnung. Schauen Sie einmal, was in Deutschland gemacht hat. Nichts. Eine Abteilung von zwölf Leuten hat er geleitet, die weiß nicht, was sie genau gemacht haben, was er gemacht hat, interessiert mich nicht. Aber hier in Wien haben wir die Verantwortung der Gesundheitsversorgung der Wiener. Und für das sind viele nicht verantwortlich, Frau Stadträte. Das ist das Problem. Und jetzt bauen Sie noch das erfolgreichste, wie soll es ja angeblich werden, des Krankenhaus Nord. Nur ganz kurz. Aber was dort alles hineinkommt, Stadträte, da werden Sie zu diesen Abteilungen aber auch die passenden Patienten brauchen oder die passenden Erkrankten Patienten, weil jeder wird dort nicht hinkommen können. Wie soll das funktionieren? Erklären Sie es uns bitte, ohne dass man da jetzt aufeinander blöse ist, herumhackt oder irgendwas tut. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für diese neue Legislaturperiode. Vielleicht raffen Sie sich einmal auf und schauen, vielleicht setzen wir Sie mit die Freitagung zu haben. Weil so mir nichts, dir nichts, können Sie das? Ja, ich weiß, das tut halt weh, der große Oppositionspartner in der Name sozusagen die Meinung sagt, Sie hören Sie von uns, Sie hören Sie von der Ärztekammer und von vielen anderen auch. Das ist das Problem. Und Sie werden kein Haus bauen, Sie werden kein Haus bauen, wenn Sie keinen Maurer drinnen und keinen Elektriker haben. Und da sind Ihre Angestellten da drinnen. Was werden Sie dann machen, wenn die alle sagen, das war's, wir gehen. Was werden Sie dann machen? Werden Sie es operieren? Wer wird das denn machen? Es wird niemand mehr da sein. Sie haben ja schon niemanden mehr. Und jetzt sagen Sie den Ärzten, drei oder zwei Tage brauchen wir auch nicht mehr. Also ich bin da schon neugierig, wie Sie die ganzen Spitäler bespielen wollen. Das nur einmal zu Ihrem Krankenhaus oder zu Ihren Krankenkonzepten oder Spitäuskonzepten sind, das ist ein Witz. Oder kommen wir und das nennen Sie, Sie wollen die Zufriedenheit der Patienten jetzt da fördern. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Aber Frau Stadtwirtin, vielleicht denken Sie einmal darüber nach, was ich mir jetzt sage. BHCs. Ganz gepriesen, ganz wichtig sind die BHCs. Nur wie es kann man. Das ist das Problem. Da macht man, eines gibt es auf der Marilfer Straße, für das zweite, im 22. Bezirk, glaube ich, haben Sie jetzt zwei oder drei Ausschreibungen gebraucht. Es will sie noch immer keiner. Ich kann ja diese Leute verstehen, weil wenn man dort Verträge drinnen hat, dass man jeden Tag rausgeflügt, dann würde ich das auch nicht machen. Das ist das nächste Problem. Aber ich weiß, sie schieben sie jetzt wieder weg und sagen, das ist die Wirtschaftskammer, das ist die Reistung und so weiter. Und da komme ich jetzt auch zum Punkt. Warum sind eine Partei, die Reistung ist genauso von ihrer Partei, setzt sich ihr zwei nicht einmal zusammen und sagt, warum können wir das nicht finanzieren aus einer Hand. Das wäre doch einmal ideal. Ihr schiebt die Patienten von den Ambulanzen in den niedergelassenen Bereich, weil da putzen sie in darunter. Das ist ihr Problem. Aber das dürfe ihnen alles wurscht sein. Die Hauptsache man schiebt sie weg. Ich schlage Ihnen vor, setzt euch wirklich einmal zusammen, ihr habt jetzt Zeit über Weihnachten, macht etwas für Wien, für die Gesundheitsversorgung. Das wäre genau jetzt der Punkt, was sie machen sollen. Nicht BHCs bilden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ich habe das schon öfters gesagt, BHCs, obwohl sie es mit 270.000 Euro im Jahr subventionieren, will sie niemanden. Das muss man sich vorstellen, wenn es heute in Wien normaler Subvention gibt, schreiten sie alle drum. Aber das will auch keiner, weil so weit weiß man, dass das auch nichts bringt. Der nächste Punkt ist, warum gehen Sie nicht auf einen Vorschlag einmal ein, oder sagen wir so, sprechen wir darüber, dass Ärzte Ärzte niedergelassenen Bereich anstellen können. Das würde zum ersten einmal die Ambulanzen entlasten. Die Hausärzte oder der niedergelassene Bereich, der einen Kassenvertrag hat, hat nicht offen von 11 bis 13 Uhr und Nachmittag von 14 bis 16 Uhr. Da weißt ja nie, wann der da ist. Und Samstag, Sonntag gibt es ja gar nicht. Warum machen Sie nicht eines, wenn Ärzte Ärzte anstellen dass die Ärzte von 8 Uhr bis 20 21 Uhr offen haben, auch an Sonn- und Feiertag. Warum kann das nicht passieren? Das wäre doch ein Vorschlag. Das ist natürlich die Finanzierung. Und da muss man sich zusammensetzen und sagen, wollen wir das? Dann muss man eine gemeinsame Finanzierung finden. Und das wäre doch ein Anhaltspunkt, wo sich die Ambulanzen entlasten. Weil wenn ich weiß, mein Hausrat bevor ich mit einer volle Ambulanz mord hat, fünf Stunden. Genau das ist der Punkt. Aber ganz kurz noch zum AKH, Frau Stadträte. Ich will Ihnen jetzt nur kurz vor Augen halten, was Ihre Anträge in diesem Haus wert sind. Das ist ein Antrag von der ÖVP, von der ÖVP eingereicht, die wir mir jetzt nicht vorlesen, weil sind meine Nachreden zu viel Zeit weg. über eine betreffend gemeinsame Betriebsführung für das AKH Wien. Da sind sie damals schnell ausgestiegen, haben sie dazustellt, weil es ein bisschen schon zu viel geworden ist oder für sie ein bisschen zu eng. Da ist sehr viel im Augen kleben. Und da heißt ein gemeinsames Beschlussantrag der Amts- und Stadträte, er sucht entsprechende oben genannte Absichtserklärung, dass er gemeinsame Betriebsführung in AKH gibt. Stadt Wien und AKH. Nein, was ist jetzt passiert, Frau Stadträte? Nämlich gar nichts. Das ist einstimmig beschlossen worden in den Haus und das ist immer das Gleiche. Seien es Antisemitismusanträge, da gibt es nur Anlassfälle, das wird man schnell beschlossen, dann sagen alle auf. So, bis heute gibt es gar nichts. Weder da, noch bei den anderen. So, was ist der Werteantrag, Frau Stadträte? Nämlich gar nichts. Der liegt bei Ihnen in irgendeiner Schublade. Es gibt bis heute keine gemeinsame Betriebsführung und das haben wir gestellt am 20. Februar 2014. Wieso? Das ist 2014 gestellt worden, dieser Antrag und bis heute ist nichts passiert. Gar nichts. Na, was ist passiert? Ich habe noch nichts gehört, Frau Stadträte, nämlich gar nichts. Und genau Frau Stadträte, ich weiß jetzt, ich würde nicht besser zu Ihnen, ja, aber ich weiß, Sie haben gesagt, Sie sind Multitast in alles. Also, was soll ich jetzt sagen, soll ich den Sokrates zitieren oder soll ich das bleiben lassen? Ich weiß nicht. Sie kennen Sokrates, der hat ja auch mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, Frau Stadträte, und ich glaube, Sie wissen das nicht einmal. Das ist genau der Punkt. Aber, zum Schluss möchte ich auch eines sagen, auch wie meiner Kollegen vorab, das ist an die Grünen gerichtet, nicht an Sie, an die Frau Wasilako, man sollte wenigstens auch Wahlversprechen einhalten. Das ist ganz wichtig, was Sie immer gesagt haben, die Glaubwürdigkeit der Grünen sind ja so stark, und darum würde ich auch darum bitten, dass die Frau Stadträte Wasilako auch zurücktritt, weil das wäre ganz wichtig und würde ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Politik im Winde erheben. Danke. Die Redezeit war 17 Minuten. Als nächste gemeldet ist Frau Gemeinderätin Dr. La Chang. Die selbst gewillte Redezeit bis 20 Minuten. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, ich ich bin eine, die bekannt ist, dass sie nicht schönredet und gar nichts schönredet, sondern eher die Sachen kritisch betrachtet und ich werde so wie gewohnt auch auf sie eingehend meine Ausführungen mit einer allgemeinen Einleitung beginnen, nämlich, dass ich davon ausgehe, dass es einen Konsens in diesem Haus darüber gibt, dass wir, wenn wir von Gesundheit sprechen, den umfassenden Gesundheitsbegriff meinen, und zwar den, den die WHO definiert hat, nämlich als physisches, psychisches und soziales umfassendes Wohlbefinden. Und ich gehe davon aus, dass alle wissen, dass Armut krank macht, was bedeutet, dass sozial Benachteiligte auch gesundheitlich benachteiligt sind. Und daraus leitet sich für mich als Sozialdemokratin ab, dass das Gesundheitswesen eine öffentliche Aufgabe ist. Und das ist der Grund, warum wir das Spitalskonzept 2030 brauchen. Wien steht für eine solidarische Gesundheits- und Sozialpolitik und wird auch in Zukunft dafür stehen. auch in Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise. Wir wollen eben nicht den Weg der Privatisierung gehen, der zum Beispiel in Hamburg schon vor einigen Jahren gegangen worden ist. Und wir haben ja eine Ausschussstudienreise dorthin durchgeführt und haben gesehen, dass es dort praktisch keine öffentlichen Krankenanstalten mehr gibt. Nicht einmal die Universitätsklinik war noch ein komplett öffentliches Krankenhaus, sondern auch zum Teil privatisiert. Was das dort für Auswirkungen hat, kann ich dann, wenn noch Zeit bleibt, vielleicht noch erzählen. Wir wollen die Wiener Gemeindespitäler fit machen für die zukünftigen Anforderungen und dafür steht eben das Spitalskonzept 2030. In den Gemeindespitälern wird es auch weiterhin eine medizinische Basis- und Notfallsversorgung geben, und zwar in allen, darüber hinaus jedoch medizinische Schwerpunktsetzungen. Und das ist in dieser Zeit, in der heutigen Zeit, der Medizin des heutigen State of the Art einfach notwendig. Dieser Prozess ist ja schon auch in Wien vor Jahren begonnen worden, nämlich über die Wiener Landesgesundheitsplattform oder Wiener Gesundheitsfonds, wo wir festgelegt haben, dass bestimmte Operationen nur mehr in Zentren durchgeführt werden sollen. Und das war die Bauchspeicheldrüsen Operation und die Speiseröhre Ösophagus und Pankreas. Große Operationen, schwierige, die aber nicht so oft vorkommen. Und die sollen nur mehr in Zentren durchgeführt werden. Was bedeutet, dass es eine hohe Qualität gibt? Warum? Weil nur jemand, der eine komplizierte Operation oft macht, die auch gut kann. Das heißt, das ist vordringlich für die Patientinnen und Patienten Sicherheit. Im medizinischen Masterplan 2030 werden die zukünftigen medizinischen Schwerpunktsetzungen festgelegt. Und ich sehe da eine große Chance. Weil auch durch die erforderlichen organisatorischen Veränderungen, durch die neuen Ärztearbeitszeiten es auch zu Unstrukturierungen kommen muss, in den Arbeitsabläufen nämlich. Alle diese Änderungen bieten die einmalige Chance für völlig Neues, nämlich die Aufwertung der Pflege, eine engere Kooperation der einzelnen Gesundheitsberufe im Krankenhaus, mehr Effizienz und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fächern. Und da, das habe ich schon öfters erwähnt, das ist mein Lieblingsbeispiel, nämlich vor allem deswegen, weil es so klar herauskommt, worum es geht. Das Beispiel Schlaganfall. In Wien haben wir ein tolles Schlaganfallmanagement, nämlich insofern, dass schon über die Wiener Rettung jeder, der Verdacht auf Schlaganfall hat, in ein Schlaganfallzentrum kommt, das heißt in eine Schlaganfallintensivstation, Stroke Unit. Jeder, egal welches Alter, da wird nicht differenziert und das halte ich für ganz, ganz wichtig, nicht, dass man sagt, der ist schon 89 und der braucht das nicht mehr mehr. Das gibt es nicht. Jeder kommt dorthin. Und dort wird dann abgeklärt, welche Maßnahmen notwendig sind und welche möglich sind. Ob eine Rekanalisierung, also eine Wiederdurchblutung des Areals möglich ist. Das ist ausgezeichnet. Jedoch, im Moment ist es so, das hängt vor allem zusammen auch mit den Eitelkeiten bei einzelnen Fachgesellschaften, dass es die Zusammenarbeit zwischen der neurologischen Abteilung und der internistischen Abteilung de facto nicht gibt, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre, weil jeder Schlaganfallpatient oder die meisten haben eine internistische Grunderkrankung, nämlich das Vorhofflimmern, das verantwortlich ist für den Schlaganfall. Und das wird vernachlässigt, dann, wenn dieser Patient auf der Neurologie liegt und dort schon rehabilitiert wird in Form von Physiotherapie, Logopädie und so weiter. Es ist alles richtig, nur die internistische Grundkrankheit kommt auch zu kurz. Und da ist es zu wenig, einen Konsiliardienst zu haben, da braucht man eine gemeinsame Abteilung für Schlaganfall, wo die Internisten dann die Grundkrankheit behandeln, weil neurologisch ist da oft nichts mehr zu machen, sondern nur mehr die Rehabilitation. Und die Damen und Herren aus den Fachbereichen Logopädie und Arbeitstherapie und wie das alles heißt, Physiotherapie, die sind dann gefragt. Das geht nur im Moment nicht, weil auf der internistischen Abteilung habe ich diese Fachkräfte nicht. Drum interdisziplinär eine Abteilung. Und das ist für mich ein gutes Beispiel und das ist auch meine Forderung, dass das kommt. Und diese Veränderungen nämlich, und ich habe es gerade gesagt, es geht um Eitelkeiten auch. Diese Veränderungen werden eine große Herausforderung für alle Beteiligten sein. Denn es geht um Verzicht auf alte Gewohnheiten, um Ablegen eben dieser Eitelkeiten und um viel Flexibilität. Aber diese Veränderungen sind meiner Meinung nach unumgänglich, weil es in der modernen Medizin unmöglich ist, sich auf Traditionen aus dem vergangenen Jahrhundert zu berufen. Und das ist das, was mich immer ärgert, und zwar überall, nicht nur in der Medizin. Wenn einer sagt, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen machen wir es weiter so. Das ist undenkbar, das mag ich nicht und ich finde, das ist auch in einer heutigen Zeit, Gesellschaft, einer modernen Stadt, hat das überhaupt keinen Platz. Und ich bin 100% der Meinung, dass das ganz wichtig ist, dass Abteilung für Abteilung das angeschaut wird, wie das am besten ablaufen kann. Und da ist natürlich ein wichtiger Faktor auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zufriedenheit. Das sehe ich und das verlange ich auch, das fordere ich auch und das wird auch sein. Man muss die Dienstzeiten und Arbeitszeiten und die Abläufe so gestalten, dass es für den Arbeitsaufwand, für die Arbeitssituation, aber auch vor allem für die Patientinnen, aber auch für die Mitarbeiterinnen optimal ist. Das ist oft schwierig, das wird schwierig werden, aber es wird gehen. Es wird aber auch notwendig sein, und das ist eben auch diese Frage der unterschiedlichen Finanzierungen. Es wird natürlich notwendig sein, noch mehr mit der Sozialversicherung zu kooperieren als bisher. Bis jetzt gibt es keine gemeinsame Finanzierung, das liegt aber nicht im Ermessen dieses Hauses und der Stadt Wien. Da müssen wir auf anderer Ebene dafür kämpfen und das auch immer wieder betonen und fordern und verlangen. Du, das ist etwas, was ich auch seit 14 Jahren habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, bin ich schon da, ein Wahnsinn, was ich von Anfang an immer gefordert habe. Aber es hat sich was getan in Wien. Wir haben zumindest eine gemeinsame Planung und das hat schon vor einigen Jahren begonnen, nämlich in Form der integrierten Versorgung der Landeszielsteuerungs Vereinbarungen. Alkohol 2020 ist ein Beispiel, die Entwicklungsdiagnostik und die schon vorher erwähnten BHCs, Primary Health Care. Und ich verstehe nicht, warum vor allem in der Ärztekammer bezüglich BHC die Wogen so hoch gehen. Warum muss immer alles so bleiben, wie es ist? Warum ist man hier immer gegen alles Neue, gegen jede Innovation? Ich erinnere, die Ärztekammer war gegen die E-Card, das glaubt ja heute keiner mehr, aber es ist so. Es muss doch möglich sein, dass eine Mischung aus verschiedenen Versorgungsmodellen nebeneinander bestehen kann. Das kann doch wohl akzeptiert werden in einer pluralistischen Gesellschaft mit vielen Meinungen, vielen Anforderungen und vielen Ideen. Es gibt viele gute Hausärztinnen und Hausärzte, aber es gibt meiner Meinung nach auch den Bedarf an ambulanten, größeren Versorgungseinheiten, eben wie es Primary Health Care Einheiten sein könnten. Und da sage ich als Beispiel die Volkskrankheit Diabetes Mellitus, da muss man nicht ins Spital dafür. Man muss nicht in eine Spitalsambulanz, aber es ist auch zu wenig, das nur bei einem Einzelkämpfer Hausarzt zu machen. Es können sicher viele Hausärzte gut Diabetes behandeln und managen, aber die Hausärzte haben nicht die Wundmanagerin dort gleich in der Praxis und das könnte man zum Beispiel in Form einer solchen Einheit gleich machen, dass wir alle anderen, dass alle Fächer zusammen in so einer Einheit zusammenarbeiten, Schwerpunkt Diabetes Mellitus, auch gleich mit Ernährungsberaterin zum Beispiel, aber auch gleich Wundmanagerin dabei und das Ganze nennt sich halt Primary Health Care oder wie auch immer, wie es heißt, ist mir wurscht. Aber ich glaube, es hat einen, ich habe leider so wenig Zeit, ich kann nachher diskutieren, dass ich das jetzt gerne ausführen möchte. Es gibt viele, viele Erkrankungen, die besser in einem solchen Zentrum behandelt werden könnten, wo eine Zusammenarbeit, zum Beispiel Alkohol. Alkoholkranke können sicher beim Hausarzt gut behandelt werden, dann nach dem Entzug nach dem Stationären. Aber besser wäre es in einer, zum Beispiel in einem spezialisierten Primary Health Care Center, wo auch Psychotherapie, Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie und so angeboten wird. Das muss man erreichen. Das muss man erreichen. Darum braucht man da die Sozialversicherung dazu. Das ist eben der Punkt. Wir wollen ja in die Zukunft schauen. Wir können nicht sagen, es ist eh alles gut und für so, sondern wir wollen ja was weiterentwickeln und das tun wir ja. Das sind ja schwierige Verhandlungen. So. Stichwort seltene Erkrankungen. Das ist ja der nächste Punkt. Im Moment ist es so, und das steht im Koalitionsübereinkommen drin, als eigener Punkt. Das finde ich wichtig. Habe ich, glaube ich, auch angeregt. Diese seltenen Erkrankungen sind Erkrankungen, die eben so selten sind, dass die Therapien, die die Pharmaindustrie dazu entwickelt, oft Fantasiepreise hat, weil die Industrie sagt, ja, wir haben halt da so viel reingesteckt, ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass diese Therapien sehr teuer sind. Extrem teuer. Ich sage nur, zum Beispiel bei einer bestimmten Bluterkrankung kostet eine Einjahrestherapie, wo man alle zwei Wochen eine Infusion bekommen muss, ja, Ambulanz geht das auch, kostet 250.000 Euro. Eine Abteilung, die einen solchen Patienten behandelt, kann sich eigentlich auflösen, jetzt rein wirtschaftlich gesehen, oder das ganze Krankenhausgleich. Diese Krankheiten müssen aber behandelt werden. Und deswegen ist der Vorschlag, dass man Zentren schafft, nicht alle ihn an, weil sonst ist diese Einheit kaputt, sondern Zentren schafft und das auch miteinander ausmacht, mit der Sozialversicherung, wo was behandelt wird. Das ist eine wichtige Sache. Im 15. Bezirk haben wir gezeigt, dass bei gutem Willen Projekte auch schnell umgesetzt werden können. Stichwort Zahngesundheit. Wir haben Vorschulkinder aus den städtischen Kindergärten im Zahngesundheitszentrum der Wiener Gebietskrankasse, Maria Hilf. von Kinderzahnärztinnen untersuchen lassen, dem Bedarfsfall eine Einladung zur Zahnbehandlung an die Eltern mitgegeben. Das Ganze wurde auch begleitet, sozusagen ausgewertet, anonym natürlich, sodass wir wissen, wie der Zahngesundheitsstatus ist. Und es hat sich herausgestellt, dass das auch gut angenommen wird, dass die Eltern aber einen großen Aufklärungsbedarf haben. Und da verdichtet sich wieder die Wichtigkeit der Forderung, dass die Zahngesundheit in den Mutter-Kind-Pass gehört. Im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderung gibt es im Übrigen zusätzliche finanzielle Mittel, unter anderem für den Bereich Kinder- und Jugendgesundheit und auch der Zahngesundheitsbereich wird stark ausgeweitet. Das Geriatrie-Konzept wurde wie geplant 2015 abgeschlossen. Das letzte der Pflegewohnhäuser, die neu errichtet wurden, wurde auf dem Gelände des ehemaligen Kaiserin-Elisabeth-Spitals fertiggestellt. Das Pflegewohnhaus Rudolf-Schein-5-Haus, über das ich mich ganz besonders freue, weil es erstens wunderschön ist, weil es zweitens genau in der Zeit fertig geworden ist, weil es bereits gesiedelt wird und im Jänner eröffnet wird und weil es wahnsinnig gut ankommt und die Leute ganz, ganz froh sind, dass so ein Pflegewohnhaus mitten in einer belebten, schönen Gegend gekommen ist. Herzlichen Dank, dass das möglich war. Die ambulante Pflege und Betreuung wird ständig weiterentwickelt und ausgebaut. Da gibt es viele Pilotprojekte und was ich für besonders wichtig halte, das wäre, dass es eine flächendeckende ambulante Palliativbetreuung auch mit medizinischem Schwerpunkt gibt. Das ist etwas, wo es auch um eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung, weil die Mediziner natürlich sozusagen über die Sozialversicherung bezahlt werden müssen. Aber das wäre wichtig, wenn wir das hätten, brauchen wir keine Diskussionen führen über Sterbehilfe, weil die Palliativbetreuung ist etwas, was diese Diskussion völlig überflüssig macht, wenn man sie nämlich ordentlich macht. Und das könnte man. Ich möchte noch in der restlichen wenigen Zeit, die mir leider bleibt, auf die Frauengesundheit eingehen. Und zwar deshalb, weil die Frauengesundheitsbeauftragte, Frau Professorin Wimmer-Buchinger, in Pension geht und schon verabschiedet wurde. Und deswegen möchte ich dem Frauengesundheitsprogramm einen Raum auch heute geben, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Projekt ist und in der Zukunft sein wird. Das Frauengesundheitsprogramm ist 16 Jahre alt und es wurde ins Leben gerufen, auf Basis der Erkenntnis, dass es Unterschiede gibt, neben den biologischen Geschlechterunterschieden, auch psychosoziale Unterschiede, auch Unterschiede in der Reaktion auf psychosoziale Belastungen und damit Unterschiede in der Krankheitswahrnehmung und in der Krankheitsdarstellung. Wenn ich sagen darf, dass man es erst seit Kurzem, würde ich einmal sagen, weiß, es ist schon Jahre, aber es ist trotzdem spät, finde ich, dass man da draufgekommen ist, dass Menschen, dass Frauen und Männer unterschiedlich Herzinfarkt erleiden, sozusagen. dass bei Frauen oft Symptome eines Herzinfarktes nicht erkannt werden, weil sie ein bisschen anders sich darstellen, weil sie auch manchmal ignoriert werden, weil Frauen halt, sage ich jetzt mal, auch gewohnt sind, vielleicht gewisse Symptome wegzustecken, weil durch Doppelbelastung da man gar nicht dazu kommt, dass man sich überlegt, dass man jetzt vielleicht ein bisschen ein Druckgefühl hat. Und ein Hinterwandinfarkt stellt sich oft so dar, dass ich nur glaube, ich habe halt Magenschmerzen, in Wirklichkeit ist das ein Herzinfarkt. Deswegen ist es notwendig, dass es ein Frauengesundheitsprogramm gibt. und ich bin der Meinung, dass ganz besonders wichtig ist, dass an der Spitze ebenso eine engagierte Person, wie die Frau Professorin Wimmer-Buchinger gestanden ist, als Wiener Frauengesundheitsbeauftragte, weil sie hat von Anfang an das Augenmerk besonders auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen gerichtet. Und aus dieser Intention sind unzählige Projekte entwickelt worden, die über die Landesgrenzen hinaus vorbildlich sind, die weltweit, würde ich sogar sagen, vorbildlich sind. Sie hat auch Vorträge gehalten über dieses Frauengesundheitsprogramm auf der ganzen Welt. Und diese vielen Projekte, ich kann nicht eines herausnehmen. Es sind so viele, dass ich morgen in der Früh noch dastehen würde, um darüber zu berichten, aber Sie können sie ja aus den jährlichen Berichten, die auch immer aufgelegen sind. Und ich möchte mich auch persönlich bei der Beate Wimmer-Buchinger bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit, die ich in 19 Bezirksgesundheitskonferenzen im 15. Bezirk erleben durfte. Und wir haben heute die 19. gehabt und wir haben sie heute dort geehrt und verabschiedet. Nicht wirklich, weil sie wird uns ehrenamtlich vielleicht zur Verfügung stehen, weiter. und wir haben auch auf dieser Ebene mit dieser Unterstützung viel erreicht. Wir haben viele bestehende Strukturen und Projekte vernetzt und neue innovative Projekte entwickelt und immer unter der Prämisse, soziale Benachteiligung auszugleichen und Chancengleichheit zu erreichen. Und auch unter der Prämisse des wissenschaftlichen Hintergrunds und der Messbarkeit des Erfolges und unter der Prämisse, und das ist mir das Allerwichtigste immer gewesen, geht nicht, gibt es nicht. Wir haben die Dinge einfach gemacht und das geht nur dann, wenn man so jemanden als Partnerin hat, wie die Beate Wimmer-Buchinger. Und ich möchte ganz, ganz herzlich meine Hochachtung gegenüber ihrer Arbeit aussprechen und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Und ich danke. Zum Wort gemeldet ist die Minderat Ohrnick, Herr Tellesinger. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Gara hat sich ja schon intensiv mit dem Thema Gesundheit hier beschäftigt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mehr auf das Thema Soziales einzugehen, vor allem auch um hier im Raum mal ein bisschen auch so klarzustellen, was NEOS-Werte betrifft. Da gab es in den letzten Tagen schon so ein bisschen Missverständnisse. Und das ist mir sehr wichtig, weil wir alle Wien lieben, weil wir diese Stadt lieben und ich persönlich kann das sagen und ich spreche für meine Kolleginnen und Kollegen von NEOS, wir lieben vor allem die multikulturelle Tradition dieser Stadt. Wien begeistert mich dadurch und was wir dort lieben ist die Vielfalt und die Vielfalt in jeder Hinsicht. Das heißt, wir lieben die Vielfalt kulturell, haben wir heute schon viel davon gehört, wir lieben sie kulinarisch, aber wir lieben sie auch, wenn es um Menschenrechtsthemen geht, wenn es um LGBTI-Themen geht. Da freuen wir uns sehr, dass hier eine offene Kultur in Wien gelebt wird. Es freut mich sehr, dass in Wien beispielsweise gleichgeschlechtliche Paare als Pflegeeltern anerkannt werden und dass die Stadt mit kreativen Ideen gerade vor dem Song-Contest, wo wir ja in der Ausleihe gestanden sind, mit kreativen Ideen wie den Ampelmännchen wirklich Weltoffenheit bewiesen hat und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Diese Ampelmännchen dürfen auch auf keinen Fall abmontiert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, weil die stehen für ein weltoffenes Wien mittlerweile und daran müssen wir auch festhalten. Wien ist sozial. Wien verfügt über ein Netz, das Menschen in Not auffängt, das es berät und ich bin auch sehr glücklich, dass Wien sich durch diese neue Staatregierung und das bitte sage ich auch in die Richtung Rot-Grün, ich hätte mir natürlich mehr Veränderungen nach dieser Wahl gewünscht, positive Veränderungen, aber das Gute ist, die Menschenrechte und die Weltoffenheit in Wien werden auch sicher die nächsten fünf Jahre gewahrt bleiben. Die Sozialdemokratie hat in den vergangenen Jahrzehnten unbestritten sehr, sehr viel für die Stadt getan, darüber freue ich mich, aber sie arbeitet im Moment noch mit teilweise alten Konzepten und diese Konzepte sind ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Auswüchse davon haben wir gestern im Budget schon sehr intensiv diskutiert, aber gerade ich im Sozialbereich und ich habe mir das Papier sehr, sehr gerne angesehen, bin ich guter Hoffnung, dass hier viele Dinge in die Umsetzung kommen und möchte mich hier oder wir alle möchten uns hier als konstruktiver Partner auch gerne einbringen. Ich glaube, das haben wir in den bisherigen Reden in diesem Ausschuss auch schon unter Beweis gestellt. Wien ist eine wunderschöne Stadt, Wien ist eine lebenswerte Stadt, aber wir müssen auch daran arbeiten, dass es so bleibt. Wir hier im Gemeinderat oder im Landtag, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dürfen nicht den Anschluss verlieren und wir näher streben ja, und ich glaube, das behauptet jeder hier von sich, immer nach der besten Lösung für die Bürgerinnen und Bürger und die Meinungen, dass diese besten Lösungen sind, gehen hier im Raum bestimmt auseinander, aber wir stehen vor wahnsinnig großen Herausforderungen und hier ist es auch wirklich so, dass wir hoffen, dass hier eine echte Zusammenarbeit entstehen kann und dass wir nicht in Schubladen eingeordnet werden. Ich habe gestern hier Wörter wie rechtsliberal und so weiter gehört, da lassen wir uns leider nicht in diese Schublade stecken und ich bitte auch die Kolleginnen und Kollegen der Regierung, hier ein bisschen mit offenen Ohres sich anzuhören, was eigentlich unser Thema ist. Was sind die Herausforderungen? Es ist das Wohnen, wir brauchen mindestens 10.000 Wohnungen, wir haben Herausforderungen in der Integration und bei den Asylsuchenden und wir haben natürlich eine Rekordarbeitslosigkeit und zu guter Letzt Herausforderungen in der Bildung. Zum Erarbeiten und zur Lösung dieser Herausforderungen stehen wir sehr, sehr gern zur Verfügung. Wien war zu Beginn der Flüchtlingskrise Vorreiter, Vorreiter in Sachen Menschlichkeit und vor allem die Zivilgesellschaft hat hier Großartiges geleistet. Ich erinnere mich sehr gerne oder gerne eigentlich nicht, ich erinnere mich an den Tag, als die ersten Flüchtlinge hier im Westbahnhof den Rückstau zum Erlegen gekommen sind und wie wirklich für mich gefühlt die halbe Stadt eingesprungen ist. Ich kann mich erinnern, Freunde von mir wurde da in der Salzburg fahren, die ist geblieben, zwei Tage, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt anpacken und da kann man nicht länger zuschauen. Und dieser Umgang und dieser Umgang mit Asylsuchenden, da hat Wien von Anfang an eine sehr, sehr klare Position bezogen. Der Bürger, es ist natürlich nicht alles in Ordnung, es gibt immer wieder Verbesserungspotenzial, aber ich habe es sehr schön gefunden, wie der Herr Bürgermeister hierhergegangen ist und hier gesagt hat, wir bleiben hier offen und wir helfen hier und zwar sofort. Wir stehen jetzt vor einer großartigen Hürde oder vor einer großen Hürde, hier eine gelungene Integration zu bewerkstelligen und hier, wie schon oft gesagt, stehen wir als Partner zur Verfügung. Vor allem, was die Integration betrifft, streben wir NEOS ja hier Rahmenbedingungen an, die vor allem eine rasche Integration in den Arbeitsmarkt mit sich bringen und gewährleisten. Wir möchten den Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit geben, rasch ins Berufsleben einzusteigen und ich möchte es auch durchaus darauf ankommen lassen. Ich habe jetzt eigentlich auf einen Zwischenruf der FPÖ gehofft, die immer sagt, was ist mit unseren Leid und die haben ja auch keine Jobs. Ich lasse es darauf ankommen, weil es gibt durchaus Branchen, in denen trotz hoher Arbeitslosigkeit händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird, als Beispiel nur die Gastronomie. Und hierzu gibt es zur allgemeinen Forderung der schnellen Integration in den Arbeitsmarkt gibt es auch eine klare Empfehlung eines Privatergremiums, Beratergremiums des Internationalen Währungsfonds. Ich möchte hier kurz zitieren, eine rasche Eingliederung von anerkannten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt senkt die Kosten und sorgt dafür, dass der Staat Einnahmen generiert. Dazu sei es auch notwendig, die Verfahren zu beschleunigen, weil sich dadurch die Dauer bis zur Jobannahme massiv verkürzt. Der Herr Häupl, ich habe leider nichts dazu im Regierungspapier gefunden, der Herr Häupl hat sich ja auch eine Arbeitsmarktstrategie, ich habe das nur in einer Abbaussendung vom Juli gesehen, eine klare Arbeitsmarktstrategie für anerkannte Flüchtlinge gewünscht und hier stehen wir als Partner gerne zu sein. Vielen Dank. Die Arbeitsmarktintegration ist wie die Bildungsintegration sicher unsere allergrößte Herausforderung. Aber ich muss hier in dieser Debatte, ich habe es gestern schon kurz erwähnt, auch noch einmal auf die Unternehmer und Unternehmerinnen zu sprechen kommen. Die sind letztendlich die größten Arbeitgeber dieser Stadt. Das ist nicht die Stadt selber, es sind die Unternehmer und Unternehmerinnen. Und wenn ich gestern dann so reden höre, wo von Anfang an Konzepte, die auch in eine weltoffene Stadt gehören, abgelehnt werden, da tut mir das ein bisschen weh. Ich spreche jetzt ganz konkret von Initiativen, beispielsweise dieser ganzjährigen Schanigartengenehmigung, die wir uns ja wünschen, oder dass man über Tourismuszonen oder liberalere Eröffnungszeiten nachdenkt. Hier muss Wien auch Weltoffenheit beweisen und hier müssen wir auch mit anderen Weltstädten gleichziehen. Das ist mir extrem wichtig. Das ist nämlich ein erster dringender Impuls für den Arbeitsmarkt und ein Impuls, den wir dringend brauchen. Vielen Dank. Zum Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Mag. Dr. Kugler. Ich erteile Sie. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Stadträtin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Ingrid Korosek hat schon sehr viel gesagt. Ich möchte jetzt auf zwei Detailaspekte noch eingehen. Zwei Schlüsselthemen, die mir und uns im Bereich Gesundheit ganz besonders fehlen. Und der erste Aspekt betrifft die Frauengesundheit und da wiederum einen Teilaspekt. Und zwar habe ich gestern schon das Phänomen Menschenhandel angesprochen. Und das hat wiederum eine Subkategorie und zwar das Thema Zwangsprostitution. Und ich darf Ihnen sagen, eine befreundete Sozialarbeiterin hat mir vor zwei Wochen erzählt, dass sie in Wien auf der Straße unterwegs war, dort mit zwei Prostituierten gesprochen hat. Und die beiden haben sie gefragt. Sie haben sie gefragt, in welcher Stadt sie sich befinden. Und ich glaube, dass wir hier nicht wegschauen dürfen. Es gibt unzählige Frauen, die unfreiwillig in Wien in der Prostitution sind. Ganz viele stammen aus Osteuropa. Viele davon aus Bosnien, Herzegowina, Serbien, Rumänien und Bulgarien. Vielen wird ein Job angeboten. Und wenn sie dann in Wien sind, dann rasselt die Falltür ins Schloss. Auch bei den Asylwerbern gibt es viele, die da in Gefahr sind, auch bei den minderjährigen Unbegleiteten. Man sagt, dass es Breaking Houses gibt, wo diese Frauen, die das gar nicht wollen, zuerst einmal ein paar Wochen gehalten werden. Wo sie geschlagen werden und vergewaltigt werden, bis sie innerlich aufgeben. Das US State Department hat einen Bericht über Österreich herausgegeben, ganz aktuell. Da attestiert man Österreich, dass Fortschritte gemacht wurden, aber dass es noch viel zu tun gibt. Und dann stehen in diesem Bericht ganz konkrete Vorschläge und die möchte ich Ihnen jetzt weitergeben. Und zwar heißt es zuerst, eine Kampagne zu machen bei den Nutzern der Prostitution. Es sind nämlich immer wieder die Freier, die die Frauen dann befreien. Die Statistiken sagen, also das sind natürlich nur Schätzungen, bis zu 25 Prozent der Frauen in der Prostitution das wirklich hundertprozentig unter Zwang machen, aber dann noch einmal 50 Prozent, die das so halb unter Zwang machen. Aber alleine die 25, die ganz unter Zwang stehen, die das entdecken, zuerst einmal die Freier. Und da wird dann auch oft geholfen. Aber hier braucht es mehr Sensibilisierung. Dann Vorschlag vom US State Department, ein spezielles Unterstützungsprogramm gegen Kinderprostitution. Das wird viel zu wenig angegriffen. Das schlägt man dort für Österreich vor. Und ein dritter Punkt, einfach eine Verstärkung der Anstrengungen für die Opfer, gemeinsam mit einer Sensibilisierung des Personals in den Gesundheitseinrichtungen, damit die dort erkennen, dass es sich um ein Opfer handelt und wissen, wie man darauf reagiert. Ich glaube, und das möchte ich auch noch als Vorschlag, Frau Stadträtin, anbringen, das ist es nicht vom US State Department, dass man bei der gesunden Untersuchung, die die Prostituierten bisher wöchentlich machen, ab nächstem Jahr nur mehr Sex, alle sechs Wochen, dass man dort Psychologen einsetzt, die sich die Geschichten der Frauen auch anhören und auch wenn die Frauen dann oft nicht gleich auspacken, vielleicht geschult werden, wie man denn erkennt, ob da ein Zwangsfall vorliegt. Ein zweites Anliegen ist der Ausbau der Hospizbetreuung und da stehen jetzt im Regierungsübereinkommen schon einige ganz wichtige Sachen drinnen, aber ich möchte noch ein paar Vorschläge dazugeben. Im Bereich Palliativmedizin ist Wien ja sehr gut aufgestellt, aber im Hospizbereich ist Wien Schlusslicht. Ich glaube, dass Wien eine Landeskoordinationsstelle für Hospiz braucht, das gibt es in den anderen Bundesländern. Ich glaube, dass Wien auch ein stationäres Hospiz einrichten müsste. Eigentlich fehlt dieser Versorgungsbaustein in Wien. Die ehrenamtlichen mobilen Hospizteams, von denen gibt es viele, haben in Wien keine öffentliche Unterstützung. Das funktioniert ehrenamtlich, das habe ich auch gesagt, aber es braucht Koordinationspersonen und es braucht Schulungen. In anderen Bundesländern, nicht in allen, aber in einigen Bundesländern werden diese Schulungen für die Ehrenamtlichen von den Ländern gezahlt und auch die Koordinationspersonen. Ich glaube, das ist kein zu großer Betrag, das würde den Ehrenamtlichen wirklich helfen. Auch das Thema Tageshospiz, das steht im Regierungsübereinkommen drinnen. Derzeit, nicht öffentlich unterstützt, gibt es ein Tageshospiz von der Caristas, nur am Dienstag und Donnerstag. In Wien, ich war dort, ich habe mir das angeschaut, man möchte dort jeden Tag aufmachen, dafür braucht es aber öffentliche Unterstützung. Ähnlich auch die Palliativ-Konziliarddienste, die in Wien von den Krankenhäusern nur optional angeboten werden. Also der Direktor kann entscheiden, ob er das überhaupt möchte oder nicht. Auch hier, glaube ich, könnte man noch ein bisschen die Schrauben anziehen. Warum wollen wir in so Spitzwesen investieren? Das kostet Geld. Was bringt das? Ich möchte Sie erinnern an den All-Parteien-Konsens im Parlament. Dort hat man sich gemeinsam angesprochen, ohne ausgesprochen, ohne Gegenstimme, dass das Lebensende so annehmbar wie möglich gestaltet werden soll. Der Grund dafür, alle kennen das Zitat, an der Hand eines Menschen, nicht durch die Hand des Menschen sterben. Aber an der Hand, das bedeutet Aufmerksamkeit und auch Kosten. Es wurde gestern schon gesagt, die Menschenrechtscharta spricht dem Menschen die Vernunfts- und Gewissensbegabung zu. Es gibt wunderschöne andere Definitionen für die Menschenwürde. Ein tschessischer Philosoph, der gestorben ist, drei Wochen nach seinem Verhör durch die Kommunisten, kann sich vorstellen, was da passiert ist. Der hat gesagt, dass die Menschenwürde sich begründet, indem sich dem Menschen die Wirklichkeit erschließt. Ich finde das wunderschön und auch als Argument, warum wir uns um den Menschen in jeder Lebensphase immer annehmen. Herbert Grönemeyer singt von der Liebe und die Phänomenologen sagen, der Mensch besitzt Innerlichkeit, die er erfassen und kommunizieren kann. All das auch ein Grund, warum wir auch am Lebensende alle Maßnahmen setzen müssen, damit die Menschen annehmbar leben und sterben können. Und dafür haben wir einen Resolutionsantrag mitgebracht, den ich Ihnen dann überreiche. Nachdem jetzt schon mehrere Leute über Ampelpärchen gesprochen haben, möchte ich mir erlauben, auch in dieser Spezialdebatte einen Antrag einzubringen, der vielleicht nicht ganz genau dazu passt zur Spezialdebatte. Und zwar bringen wir den Antrag ein, dass sich der Gemeinderat ausspricht gegen den Gebrauch von öffentlichen Einrichtungen, Gebäuden, sowie von kommunaler Verkehrsinfrastruktur für ideologische, in dem Fall für linksideologisch motivierte, Erziehungsmaßnahmen. Und wir fordern die Wiener Stadtregierung auf, künftig derartige Aktionen und Initiativen im öffentlichen Raum unter Verwendung öffentlicher Infrastruktur und Steuergeldern zu unterlassen. Während meine letzten 40 Sekunden, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Cetorum Sensio, der Grund, warum wir, warum ich diesem Budget nicht zustimmen. Als Bürgerin und Mutter kann ich das nicht, weil es meine Enkelkinder bezahlen müssen. Vielen Dank. Zum Wort gemeldet ist Frau Gemeinderätin Hebe. Entschuldigung, ich erteile Sie. Werte Herr Vorsitzender, werte Frau Stadträtin, geschätzte Kollegen und Kolleginnen. Nach eineinhalb Tagen Budget weiß man nicht genau, wo man beginnen soll, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das, was Sie im Regierungsübereinkommen finden, ist etwas, was ich wirklich für politisch das Wichtigste halte für die nächsten Jahre. Das ist, dass für Rot-Grün die soziale Sicherheit in unserer Stadt die oberste Priorität ist. Und das finde ich gut. Denn die entscheidenden Fragen sind einfach, in welchem Umfang, in welchem Ausmaß schaffen wir es, gelingt es uns, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Das ist die eigentliche Frage. Das, was wir uns nicht mehr leisten können, und das sage ich ganz bewusst so, und da muss ich ein bisschen öffnen, die Diskussion, ist eine Oppositionspartei wie die FPÖ, weil sie schlichtweg den sozialen Frieden gefährdet. Und Frau Abgeordnete Stenzel, herzlich willkommen im Gemeinderat. Es mag wirklich Ihnen überlassen sein, das müssen Sie selbst verantworten, wie Teuermann Nostalgie sich bezahlen lässt. Aber es gibt einen Punkt, den möchte ich nicht so stehen lassen, der lautet, es geht hier bei der FPÖ nicht um Ausgrenzung, sondern es geht bei der FPÖ um eine Abgrenzung gegen menschenverachtende Politik. Und nichts um was anderes. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, bei Ihrem FPÖ-Chef die letzten Tage auf Facebook, da gibt es in einem Massenlager mit 400 Leuten, Flüchtlinge in Linz, davon 300 Minderjährige, eine Schlägerei. Ungut. Überhaupt keine Frage. Aber wundern darf man sie nicht auf engen Raum. Was macht ein Herr Gudenus, auf Facebook veröffentlicht er, dass man wie viele Terroristen und Dschihadisten man noch verhätseln soll. Und darunter stehen dann Kommentare wie abschießen, diesen Abschaum. Frau Adjonete-Stenzel, es geht um Abgrenzung, weil Rassismus ist keine Meinung und kein Menschenrecht, sondern Rassismus, das sage ich in der Deutlichkeit, ist schlichtweg ein Verbrechen, eine Gefahr für unsere Demokratie. Das können wir uns nicht leisten. Der zweite Punkt, den wir uns auch nicht mehr leisten können, sagen wir Sie ehrlich, das ist, dass Einzelne auf Kosten der Gemeinschaft leben. Können wir uns nicht mehr leisten. Wenn ein Konzern wie Starbucks 1.300 Euro Steuern im Jahr zahlt, sage ich ganz klar, das können wir uns schlichtweg nicht mehr leisten. Jetzt komme ich mit Überraschung zur ÖVP. Frau Abgeordnete Korvosek, ich werde keinem Menschen das Sozialengagement absprechen. Ist sie da? Ja, da hinten. Schon gar nicht Ihnen. Und es ist schätzungswert, was Ihre Seniorinnengruppe tut. Ich sage Ihnen nur, das macht immer 40. Genauso, das sind sechs Expertinnen, die kümmern sich um Menschen, wenn Sie die Gas- und Stromrechnung bezahlen können, da oft bis zu 500 Euro. Das machen Expertinnen, weil oft steckt hinter Energiearmut noch viel mehr an Problematik. Das wissen Sie, also es ist passiert in unserer Stadt, strukturell und nicht almosenhaft. Und ich bitte Sie, bitte zur Chemniss zu nehmen, dass, wenn es in Wohnungen geht, wo Leute sich das Heizen nicht mehr leisten können, geht es oft um desolate Wohnungen, da geht es oft um Geräte, die echt so eine Stromfresser sind. Nehmen Sie das zur Kenntnis, das ist eine Realität. Insofern ist die Energieunterstützung ein richtiger und wichtiger Schritt. Und soweit ich die Zahlen wichtig in Erinnerung habe, haben wir inzwischen 17.000 Menschen erreicht. Was noch wichtig ist, das hat mich ein bisschen beschäftigt und das macht ein bisschen deutlich, um was es der ÖVP geht. Das ist Ihr Beispiel von gestern, dass eine Familie mit drei Kindern gleich viel Geld kriegt über die Mindestsicherung wie jemand, der 3.000 brutto verdient. Das ist heikel. Bei vielen Leuten draußen die Zoodi hakeln, dass sie das Gefühl haben, sie sind der Trottel vom Dienst. Das kann ich verstehen, weil seit Jahren, seit Jahren sinken die Reallöhne. Das ist ein Grund. Und die Lebenserhaltungskosten steigen. Das stimmt. Gleichzeitig, gleichzeitig haben Sie vergessen, dass die Stadt Wien 44 Millionen Wohnbeihilfe zahlt. Also das haben Sie in Ihrer Berechnung nicht mit dabei. Auch den 13. und 14. nicht. Sondern Ihr Vorschlag ist, türzen wir das Geld den Leuten, die zur Arbeit kriegen, von der arbeitslosen Leben oder durchschnittlich 300 Euro Mindestsicherung. Das kommt für Rot-Grün nicht in Frage. Wir machen keine Politik auf Kosten der Schwächsten. Da unterscheiden wir uns einfach. Das andere ist, zu unterstützen damit eine Neiddebatte. Und das halte ich wirklich für extrem heikel. Frau Abgeordnete Kugler, Menschenrechte sind keine Erziehungsmaßnahmen, sondern einfach Menschenrechte. Punkt. Das zweite ist, natürlich wird niemand in dem Raum sagen, dass man nicht mit allen Mittel, Menschen, Frauen, Kinderhandel bekämpfen soll. Na, selbstverständlich. Aber, dann reden wir über die Sexarbeiterinnen, dann reden wir darüber, soll man es kriminalisieren, verdrängen, so wie es die ÖVP macht, oder schaffen wir sichere Arbeitsplätze. Aber kommen wir es mal nicht daher und vermischen es da alles in Kraut und Rüben auf Kosten der Sexarbeiterinnen. Sicher nicht. Wieder eine Gruppe, wo es versuchen, in irgendein Eck zu drängen. Und dafür steht Rot-Grün ebenfalls nicht. Noch dazu, wo Lefe Organisationen seit Jahren Streetwerk machen, jeden Tag unterwegs sein, wo das Ambulatorium Sozialarbeit anbietet und Dolmetsch, ich bitte Sie, ich bin gern bereit, mit Ihnen zu diskutieren drüber, aber nehmen wir auch die Fakten zur Kenntnis. Angenehm, Herr Gemeinderat Ornig, ist Ihr Entgegenkommen in der Sozialpolitik. Das finde ich wirklich beachtenswert. Gern, gern nehme ich sie auch als Bündnispartner, Partnerin, dass wir endlich diesen Partnersteinerlass auf Bundesebene loswerden. Das ist einer der größten Hemmschuhe, warum Flüchtlinge hier nicht schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Hier geht auch die Stadt Wien konkret mit Arbeitsbeschäftigungsprogrammen voran. Was steht in unserem Koalitionspapier, ich mache es sehr kurz, Recht auf Recht. Es wird eine Einrichtung geben, wo die Leute, die sie nie mehr im Dschungel der Bürokratie zurecht finden, Informationen kriegen, worauf haben sie Rechte in dieser Stadt. Das ist eine gute Sache, da werden Expertinnen zur Verfügung stehen. Es wird auch Grätselzentren geben, damit man den Dialog fördern kann und die Leute wieder beinahe kommen. Es wird mehr Rechtssicherheit geben, was Hilfe in besonderen Lebenslagen anlangt. Wir werden das Jugendamt weiter umstrukturieren. Wir haben sehr viel geschaffen, vor allem auch für minderjährige Flüchtlinge, die hier einen besonderen Bedarf haben. Wir haben bis hin zu einem Forschungsprojekt zu Cannabis in der Medizin. Wir sind für Obdachlose da, und zwar ganzjährig, dass es genug Notquartiere gibt. Wir machen was zur Armutsmigration und wir verändern strukturell die Situation der Jugendlichen, die schlecht ausgebildet sind, zu den zusätzlichen Angeboten, die es schon gibt in der Stadt Wien, nämlich Back to the Future. Das sind 13.000 Jugendliche, wo wir durchbrechen wollen, diesen Kreislauf, nicht außer zu, da kommen aus der Mindestsicherung mit einem Anreizsystem mit Ausbildung und Beschäftigung. Das ist eine enorm wichtige Sache. Wir handeln hier, weil wir die Probleme in der Stadt wahrnehmen. Wir wissen auch, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, was die Integration anlangt. Ich freue mich narrisch, Train of Hope heute den Menschenrechtspreis erhalten hat, symbolisch und bedanke mich für jeden und jede Einzelne, jeden und jede Einzelne, die in den letzten Monaten sehr aktiv waren, menschlich mit Flüchtlingen umzugehen, auch beim Herrn Peter Hacker, der hier Enormes geleistet hat und alle Teams, die tagtäglich hakeln, weil manchmal hat man das Gefühl da herinnen, viele suchen Arbeit und viele werden Zeug fürs Blätreden. Vielen Dank. Also die letzte Bemerkung hat mir überhaupt nicht gefallen, Frau Kollegin Eben, es redet hier keiner blöd, sagt ja jeder seine Meinung und die kann man jetzt akzeptieren oder nicht, aber eine blöde Rede habe ich eigentlich jetzt in den zwei Tagen nicht gehört. Als nächster zum Wort gemeldet ist der Gemeinderat Seidl, ich erteile sie, die selbst gewillte Redezeit ist zehn Minuten. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, meine Damen und Herren, ja, es ist natürlich immer sehr frischend nach der Frau Heben sprechen zu dürfen, es würde mich auch ganz ehrlich sehr reizen jetzt darauf einzugehen, allerdings befürchte ich, würde dann mit der Zeit ein Problem bekommen, deshalb möchte ich es so angehen, wie ich es eigentlich geplant habe und es war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ ungewöhnlich, aber auch wieder sehr frischend, wie der Herr Stadträt Lassar heute begonnen hat, indem er gesagt hat, er möchte jetzt etwas Positives sagen zur Frau Stadträtin Wesseli und hat es dann getan. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, gut, das mache ich jetzt auch. Ich habe lange gesucht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber, Frau Stadträtin, ich habe etwas gefunden, und zwar, Sie sind ja auch Präsidentin des Kuratoriums der Wiener Pensionistenhäuser und ich muss ganz ehrlich gestehen und Ihnen auch hier sagen von diesem Pult, dort funktioniert die Zusammenarbeit, dort funktioniert es und würde es in Ihrem Bereich überall nur annähernd so gut funktionieren, würden wir heute nicht hier dastehen und eben einiges von uns geben müssen, das uns leider Gott sehr, sehr auf der Seele brennt. Sehr geehrte Frau Stadträtin, ich habe mir genauso wie alle meine Kollegen natürlich das Regierungsübereinkommen Rot-Grün 2 angesehen, und es wurde ja heute schon, ich glaube von der Frau Korosek gesagt und sie hat es auch ausgerechnet, über 4 Milliarden Euro hat unser Ausschuss zur Verfügung jährlich am Budget, das sind 32% des Budgets, also doch ein sehr, sehr großer Brocken und wenn man sich das Regierungsübereinkommen ansieht, dann bekommt man mit, dass dem Punkt Sozialen genau 8 Seiten gewidmet ist und dem Punkt Gesundheit überhaupt nur 5 Seiten. Jetzt weiß ich, sie haben ein neues Ressort dazu bekommen, allerdings auch dann komme ich insgesamt von den 138 Seiten nur auf und da muss ich schon sehr mutig sein und einiges dazu zielen auf allerhöchstens 19 Seiten und wenn ich mir das jetzt durchlese, die 8 Seiten Soziales, wie gesagt, das ist relativ schnell gemacht, da stehen unter anderem dann so Stehsätze drinnen wie, und das möchte ich kurz vorlesen, die Stadt Wien vereinbart, die Stadt Wien bekennt sich zur bedarfsorientierten Mindestsicherung als ein sozialpolitischer Meilenstein. Die BMS, das ist die Abkürzung, läuft jedoch Gefahr, ihre ursprüngliche Trampolinfunktion zu verlieren, diese muss wiederhergestellt und eine Festlegung und eine Verfestigung in Armut verhindert werden. Na, na, nicht. Und dann haben wir dann beim Thema Gesundheit, das ist ja, wie gesagt, noch kürzer, hat ja nur 5 Seiten, aber dann ebenfalls einen ganz, einen tollen Satz gefunden, so muss sich der Wiener Krankenanstaltenverbund, kurz KFV, hinsichtlich seiner Kosten und Effizienz verbessern. Sehr geehrte Frau Stadträtin, doch hätten Sie gar Regierungsübereinkommen gebraucht, das sagen wir Ihnen seit Jahren, dass dort sehr viel nicht gerade sehr optimal läuft, also haben wir jetzt auch mittlerweile Sie verstanden, das freut uns, allerdings schauen wir mal, was jetzt dann in nächster Zeit rauskommt. Da ich jetzt nur mal 6,5 Minuten zur Verfügung habe und ich insgesamt noch 5 Anträge einbringen möchte, ich werde es relativ kurz machen, aber ein Thema muss ich natürlich ansprechen, das ist das Thema der Mindestsicherung. Wir sind ja als großer Ausschuss und als sehr fleißiger Ausschuss bereits zum zweiten Mal bis zum heutigen Tag zusammengesessen und zwar am 1. Dezember und gestern. Und am 1. Dezember gab es einen Antrag auf Erhöhung der Kosten für die Mindestsicherung um 25 Millionen Euro. Das war allerdings nicht die erste Erhöhung im heurigen Jahr, sondern bereits die zweite. Mitte des Jahres hat man schon einmal 50 Millionen gebraucht, wie gesagt, jetzt noch einmal 25 und insgesamt liegen wir bei knapp über einer halben Milliarde Euro, die wir Jahr für Jahr für die Mindestsicherung ausgeben. Das ist ein Antrag, den wir da bekommen haben, der insgesamt aus drei Seiten besteht. Und dieser dreiseitige Antrag zeigt dann auf der Seite 2 die Entwicklung der Mindestsicherungsbezieher seit 2010 und wie gesagt, auf einem dreiseitigen Antrag möchte man von uns 25 Millionen Euro. Nicht nur von uns, sondern vom Steuerzahler. Und dann, sehr geehrte Frau Stadträtin, und ich habe es Ihnen auch im Ausschuss gesagt, wir haben unter anderem auch deswegen nicht zugestimmt, weil es doch wohl nicht sein kann, dass man nicht einmal richtige Zahlen da reinschreibt. Jetzt hat man da gerundete Zahlen reingeschrieben. Okay, ja, aber nicht bei einem Antrag, wenn es um 25 Millionen Steuergeld geht, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wer diese Anträge schreibt, wahrscheinlich werden sie nicht selbst machen. Nichtsdestotrotz, zumindest, dass die drei Seiten passen, würden wir uns wünschen. Und wie gesagt, ist wahrscheinlich ein Wunsch als Christkind, 13 Tage davor, aber schauen wir mal, vielleicht gelingt es ja doch irgendwann einmal, dass wir dann soweit sind. Ja, wir haben derzeit in Wien die aktuellste Zahl, an Mindestsicherungsbezieher ist jene vom 31.12.2014, die ist 160.152, da wir jetzt zweimal erhöht haben, um insgesamt 75 Millionen Euro, kann man sich so daumen mal die ausrechnen, wie viel es den Ende des Jahres sein werden. Wir rechnen mit knapp 200.000, vielleicht sind das auch schon mehr. Und ich kann mich erinnern, vor vier Jahren, um wievier bin ich hier gestanden, und habe damals prognostiziert, wenn es so weitergeht, werden Ende 2015 wir dastehen und 150.000 Mindestsicherungsbezieher haben. Das ist dann von Seiten der Genossen, ja, chemisches Gelächter angegangen und nie im Leben, und ich habe gesagt, na, schauen wir mal, ich befürchte, es wird so sein, ihr würdet heute alle jubilieren, wenn es nur 150.000 wäre. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es sind knapp an die 200.000 und sehr geehrte Frau Staatsrätin, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile fast so viele Mindestsicherungsbezieher wie die zweitgrößte Stadt Österreichs Einwohner. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Skandal. Applaus Da viele meiner Vorredner schon eingegangen sind auf das Thema Arbeitslosigkeit und auch die Arbeitslosen zahlen es eine gerade in Wien exorbitant hoch, über 150.000 Wienerinnen und Wiener sind derzeit ohne Job. Wir haben 420.000 Wienerinnen und Wiener, die unter der Armutsgrenze leben, davon 100.000 Kinder, das passiert alles im Rot-Grün und Wien, da hört man nichts, da liest man nichts. Im Regierungsübereinkommen, da schreibt man, dass der KV vielleicht irgendwann einmal eventuell doch effizienter werden soll. Das interessiert sich alles nicht. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum wir immer größer werden und Sie immer weiter schrumpfen. Aber ja, irgendwann einmal sind auch Sie gesund geschrumpft und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn ich dann in die Mitte sehe, werde ich von links nach rechts nur Freiheitliche sehen und das ist gut so. Ich habe sie bereits angekündigt. Fünf Anträge möchte ich einbringen. Vier Stück davon, die in formeller Hinsicht zur sofortigen Abstimmung verlangt werden. Das ist der erste, den würde man jetzt wahrscheinlich nicht sofort dem Gesundheitsressort zuordnen. Da geht es um die sogenannten Ampelbärchen. und der Kollege der Neos hat ja gesagt, den wird er nicht zustimmen. Damit lebe ich. Warum haben wir den gestellt in unserem Ausschuss? Aus dem Grund eben, weil wir 150.000 Arbeitslose haben und aus dem Grund, weil wir 420.000 Menschen haben, die unter der Armutsgrenze leben. aber für Ampelbärchen ist Geld da. Und so wie es ja sie angehört hat in den letzten Tagen, dürfte es ja so sein, dass das nicht die letzten waren, sondern sie planen eine weitere. Und diese Schwachsinnigkeiten müssen selbstverständlich ein Ende haben. Deshalb ist das der erste Antrag, den wir einbringen. Der zweite Antrag betrifft den Heizkostenzuschuss. Ich glaube, die ÖVP hat einen ähnlichen gestellt. Wir wollen im Gegensatz zur ÖVP nicht 250, sondern 300 Euro. Dann geht es um die Wiener Gesundheitswolligen. Bitteschön. Ja? Sie bieten gar nichts. Das ist das Problem. Und dann geht es noch um den Antrag der fehlenden Rehabilitationseinrichtungen für Kinder. Und der fünfte und letzte Antrag, das ist ein Antrag, den wir an den Ausschuss zuweisen. Da geht es um die Kurzzeitpflege, meine Damen und Herren. Ich habe fertig. Ich gebe Ihnen die Anträge ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Mag. Kreml. Die selbstgewählte Redezeit ist 15 Minuten. Sehr geehrter Vorsitzender, werte Frau Stadträtin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und natürlich auch im Livestream. Wir haben schon gehört, unsere Geschäftsgruppe hat mit 4,2 Milliarden fast ein Drittel des Gesamthaushaltes über. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die rot-grüne Stadtregierung auch im Jahr 2016 den Gesundheits- und Sozialbereich in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Auf den Gesundheitsbereich ist bereits meine Kollegin Frau Dr. Laschern im Detail eingegangen. Ich möchte mich daher auf den Sozialbereich konzentrieren. Wir leben nach wie vor mit den Auswirkungen der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Zwischenkriegszeit. Und die hat natürlich noch immer, vor allem auf den Sozialbereich, ganz enorme Auswirkungen. Wir verzeichnen seit Beginn der Krise einen Bedarfsanstieg bei der Mindestsicherung, in der Schuldnerinnen- und Schuldnerberatung, bei der Wohnungslosenhilfe und leider auch noch in vielen anderen Bereichen. Die Opposition geht nun Jahr für her und behauptet, es wäre die Schuld der rot-grünen Stadtregierung und wir brauchen unbedingt mehr Kontrolle, Leistungskürzungen und, und, und. Gerade erst wieder erlebt vom Kollegen Seidl und nicht nur im Wahlkampf passiert das, sondern eben auch heute hier wieder. Sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, ich sage Ihnen dazu in aller Deutlichkeit, das ist nichts anderes als billiger Populismus. Wir können diese Auswirkungen der Krise in ganz Europa beobachten, mit einem feinen Unterschied. Und zwar, dass überall dort, wo neoliberale Politik den Ton angibt, die sozialen Perspektiven für die Menschen besonders schlecht sind. Die rot-grüne Regierung antwortet auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise seit Beginn an mit zusätzlichen Investitionen und steuert somit der Krise gegen. Das heißt, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, muss die Stadt, muss die öffentliche Hand einspringen und mit zusätzlichen Investitionen für neue Impulse sorgen. Das ist unser Credo. Zugegeben, auch dadurch konnte eine steigende Arbeitslosigkeit und auch ein höherer Leistungsbedarf im Sozialbereich nicht verhindert werden. Aber sie wurden signifikant abgeschwächt. Wenn wir den lautstarken Sparforderungen, die von ihrer Seite immer wieder kommen, nachgegeben hätten, wären die Auswirkungen der Krise um ein Vielfaches höher gewesen. Das wäre ganz klar in einem sozialen Kahlschlag gleichgekommen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigt sich die Notwendigkeit eines starken Sozialstaats und beantwortet sich auch die Frage, wie eine Stadt mit jenen umgeht, die ihre Hilfe und Unterstützung dringend brauchen. Nehmen wir uns die bedarfsorientierte Mindestsicherung als Beispiel. Wir sind uns alle hier einig, dass die Mindestsicherung ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein soll und auch sein muss. Aber gerade in Zeiten, in denen prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse immer mehr zunehmen und immer mehr Menschen kein Auskommen mit ihrem Einkommen haben, läuft diese Funktion speziell bei den jungen Menschen Gefahr verloren zu gehen. Deswegen hat die Stadt Wien auch hier reagiert und hat bereits im Frühjahr mit dem Wiener Jugendpaket wichtige Schritte gesetzt, um den jungen Menschen in unserer Stadt mehr Chancen und Perspektiven zu ermöglichen. Unser Zugang ist also nicht das Ausgrenzen, sondern die direkte Förderung von ganz bestimmten Zielgruppen. Und mit der Wiener Jugendunterstützung Back to the Future bauen wir genau darauf auf. Und zwar mit gezielten Ausbildungs- und Beschäftigungsprogrammen für die jungen Wienerinnen und Wiener im Speziellen. Sachleistungen statt Geldleistungen, damit junge Menschen wirklich echte Chancen und Perspektiven haben, ihren Lebensunterhalt mit einer sinnvollen und bezahlten Betätigung bestreiten zu können. Insgesamt bekommen 90% aller Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung die Mindestsicherung als Ergänzungsleistung. So heißen, ihr Einkommen ist schlicht so gering, als dass sie davon leben könnten. Das ist die eigentliche Vergödie an dieser Sache. Jedenfalls, und da erinnere ich mich auch noch gut an die Rede von der Kollegin Korosek gestern, bei insgesamt maximal 830 Euro und das wohlgemerkt zwölfmal im Jahr von einer gemütlichen sozialen Hängematte spricht, in der sich zigtausende bequem machen würden, dann ist das in meinen Augen nichts anderes als blanker Hohn und purer Zynismus. Einfach herzugehen und zu sagen, ihr bekommt weniger Geld oder gar kein Geld mehr ohne Alternativangebote zu setzen, löst überhaupt keine Probleme, es zerstört Existenzen und das kommt für uns niemals infrage. Aber offensichtlich zeigt sich in der Krise nun mal der Charakter. Neoliberale wie die Vereinigte Opposition hier in diesem Saal, und da kann ich trotz der Wertschätzung für die Rede von Kollegen Ornig auch den Neos gerade in wirtschaftspolitischen Fragen nicht ausnehmen. Wir treten in der Regel lieber nach unten und sorgen mit einer fatalen Sparpolitik in Europa dafür, dass eine ganze Generation leidet. Wir als Rot-Grün hingegen übernehmen Verantwortung. Wir investieren weiter, um Beschäftigung zu schaffen. Wir packen die Probleme an der Wurzel, zum Beispiel durch konkrete Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme wie mehr Deutschkurse oder eben die Wiener Jugendunterstützung Back to the Future. Drittens fordern wir vom Bund und von der europäischen Ebene Maßnahmen, die Vermögenden und vor allem jene, die Schultern der Krise sind, verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Und viertens bieten wir selbstverständlich jenen Unterstützung, die unsere Unterstützung und Hilfe auch dringend brauchen, anstatt sie im Regen stehen zu lassen. Das ist Politik, wie wir sie leben, das ist Sozialpolitik für die Wienerinnen und Wiener. Vielen Dank für die So und jetzt vielleicht auch noch mal kurz zum Heizkostenzuschuss. Das ist ja heute meine erste Rede, wie von so vielen in den letzten zwei Tagen. Ich habe mir daher gewissenhaft natürlich die Debatten aus den letzten Jahren zum Sozialbereich durchgelesen und ich muss sagen, langsam wird sogar mir fahrt. Also ich bitte Sie Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass der Heizkostenzuschuss nicht einfach so gestrichen wurde, sondern dass es in der gleichen Höhe wie Wiener Energieunterstützung eingeführt wurde und die zusätzlich zu dem, was man über die bedarfsorientierte Mindestsicherung schon bekommt, eine nachhaltige zusätzliche Sozialleistung ist. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis und hören Sie endlich auf, Jahr für Jahr herauszugehen und die Menschen zu verunsichern. Das ist unredlich. Und noch etwas, sehr geehrte Damen und Herren, die Hilfsbedürftigkeit richtet sich für uns nicht nach dem Pass einer Person. Ja, die ansteigenden Flüchtlingszahlen werden höhere Kosten mit sich bringen. Aber ich frage Sie speziell, Sie werte Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ, was bitte ist die Alternative? Sollen wir die Menschen in den Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien oder im Mittelmeer sterben lassen, sollen wir sie auf unseren Straßen ohne jegliche Unterstützung liegen lassen? Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein, bitte. Ein bisschen globale Verantwortung kann man ja wohl auch von Ihnen erwarten. Die Stadt Wien hat insbesondere in den letzten Monaten gezeigt, wie man mit so einer Herausforderung professionell umgeht. Wir bekennen uns ganz ganz klar zur Solidarität mit Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Mord und Verfolgung zu uns kommen. Oder, damit mich die ÖVP auch versteht, drücke ich es noch anders aus, wir bekennen uns ganz klar zur nächsten Liebe. Und gerade in diesem Bereich hat der FSW gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern für professionellstes Management gesorgt und wird das auch in Zukunft tun. Sind alleine zwischen Anfang September und Ende November 2015 über 250.000 Schutzsuchende auf der Durchreise unterstützt worden. In den mehr als 25 Notquartieren der Stadt hat man insgesamt rund 380.000 Übernachtungen gezählt. Bitte, das muss man erst einmal managen. Das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Nachhaltig in der ... ... ... ... ... Nachhaltig in der Grundversorgung haben wir 20.000 Menschen, circa. Das sind also jene, die zumindest auf absehbare Zeit bei uns bleiben werden. Dabei legt die Stadt Wien ein ganz besonderes Augenmerk, und da bin ich sehr stolz darauf, auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die vom FSW und der MA11 mit den größten personellen Anstrengungen betreut und untergebracht werden. Und dafür gebührt den Kolleginnen und Kollegen ein ganz besonders großes Dankeschön. Aktuell kommt die Stadt Wien bei der Flüchtlingsbetreuung auf eine Quotenerfüllung von 120%. Dass das ein Armutszeugnis für Restösterreich ist, brauche ich hoffentlich nicht extra dazu zu sagen. Die Innenministerin muss endlich handeln und von ihrem Durchgriffsrecht Gebrauch machen. Wozu haben wir das sonst? Anstatt täglich neue Ideen von Zäunen, die noch dazu ein Riesenlöcher haben, wie wir jetzt wissen, und ähnlichen Unsinn zu lancieren, die einzig und allein dafür darzuführen, dass Österreich weiter abgeschottet wird und Europa weiter auseinander trifft, muss sie endlich mit ihrem Durchgriffsrecht sicherstellen, dass auch andere Bundesländer ihrer Verantwortung nachkommen. Alle Bundesländer momentan außer Wien, auch die ÖVP-Regierten und die ÖVP-Ministerin könnte da wunderbar eingreifen. Als Stadt Wien hingegen lassen wir natürlich niemanden im Stich, keine Frage. Aber wir können nicht auf ewig die Arbeit der Innenministerin und die der anderen Bundesländer miterlegen, das muss man auch klar einmal sagen. Genauso wie die Innenministerin ist aber auch der angebliche Integrationsminister Kurz in der Pflicht. Es ist längst überfällig, dass er für die Bereitstellung von zusätzlichen Deutschkursen sorgt. Die Stadt Wien macht das von Tag 1 an und hat allein im Jahr 2014 dreimal so viel für Deutschkursen ausgegeben wie der PR-Minister Kurz für ganz Österreich. Und das ist aber immens wichtig, weil diese Kurse sind essenziell dafür, dass anerkannte Flüchtlinge einen Job finden können und eben nicht auf die Mindestsicherung angewiesen sind. Wie bei der Mindestsicherung und bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gehen wir auch in anderen Teilen des Sozialbereichs vor. Inklusion in die Gesellschaft und Selbstbestimmung der Menschen, das sind unsere Ziele. Wir unterstützen Menschen nachhaltig, um ihnen ein Sprungbrett zu geben, dass sie auf eigenen Beinen stehen können, ihr Leben selbstbestimmt bewerkstelligen können. Und diese Grundsätze finden sich in den Angeboten der Wohnungslosenunterstützung, genauso wie der Schuldnerinnen und Schuldnerberatung, der Unterstützung für Wienerinnen und Wiener mit Behinderung oder auch in den Maßnahmen der Sucht- und Drogenkoordination. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Sozialbereich tagtäglich für die Wienerinnen arbeiten und mit enormem Engagement, Herzblut, Leidenschaft und höchster Professionalität tätig sind, recht herzlich bedanken. Sie sind es, auf die sich die Menschen oft ganz persönlich verlassen können und die das Rückgrat unserer sozialen Weltstadt bilden. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Budgetvorenschlag für das Jahr 2016 zeigt einmal mehr, dass Wien eine soziale Stadt ist und auch bleibt. Wir lassen niemanden im Regen stehen, sondern helfen jenen, die unsere Unterstützung brauchen. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf ihre Stadt verlassen. Und da ich davon ausgehe, dass ich sie mit meinen ausgezeichneten Argumenten jetzt überzeugen konnte, bitte ich sie im Sinne einer Sozialpolitik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt, hier mitzugehen und den Voranschlag, ihre Zustimmung zu erteilen. Herzlichen Dank. Applaus Zum Wort gemeldet ist der Gemeinderat Mag. Mag. Hubeck. Die selbst gewählte Redezeit ist acht Minuten, wobei die FPÖ insgesamt noch elf Minuten hat. Sehr geehrte Frau Stadtrat, sehr geehrte Herr Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste hier im Saal als auch daheim vor den Bildschirmen. Das ist heute meine erste Rede hier im Gemeinderat. Und das Thema ist dadurch vorgegeben, dass ich der neue Behindertensprecher meiner Fraktion bin. Ich war zuvor 21 Jahre in der Bezirksvertretung und dort durchgehend die 21 Jahre in der Sozialkommission. Und die allerletzten Jahre hat es sich ergeben, dass ich sehr intensiv mit dem Thema Behinderten zu tun hatte. Und ich vermute, dass die Probleme, die ich dort kennengelernt habe, repräsentativ für ganz Wien sein werden. Ich darf ganz kurz erwähnen, wo man sich da handeln kann. Es sind manchmal Kleinigkeiten im Alltag, die nicht-behinderte Menschen nicht einmal bemerken, für behinderte Menschen aber eine kleine Katastrophe sein können. Das ist zum Beispiel der Supermarkt in der Nähe des Schwendermarktes, der vor ein paar Jahren umgebaut hat. Vorher war er barrierefrei, jetzt ist es nicht mehr. Kaum zu glauben, gibt es aber auch. Oder zum Beispiel die Bushaltbestellung der Grenzgasse, wo es für blinde, taktile Leitstreifen gab. Man hat das aufgegraben, weil man etwas reparieren musste unterirdisch. Man hat es wieder zugeschüttet und das taktile Leitlinien-System war zerstört. Blieb so. Wie gesagt, nicht-behinderte Menschen, denen fällt es nicht einmal auf. Für die Blinden dort im Grätzl eine kleine Katastrophe. Man hat aber auch zu tun, nicht mit Gedankenlosigkeiten, sondern auch damit, dass bei manchen Menschen nicht-behindert, die einen Mischstand für behinderte Menschen beheben könnten, leider das Verständnis dafür nicht haben. Auch Beispiele aus dem Bezirk. Der Schwerhörigenverband, der im 15. Bezirk angesiedelt ist, hat für das magistratische Bezirksamt, für das Front Office, das wir dort haben, eine Induktionsanlage gewollt. Das ist eine technisch sehr einfach installierbare Anlage, wo schwerhörige Menschen mit Hörgerät dann ganz normal hören können. Das ist auch in großen Sälen eine Einrichtung, die nur wenige 100 Euro kostet. Wie gesagt, technisch sehr leicht installierbar ist. In der Bezirksvertretung haben wir vor wenigen Jahren alle vier Fraktionen einmütig an einem Strang gezogen. Trotzdem war es unglaublich schwierig. Es haben einige höhere Beamte gegeben, die sich da wirklich mit Händen und Füßen gewehrt haben, wo dann auch Argumente kamen, wie, dass die Mitarbeiterinnen im Front Office, die Schwangeren oder auch die Gäste dort, dann vielleicht eine Gefahr bestünde für das ungeborene Leben. Also mit solchen Argumenten hat man dann zu tun gehabt. Man hat es dann geschafft, dass dort eine Induktionsanlage kam, aber wie gesagt, das hat mehrere Monate gebraucht, obwohl alle vier Fraktionen dahinter waren. Eine andere Sache, Sie wissen ja, mit 1. Jänner 2016 tritt eine EU-Richtlinie in Kraft, auf das im öffentlichen Raum keine Barrieren mehr bestehen dürfen für behinderte Menschen, welche auch immer das sein mögen. Im 15. Bezirk hatten wir die kuriose Situation, dass genau diese EU-Richtlinie fast einigen behinderten Organisationen zum Verhängnis geworden wäre. Denn in der Sperrgasse gibt es ein Gebäude, wo einige dieser Organisationen untergebracht sind. Und dieses Gebäude ist sehr, sehr alt, ein ehemaliges Schulgebäude. Und das ist nicht barrierefrei. Da gibt es unten mehrere Stufen. Und der alte Aufzug ist zu schmal, zum Beispiel für Rollstühle. Und dadurch, dass im Besitz der Stadt Wien sich befindet, dieses Gebäude und der zuständige Magistratsabteilung sich geweigert hat, diese Arbeiten durchzuführen, mit der Begründung bei Privatmietern wäre das also Aufgabe des Vermieters. Nachdem es keine Privatpersonen sind, trifft das Mietrecht nicht zu, hat man das also nicht machen wollen. Natürlich für behinderte Organisationen, die ihre Förderungen bekommen, ist aber die Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit zu ihren Räumlichkeiten eine Grundvoraussetzung. Jetzt sind diese Organisationen fast in Gefahr geraten, ihre Förderungen zu verlieren. Auch hier waren alle vier Fraktionen der Bezirksvertretung wieder einmütig an einem Strang unterwegs. Auch der Bezirksvorsteher persönlich hat sich eingeschaltet. Und trotzdem war es wahnsinnig schwierig und erst, dass diese Organisationen ernsthaft in Betracht gezogen haben, dort auszuziehen, weil es sonst existenziell hätte werden können vom Finanziellen her. Erst dann hat im letzten Moment im Herbst dann die zuständige Magistratsabteilung eingelenkt und es ist nochmal gut gegangen. Also es gibt da sehr viele Sachen, die sicherlich nicht nur im 15 Bezirk so sind. Es wird sich jetzt für mich auf Stadtebene wird sich dieses Thema ver-23-fachen in der Intensität. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass es hier eine gute überparteiliche Zusammenarbeit gibt, wie ich es auf dem Bezirk gewohnt bin. Danke sehr. Applaus Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier zum ersten Mal von Ihnen reden zu dürfen. Ich kann über etwas reden, was ich seit Jahrzehnten mache, nämlich klinische Medizin. In das Finan Gesundheitssystem hat seit vielen Jahren mit mehreren Problemen zu kämpfen, die auch seit vielen Jahren bekannt sind. Es ist die EU-Arbeitszeit- Regelung, die sehr spät bei uns umgesetzt wurde und dazu führte, dass die Kolleginnen und Kollegen, die frühe Zeiten hatten und musste, in der Ambulanz zu arbeiten, zum Teil nicht mehr anwesend sein können, weil sie nicht mehr als 40 bzw. 48 Stunden tätig sein dürfen. Gleichzeitig, um das zu erschweren, hat man zum gleichen Zeitpunkt die ELGA eingeführt. Das heißt, die Kollegen, die zu wenig sind in der Ambulanz, können jetzt auch noch sich auf die ELGA einschulen. Was es nicht gerade leichter macht, um dem Ganzen noch ein Häufchen aufzusetzen, ist seit vielen Jahren versäumt worden, die extramorale Medizin mit Ordinationen oder Instituten aufzufüllen. Das, was lange bekannt, wurde viel zu spät umgesetzt bzw. es ist immer noch nicht umgesetzt worden. Ein anderer Punkt ist generell die Bürokratie. Die Bürokratie im Bereich der Medizin ist sicher ein Ausdruck einer sehr interessierten Gesundheitswirtschaft, die sich immer mehr an den medizinischen Berufen einmistet und mittlerweile sogar den Terminus Bürokratiefolgekosten erwirkt hat. Diesbezüglich bin ich also froh, ich weiß, ob er da ist, der Herr Generaldirektor Prof. Jansen, der vier Jahre dem Deutschen Krankenhausinstitut vorgestanden ist. Und da gibt es eine sehr interessante Studie, Ärztemangel im Spital. Der wird nämlich genau auf diese Bürokratiefolgekosten eingegangen. Der wird auch empfohlen, dringend empfohlen, dass man gesetzliche Änderungen und auch Verordnungen erlässt, damit sich die Bürokratie nicht weiter auf den Spitalsbetrieb auswirkt. Ich hoffe, der Herr Generaldirektor wird das auch in seiner gegenwärtigen Funktion umsetzen. Zu Problemen der Flüchtlinge kann ich nur sagen, ich hoffe, dass Ihnen bekannt ist, dass die nächste Grippewelle kommt. Und ich hoffe, Sie wissen, dass vor allem aus hier und Irak der Impfschutz nicht ausweichend passt. Sie können sich in den WHO-Guidelines erkundigen. Und da manche Impfstoffe bis zu 22 Monate brauchen, bis man sie hergestellt hat, kann ich nur hoffen, dass Sie analysiert haben, wie viele Personen, wie viele junge Menschen Sie noch durchimpfen müssen und wie Sie auf die nächste Grippewelle reagieren. Zum Gesundheitskonzept 2030. Da steht da weniger Häuser, weniger Abteilungen, weniger Häuser war zu erwarten. Wir haben nun einmal relativ viele Spitalsbetten, obwohl wir einen niedrigen Hospital-Stuff dabei haben, was nämlich nie gesagt wird, dass wir relativ wenig Krankenschwestern haben. Da sind wir im OECD-Schnitt zum Teil darunter. Und dass wir zwar viele Betten hatten, aber wenig Personal. Das ist nicht so gesagt worden. Hospital-Stuff dabei in Österreich ist nicht aufregend, aber trotzdem ist es ganz gut, wenn man die Betten reduziert. Weniger Abteilungen, das verstehe ich nicht ganz, denn ein Vollspital durch ein Schwerpunktsspital zu ersetzen, das entzieht sich eigentlich wirklich meiner Logik. Schwerpunktsspitäle oder Specialized Hospitals sind ein Trend, ein modischer Trend, der mittlerweile in den USA hinterfragt wird, wo es Vergleichsstudien gibt und wo man draufkommt. Die sind eigentlich gar nicht billiger, diese Specialized Hospitals. Das erklärt sich darum, dass die Finanzierung gleich bleibt, die Patientenantrag gleich bleibt, die Angestelltenantrag gleich bleibt und die Verweildauer wird kürzer, aber dafür sind die Schwerpunktabteilungen meistens apparatemäßig und gerätemäßig besser ausgerüstet. Das heißt, es zahlt sich nicht aus. Es gibt keinen Grund, auf die Vollspitäler zu verzichten, vor allem, da wir doch eine überalterte Bevölkerung haben und wir geriatrische Tageskliniken, geriatrische, also akutgeriatrien haben, die sichern Bedeutung gewinnen werden. Das können Sie nur in einem Vollspital. Denn rein durch die Tatsache, dass eine Wochenklinik, eine Tagesklinik am Wochenende einfach zu ist, müssen Sie schnell agieren. Schnell agieren können Sie nur, wenn Sie vor Ort alle Abteilungen haben, die verfügbar sind. Das heißt, wenn Sie jetzt etwas machen, was wahrscheinlich in der westlichen Welt einzigartig ist, nämlich auf eine Zwei-Millionen-Stadt hinarbeiten, wo es nur ein einziges Vollspital gibt, ich glaube nicht, dass es in der ganzen Welt eine Zwei-Millionen-Stadt gibt, wo es nur ein einziges Vollspital gibt, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie einfach diese alten Herrschaften, die multimorbid sind, und multimorbid beteiligt, dass man mehrere Krankheiten gleichzeitig hat, dass Sie die nicht suffizient behandeln können. Man kann natürlich überlegen, einen Kompromiss, dass man jetzt, was ich sage, als Hausnummer drei Vollspitäle übrig lässt oder General Hospitals und die anderen dann in Schwerpunkte aufteilt. Aber nur mein einziges Vollspital, sondern das AKH übrig lassen, das ist auf jeden Fall ein Mangel in der Strukturqualität. Und wenn man schon dauernd, man wird richtig erschlagen von Qualität, wenn man das durchlässt, an jeder Ecke Qualität, es springt einem entgegen das Wort Qualität, nur leider die Strukturqualität wird nicht gelebt in diesem Konzept. Weniger Bürokratie, das stimmt natürlich nicht, ich habe es schon kurz angeschnitten. Der Terminus Bürokratie-Folgekosten ist tatsächlich von Bedeutung und ich würde mir sehr wünschen, dass der Herr Generaldirektor Professor Janssen das auch dann wirklich umsetzt. Gut, ich komme zum Schluss. Die Patientenorientierung benötigt natürlich auch eine extramorale Medizin. In diesem Falle werden immer die PHCs favorisiert. Das sind im Grunde genommen Gruppenpraxen, die wir alle gerne hätten, für die wir alle ansuchen, wo wir aber die Verträge nicht bekommen, weil nämlich die PHCs, die die Regierung will, an sich sehr ungünstige Verträge hat. PHCs sind eine Gruppenpraxis, wie alle anderen auch, da ging es nicht einzuwenden, nur die Verträge sind sehr schlecht. Man hat ein hohes Investitionsrisiko, ist aber im Grunde genommen gewertet, dass der Vertrag jederzeit bekündigt wird. Und dann möchte ich gleich zur Frau Dr. Lascham kommen. Sie haben Schwerpunkte favoriziert. Bitte, ein Esophagus, also ein Speisearbeit operativer Schwerpunkt, eine Abteilung gibt es nicht, ja. Weil das ist so selten, diese Erkrankung. Das wird in einer normalen oder in einer gastroenterologischen Chirurgie gemacht, die das nebenbei machen, ja. Weil das ist so selten, dass es sich für einen Schwerpunkt nicht auszahlt. Ich darf Sie bitten, zum Schlusswort zu kommen. Gut, okay, Tradition, Sie haben auch die Tradition angesprochen, ja. Die Tradition, also wir können die anatomieren, die Pathologie... Ich darf Sie um Ihren Schlusssatz bitten. Die sechs Minuten sind leider schon vorbei. Gut, dann, sehr geehrte Damen und Herren, Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf gute Zusammenarbeit. Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich die Frau Dr. Lasch schon berichtet. Bitte schön. Über den Wiener Gesundheitsfonds ist dadurch, dass nur mehr in bestimmten Abteilungen für Oesophagus-Operationen bestimmte und Bankreis-Operationen es die Punkte gibt, die LKF-Punkte, eine Steuerung gemacht worden, weil es wird natürlich keine Abteilung mehr die Operationen durchführen, wenn es keine Punkte dafür kriegt. Und das war ein Versuch, das in bestimmte Abteilungen, wo man es nämlich kann, weil es eben so selten ist, zu lenken. Das habe ich gemeint und das war ein Anfang. Und das Ziel sollte sein, dass sehr komplizierte Operationen, die selten sind, eben dort in bestimmten Zentren gemacht werden und sonst nirgends. Weil ich möchte niemandem empfehlen, im Krankenhaus Heimburg zum Beispiel eine Oesophagus-Operation machen zu lassen. Danke. Zum Wort gemeldet ist Frau Amtsführende Stadträtin Mag. Sonja Wesseli. 15 Minuten ist eine Redezeit. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich für die Debatte bedanken und darf mich vor allem für doch zahlreiche, sehr konstruktive Wortmeldungen und Debattenbeiträge bedanken. Selbstverständlich bei den Regierungsparteien, aber ich möchte mich auch explizit bei den beiden Kollegen der NEOS bedanken, die heute hier das Wort ergriffen haben. Ich lade Sie sehr herzlich, oder wir können es auch umgekehrt machen, weil Sie sich das gewünscht haben. Ich nehme ja auch Ihre Einladung an, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten. Ich würde auch vorschlagen, in Anbetracht, dass schon eine Sitzung heute lange war, werde ich jetzt nicht auf alle Punkte einzeln eingehen, aber wir können uns sehr gerne zusammensetzen und da miteinander weiterarbeiten. Einen Punkt muss ich schon sagen, Herr Dr. Gara, ein bisschen Antagonismus war auf der einen Seite, das hat mich sehr gefreut, weil Sie ja auch sozusagen hier vom Fach kommen, Sie durch das Loben zu erwähnen, in welcher Transparenz die Fünfjahresplanung des KV vorliegt, um dann zu sagen, wir haben ein Problem und das ist alles intransparent. Aber das gehört halt auch dazu, weiß ich schon. Aber jedenfalls freue ich mich sehr auf eine Zusammenarbeit. Einen Punkt müssen Sie hier speziell anmerken, weil ich denke, vielleicht können wir hier, ich habe damit nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, so wie ich die Arbeit der NEOS auf Bundesebene erlebt habe, aber vielleicht ist das einfach da in Wien auch ganz anders. Würde mich sehr freuen. Neue Partner finden, wenn es darum geht, jetzt mehr Beweglichkeit und mehr Möglichkeiten für die öffentliche Hand in der Finanzierung zu finden. Denn Sie haben angesprochen, ich glaube mit der Wortfolge, dass Sie ein bisschen beunruhigt sind. Es ist für mich auch nicht so, dass ich die Welle mache und sage, das ist genau das, was ich mir wünsche, nämlich alternative Finanzierungsformen zu finden für die Errichtung und für die Umsetzung des Spitalkonzels. Ich mache hier aus meinem Herzen keine Mördergrube, und zwar nicht hier jetzt zum ersten Mal, sondern immer wieder, dass es natürlich an sich eine skurrile Situation ist, dass das Geld aufgrund der Zinslage und auch aufgrund der finanziell und wirtschaftlich guten Situation des Landes Wien an sich für das Land Wien so günstig zu haben wäre, wie das selten der Fall ist, das aber nicht möglich ist, aufgrund der Maastricht-Kriterien, und da meine ich die Maastricht-Kriterien zur Verschuldung. Und ich denke, dass wir genau hier hinschauen müssen, ob es nicht für Investitionen, und ich denke gerade die Umsetzung, die bauliche Umsetzung des Spitalskonzepts 2030, wo vor uns ist die Neuerrichtung des Krankenhauses Hietze und des Wilhelminenspitals, es sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn wir hier nicht Konstruktionen finden müssten, um das machen zu können. Nur die Alternative zum Konstruktionen finden, wäre es nicht zu machen. Und dazu stehe ich jedenfalls nicht bereit. Aber vielleicht können wir hier eine neue, gute Basis miteinander finden. Ich denke, dass wir gerade im Spitalskonzept und in der Umsetzung des Spitalskonzepts in diesem Budget, aber auch die Frau Dr. Laschner hat das umfassend vorgebracht, im Rahmen des Regierungsprogramms eine Reihe von großen Schritten hier auch vorhaben. Und Herr Dr. Kodaholp, ich freue mich auch, wir haben noch politisch noch nichts miteinander zu tun gehabt. Ich hoffe, dass wir eine konstruktive Zusammenarbeit hier auch haben werden. Aber das Konzept, den Sie da anhängen, nämlich, das ist jetzt offenbar, das Ziel habe ich noch gar nie gehört, dass es nur mehr Zentralkrankenanstalten gibt, weil ich verweise darauf, das Wort Vollspital gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, welche gesundheitspolitischen Experten Sie da beraten. Das ist sozusagen längst vorbei, weil es ganz klar darum geht, dass es fächerübergreifend, und die Kollegin Laschner hat das hier auch schon angesprochen, interdisziplinär Zentren gibt, wo die Menschen von unterschiedlichen Disziplinen betreut die beste medizinische Versorgung bekommen. Und dazu ist es genau nicht sinnvoll und nicht notwendig, dass in einem Spital alles angeboten wird. Und der große Vorteil Wiens ist ja, dass wir kein Flächenbundesland sind, sondern von der Fläche her nicht besonders groß einen hervorragenden öffentlichen Verkehr haben und es daher qualitativ unbedingt notwendig ist. Hier Schwerpunkt ist es jetzt. Ich bin aber sehr gerne bereit, wenn da das Interesse besteht nach einer vertieften Debatte, dass wir die diesbezüglich auch führen. Zum Thema der Mindestsicherung möchte ich mich beim Kollegen Gemeinderat Kreml anschließen, da kommt halt immer jedes Mal dasselbe. Genauso wie beim Thema Heizkostenzuschuss. Und jetzt muss ich Sie daher ein bisschen enttäuschen, dass ich jetzt auch nichts Originelles sagen werde, sondern das, was ich zu diesem Thema seit Anbeginn angesagt habe, ich stehe dazu, dass die Mindestsicherung, die das letzte soziale Netz ist, in dieser Stadt so organisiert ist, Klammer auf, im Gegensatz zu nahezu allen anderen Bundesländern, Klammer zu, dass Menschen, die auf diese Leistungen einen Rechtsanspruch haben, diesen Rechtsanspruch auch einlösen können und damit die Leistung bekommen. Und es hängt selbstverständlich, die Höhe der Mindestsicherung, also damit meine ich die Zahl der Menschen, die Mindestsicherung brauchen, eng mit der Wirtschaftslage zusammen, eng mit der Arbeitslosigkeit zusammen, ja, und ich möchte, dass die Menschen, die es brauchen, diese Leistung auch bekommen. Wir haben aber, und auch das wurde erwähnt, höchst ambitionierte Ziele, insbesondere was die jungen Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher betrifft, wo wir nicht akzeptieren, dass es hier zu einer Verfestigung kommen könnte, sondern durch Ausbildung und Beschäftigung diese Menschen möglichst rasch aus der Mindestsicherung wieder befreien wollen. Lassen Sie mich abschließend, es gäbe noch sehr viel zu sagen, aber abschließend einen Punkt noch ansprechen, der heute hier, ich bin eigentlich überrascht, darüber weniger angesprochen worden ist, das ist die Situation und der Umgang mit den Flüchtlingen in dieser Stadt, wo ich die Gelegenheit auch nutzen möchte, mich auf der einen Seite zu bedanken, bei allen Abteilungen und Units in meiner Geschäftsgruppe, weil es keine einzige gibt, die nicht an der Bewältigung dieser Herausforderung etwas beigetragen hat, aber auch darüber hinaus bei allen Abteilungen in dieser Stadt, weil es hier in herausragender Art und Weise gelungen ist und diese Stadt gezeigt hat, was sie kann, wenn Politik, Verwaltung, NGOs und die Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen und da kann man nur ganz, ganz stolz sein auf diese Stadt und daher vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Ich möchte die Gelegenheit abschließend nutzen, mich bei den mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Geschäftsgruppe bedanken, die in hervorragender Art und Weise für die Wienerinnen und Wiener da sind, die in hervorragender Art und Weise Gesundheitspolitik und Sozialpolitik umsetzen. Ich möchte ganz besonders, weil es das erste Mal ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA11, die jetzt zu mir resultieren, begrüßen. Ich bin sehr froh darüber und bin sehr stolz darauf. Ich glaube, dass es uns sehr, sehr gut gelingen wird, hier die eine oder andere Schnittstelle, die es bisher gibt, zwischen dem Kinder-Jugend- und Erwachsenenbereich zu einer Verbindungsstelle zu machen und möchte mich ganz besonders, weil es eine Debatte in den letzten Tagen war, bei all jenen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die in der MA11 für den Bereich der Kindergärten und Kindergruppen zuständig sind, weil ich weiß, dass sie hervorragende Arbeit leisten. In diesem Sinn, alles Gute wünsche ich Ihnen jetzt auch... Alles Gute wünsche ich Ihnen jetzt von dieser Stelle auch. Ich hoffe, dass alle ein bisschen Zeit haben auf ein paar ruhigere Tage über die Weihnachtsfeiertage und ich denke, es waren die Argumente in der Debatte so überzeugend, dass ich sicher bin, dass wir dieses Budget doch noch einstimmig beschließen werden. Zur Geschäftsgruppe Gesundheit, Soziales, Generationen und zum Wirtschaftsplan der Unternehmen Wiener Krankenanstaltenverbund liegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich erkläre die Debatte zum Voranschlagsentwurf für das Jahr 2016 und zum Gebührenprüfungsantrag, das sind die Postnummer 1 und 2 der Tagesordnung für geschlossen. Die Berichterstatterin, Frau Amtsführende Stadträtin, Mag. Brauner, hat das Schlusswort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in guter und ich hoffe, allseits wohlwollend zur Kenntnis genommener Tradition verzichte ich darauf, auf die vielen Wortmeldungen der vergangenen Tage noch einmal einzugehen. Die Kollegin Wesseli hat mir schon vorweggenommen, dass natürlich ich auch davon ausgehe, dass sehr viele positive Argumente gefallen sind und ich darf mich darauf reduzieren, formell im Sinne der Staatsverfassung darauf hinzuweisen, dass gemäß § 86 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien der Voranschlagsentwurf 2016 in der Zeit vom 2. Dezember bis zum 9. Dezember 2015 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt ist. Vom Recht der Einsichtnahme hat diesmal ein Gemeindemitglied Gebrauch gemacht und eine Stellungnahme abgegeben. Ich ersuche, diese Stellungnahme zum Voranschlagsentwurf dem zuständigen Geschäftsbereich zur Erledigung zuzuweisen. Und damit bleibt mir nur mehr Ihnen für die ausführliche Diskussion der letzten beiden Tage zu danken und stelle hiermit den formellen Antrag auf Zustimmung zu den Anträgen auf den Seiten römisch 23 bis 26 im Voranschlagsentwurf 2016. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Beratungen der Fraktionen unterbreche ich die Sitzung bis 17.15 Uhr. Die Sitzung ist unterbrochen. Die Sitzung ist unterbrochen.